Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Fire After Dark – Gefährliche Erfüllung von Sadie Matthews. Aus dem Englischen von Tatjana Grose. Gelesen von Christiane Marx. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Ich sitze in einem Bentley, kuschle mich in die Ledersitze und schaue aus den getönten Scheiben auf die verschneiten Straßen von St. Petersburg. Vor mir sitzen der Fahrer und der kompakte Leibwächter. Graumelierte Stoppeln mildern die Härte ihrer Schädel. Die Türen des Wagens sind fest geschlossen. Die Riegel sind tief in das schwarze Leder unter den Fensterscheiben versenkt. Einen Moment lang stelle ich mir vor, wie ich versuche, sie mit meinen Fingernägeln herauszukratzen. Aber das wäre unmöglich. Ich habe keine Möglichkeit zur Flucht. Doch selbst wenn? Wo sollte ich hin? Ich kenne mich in dieser Stadt nicht aus, spreche die Sprache nicht und habe kein Geld. Sogar mein Reisepass wurde eingezogen und in den Hotel-Safe weggeschlossen. Außerdem hat man mich gewarnt, es sei hier gefährlich. Man sagte mir, ich sei ein leichtes Ziel für Übeltäter und darum durf ich mich zu keinem Zeitpunkt allein außerhalb des Hotels bewegen. Ich habe ein Handy, aber wen sollte ich hier anrufen? Meine Eltern sind weit weg, zu Hause in England. Wie gerne wäre ich jetzt dort, könnte in die gemütliche Küche treten, in der mein Vater bei einer Tasse Tee die Zeitung liest, während meine Mutter geschäftig hin und her eilt und versucht, sechs Dinge gleichzeitig zu erledigen und Dad auffordert, doch endlich seine Beine aus dem Weg zu nehmen. Auf dem Herd köchelt irgendetwas Köstliches und im Radio läuft ein klassisches Konzert. Ich sehe es so deutlich vor mir, dass ich beinahe den Eintopf riechen, die Musik hören kann. Ich möchte auf meine Eltern zulaufen, sie umarmen und ihnen sagen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Aber sie machen sich keine Sorgen. Sie wissen, wo ich bin. Sie denken, ich sei absolut sicher und geborgen. Und das bin ich ja auch. Man passt sehr gut auf mich auf. Zu gut? Ich versuche, den Schauder zu verdrängen, der mich ergreifen will. Zwei blaue Augen sind fest auf mich gerichtet. Ich weiß das, auch wenn ich den Mann neben mir nicht anschaue. Der Laserstrahl seines Blickes gleitet wie eine Berührung über meine Haut und ich bin mir seines Körpers auf dem Sitz neben mir überaus bewusst. Ich will nicht, dass er weiß, wie sehr ich mich ängstige. Deine lebhafte Fantasie, schellte ich mich. Die wird noch mal dein Untergang sein. Du bist hier total sicher. Wir bleiben ja auch nicht lange. Übermorgen reisen wir schon wieder ab. Eigentlich sollte das hier ein wahrgewordener Traum für mich sein. Ich bin hier in St. Petersburg, weil Marc, mein Chef und der für André Dubrovsky tätige Kunstexperte, zu krank ist, um zu reisen. Aber trotz dieser traurigen Umstände ist es eine fantastische Gelegenheit. Ich habe mich immer danach gesehnt, eines Tages die Eremitage zu besuchen und die berühmten Gemälde und Kunstschätze darin zu sehen. Und jetzt bin ich auf dem Weg dorthin. Nicht einfach nur zum Museum, sondern mitten hinein in das Herz dieser berühmten Sammlung, um einen der dortigen Sachverständigen zu treffen. Er wird nach genauer Analyse das Urteil über das bisher unbekannte, gerade neu entdeckte Gemälde von Fra Angelico-Fällen, das André vor kurzem erworben hat. Das ist eine einmalige Chance und ich sollte eigentlich beschwingt, begeistert sein. Nicht ängstlich. Ich versuche, die Ängste, die mir durch den Kopf schwirren, auszublenden. Ich habe keine Angst. Warum sollte ich? Und doch … Wir sind gestern Abend angekommen, in der Privatmaschine von André Dubrovsky. Wie schon auf den anderen Reisen, die ich mit Marc für den russischen Mäzen unternommen hatte, wurden die Formalitäten rasch und vertraulich erledigt. Ich fragte mich, wie es wohl sein würde, wenn ich mich wieder an der Passkontrolle und dem Sicherheitscheck anzustellen hätte und zu einem abgelegenen Gate gehen müsste, um meinen Flieger zu erreichen. Diese VIP-Behandlung könnte mich durchaus für den Rest meines Lebens verderben, wenn ich nicht aufpasste. Vom Flugzeug aus stiegen wir direkt in eine schwarze Stretchlimousine. Etwas protziger, als ich es bei einem Mann von Dubrovskis gutem Geschmack erwartet hätte. Aber vielleicht lagen die Dinge anders für ihn, wenn er sich in Russland befand. Lautlos hatten wir die kurze Fahrt nach St. Petersburg begonnen. Wie gefällt Ihnen Russland? fragte André, während die Limousine an den anderen Autos auf der Autobahn vorbei rauschte. Ich sah in die Nacht hinaus, aber viel konnte man hinter den Scheiben nicht ausmachen. Vor uns verwandelte sich die Dunkelheit in orangenes Leuchten. Die Lichter der Großstadt erhellten den Nachthimmel. Schwer zu sagen, erwiderte ich. Ich lasse es Sie morgen früh wissen. André lachte. Ich weiß, was Sie sagen werden. Es ist verdammt kalt. Glauben Sie mir, London wird Ihnen im Vergleich wie ein tropisches Paradies vorkommen. Ich lachte ebenfalls und hoffte, dass es überzeugend klang. Seit dem Flug fuhren meine Gefühle Achterbahn. André, für den ich seit ein paar Wochen arbeitete, wusste viel mehr über mein Privatleben, als mir lieb war. Er wusste, wer der Mann war, mit dem ich eine Beziehung hatte, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Dominik. Aber er wusste auch davon, dass Dominik und ich uns getrennt hatten. André machte sich nicht die Mühe, meine Gefühle zu schonen, und erklärte mir, soweit es ihn betraf, sei Dominik von nun an sein Feind. Und dann sprach er diese drei Worte aus, die meine ganze Welt auf den Kopf stellten. Keine Spielchen mehr. Genau diese Worte hatte der Mann mir ins Ohr geflüstert, den ich auf einer Party in einer Höhle leidenschaftlich gefögelt hatte. Ich war überzeugt gewesen, dass es sich um Dominik handelte. Aber nun überkam mich die Angst. War es möglicherweise André gewesen? Ich konnte mir nicht sicher sein, denn meine Erinnerung an diese Nacht war undeutlich, wie in Nebel getaucht. Es sah ganz danach aus, als wäre ich an dem Abend unter Drogen gesetzt worden, höchstwahrscheinlich von Anna, Andrés mittlerweile Ex-Geliebter und ehemaliger Angestellten, deren heftige Gefühle für Dominik uns alle möglichen Probleme beschert hatten. Wenn ich an diese Nacht auf jener seltsamen Party in den Katakomben auch nur dachte, krampfte sich mir der Magen zusammen. Falls ich André gefögelt haben sollte, dann war ich Dominik untreu geworden, wenn auch unwissentlich und unabsichtlich. Und falls André zu den Männern gehörte, die mit einer Frau, die eindeutig nicht Herren ihrer Sinne war, Sex hatten. Wozu war er dann noch alles fähig? Rasch werfe ich einen Blick auf André, der seine Aufmerksamkeit kurz von mir abgewendet hat, sich vorbeugt und seinem Leibwächter etwas auf Russisch zuflüstert. Seine Erscheinung ist sowohl attraktiv als auch ein wenig bedrohlich. Die breiten Schultern unter dem dunklen Mantel, die großen starken Hände und der maßgeschneiderte graue Wollanzug, den er trägt, können den harten, muskulösen Körper darunter kaum kaschieren. Sein Gesicht ist markant, mit durchdringenden blauen Augen und einem ernsten Mund mit ausladender, entschlossener Unterlippe. Trotz meiner Liebe zu Dominik hatte ich mich immer wieder intensiv von dem körperlichen Magnetismus angezogen gefühlt, den André auf mich ausübte. Ich hasste mich dafür, aber ich konnte nicht anders. Vielleicht quälte mich deshalb der Gedanke so sehr, dass ich ihn, an die kalte Steinwand der Höhle gedrückt, leidenschaftlich gefügelt haben könnte. Ein Teil von mir wusste, dass ich es wollte, egal was ich mir sonst einzureden versuchte. Während ich so neben ihm sitze, kann ich mich gegen die wirren Bilder, die in meiner Erinnerung aufsteigen, nicht wehren. Wie der Mann in der Höhle in mein Ohr murmelte, keine Spielchen mehr, und meine Hüfte umfasste. Es fühlte sich an, als ob ich fliege, als er mich anhob und umdrehte, sodass mein Rücken ihm zugewandt war. Er presste meine Hände gegen die Wand, zog das Oberteil meines Kleides nach unten und mit der anderen Hand den Rocksaum nach oben. Eine Hand griff grob um meine Brust, ein raues Knurren des Vergnügens ertönte, als er um meinen nackten Hintern fuhr. Es war elektrisierend. Mein Körper reagierte. Ich konnte nichts tun, um das fiebernde Verlangen nach ihm zu stoppen, das von mir Besitz ergriffen hatte. Alles in mir vibrierte unter seinen Händen und den starken, verlangenden Fingern, die über mich hinweg glitten, meine Brustwarzen rieben und eine brennende Spur über meinen Bauch bis an meinen geheimsten Ort zogen. Während ein Arm meine Taille umfasste, spreizte er mit der anderen Hand meine Beine. Einen Augenblick später spürte ich die Härte seines Schwanzes, der sich zwischen meine Pobacken presste. Er war so nahe, so erregend nahe. Dann fühlte ich es. Er reizte mich erst mit der heißen, samtigen Spitze seiner Erektion, dann stieß er zu, und sein Schwanz drang in mich ein. Eine Hand legte sich auf mein Geschlecht, strich über meine Feuchtigkeit, die andere hielt meine Hüfte gepackt. Er senkte den Kopf und biss mich in Hals und Schultern. Dann stieß er wieder zu, fand seinen Rhythmus, trieb seinen Schwanz in mich. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Die Lust erfasste mich heiß, glühend, ganz und gar. Endlich legte er zwei Finger an meine Knospe und streichelte mich fest und schnell, rieb vor und zurück, erregte mich über alles erträgliche Maß. Es fehlte nicht mehr viel, um mich zum Orgasmus zu bringen. Noch härter stieß er zu, langsamer, tiefer. Und auf einmal überwältigte mich mein Höhepunkt, lange Wellen der Lust, die über mich hinweg spülten und jen ebenfalls kommen ließen. Als wir danach beide keuchend dastanden, flüsterte er, hat es dir gefallen? Und als ich nickte, fragte er weiter, hast du's gewollt? Und ich nickte erneut. Was ist? Andres raue, fast harte Stimme unterbricht meinen Gedankenstrom. Erschrocken fahre ich zusammen. Mir war nicht klar, dass ich ihn die ganze Zeit angestarrt habe, während mein Gehirn versuchte, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten, die Puzzlestücke zusammenzusetzen. Nichts. Ich reiße mich so rasch als möglich zusammen. Sind wir bald da? Ich merke, dass wir langsamer geworden sind und schon geraume Zeit im Schneckentempo fahren. Der Verkehr in St. Petersburg, meint André kurz angebunden. Er ist bekanntermaßen schrecklich, vor allem bei verschneiten Straßen, was häufig vorkommt, wie sie sich vorstellen können. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Es ist erst Vormittag, aber es fühlt sich an, als sei es schon Abend. Tiefhängende, graue Wolken, schwer von Schnee, drücken auf uns herab. Ich starre wieder aus dem Wagenfenster und erkenne, dass wir an einem gewaltigen, breiten Fluss angekommen sind. Auf der anderen Seite erheben sich eindrucksvolle Gebäude. Eine Ansammlung barocker Palastbauten mit Hunderten von Fenstern, die geheimnisvoll glänzen. Sie werden von einem Palast dominiert, der so gewaltig und prachtvoll ist, dass es den Anschein hat, als stamme er aus einem Film oder einem Märchenbuch. Die Eremitage, verkündet André stolz, zweifelsohne das schönste Museum der Welt. Solche Grandetze, solche Schönheit. Er zeigt auf den größten der Barockprachtbauten mit unzähligen weißen Säulen und dunkelgrüner Fassade zwischen hohen Fenstern. Das ist der Winterpalast, Sitz der russischen Zaren. Von dort herrschten sie über 125 Millionen Menschen und ein Sechstel der Erde. Beeindruckend, nicht wahr? Er hat recht. Der Anblick ist herrlich. Einen Augenblick lang stelle ich mir vor, ich sei Katharina die Große, die in einer prunkvollen Kutsche zu ihrer spektakulären Residenz gefahren wird, voll der außergewöhnlichen Kunstwerke, die sie gesammelt hat. Dann fällt mir wieder ein, wie man als gewöhnlicher Russe gelebt haben muss, ausgeschlossen von dem luxuriösen, vergoldeten Leben im Palast, nur dazu da, um bei dessen Erbauung zu knechten oder um Steuern zu zahlen, mit denen die herrliche Kunst an den Wänden bezahlt wurde, ohne je das Privileg zu genießen, diese Kunstwerke auch anschauen zu dürfen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt sind es öffentliche Gebäude, die jedem Zugang gewähren. Viele können sich nun an ihrer Schönheit und an ihren Schätzen erfreuen. Was denken Sie? drängt André. Beeindruckend. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin überwältigt. Wir überqueren den Fluss und nähern uns über die Uferstraße dem Winterpalast. Vor einem riesigen Eisentor, das fest geschlossen ist, halten wir an. Gleich darauf eilt ein Mann heraus, um das Tor zu öffnen. Er winkt uns durch und wir gelangen in einen Innenhof mit einem schneebedeckten Garten. Nackte Bäume mit Ästen, auf denen sich der Schnee türmt, stehen vor dem Gebäude. Das Tor wird hinter uns wieder geschlossen. Die Töchter von Nikolaus II. pflegten hier zu spielen, erklärt André, als der Wagen vor einer geschnitzten Eingangstür zum Stehen kommt. Stellen Sie sich vor, vier kleine Großherzoginnen, die herumlaufen, lachen und die Soldaten, die sie bewachen, mit Schneebällen bewerfen. Und die keine Ahnung haben, was für ein jämmerliches Ende sie erwartet. Der Fahrer ist bereits ausgestiegen und hat den Wagenschlag auf Andrés Seite geöffnet. Ich schaudere, als die eisige Luft in den warmen Innenraum strömt, und verdränge den Gedanken an das Schicksal dieser Kinder. Ich setze meine Mütze auf und ziehe die Handschuhe an, während der Fahrer auf meine Seite kommt und mir die Tür öffnet. Er hilft mir hinaus auf den vereisten Pfad und geleitet mich um den Wagen herum zu Dubrovski. Ein Privateingang, sagt André, und ein Lächeln verzieht ein klein wenig seine Lippen. Er lächelt selten, aber selbst diese kleine Bewegung lässt sein markantes Gesicht weicher werden und mildert den eisigen Blick. Solche Dinge lassen sich immer arrangieren. Dann steht der Zugang zum Palais also doch nicht jedermann offen. Geld kauft sich immer noch Wege, wo anderen der Weg verwehrt ist. Die Tür öffnet sich und ein Mann tritt heraus. Er ist mittleren Alters, trägt einen schweren schwarzen Mantel, eine Pelzmütze und Stiefel. Er lächelt. Seine kleinen Augen hinter der schwarz gerammten Brille sind von Lachfältchen umgeben. Er eilt auf André zu, begrüßt ihn überschwänglich auf Russisch. Sie unterhalten sich einen Moment, während ich den Umstand zu verbergen suche, dass ich trotz meines warmen Mantels bereits heftig fröstele. Neidisch schaue ich zu dem glücklichen Fahrer, der mittlerweile wieder in der Wärme der Limousine sitzt. Plötzlich wechselt André ins Englische und zeigt auf mich. Das ist Beth, meine Kunstexpertin. Sie war dabei, als ich das Bild kaufte. Er macht sich nicht die Mühe, mir zu erklären, wer der Mann ist, aber ich ahne, dass er jemand Wichtiges aus dem Museum sein muss. Madame Beth. Der Mann spricht Englisch mit Akzent und begrüßt mich mit einer Verbeugung. Bitte, lassen Sie uns hineingehen. Ich sehe, dass Ihnen kalt ist. Wir folgen ihm durch die Tür in den Palast. Sofort möchte ich am liebsten laut nach Luft schnappen. Niemand sonst scheint über diese Pracht zu staunen. Offenbar sind alle daran gewöhnt. Aber ich bin von der Opulenz wie erschlagen. Marmorböden, güldene Kristalllüste, Spiegel in Zierrahmen, berühmte Gemälde in riesigen, vergoldeten Rahmen. Alles ist bunt und funkelt. Fast zu viel des Guten an Dekoration. Die beiden Männer vor mir unterhalten sich wieder auf Russisch. Und ich folge ihnen. Versuche, alles um mich herum in mich aufzunehmen. Hier bin ich nun. Im Winterpalast in St. Petersburg. Wir begegnen sonst niemandem. Darum müssen wir uns wohl in einem Bereich befinden, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Was für ein Glück ich habe. Und doch spüre ich eine nervöse Unruhe in mir. Ich bin an einem fremden Ort, in einem riesigen Palast, ohne wirklich zu wissen, wo genau ich mich befinde. Andres Begleiter dreht sich lächelnd zu mir um. Sind Sie zum ersten Mal hier, Madam Beth? Ich nicke. Ich wünschte, er würde das Madam bleiben lassen, aber ich weiß nicht, wie ich ihn höflich darum bitten kann. Ziemlich groß, nicht wahr? Es gibt 1500 Räume in diesem Palast und 117 Treppenhäuser. Bitte gehen Sie nicht verloren. Es wäre keine leichte Aufgabe, sie wiederzufinden. Er lacht und wendet sich wieder André zu. Irgendwie finde ich die Vorstellung, hier allein herum zu irren, nicht so komisch, wie er das zu tun scheint. Wir gehen weiter. Die Männer vor mir schreiten zügig aus, was bedeutet, dass ich kaum den umwerfenden Anblick der Räume und die unzähligen herrlichen Gemälde an den Wänden genießen kann, dann sind wir auch schon an ihnen vorbei. Wir steigen eine breite Treppe aus dunklem Eichenholz in den ersten Stock hinauf und gehen mehrere Korridore entlang, bis wir endlich ans Ziel gelangen. Eine große, auf Hochglanz polierte Holztür mit geschwungenem Messinggriff und einem Wappenschild. Unser Führer öffnet sie mit großer Geste. Treppen Sie ein! Vor uns liegt ein grandioser Saal. Die einfachen Büromöbel bilden einen starken Kontrast zu der vergoldeten Decke, dem riesigen Lüster und den großen Fenstern. An den mit rotem Samet bezogenen Wänden hängen gewaltige, goldgerahmte Gemälde. In einer Ecke bemerke ich eine Staffelei, auf der sich eine Leinwand befindet, über die ein einfaches Tuch gehängt wurde. Unser Freund sagt etwas auf Russisch, aber André hält eine behandschute Hand hoch und schüttelt den Kopf. Nein, Nikolai, bitte auf Englisch, meiner Kunstexpertin zuliebe. Aber natürlich, natürlich. Nikolai schenkt mir ein Lächeln. Offensichtlich ist er sehr bemüht, alles recht zu machen. Englisch soll es sein. Er bedeutet, uns auf den schlichten, schwarzen Stühlen vor seinem grauen Resopal-Schreibtisch Platz zu nehmen. Bitte, machen Sie es sich bequem. Wir sind nicht hier, um es uns gemütlich zu machen, erklärt André beinagrob. Sie wissen, was ich will. Wie lautet die Antwort? Nikolai setzt bedächtig die Pelzmütze ab, legt dabei die glänzende, haarlose Stelle auf seinem Kopf frei, dann sagt er, ich kann es Ihnen nicht verhehlen, André. Dies ist einer der komplexesten Fälle, mit denen wir es hier jemals zu tun hatten. Denn meine Experten waren in ihren Analysen außergewöhnlich gewissenhaft. André wird sehr still. Und … Ich schaue zu André. Seine Lippen sind aufeinander gepresst. Die Unterlippe steht auf die für ihn so typische dickköpfige Art und Weise hervor. Seine Augen brennen intensiv. Ich weiß, wie viel ihm daran liegt, die richtige Antwort zu hören. Das Gemälde, das er gekauft hat, hat uns allesamt Nerven gekostet. Ich bin auch nervös. Mein Herz pocht und mein Atem geht schwer. Ich merke, dass ich die Hände in den Manteltaschen zu Fäusten geballt habe. Nikolai hat eindeutig eine Vorliebe für Theatralik. In aller Gemütsruhe legt er seinen Mantel über die Rückenlehne seines Schreibtischstuhls, dann geht er quer durch den Saal zur Staffelei. Er nimmt einen Zipfel des Tuches über der Leinwand in die Hand, hält kurz inne und zieht den Stoff dann langsam zur Seite. Und da ist es, in all seiner Pracht. Das strahlende, wunderbare Gemälde, das ich zuletzt in einem kroatischen Kloster sah. Die Madonna sitzt immer noch heiter in ihrem bezaubernden Garten, ihr Kind auf den Knien, umgeben von Heiligen und Mönchen. Es ist wirklich ein herausragendes Gemälde. Und in dem Augenblick, als mein Blick darauf fällt, erstarkt mein Glaube daran von Neuem. Das Gemälde ist ein Original, ganz sicher. Könnte etwas, das kein Meisterwerk ist, derart anmutig sein? Der plötzliche Anflug von Traurigkeit überkommt mich ganz überraschend. Trauer erfüllt mich, als ich mich daran erinnere, was in dem Kloster sonst noch geschah. Das wunderbare Wiedersehen, das ich dort mit Dominik erlebte. Es hatte den Anschein, als sei unsere Beziehung neu entflammt und stärker denn je. Doch jetzt sind wir wieder getrennt, und ich fürchte, dieses Mal werden wir keine Brücke mehr zueinander schlagen können. Er nimmt vor meinem inneren Auge Gestalt an, wie er bei unserer letzten Begegnung aussah. Und ich sehe ihn so deutlich und lebendig, dass ich unwillkürlich die Luft einziehe. Aber sein schönes Gesicht ist angespannt vor Wut und Angst, und seine Augen funkeln. Ich höre wieder seine Worte. Schwöre mir bei deinem Leben, dass nie etwas zwischen dir und Dobrowski vorgefallen ist. Komm schon, Beth, schwöre! Aber das konnte ich nicht. Ich war mir nicht sicher. Und das trieb uns auseinander. Das kostbare Vertrauen zwischen uns war zerbrochen. Für immer? Nein, das werde ich nicht zulassen. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht so kommt. André's Stimme, rau und hart, bringt mich in die Gegenwart zurück. Ich sehne mich so sehr, danach mit Dominic zusammen zu sein. Ich will nicht hier sein, in diesem fremden Land, mit dem Mann, der die Ursache für all unsere Probleme ist. Das ist der pure Wahnsinn. Kommen Sie, Nikolai. Wie lautet die Antwort? Nikolai setzt seine Brille auf und mustert das Gemälde, macht mit seiner Zunge leise klickende Geräusche. Schließlich sagt er, der Pinselstrich ist überragend. Die Farben sind in ihren Schattierungen absolut meisterhaft. Sie stimmen genau mit dem überein, was man von einem Genie wie Fra Angelico erwartet. Alles. Die Komposition, die lineare Perspektive, der Stil. Es ist beinahe vollkommen. Beinahe? platzt es aus André heraus. Nikolai nickt bedauernd. Vollkommen bis auf eine Sache. Die Analyse der Farbpigmente und der Leinwand besagt, dass das Bild nicht älter als 200 Jahre sein kann. Es ist eine überaus geniale, höchst entzückende, sehr aufregende Arbeit. Ein wundervolles Werk von einem großen Talent, aber nicht aus der Hand von Frau Angelico. Nikolai schaut André an, der wie erstarrt ist. Es tut mir leid, André, aber es besteht kein Zweifel. Ihr Gemälde ist eine Fälschung. Ich renne André förmlich durch den Winterpalast hinterher. Mit großen Schritten schreitet er vor mir aus. Ich hoffe, er kann sich an den Weg nach draußen erinnern, denn ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden. Wir sind bereits durch ellenlange Flure gegangen und mindestens eine Treppe hinuntergestiegen. 1500 Räume. Sollte er sich nicht auskennen, könnten wir hier ziemlich lange herumlaufen. Aber André kennt offenbar den Weg, und er behält sein mörderisches Tempo bei, bis wir zu der Tür gelangen, durch die wir gekommen sind. Er will sie öffnen. André, bitte. Ich atme schwer. Warten Sie. Er hält inne und dreht sich um. Sein Gesichtsausdruck ist schrecklich. Ich habe noch nie zuvor gesehen, wie sich Wut so tief in ein Gesicht gegraben hat. Seine Augen brennen. Es, es, es tut mir leid, kann ich endlich hervorstoßen, als ich wieder zu Atem komme. Ich weiß, was Ihnen das Bild bedeutet. Bösartig fletscht er die Zähne. Sie und Ihr Freund haben mich zwei Millionen Dollar gekostet. Seine Stimme klingt rauer denn je. Für gewöhnlich fällt mir sein Akzent nicht auf. Für mich klingt er ohnehin immer irgendwie amerikanisch, aber jetzt tritt das Russische deutlich zutage, als ob er den Unterschied zwischen uns noch betonen wollte. Möchten Sie darüber vielleicht einmal nachdenken? Vor Schreck zucke ich beinahe zurück. Wie meinen Sie das? Sie sind meine Kunstexpertin, oder etwa nicht? Sie und Mark. Sie sind mit mir nach Kroatien gereist, um mich beim Kauf des Frau Angelico zu beraten, und auf Ihr Wort hin habe ich dieses gottverdammte Ding erstanden. So viel zu Ihrer Expertise. Angesichts seines Ausbruchs ringe ich nach Luft. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich sehe Marks unglückliches Gesicht während jenes Klosterbesuches vor mir. Er wollte sich nicht dazu drängen lassen, André zum Kauf des Gemäldes zu raten, aber André bestand darauf. Mark hatte vielmehr empfohlen, abzuwarten, bis das Gemälde angemessen geprüft würde. Doch André hatte nicht auf ihn gehört. Ich habe noch Marks Worte im Ohr, als er zu mir sagte, sein Rufstünder auf dem Spiel sollte sich das Bild als Fälschung erweisen. Oh Gott, Mark, wie wirst du das aufnehmen? Zorn steigt in mir auf. So kann André nicht mit Mark umgehen. Er kann nicht so tun, als sei er nicht wie eine Dampfwalze vorgegangen und hätte das Bild nicht gegen Marks ausdrücklichen Rat erworben. Sie wissen genau, dass das nicht stimmt, rufe ich. Die Wut, die in mir kocht, lässt meine Stimme stark und empört klingen. Ich lasse nicht zu, dass sie Mark dafür die Schuld geben. Er hat sie gewarnt. Er hat ihnen geraten, vorsichtig zu sein. Aber sie wollten ja nicht auf ihn hören. Er wollte nie, dass sie das Bild kaufen. Aber sie haben es trotzdem getan. Er war ihnen gegenüber enorm loyal. Wie können sie es jetzt wagen, sich gegen ihn zu wenden? André erwidert nichts, aber er ist bleicher denn je. Seine Augenbrauen stoßen zusammen, als er mich anstarrt. Ich brenne vor Zorn, trotz der Stimme in meinem Hinterkopf, die mich auffordert, vorsichtig vorzugehen. Es ist allein Ihre Schuld, das wissen Sie genau. Sie wollten glauben, dass das Gemälde echt sei. Darum haben Sie einfach getan, was Sie wollten. Gehen Sie immer so vor? Werfen Sie andere den Löwen vor, wenn etwas schiefläuft, anstatt selbst die Verantwortung zu übernehmen? Ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Aber allmählich wird mir klar, dass ich mich in mehr als einer Hinsicht in Ihnen getäuscht habe. Ich kann selbst nicht fassen, was ich gerade gesagt habe. Schlagartig breitet sich Furcht in meinem Magen aus, krampft ihn zusammen. Oh nein, ich bin zu weit gegangen. André beißt die Zähne zusammen. Das merke ich an der Anspannung seines Unterkiefers und an der Art und Weise, wie der Muskel in seiner Wange pulsiert. Er sieht aus, als wolle er mich gleich umbringen. Nach einem quälend langen Moment sagt er schroff, steigen Sie in den Wagen. So fort. Er marschiert hinaus, ohne sich umzudrehen, ohne sich zu vergewissern, ob ich seiner Anweisung Folge leiste. Während ich ihm aus dem Palast folge, verfluche ich meine Unbesonnenheit. Ich bin der Gnade dieses Mannes völlig ausgeliefert. Das war nicht der richtige Moment, ihn mir zum Feind zu machen, aber ich konnte einfach nicht anders. Wenn er Marc und mir die Schuld an dieser Situation gibt, dann endet unser Arbeitsverhältnis ohnehin. Aber was, wenn ich gerade eine ganz andere Seite von André Dubrovsky erlebe? Ich kenne ihn zivilisiert und von seiner besten Seite, rücksichtsvoll, sogar verführerisch. Aber ich wusste immer schon, dass hinter diesem eleganten Äußeren ein Junge aus den Hinterhöfen Moskaus steckt, der in einem Waisenhaus aufwuchs und sein Vermögen durch Härte und Entschlossenheit erwarb, immer dem Erfolg hinterherjagend, gleichgültig zu welchem Preis. Wie weit würde er gehen, wenn er sich auf irgendeine Weise rächen wollte? Der Fahrer ist ausgestiegen und hält mir den Wagenschlag auf. Ich steige ein und frage mich, was jetzt passieren wird. André setzt sich neben mich. Er schweigt, aber ich spüre, wie der Zorn in ihm brodelt. Mein Instinkt sagt mir jetzt besser zu schweigen, darum frage ich nicht, wohin wir fahren. Ich möchte am liebsten zurück in mein Hotelzimmer. Ich brauche Abstand von ihm, damit ich über alles in Ruhe nachdenken kann. Der Wagen fährt los, durch das Tor und zurück über den Fluss. Wir befinden uns auf dem Nevsky-Prospekt, der berühmten Hauptstraße von Sankt Petersburg, schleichen durch den Verkehr, rollen an dick vermummten Menschen vorbei, die vor Schaufenstern durch den Schnee stapfen. Wir kommen an reich geschmückten Kaufhäusern vorbei, an riesigen Kirchen und herrlichen Monumenten. Ich sollte eigentlich begeistert sein, dass ich hier sein darf. Ich sollte den Anblick in mich aufsaugen. Aber stattdessen bin ich nervös und unglücklich. Frage mich, was als nächstes geschehen wird. Auf dem Weg zum Hotel schweigt André. Als wir in die funkelnde Marmor-Lobby mit den riesigen Kristallüstern treten, sagt er, ich gehe auf mein Zimmer. Bestellen Sie sich zum Mittag, was Sie mögen. Wir reisen um 14 Uhr ab. Fliegen wir nach Hause? wage ich zu fragen. Er bedenkt mich von oben herab mit einem kurzen, kühlen Blick. Dann lässt ihn etwas, das er in meinem Gesicht liest, innehalten, und einen Hauch wärmer fügt er hinzu. Noch nicht. Erst heute Abend. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Er sieht aus, als ob er noch etwas sagen möchte, doch er entscheidet sich dagegen und wiederholt nur Punkt 14 Uhr. Ich begebe mich auf mein Zimmer, dankbar, mich von dem Drama des heutigen Morgens erholen zu können. Als sich die Tür hinter mir schließt, lehne ich mich dagegen und seufze erleichtert auf. Dann kicke ich mir die Stiefel von den Füßen, werfe mich aufs Bett und starre an die Decke. Das Bild ist also eine Fälschung, sage ich laut. Unglaublich, nach allem, was war. Ich frage mich, was André diesbezüglich unternehmen wird. Ich möchte nicht der Abt des Klosters sein, wenn dieser ganz besondere Anruf eingeht. Aber ich muss ebenfalls einen Anruf tätigen. Ich sollte Mark wissen lassen, wie das Ergebnis der Untersuchung lautet. Er muss es wissen. Mir fällt wieder unsere letzte Begegnung ein, kurz bevor ich mit André nach Russland reiste. Ich war zu Marks Stadthaus in Belgravia gefahren, um nach ihm zu sehen und letzte Anweisungen einzuholen. Dort traf ich dann allerdings auf eine dralle, umtriebige Blondine, die das Ruder übernommen hatte. Meine Schwester Caroline, erklärte Mark mit einer Stimme, die geschwächter klang denn je. Sie ist bei mir eingezogen und wird sich um den Haushalt kümmern. Und sie? erkundigte ich mich, während Caroline davon stapfte, um einem Handwerker Instruktionen zu erteilen. Ihr lauter, herablassender Tonfall war deutlich bis zu uns zu vernehmen. Ihre Korpulenz und ihr Getöse standen in krassem Gegensatz zu Marks schlanker, leiser Eleganz, und es war kaum zu glauben, dass sie dieselben Eltern gehabt haben sollten. Wird sie sich auch um sie kümmern? Ich musste immer noch die Nachricht verdauen, dass Mark krank war und grübelte, wie ernst es um ihn stehen mochte, da er sich weigerte, mir genau zu sagen, was ihm fehlte. Natürlich, sehr gut sogar. Das kann sehr hervorragend. Mark lächelte, und bei diesem Anblick hätte ich am liebsten geweint. Er wollte fröhlich wirken, aber seine schmalen Lippen, die sich über sein knochiges Gesicht zogen, verliehen seinem Lächeln etwas Eingefrorenes. Mir wurde in diesem Moment bewusst, dass seine Zähne und Augen viel zu groß für sein Gesicht schienen. Riesig, vergilbt und krank. Er ist wirklich krank, dachte ich, mit so etwas wie Erstaunen. Natürlich wusste ich, dass er krank ist, aber Menschen werden eben hin und wieder krank und erholen sich dann davon. Außer sie wurden krank und dann kränker und dann noch kränker, bis sie … Beth fing Mark an und schien sich vorliehen zu wollen, um vertraulich mit mir zu sprechen, aber er hatte nicht genug Kraft. Habe ich ihnen eigentlich schon gesagt, dass ich morgen operiert werde? Ich schüttelte den Kopf, hoffte, dass er nicht sah, wie mir die Tränen in die Augen schossen. Oh ja, ich stehe ganz oben auf der Liste. Gleich als Erster in den OP und dann acht Stunden auf dem Operationstisch. Es wird wie im Flug vergehen und ich werde dem Tod so nahe kommen, wie man das nur kann, solange man nicht wirklich tot ist. Wenigstens hoffe ich, dass ich am Ende nicht tot sein werde. Das ist zumindest mein Plan. Mark musste über seinen kleinen Scherz kichern. Denken Sie an mich, wenn ich in meinem Krankenhausbett liege, während Sie durch St. Petersburg tanzen. Und keine Sorge, Caroline wird dafür sorgen, dass man sich gut um mich kümmert. Ich starre zu der Lampe über dem Bett und mir wird klar, dass ich die kleinen Halogenbirnen gezählt habe, während ich an Mark dachte. Die Operation muss gestern erfolgt sein. Sie haben seinen Hals operiert, darum weiß ich nicht, ob er sprechen kann, immer vorausgesetzt, die Operation war ein Erfolg. Oh Gott, ich hoffe, sie war erfolgreich. Mark ist mir ans Herz gewachsen, als Freund und Mentor und als Inspiration dafür, wie man sein Leben in Schönheit leben kann. Er ist für mich so viel mehr als nur mein Arbeitgeber. Ich greife nach meinem Handy und mein Daumen schwebt einen Moment lang über dem Display. Dann lege ich es wieder neben mich auf das Bett. Ich werde ihm die Neuigkeit nicht mitteilen. Jetzt noch nicht. Es gibt keinen schonenden Weg, ihn wissen zu lassen, dass Andre ihn an die Luft setzen will. Und möglicherweise kann ich die Situation ja noch retten. Schließlich gibt es da noch den geheimnisvollen Ausflug um exakt 14 Uhr. Und vielleicht kann ich das Schlimmste noch verhindern. Ja, das könnte funktionieren. Ich werde versuchen, an Andres Anstandsgefühle zu appellieren. Ich bin sicher, dass er so etwas wie Anstand besitzt. Und ich werde abwarten, wie es Marc geht, bevor ich ihm irgendetwas erzähle. Mit diesem Vorsatz setze ich mich auf und überlege, was ich mir zu essen bestellen könnte, damit ich um exakt 14 Uhr Aufbruch fertig bin. Ich begebe mich zehn Minuten zu früh in die Lobby, nur für den Fall der Fälle. Fünf Minuten vor zwei tritt Andre aus dem Aufzug. Er trägt seinen dunkelblauen Mantel aus einer Kaschmir-Seidemischung. Sofort richten sich die Augen aller auf ihn. Manche schauen verstohlen, andere starren und verholen. Seine Energie strahlt aus und erregt Aufmerksamkeit. Außerdem bietet er auch optisch einiges. Er ist groß, hat breite Schultern und sein Gesicht ist eindrucksvoll. Es ist markant und zerklüftet, mit ausgeprägten Gesichtszügen und einem starrsinnigen Mund, und seine leuchtend blauen Augen verleihen ihm etwas ganz Besonderes. Es ist seltsam, wenn ich daran denke, dass ich gesehen habe, wie diese Augen nur für mich zu einem sanften Himmelblau dahinschmolzen und sich dieser humorlose Mund zu einem Lächeln verzog. Und ich habe gehört, wie diese harte Stimme weich wurde und seltsame Versprechen murmelte und Vorhersagen machte, die etwas in mir berührten, während ich mich gleichzeitig von ihm zurückzog. Gut, sie sind schon da, brummte er. Schön, sie zu sehen. Im Grunde ist mir dieser André lieber. Ich komme gut mit einem schlecht gelaunten, selbstsüchtigen, verwöhnten André zurecht. Es fällt mir weitaus schwerer, mit einem weicheren, netteren, menschlicheren, verletzlicheren André umzugehen. Aufhören, tu das nicht, nicht daran denken. In diesem Moment fällt mir auf, dass André nicht allein ist. Hinter ihm steht eine Frau, die einen langen, dunklen Mantel trägt, sowie die runde Pelzmütze, die ich hier bei so vielen Leuten gesehen habe. Helle Locken kringeln sich unter dem weichen Pelz hervor. Ihr Gesicht ist zart und fein geschnitten. Sie blickt ausdruckslos, und eine Hand ruht auf der großen Ledertasche, deren Riemen quer über ihrem Oberkörper liegt. Mir fällt auf, dass die Frau ein gutes Stück größer ist als ich. Wir haben Gesellschaft bekommen? Das wird hinderlich sein, wenn ich mit André über Mark reden will. André zeigt auf seine Begleiterin. Beth, das ist Maria. Sie ist heute meine Assistentin. Kommen Sie. Wir brechen sofort auf. Ich reihe mich hinter Maria ein, und wir folgen André nach draußen. Der Wagen fährt bald, und einen Augenblick später sitzen wir in seiner angenehmen Wärme. Dennoch zittere ich nach der kurzen Zeit in der Kälte. Ich glaube nicht, dass ich jemals an einem so kalten Ort wie St. Petersburg war. Gott sei Dank hatte André keine Lust auf einen Ausflug nach Sibirien. André und Maria unterhalten sich während der gesamten eineinhalbstündigen Fahrt, aber da sie es auf Russisch tun, verstehe ich kein einziges Wort. Maria hat einen Schreibblock aus ihrer geräumigen Tasche gezogen und macht sich eifrig Notizen. Als wir den reichen Teil von St. Petersburg verlassen, werden die Lichter weniger golden und protzig. Es ist schon beinahe dunkel, und plötzlich fühle ich mich sehr müde. Ich lehne den Kopf gegen die lederne Kopfstütze, kann gegen die plötzliche Schwere meiner Lider und gegen den Sog des Schlafes nicht länger ankämpfen. Als ich wieder aufwache, fahren wir gerade auf einen Parkplatz vor einem großen, grauen Gebäude vor, das wie eine staatliche Einrichtung aussieht. »Kommen Sie, Schlafmütze«, sagt André, und seine Stimme klingt spröde, aber nicht unfreundlich. »Wir sind da.« Keine Sorge, das, was sie da drin erwartet, weckt sie wieder auf. Ich schüttel den Kopf, will die Schläfrigkeit abschütteln, bin ein wenig benommen. Vor einem Augenblick war ich noch mitten in einem lebhaften Traum. Ich war zu Hause, stritt mich mit meiner Mutter. »Worüber nur?« »Oh ja, sie verlangte von mir wieder in mein Elternhaus zu ziehen.« »Du warst lange genug weg«, erklärte sie mit fester Stimme. »Das gefällt mir nicht, Beth.« Ich war verzweifelt, versuchte ihr zu erklären, dass ich nicht einfach nach Hause kommen konnte. Ich musste auf Andrés Privatmaschine warten und … »Kommen Sie schon, Beth«, blafft André. Der Fahrer hält mir die Tür auf. Ich steige aus, so tief in meinen Mantel vergraben, wie ich nur kann. Die Kälte ist grausam, beißt sich durch meinen Mantel und meine Kleidung, als hätte ich nichts an. André geht auf dem Weg, der zur Vorderseite des Gebäudes führt, voraus. Maria und ich folgen, bemühen uns auf dem Pfad, der Spiegel glatt ist, obwohl gestreut wurde, nicht auszurutschen. Vor dem Haupteingang wirkt das Gebäude noch trostloser. Die Fensterläden sind geschlossen und nirgends ist ein Lebenszeichen zu entdecken. Wo sind wir? will ich wissen. Ich kann den Mund einfach nicht länger halten. Das werden Sie schon sehen, erwidert er kurz angebunden. Er drückt auf einen Klingelknopf neben der Tür. Ich meine, hinter der dicken Tür Geräusche zu hören, eine Art schrilles Jaulen. Einen Augenblick später wird die Tür geöffnet und eine grauhaarige Frau mittleren Alters steht vor uns, plump und schlicht in Rock und Pulli gekleidet. Ihre Silhouette hebt sich vor dem Licht aus dem Inneren ab. Als sie André sieht, schnappt sie nach Luft. Ihre Augen werden groß und ihr Mund verzieht sich zu einem Lächeln. Gleich darauf schnattert sie aufgeregt auf Russisch. Und zu meinem Erstaunen reißt sie André in ihre Arme, trotz seines voluminösen Mantels und umarmt ihn fest. Aus dem Inneren des Hauses ist jetzt noch mehr schriller Lärm zu hören. Das Gewirr von hohen Stimmen und das Geräusch kleiner Schuhe, von Stühlen, die nach hinten geschoben werden, von raschen Schritten auf einer Treppe. Wir müssen in einer Schule sein oder … Wir tritten ein. Die Frau hat André losgelassen und nimmt ihn jetzt an die Hand, während sie den Menschen im Haus laut etwas zuruft. Allmählich ahne ich etwas. Und kaum stehen wir in der großen, hell erleuchteten Eingangshalle, eingehüllt in segensreiche Wärme im Vergleich zu der Kälte draußen, weiß ich es genau. Ungefähr 60 Kinder von drei bis zehn haben in der Eingangshalle am Fußende einer Treppe Aufstellung genommen. Sie murmeln, flüstern, zappeln, aber als wir vor ihnen stehen, verstummen sie und 60 Augenpaare wenden sich einer anderen Gestalt zu. Einer Frau, die vor ihnen steht, die Hände hebt, auf drei zählt und dann dirigiert, als die Kinderstimmen plötzlich in Gesang ausbrechen. Ich erkenne das Lied nicht und verstehe auch den Text nicht, aber es klingt rührend. Vermutlich hat es mit Weihnachten zu tun. Es ist ja schon Dezember. Die Kinder wirken ein wenig zerlummt in ihren abgetragenen Hosen, Hemden und Pullovern, aber sie sind sauber und strahlen. Ich beobachte die Kleinsten, die den Text noch nicht können, aber trotzdem so gut es geht mitsingen. Dann schaue ich zu den Älteren, mit ernsten Gesichtern, Zahnlücken, wie sie sich auf die Lehrerin konzentrieren. Es gibt alle möglichen Kinder. Mädchen mit Rattenschwänzen, Mädchen, deren langes Haar mit funkelnden Haarspangen im Zaum gehalten wird, Mädchen mit dicken Brillengläsern, Mädchen in Hosen und Mädchen in Kleidern. Dann gibt es Jungs mit Mäckischnitt, Pferdeschwanz oder Fokuhila-Frisur. Es gibt Jungs mit engelsgleichen Gesichtern und Jungs mit blauen Flecken und Schrammen. Pausbackige und magere Bohnenstangen, die aussehen, als könnten sie den ganzen Tag essen und trotzdem noch einen Riesenappetit haben. Und alle singen. Ich schaue zu André und staune. Er lächelt auf eine Weise, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Breit, voller Stolz und Freude. Er hält die Hände vor sich und wippt im Takt zur Musik. Das ist also André's Waisenhaus. Er hat mir im Flugzeug erzählt, dass er ein Waisenhaus finanziell unterstützt und dass er sich wünscht, den Ort so bunt und fröhlich zu gestalten, wie es nur geht, damit es nicht der düsteren Institution gleicht, in der er aufgewachsen ist. Ich schaue mich um. Überall hängen Bilder. Auf den Stühlen liegen bunte Kissen, den grauen Linoleumboden zieren gemusterte Teppiche. Es ist ein fröhlicher Ort, obwohl es unverkennbar ein Heim und kein Zuhause ist. Ich schaue wieder zu den Kindern. Welches von ihnen ähnelt André, als er noch klein war, wohl am meisten? Der blauäugige Junge mit dem runden Gesicht, der aus vollem Halse singt? Dann entdecke ich einen Jungen in der hinteren Reihe. Er muss um die zehn Jahre alt sein und ist größer als die anderen, darum hat er sich hinten versteckt, um nicht aufzufallen. Er hat ein schmales Gesicht, vermutlich weil er so schnell wächst, und beim Singen bewegt er kaum die Lippen, als ob er es nur tut, weil er es tun muss. Im Gesicht des Jungen lässt sich nicht lesen. Dann sieht er zu André, und sein Gesichtsausdruck verwandelt sich in Verehrung. Als das Lied endet, klatscht André in die Hände. Sein Klatschen wird von den dicken Handschuhen gedämpft. Er sagt etwas auf Russisch, woraufhin die Kinder lächeln, und ich weiß, dass er sie gelobt hat. Dann kündigt er etwas an, zieht dabei seine Handschuhe aus, und die Kinder werden ganz aufgeregt und reden alle durcheinander. Die Frau mittleren Alters, die uns in Empfang genommen hat, tritt nach vorn und erteilt mit lauter Stimme Anweisungen. Innerhalb weniger Minuten sitzen die Kinder brav auf dem Boden, und André spricht zu ihnen. Ich weiß natürlich nicht, was er sagt, aber die Kinder rufen häufig Antworten auf Fragen von ihm, und er bringt sie auch zum Lachen. Während er spricht, strahlen ihre Gesichter immer auf, und dann rufen alle »Oh« und drehen sich zur Eingangstür, die sich genau in diesem Moment öffnet, und hereinkommt ein riesiger Weihnachtsbaum, bereits geschmückt. Er wird in einem Kübel von zwei Männern in Overalls in die Eingangshalle getragen. Die Kinder lachen und klatschen in die Hände, während der Baum einen Ehrenplatz erhält. Ein Stecker wird in eine Steckdose gesteckt, ein Schalter wird umgelegt, und da seufzen die Kinder auch schon vor Entzücken, als die Lichterketten funkelnd zum Leben erwachen. Aus dem Nichts taucht ein Stuhl auf, und André setzt sich. Ein weiterer Arbeiter kommt mit einem riesigen Sack und stellt ihn auf Anweisung von Maria neben André ab. Ich trete verstohlen an die Wand und finde einen Stuhl, auf den ich mich setzen und alles beobachten kann. Ich erlebe eine wunderbare Stunde. André ruft einen Namen nach dem anderen auf, und jedes Mal springt das jeweilige Kind aufgeregt auf die Beine, geht nach vorn zu André, wo es ein Geschenk aus dem Sack erhält. Alle, von dem winzigsten Dreijährigen mit knubbeligen Knien bis hin zu dem magersten Zehnjährigen, werden von André mit ein paar Worten bedacht, wenn sie ihr Geschenk erhalten. Der Junge, der André während der Gesangseinlage so bewundernd angestarrt hat, kann kaum sprechen, als er an die Reihe kommt. Aber André schüttelt ihm fest die Hand und klopft ihm auf die Schulter. Das ist also der andere André. Er ist eine Vaterfigur für die Kinder. Ich habe André noch nie zuvor so gesehen wie jetzt. Er scheint wie verwandelt. Eine Stunde lang lächelt er ununterbrochen. Das muss ein neuer Rekord sein. In der Gegenwart dieser elternlosen Kinder blüht er förmlich auf. Maria hakt die Namen ab und macht sich Notizen. Dann ist die Geschenkübergabe vorbei. Die Kinder werden wieder nach oben geschickt. André, Maria und ich werden von der Frau, die offenbar die Direktorin des Waisenhauses ist, in ein gemütliches Wohnzimmer geführt, in dem ein Kaminfeuer brennt. Dort bekommen wir heißen, gesüßten Tee in Ziertassen. Die Leiterin des Waisenhauses hält eine Rede und dann küsst sie André auf beide Wangen. Er sagt ebenfalls einige Worte und im nächsten Moment gehen sie Arm in Arm in Richtung Eingang. Maria und ich folgen, ebenso wie der Rest der Belegschaft. Draußen ist es mittlerweile stockdunkel. Am Himmel funkeln die Sterne. Ich folge André den Weg entlang zu unserer Limousine. Auf der Rückfahrt sitzt Maria vorn beim Fahrer durch eine Glasscheibe von uns getrennt. Und, will André wissen, während der Wagen Fahrt in Richtung St. Petersburg aufnimmt. Ich lächle ihn an. Das war reizend. Die vielen Kinder. Sie haben sie alle glücklich gemacht. Ich besuche sie, wann immer ich kann. Das ist nicht oft. Ich bin ständig auf Reisen und habe kaum Zeit. Waren das Weihnachtsgeschenke? Nun ja, Weihnachten ist hier etwas anders. Als ich zu Sowjetzeiten ein Kind war, da war Weihnachten praktisch verboten. Aber selbst unsere Regierung verstand, wie wichtig es ist, mitten im Winter ein Fest zu feiern. Darum wurden die Feierlichkeiten auf das neue Jahr verlegt. Dann kommt Großväterchen Frost, unsere Version vom Weihnachtsmann, und verteilt Geschenke. Und wir schmücken Bäume. Mir fällt der Ausdruck der Freude in den kleinen Gesichtern wieder ein, als die Kinder ihre Geschenke erhielten. Mit leiser Stimme sage ich, diese Kinder schulden ihnen viel. Der Blick aus seinen blauen Augen, weniger hitzig als sonst, gleitet über mich. Dann schaut er mir in die Augen. Das ist, was ich tun kann. Ich habe Geld und keine eigenen Kinder. Da ist es nur recht und billig, wenn ich diesen Kindern, die wie ich Elternlos sind, etwas abgebe. Ich kann mir ein Leben ohne die Liebe meiner Eltern nicht vorstellen. Wenn ich an die singenden Kinder denke, schmerzt mich der Gedanke, dass keins von ihnen eine Mutter oder einen Vater hat, der es nachts zu Bett bringt oder einen Kuss auf ihre Wangen haucht. Meine Augen fangen an zu brennen. Alles in Ordnung? fragt André leise. Ja. Ich stoße es erstickt hervor und hoffe, dass er mir keine weiteren Fragen stellt, sonst könnte ich die Fassung vollends verlieren. Ich spüre seine Hand auf meiner. Er drückt sie sanft. Seien Sie nicht so bestürzt, sagt er. Die Kinder sind glücklich. Ich habe heute viele neue Gesichter gesehen. Das heißt, dass viele Kinder eine Adoptivfamilie gefunden haben. Darauf arbeiten wir hin. Ein liebevolles Zuhause für sie zu finden und ihnen bis dahin ein großes, fröhliches Heim zu bieten. Sie werden ausgebildet und gut versorgt. Seine Hand liegt groß und warm auf meiner. Es ist erstaunlich, wie oft und wie schnell ich meine Meinung über diesen Mann ändern muss. Heute Morgen dachte ich noch, er hätte mir sein wahres Gesicht gezeigt, als er Marc und mir die Schuld an der Misere mit dem Bild gab. Jetzt glaube ich, den wahren André gesehen zu haben, der sich noch an den kleinen Waisenjungen erinnert, der er selbst einmal war. Beth. Ich schaue zu ihm auf. Angesichts des dämmerigen Innenlichts im Wagen kann ich seinen Gesichtsausdruck nur schwer ausmachen. Seine Augen funkeln mich an, und obwohl er nicht lächelt, scheinen seine zerfurchten Gesichtszüge weich und beinahe freundlich. Ja? Ich bin froh, dass sie heute dabei waren. Ich wusste, sie würden es verstehen. Ich antworte nicht, drehe mich nur nach vorn und schaue in die Schwärze vor der Windschutzscheibe zu den weit entfernt flackernden Lichtern von St. Petersburg. Wieder im Hotel bleibt mir nur wenig Zeit, um meine Sachen zu packen, dann machen wir uns schon auf den Weg zum Flughafen. Maria taucht nicht wieder auf, darum sitzen nur André und ich im Fond der Limousine. Ich spüre, dies wird meine letzte Chance sein, mit ihm über den Fra Angelico zu sprechen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es angehen soll. Wie froh bin ich, wieder nach Hause zu dürfen. Da will ich wegen des verwünschten Gemäldes keine Schwierigkeiten heraufbeschwören. Ein Teil von mir möchte einfach nur den Mund halten und der Sache ihren Lauf lassen, aber dann sehe ich Marks schmales Gesicht vor mir, das Vertrauen, das er in mich und André gesetzt hat. Ich könnte es nicht ertragen, wenn all das zerschmettert würde. Während ich herumüberlege, treffen wir am Flughafen ein und dann passiert alles auf einmal. Wir werden zu André's Privatflieger gebracht und innerhalb weniger Minuten ist das Boarding abgeschlossen. Es ist angenehm, wieder in der luxuriösen Maschine zu sitzen und mit einem Lächeln wird mir klar, dass meine letzten drei Reisenden in einem sehr exklusiven Privatflugzeug stattfanden. Beth Villiers, du wirst extrem verwöhnt. Aber ich weiß, dass ich das nächste Mal wieder in einem Billigflieger sitzen werde, eingeklemmt in einen viel zu schmalen Sitz, mit schlechtem Kaffee, wie alle anderen auch. Ich sollte das hier genießen, solange es mir möglich ist. Als die Maschine abhebt, fühle ich mich regelrecht beschwingt. Wir fliegen nach Hause. Ich sehne mich zurück, fort von der seltsamen Atmosphäre zwischen André und mir. Bei unserer Ankunft fürchtete ich noch, André könnte sich mir auf irgendeine Weise nähern wollen, aber das hat er nicht getan. Und jetzt, wo er wegen des Gemäldes so wütend ist, steht das ohnehin nicht mehr zur Debatte. Er wird nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Aber warum sollte ich ihn ins Waisenhaus begleiten? Es schien so, als wolle er mich immer noch irgendwie beeindrucken. Vielleicht kann er nicht anders als zu prahlen, und ich bildete schlicht und ergreifend sein unfreiwilliges Publikum. Ich werfe André rasch einen Blick zu. Er hat auf dem ganzen Weg von der Stadt zum Flughafen auf seinem Handy telefoniert und erst kurz vor dem Start hat er es ausgeschaltet. Nun starrt er mich an, sein Blick verschleiert und nicht zu deuten. Wie lange macht er das schon? Mir ist bewusst, dass ich die unselige Eigenschaft besitze, alles, was ich denke, sofort in meinem Gesichtsausdruck zu zeigen. Unergründlichkeit ist keine meiner Stärken. Alles in Ordnung, Beth, erkundigt er sich. Das Abendessen wird gleich serviert, und in wenigen Stunden sind Sie zu Hause in London. Und was passiert dann? wage ich zu fragen. Sobald wir zurück sind? Wem meinen Sie das? Ich blicke ihn starr an, weiß kaum, wo ich anfangen soll. Ich möchte ihn nicht aufstacheln. Es geht ja darum, ihn weich zu stimmen, nicht ihn zu verärgern. Es war ganz erstaunlich, sie heute mit diesen Kindern zu erleben, fange ich an. Sie waren wie ausgewechselt. Ich habe ihre Güte und Freundlichkeit gesehen. André hebt eine Augenbraue. Nicht viele Menschen bekommen das zu sehen, füge ich hinzu. Da haben Sie recht, murmelt er. Extrem wenige sogar. Das hat mir deutlich gemacht, dass Sie ein mitfühlender Mensch sind, und deshalb wollte ich mit Ihnen über Marc sprechen. Ich schlucke schwer und fahre dann rasch fort, will meinen Schwung nicht verlieren. Ich habe Ihnen ja vor ein paar Tagen erzählt, dass Marc krank ist, und Sie haben da so hilfsbereit reagiert. Sie wollten ihm die besten Ärzte besorgen, für seine Behandlung zahlen und alles für ihn tun, was in ihrer Macht steht. André starrt mich an, sagt nichts. Damals wusste ich noch nicht, wie krank Marc wirklich ist. Vor unserer Abreise habe ich ihn besucht, und es war offensichtlich, wie schlimm es um ihn steht. Er hat mir nicht genau gesagt, woran er erkrankt ist, aber ich vermute, dass er Speiseröhrenkrebs hat, denn es soll eine Wucherung aus seinem Hals entfernt werden. An dem Tag, als wir in Russland eintrafen, wurde er operiert. André beobachtet mich immer noch, ohne etwas zu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit meinen Worten überhaupt zu ihm durchdringe. Aber jetzt, wo ich damit angefangen habe, muss ich es auch zu Ende bringen. Ich erinnere mich an den lächelnden, ja lachenden André im Waisenhaus. Ich muss einfach daran glauben, dass dies der Mann ist, mit dem ich jetzt gerade rede. Ich hole Tiefluft. Ich hätte sie im Winterpalast nicht so anschreien dürfen. Das tut mir sehr leid, ganz ehrlich. Aber was ich sagte, verliert dadurch nicht an Gültigkeit. Marc war ihnen so viele Jahre ein loyaler Angestellter. Und tief in ihrem Herzen wissen sie, dass er den Kauf des Gemäldes niemals gut geheißen hat. Bitte, ich flehe sie an. Geben sie ihm an der Sache nicht die Schuld. Es würde seinen Ruf zerstören, alles, was er über viele Jahre aufgebaut und gepflegt hat, was ihm am wichtigsten ist. Sein Ruf in der Kunstwelt, seine Reputation integer und kenntnisreich zu sein, das ist sein Leben. Wenn sie das ruinieren, würden sie ihn damit so schwer verletzen, dass er sich womöglich nie mehr davon erholt. Die ganze Zeit über verharrt André regungslos. Jetzt lehnt er sich zu mir. Und sie, Beth? Was bedeutet es ihnen? Ich zögere, muss blinzeln. Nun ja, ich sammle meine Gedanken. Mich wird es nicht so schwer treffen. Ich bin ja im Moment nur die Assistentin. Aber alles, was Marc verletzt, verletzt natürlich auch mich. Und wenn er beruflich am Ende ist, stehe auch ich ohne Job da. Sie mögen Marc sehr, nicht wahr? Ja, er ist ein guter Mensch. Er war sehr freundlich zu mir. Wen mögen sie noch, Beth? Wie meinen sie das? In meiner Familie? Nein. Ich bin sicher, sie lieben ihre Familie, wie eine gute Tochter es sollte. Ich meine mich. Mögen sie mich? War ich freundlich zu ihnen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist es eine Fangfrage? Rasch denke ich darüber nach und komme zu dem Schluss, dass es darauf nur eine Antwort gibt. Ja. Sie waren ebenfalls unglaublich freundlich. Durch sie bekam ich die Chance zu reisen und Dinge zu sehen, die ich normalerweise nie zu Gesicht bekommen hätte. Dafür möchte ich ihnen danken. Er deutet ein Lächeln an. Seine Mundwinkel ziehen sich minimal nach oben. Ich nehme ihren Dank entgegen. Und? Mögen sie mich? Er lässt nicht zu, dass ich dieser Frage ausweiche. Er will eine Antwort. Ich kann ihm nur eine Antwort geben. Natürlich. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Das haben wir tatsächlich. Er schaut mich fest an. Seine blauen Augen erinnern schon wieder an einen Laser. Diesen Blick kenne ich gut. Er vermittelt mir das Gefühl, dass André in mir lesen kann wie in einem Buch. Aber in Wahrheit mögen sie immer noch Dominic Stone. Nicht wahr? Ich ziehe den Atem ein. Seine direkte Frage bestürzt mich und ich kann nur stammeln. Ich... Nun ja, ich... Es ist kompliziert. Ich... Er lehnt sich wieder zurück, verschränkt die Finger, legt die großen Hände auf die Brust. Sie müssen mir nicht antworten. Ich lese es in ihrem Gesicht, Beth. Sie müssen ihn vergessen. Er ist nicht gut für sie. Und er hat mich, als er für mich arbeitete, hintergangen. Das ist nicht wahr, möchte ich rufen. Dominic war ihnen ebenso wie Marc ein getreuer Gefährte. Doch jetzt möchte er sich auf die eigenen Beine stellen, als Unternehmer selbstständig arbeiten. Das ist kein Verrat. Aber ich sage nichts. Es ist ein heikler Moment und ich darf André nicht gegen mich aufbringen. Dominic ist kein Mann. Er ist ein Junge, fährt André fort. Er muss erst noch erwachsen werden und er hat einen sehr dummen Fehler begangen, als er mich vom Freund zum Feind machte. Er wird feststellen, dass mein Einfluss weiterreicht, als er dachte. Ich kann sein Geschäft mit einem Fingerschnippen zerstören. André hebt eine Hand, presst Daumen und Mittelfinger aneinander, bereit zu schnippen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das tun werde oder nicht. Wir werden sehen. Er verschränkt die Hände wieder. Sie sind ohne ihn besser dran, Beth. Das ist mein Ernst. Sie brauchen keinen Jungen. Sie brauchen einen Mann. Seine Stimme ebbt zu einem zärtlichen Streicheln ab und sein Blick wird noch verschleierter. Ich spüre die Möglichkeiten in Ihnen, Beth. Das habe ich immer schon. Von unserer ersten Begegnung an. Ich habe nie den Moment vergessen, als Sie an jenem Morgen im Kloster den Raum betraten. So lebendig. So vibrierend. Die Luft um sie herum flirrte geradezu angesichts des Feuers ihrer Sinnlichkeit. Oh, wie genau ich mich noch an jenen Morgen erinnere. Dominic hatte in der Nacht zuvor mein Fleisch zur Lust entbrannt, hatte alles in mir entfacht, als er mich mit seinem Körper vergötterte. André hatte den Nachhall gesehen, das Nachbeben dieser grandiosen Nacht, und etwas von dem, was das mit mir angestellt hatte, musste ihn verzaubert haben. Seit damals weiß ich, dass wir füreinander bestimmt sind. Seine Stimme ist immer noch leise, beinahe hypnotisch. Wenn er auf diese Weise spricht, kann ich nicht anders, als mir seiner intensiven Körperlichkeit bewusst zu sein. Die breiten Schultern, der muskulöse Körper, das magnetische Charisma. Sie würden das auch spüren, Beth. Wenn sie nur akzeptieren könnten, dass Dominic nicht der richtige Mann für sie ist. Doch, das ist er, das ist er, das ist er. Meine Sehnsucht nach Dominic ist auf einmal so intensiv, dass ich schwer atme. Ich verzehre mich nach der Kraft seiner Arme um meinen Körper, nach dem unfassbar herrlichen Duft seiner Haut, nach dem Geschmack seines Mundes, der von mir Besitz ergreift. Der Gedanke schickt eine Welle heftigen Verlangens durch meinen Körper. Möglicherweise spürt André das. Er beugt sich zu mir, sein Blick brennt vor Intensität. Sie sollten mir erlauben, Liebe mit ihnen zu machen. Ich verspreche ihnen, sie würden ihre kindliche Verliebtheit sofort vergessen. Sie würden erfahren, was es heißt, mit einem echten Mann zusammen zu sein. Ich starre ihn an. Er deutet damit an, dass wir uns noch nie zuvor geliebt haben. Und das bedeutet dann ja... Die Worte purzeln nur so aus mir heraus. Die Höhlen, die Katakomben, jene Nacht auf dieser Party... Er hebt fragend eine Augenbraue. Ich muss Sie etwas fragen, es mag seltsam klingen, aber ich muss es wissen. Sie... Sie haben nicht zufällig jemals zuvor versucht, mit mir zu schlafen, oder? Da, bitte, ich habe es gesagt, endlich. Ich wappne mich für seine Antwort. Mein Herz rast und meine Schultern sind vor Anspannung ganz steif. André runzelt die Stirn. Ein amüsierter Ausdruck huscht über sein Gesicht. Ich hoffe doch sehr, dass Sie sich daran erinnern würden, falls wir es je tun sollten, Beth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich an den Akt erinnern, weiß aber nicht sicher, wer es war. Anna hat mich unter Drogen gesetzt, sage ich zu guter Letzt. Wissen Sie noch, wie ich Ihnen das auf dem Flug nach Russland erzählte? Ich habe einige merkwürdige Erinnerungen und ich weiß nicht, ob Sie zutreffen oder nicht. Anna ist bestimmt durchtrieben genug, um so etwas zu tun, meint André. Es gibt vieles an ihr, dass ich nicht vermissen werde, aber sie hat das Leben interessant gemacht. Er lächelt, als ob es ihm gefällt, mich zu quälen. So ist es also. Sie haben eine Erinnerung an uns beide. Wie interessant. Ich wünschte, ich wüsste, worum es bei Ihrer Erinnerung geht. Ich würde sie zu gern mit Ihnen teilen. Ich bin immer noch verwirrt. Heißt das nun, dass er seine eigenen Erinnerungen hat oder gar keine? Ich bin schon so weit gekommen, jetzt muss ich es wissen. André, ich erinnere mich an einige verschwommene Bilder von jenem Abend. Ich muss wissen, ob in jener Nacht in den Höhlen zwischen uns etwas passiert ist. Er strahlt mich an. Meine Qual ist mir offenbar anzusehen. Schließlich sagt er, Beth, so sehr es mir auch gefallen hätte, wenn in jener Nacht etwas zwischen uns gewesen wäre, fürchte ich doch, dass nichts passiert ist. Ich fand sie ohnmächtig in einem der Gänge. Aber ich mache mir nichts aus Partnerinnen, die das Bewusstsein verloren haben. Ich trug sie ins Freie, um sie gar nichts. Ich wollte nur sicher sein. Eine Welle der Erleichterung schwappt über mich hinweg. Mein Gewissen ist rein. Ich habe nichts getan, was meine Beziehung zu Dominik gefährden könnte. Gott sei Dank. Plötzlich erfüllt mich schreckliche Traurigkeit. Wenn ich Dominik das nur hätte versichern können, als er mich anflehte, ihm die Wahrheit zu sagen. Warum hatte ich André nicht schon früher gefragt? Dann war es also doch nicht so schlimm gewesen. Oh mein Gott, das habe ich jetzt wirklich vermasselt. Wie zur Hölle soll ich das jetzt wieder auf die Reihe kriegen? Ich verspüre den Drang, Dominik sofort anzurufen und ihn zu bewegen, mir zuzuhören, während ich ihm die Wahrheit erkläre. Dass ich ihm in meinem Herzen immer treu war. Und dass ich jetzt sicher weiß, ihm auch mit meinem Körper treu gewesen zu sein. Natürlich geht das nicht, solange André dabei ist, zuhört und zusieht. Ich muss meine Verzweiflung verbergen, ebenso wie meine Ungeduld, nach Hause zu kommen. Nur noch wenige Stunden, dann bin ich frei. Ich schaue auf. André starrt mich an. Seine verschleierten Augen funkeln dunkel, beinahe begehrlich, und auf seinen Lippen liegt ein Lächeln. Als er spricht, klingt seine Stimme leise, seine Rauheit samtig. Es könnte sofort etwas geschehen, wenn Sie das wollen, Beth. Er schaut zum hinteren Teil der Kabine. Hinter dieser Tür liegt ein Schlafzimmer, ausgestattet mit einem herrlich bequemen Bett und Seidenlaken. Wir könnten uns dorthin zurückziehen, und ich könnte Ihnen zeigen, dass die Wirklichkeit alles, was Sie sich vorstellen können, weit übersteigt. Meine Augen werden groß und meine Hände verkrampfen sich in meinem Schoß. Wie konnte es nur so weit kommen? Er beugt sich zu mir, und ich atme den Moschusduft seines Ode-Colonie ein. Plötzlich komme ich mir wie eine wehrlose Kreatur vor, an die sich verstohlen ein Tiger heranschleicht. Mit seiner Anmut hypnotisiert er mich, während er allmählich nahe genug kommt, um sich auf mich zu stürzen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, murmelt er. Jeden Moment kann er den Arm ausstrecken und mich berühren. Alles, was Sie sich erträumt, was Sie sich in Ihrer Fantasie vorgestellt haben, Sie können es jetzt sofort bekommen, wenn Sie nur wollen. Sofort nimmt ein heimtückisches Bild vor meinem inneren Auge Gestalt an. Ich sehe Andréis breiten, nackten Rücken, meine Arme, die um ihn geschlungen sind. Mein Kopf ist in den Nacken geworfen, während er mich liebt. Oh mein Gott, Beth, hör damit auf. Nein, nein und nochmals nein. Er versucht, mich zu verführen. Ich darf nicht auf ihn hören. Ich weiß, was ich will, wen ich mehr als jeden anderen auf der Welt begehre, und das ist nicht André. Nun? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich kann nicht. Ich halte seinen Blick stand, aber es fällt mir schwer. Ich kann nicht verbergen, dass ich mich unwohl fühle, sogar ein wenig Angst habe. Es tritt eine Pause ein, dann seufzt er. Die elektrische Spannung zwischen uns löst sich in Luft auf. Ich sehe Ihnen an, dass Sie nervös sind. Er wirkt beinahe traurig, als er das sagt. Keine Sorge. Was immer Sie von mir halten. Ich bin kein Vergewaltiger. Glauben Sie mir. Unwillige Frauen geben mir keinen Kick. Seine Stimme bekommt eine neue Intensität. Beth. Ich möchte, dass Sie sich mir voller Verlangen hingeben. Reif und willig. Darauf werde ich warten. Ich bitte Sie nur um eine Chance. Ich schweige, hoffe, dass er keine Antwort von mir verlangt. Er lehnt sich in das weiche Leder seines Sitzes zurück und mustert mich aufmerksam. Sie wollen, dass ich Mark schütze. Na schön. Ich werde Sie beide beschützen. Mark ist ein alter Freund. Ich halte ihn in Ehren und wünsche ihm nur das Beste. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm in seiner schweren Lage zu helfen. Und von Ihnen, Beth, wünsche ich mir nur eine Chance, wie ich schon sagte. Werden Sie mir diese Chance geben? Die Chance, Sex mit mir zu haben? Das wird nie geschehen. Mein Herz schlägt für Dominic und auch mein Körper gehört ihm. Oder meint André die Chance, mehr Zeit mit mir zu verbringen? Ich habe das Gefühl, dass sehr viel von meiner Antwort abhängt. Er lässt mich praktisch wissen, dass Mark nichts zu befürchten hat, solange ich ihm entgegenkomme. In diesem Moment öffnet sich die Kabinentür und eine Stewardess tritt ein. Das Abendessen kann serviert werden, Sir, erklärt sie freundlich. Bitte erlauben Sie, dass ich den Tisch vorbereite. Selbstverständlich. André wendet den Blick nicht von mir ab. Lautlos bewegen sich seine Lippen. Eine Chance. Ich zögere. Dann nicke ich. Was bleibt mir anderes übrig? Es ist schon sehr spät, als mich der Wagen vor meiner Wohnung absetzt. Alles ist dunkel. Laura muss es vor Stunden aufgegeben haben, auf mich zu warten und ist wohl zu Bett gegangen. Ich öffne die Wohnungstür. Den Trolley trage ich in der Hand, damit sie nicht von den Rollen auf dem Boden aufwacht. Während ich zu Bett gehe, denke ich besorgt über den Pakt nach, auf den ich mich mit André eingelassen habe. Er hat das Thema nicht erneut angeschnitten und während des köstlichen Abendessens von anderen Dingen gesprochen. Doch am Ende unserer Reise, bevor wir getrennt unserer Wege gingen, sah er mich mit einem seiner intensiven Blicke an und meinte, ich komme demnächst wieder auf Sie zu, Beth. Ich habe einen Job für Sie. Was zur Hölle sollte das bedeuten? Ich bin erschöpft, kann aber nicht schlafen. Mir geht so vieles durch den Kopf. Dominik. Seit dem Abend, an dem er die Tür hinter sich zuschlug, habe ich nichts von ihm gehört. Ich muss ihn erreichen und ihm sagen, was ich jetzt ganz sicher weiß, dass zwischen André und mir in den Katakomben nichts passiert ist. Das bedeutet, dass es definitiv Dominik war. Ein Gedanke, der mich mit großer Erleichterung erfüllt. Aber zuerst muss ich mit Marc sprechen. Er muss erfahren, was in St. Petersburg geschah. Irgendwann muss ich bei all diesen Gedanken eingeschlafen sein, denn als mein Wecker um acht Uhr losgeht, wache ich mit schwerem Kopf auf. Morgen, ruft Laura aus der Küche, als sie mich aus meinem Zimmer kommen hört. Wie war die Reise? Toll. Ich gehe in Richtung Dusche. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Wie war St. Petersburg? Umwerfend. Ich würde zu gern noch einmal hinfliegen und es mir richtig anschauen. Im Grunde habe ich die Stadt nur vom Rücksitz des Wagens aus gesehen. Ich muss jetzt zur Arbeit. Laura kommt aus der Küche, kaut noch an ihrem letzten Bissen Müsli. Sie ist schick gekleidet und gewappnet für den Tag. Wir reden heute Abend, okay? Perfekt. Hab's gut heute. Neidisch sehe ich ihr nach. Lauras Leben scheint mir im Vergleich zu meinem manchmal so gradlinig. Ein normaler Job in einem normalen Büro. Ich weiß, dass sie hart arbeitet und anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen hat, aber wenigstens gibt es bei ihr keine so bösen Überraschungen wie bei mir in letzter Zeit. Sobald ich angezogen bin, überlege ich, ob ich direkt ins Krankenhaus gehen und Mark besuchen soll. Aber ich will ihn nicht so früh stören. Also begebe ich mich zuerst zu seinem Haus in Belgravia, um dort in seiner Abwesenheit Liegengebliebenes zu erledigen. Sein Hausmädchen Janna lässt mich ein und da kommt auch schon Caroline die Treppe herunter. Ah, Bath, ruft sie. Ihre Stimme klingt so unglaublich elegant, dass es wie Bath klingt. Und daraufhin möchte ich am liebsten lachen. Wie schön, sie zu sehen. Wie war die Reise? Erfolgreich? Hallo, Caroline. Die Reise war interessant. Ich muss Mark davon berichten. Ihr rosiges Gesicht wird ernst. Ich bin nicht sicher, ob das möglich sein wird, meine Liebe. Angst steigt in mir auf. Geht es ihm gut? Wie ist die Operation verlaufen? Sie haben den Tumor entfernt und nehmen an, dass es der Primärtumor war, obwohl man nie ganz sicher sein kann. Das Problem ist, dass sie auch einen Teil seiner Zunge entfernen mussten und, obwohl sie etwas Fleisch transplantiert haben, leidet er doch unter großen Schmerzen und kann nicht sprechen, zumindest vorübergehend nicht. Oh, der arme Mark. Er ist sehr krank. Ein Moment lang wirkt Caroline von Trauer erfüllt. Doch dann überdeckt sie ihre Besorgnis rasch mit einem stoischen Gesichtsausdruck. Aber ich bin sicher, er schafft es. Mein Bruder ist zäh. Sie wollen mit der Strahlentherapie anfangen, sobald er sich von der Operation erholt hat, um ihm die besten Chancen auf Heilung zu ermöglichen. Ich würde ihn gern besuchen. Noch nicht. Caroline schüttelt den Kopf. Ich glaube nicht, dass jetzt schon der rechte Moment gekommen ist. Ich weiß, sie möchten ihn unbedingt sehen, aber er braucht ein paar Tage lang absolute Ruhe, bis er die schlimmsten Operationsfolgen überstanden hat. Und ich möchte auch keinesfalls, dass er sich aufregt. Also teilen Sie ihm bitte keine beunruhigenden Nachrichten mit. Einverstanden? Ich nicke. Natürlich. Ich will nur, was für Mark am besten ist. Dankeschön, meine Liebe. Das wollen wir doch alle. Ich sitze in Marks herrlichem kreisrunden Büro und bin ziemlich niedergeschlagen. Mark sollte jetzt hier an diesem beeindruckenden Schreibtisch sitzen, lachen und scherzen, während wir gemeinsam die Post durchgehen. Es fühlt sich verkehrt an, dass ich jetzt hier auf dem Walnussholzstuhl sitze und die Briefe mit Marks graviertem silbernen Brieföffner öffne. Ich kann ihm unmöglich sagen, dass das Gemälde eine Fälschung ist. Nicht unter diesen Umständen. Er wäre völlig außer sich. Und das darf ich unmöglich riskieren, solange er noch so krank ist. Plötzlich wird mir klar, dass ich doch in Andres Falle geraten bin. Ich kann das Risiko nicht eingehen, dass er Mark den Wölfen zum Fraß vorwirft, und darauf muss André spekuliert haben, als er um eine Chance bat. So viel zum edlen Freund der Weisen und zum großzügigen Geschenkegeber. Er ist einfach nur darauf aus, alles zu kriegen, was er kriegen kann. Egal, was es kostet. Jetzt, da ich weiß, dass es keine Hoffnung gibt, Mark zu besuchen, beherrscht mich nur noch ein Gedanke. Ich muss mit Dominic sprechen. Muss ihn irgendwie finden und ihm sagen, dass ich ihm endlich meine ungebrochene Treue schwören kann. André mag ja versuchen, mich zu manipulieren und mir einzureden, dass ich mit ihm zusammen sein möchte, aber er hat mir unwissentlich das größte Geschenk gemacht, das er mir geben konnte. Dank ihm weiß ich nun, dass ich dem Mann, den ich liebe, treu geblieben bin. Gleich am Morgen, bevor ich mit der Arbeit anfange, schreibe ich Dominic eine E-Mail. Dominic, mein Schatz, es tut mir leid, was neulich Nacht zwischen uns passiert ist. Es war dumm und sinnlos und ich fühle mich furchtbar, dass ich dich so sehr verletzt habe. Ich hatte absolut nichts mit André, das schwöre ich bei meinem Leben und ich werde auch nie etwas mit ihm haben. Ich gehöre dir, niemandem sonst und das weißt du auch. Es gibt einen Grund, warum ich vorher keinen Schwur ablegen konnte. Ich erkläre dir alles, wenn wir uns sehen. Das verspreche ich. Bitte, bitte triff dich mit mir. Ich muss dich unbedingt wiedersehen. Ich möchte, dass du alles erfährst. Können wir uns im Boudoir treffen? Mit all meiner Liebe, Beth. Bevor ich die Mail versende, kopiere ich sie als Textnachricht. Dann drücke ich den Sendenknopf, um sie durch den Äther zu Dominics E-Mail-Adresse und auf sein Handy zu schicken. Auf die eine oder andere Weise wird meine Nachricht ihn erreichen. Den ganzen Morgen über versuche ich mich auf die aufgelaufene Korrespondenz und meine Arbeit zu konzentrieren. Schließlich aktualisiere ich sogar Marks Ablage. Aber zwischen jedem Arbeitsgang starre ich auf meinen Mail-Eingang und auf mein Handy und hoffe darauf, dass eine neue Nachricht angezeigt wird. Es kommt nichts. Dominik, bitte antworte. Gib uns eine Chance. Wirf nicht alles, was wir hatten, wegen nichts weg. Das halte ich nicht aus. Meine telepathische Botschaft ist auch nicht erfolgreicher als die anderen Versuche. Keinerlei Nachrichteneingang und ich werde zunehmend panisch. Was soll ich nur tun? Ich kann ihn doch nicht einfach so aus meinem Leben spazieren lassen, ohne etwas zu unternehmen. Das werde ich nicht zulassen. Ich habe mir geschworen, um ihn zu kämpfen. Und genau das werde ich auch tun. Caroline, rufe ich und greife nach meinem Mantel. Ich bin kurz weg, zu Bond Street. In Ordnung, meine Liebe. Bis später, kommt die Antwort aus dem Salon. Grüßen Sie Mark recht herzlich von mir, wenn Sie ihn sehen. Das mache ich. Draußen ist es sehr kalt. Die Temperaturen sind nicht ganz so schlimm wie in St. Petersburg, aber es ist definitiv frostig. Ich nehme den Bus zur Haltestelle Hyde Park Corner und gehe dann durch die kleinen Gassen von Mayfair bis zu Randolph Gardens. Ich weiß nicht genau, was ich tun werde, aber ich muss einfach an den Ort, wo ich Dominic das letzte Mal sah. Und das Einzige, was ich wirklich sicher über ihn weiß, ist seine Adresse. Ich gehe am Portier vorbei und fahre mit dem Aufzug in Dominics Stockwerk hinauf. Den Flur zu seiner Wohnungstür renne ich beinahe entlang. Dann klopfe ich. Dominic! Ich hämmere gegen das Holz. Bist du da drin? Dominic! Ich halte die Luft an, als ich in der Wohnung Schritte höre, die sich der Tür nähern. Ein großes Glücksgefühl erfüllt mich. Er ist hier. Ich kann mit ihm sprechen, ihm alles erklären, ihn dazu bringen, mir zuzuhören. Die Tür geht auf. Dominic, Gott sei Dank! Oh! Ich sehe nicht in das Gesicht, nachdem ich mich so sehr gesehnt habe, sondern in zwei dunkelbraune Augen, die einer Dame in Kittelschürze gehören. Sie hält ein Staubtuch in der Hand. Ja? sagt sie. Ist Mr. Stone zu Hause? frage ich schwach, weil ich die Antwort bereits errate. Sie schüttelt den Kopf und erwidert mit deutlich ausländischem Akzent. Niemand da! Ich putzen, aber niemand da! Wissen Sie, wann er zurückkommt? Nicht wissen! Sie schüttelt immer noch den Kopf. Darf ich kurz hereinkommen? Sie lässt mich zögernd ein und ich betrete die Wohnung. Ich bin nicht sicher, was ich hier zu finden hoffe. Ich möchte mich Dominic nur nahe fühlen. Aber als ich in das elegante Wohnzimmer trete, fühle ich mich ihm ferner denn je. Sein Apartment ist erfüllt von seiner Abwesenheit. Es verströmt nicht die Aura, als sei er nur kurz weggegangen, sondern als habe er gepackt und sei abgereist, ohne die Absicht in absehbarer Zeit zurückzukommen. Ich gehe langsam durch den Raum, betrachte vertraute Objekte und erinnere mich an die Zeit, die ich hier mit Dominic verbrachte. Der maßgefertigte Stuhl für Spanking und Bestrafung ist fort. Auf ihm habe ich gesehen, wie Vanessa einen Mann züchtigte, den ich für Dominic hielt. Ich frage mich, wo der Stuhl geblieben sein mag. Auf dem Tisch fällt mir ein Prospekt auf, eine Hochglanzfirmenbroschüre. Ich nehme das Papier zur Hand. Finlay Venture Capital steht darauf und unter einem Haufen Fotos von lächelnden Geschäftsmännern in einem schicken Konferenzsaal findet sich ein kurzer Text, das die Firma in die Zukunft investiert und erstaunliche Möglichkeiten aufzeigen kann, Geld zu vermehren. Am unteren Ende ist eine Kontaktadresse abgedruckt, irgendwo im Finanzviertel Londons, wo das große Geld meistens zu finden ist. Ich Ihnen kann helfen? fragt die Putzfrau. Sie beobachtet mich. Offensichtlich ist sie nicht glücklich damit, dass sie mich in die Wohnung gelassen hat. Ich lege die Broschüre wieder auf den Tisch. Nein, nein, danke. Ich muss jetzt gehen. Danke für Ihr Entgegenkommen. Das ist doch verrückt. Was mache ich da nur? Ich habe mir auf der South Audley Street ein Taxi herangewunken, das sich jetzt durch den Verkehr in Mayfair nach Osten fädelt. Während der Fahrt bemerke ich, dass London ziemlich weihnachtlich geworden ist. Überall sind Lichter aufgehängt und die Schaufenster sind mit Schneeflocken und Weihnachtsmotiven dekoriert. Nur noch wenige Wochen bis zum Fest. Ich bin mir noch nicht im Klaren, was ich unternehmen werde, aber ich kann mir nichts anderes vorstellen, als nach Hause zu meiner Familie zu fahren. Als ich an sie denke, vermisse ich sie plötzlich sehr. Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein, in meinem alten Zimmer aufzuwachen, mit einem prall gefüllten Strumpf an meinem Bettpfosten. Mom sorgt immer noch dafür, dass wir alle einen traditionellen Strumpf bekommen, obwohl wir jetzt erwachsen sind. Ich starre aus dem Wagenfenster, während das Taxi Abkürzungen fährt und uns über Seitenstraßen zur New Oxford Street bringt und auf der Hauptstraße weiter nach Osten. Wir kommen an Holborn vorbei. Und plötzlich befinden wir uns im Wolkenkratzerviertel der Stadt, wo in Stahl- und Glaspalästen, die mehrere hundert Stockwerke hoch sind, das Big Business stattfindet, wo in den Parkettbörsen hochgepokert wird und riesige Anwaltskanzleien Verträge für Tausende von Deals entwerfen und abschließen. Wir bleiben vor keinem der riesigen modernen Gebäude stehen, auch vor keinem der ehrwürdigen alten Steinhäuser. Stattdessen lenkt der Taxifahrer seinen Wagen durch unglaublich schmale Gassen zu einem kleinen, gepflasterten Platz, den rote Backsteinhäuser aus der viktorianischen Ära säumen, die zu schicken neuen Bürogebäuden umfunktioniert wurden. Der Fahrer schaut mich über seine Schulter hinweg an. Wir sind da, Miss. Tanner Square. Danke. Ich bezahle ihn und steige aus. Mehr denn je frage ich mich, was zum Teufel ich hier mache. Aber was habe ich schon zu verlieren? Ich straffe die Schultern und schreite zielstrebig auf das Haus mit der Nummer elf zu. Im Innern befindet sich eine glänzende Empfangstheke mit der hellblau eingelegten Inschrift Finlay Venture Capital. Die Empfangsdame schaut zu mir auf. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich starre Sie an. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte das im Voraus planen sollen, aber dafür ist es jetzt etwas spät. Die Empfangsdame runzelt die Stirn. Haben Sie einen Termin? Ich … ich … eigentlich nicht. Ich fürchte, wenn Sie keinen Termin im Haus haben, müssen Sie wieder gehen. Ihre Stimme wird kühl. Nein, bitte. Ich muss wirklich mit jemandem von hier sprechen. Irgendjemand … jemand, der das Sagen hat. Gibt es ein Problem? Die tiefe Männerstimme erklingt links hinter mir. Ich drehe mich um und sehe einen jungen Mann mit Brille und einem dunkelbraunen Bart. Er ist lässig in Jeans und Pulli über einem Hemd mit offenem Kragen gekleidet. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sein Blick ist freundlich und ich treffe spontan die Entscheidung, ihm zu vertrauen. Ja, das hoffe ich sehr. Ich bin auf der Suche nach Dominic Stone und ich frage mich, ob er eventuell hier ist. Der Mann wirkt überrascht. Dominic? Das ist seltsam. Er war bis eben hier, ist vor ungefähr zwanzig Minuten gegangen. Oh nein, entfährt es mir unwillkürlich vor lauter Frust. Wissen Sie, wohin er gegangen ist? Er schaut mich verdutzt an. Worum geht es denn? Ich kann ihn nicht einfach seinen Aufenthaltsort nennen. Ich habe ja keine Ahnung, wer Sie sind. Ich starre ihn flehend an. Ich kann ihm hier in aller Öffentlichkeit unmöglich alles erklären. Zu meiner Erleichterung scheint er das zu begreifen, denn er bittet mich plötzlich in sein Büro. Hier herein, bitte. Ich folge ihm in ein kleines Büro voll mit modernem Kommunikations-Schnickschnack und setze mich auf den Stuhl, den der Mann mir anbietet, während er selbst hinter dem Schreibtisch Platz nimmt. Ich bin übrigens Tom Finlay, stellt er sich vor. Und wer sind Sie? Ich bin Beth Villiers. Ich bin Dominics Freundin. Hm. Er schaut mich über den Rand seiner Brille amüsiert an. Seine besondere Freundin? Ich werde rot. Nun ja, es ist kompliziert. Aber ja, wir haben eine Beziehung. Ich muss ihn wirklich sehen und ihm etwas erklären. Ich habe einen Fehler gemacht, den ich unbedingt korrigieren muss. So, so. Tom Finlay schenkt mir ein Lächeln. Ich bin froh, dass es sich um eine Romanze handelt und nicht um irgendeine geschäftliche Katastrophe, wenn man bedenkt, dass ich mich gerade einverstanden erklärt habe, eine beträchtliche Summe in Dominics Firma zu investieren. Er hat seine Firma schon gegründet? Frage ich überrascht. Tom nickt. Es klang, als wäre alles startklar. Er wartet nur noch auf die schriftliche Kündigung von seinem alten Arbeitgeber und die Finanzspritze, die er braucht, um loslegen zu können. Er hat gewissermaßen die Startposition eingenommen und kann jeden Moment lossprinten. Ich muss lächeln. Das klingt ganz nach Dominic. Mich überkommt eine Welle des Verlangens bei ihm zu sein. Vielleicht kann man mir das vom Gesicht ablesen, denn Tom sagt. Hören Sie, normalerweise gebe ich keine Informationen über einen Kunden oder Geschäftspartner heraus, aber sie scheinen mir ziemlich verzweifelt zu sein. Das bin ich, bestätige ich rasch. Er antwortet nicht auf meine Anrufe oder Mails. Oh. Tom runzelt die Stirn. Ist Ihnen jeder Gedanke gekommen, dass er vielleicht kein Interesse daran hat? Mit einem Anflug von Panik wird mir klar, dass er jetzt denken könnte, Dominic wolle nichts mit mir zu tun haben und dass ich nur eine lästige Stalkerin sei. Nein, nein, er weiß nicht, was ich ihm zu sagen habe. Ich verspreche Ihnen, er wird es hören wollen. Ich bin keine Verrückte. Bitte sagen Sie mir, was Sie über seinen Aufenthaltsort wissen. Tom denkt darüber nach. Ich versuche ruhig zu klingen. Ganz ehrlich. Ich will Dominic einen Gefallen erweisen. Und mir auch. Tom lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und lächelt. Wissen Sie was? Sie scheinen mir sehr vernünftig zu sein. Und außerdem ist Dominic groß genug, um auf sich selbst aufzupassen. Tom nimmt einen Stift zur Hand und dreht den Geistes abwesend, während er spricht. Dominic sucht Investoren für seine Firma. Er hat ein paar großartige Ideen und braucht jetzt fünf oder sechs Leute, die bei ihm einsteigen und jeweils eine beträchtliche Summe einzahlen. Er fährt jetzt gleich nach Paris. Er hat dort einen ziemlich dicken Fisch am Haken, den er einholen möchte. Paris? Tom nickt. Richtig. Er schaut auf seine Uhr. Ich glaube, er sagt, er wolle den Eurostar um 14 Uhr vom Bahnhof St. Pancras nehmen. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn dort vielleicht noch erwischen. Ich dachte, der Tag könne nicht noch verrückter werden. Aber nun sitze ich in einem Taxi, dieses Mal in Richtung Nordwesten. Mein neuer Fahrer scheint nicht ganz so erpicht darauf, durch umtriebige kleine Seitengassen zu brausen, wie es der vorige Fahrer war. Und wir schleichen die Old Street entlang, halten an wirklich jeder roten Ampel und lassen jeden Bus einscheren und jeden Fußgänger, der seine Absicht auch nur ansatzweise kundtut, die Straße überqueren. Ich beiße mir vor Ungeduld beinahe in die Finger. Ich starre auf meine Armbanduhr, versuche die verbleibende Zeit abzuschätzen. Der Zug fährt um 14 Uhr, also muss Dominik mindestens 30 Minuten vorher einchecken. Aber er hat Findlay schon 20 Minuten vor meiner Ankunft dort verlassen. Darum war er womöglich längst am St. Pancras Bahnhof, bevor ich den Tenner Square wieder verließ. Er hat bestimmt schon eingecheckt. Vermutlich reist der Business Class, was bedeutet, dass er die Business Lounge benutzen darf. Und dort wird er auch sein. Außer er hätte irgendeinen Grund, sich vor der Lounge aufzuhalten. Dann könnte ich ihn erwischen, bevor er durch das Gate geht. Ich muss spätestens um 13.30 Uhr dort sein. Und jetzt ist es schon 13.10 Uhr. Endlich nähern wir uns Kings Cross, halten aber immer noch an jeder Ampel. Ganz offensichtlich haben wir alles andere als eine grüne Welle. Ich zapple auf meinem Sitz herum in dem hektischen Verlangen, die Fahrt zu beschleunigen. Endlich sehe ich den Kings Cross Bahnhof und die wunderbare neogotische Fassade des St. Pancras Hotels. Es ist fast 13.20 Uhr. Nur noch etwa zehn Minuten. Es macht mich wahnsinnig, darauf warten zu müssen, endlich nach rechts zum Eurostar-Eingang abbiegen zu können. Aber zu guter Letzt bleiben wir davor stehen. Ich wühle in meiner Handtasche nach Geld, um den Fahrer zu bezahlen, dann springe ich aus dem Taxi und renne in den Bahnhof. Der Eingang zum Eurostar ist voller Menschen. In einer Stunde geht ein Zug nach Brüssel und die meisten Gäste checken gerade ein. Ich halte in der Menge Ausschau noch Dominik, aber er ist nicht zu sehen. Warum sollte er auch in diesem Gedränge warten, wenn er die Stille und Bequemlichkeit der Business Lounge genießen kann? Warum habe ich das je für eine Möglichkeit gehalten? Ich schaue hastig zur Anzeigetafel hoch. Das Boarding für den Zug nach Paris ist freigegeben. Mir bleiben nur noch wenige Minuten. Gleich wird er London verlassen und ich habe ihn verloren. Ich öffne meine Tasche und schaue in das Innenfach. Ja, da ist er. Mein Reisepass. Ich habe ihn seit meiner Rückkehr aus Russland nicht aus der Tasche genommen. Ich laufe zu dem Fahrkartenautomaten hinter mir und tippe auf den Touchscreen, treffe in Sekundenbruchteilen meine Entscheidungen. Ich ziehe meine Kreditkarte heraus und gebe mit unbeholfenen Fingern, die steif und ungehorsam scheinen, meine Nummer ein. Mach schon, mach schon, murmle ich, versuche nicht zu laut zu werden. Mach schon, bitte. Und dann ist die Buchung abgeschlossen. Der Automat surrt, druckt meine Fahrkarte aus und spuckt sie in das Entnahmefach. Ich schnappe mir das Ticket und renne zum Einlass. Ich stelle mich gar nicht erst an dem Fahrkartenlesegerät an, sondern laufe direkt zum Kontrolleur, damit er die Schranke für mich öffnet und ich zur Schlange vor der Gepäckkontrolle laufen kann. Bin ich noch rechtzeitig genug, um es in den Zug zu schaffen? Schließlich habe ich kein Gepäck bis auf meine Handtasche. Der Kontrolleur nimmt meine Fahrkarte, wirft einen Blick darauf und dann auf die Anzeigetafel. Stumm zeigt er darauf und ich schaue hoch. Check-in beendet, steht dort. Sie sind zu spät, meint er bedauernd. Bitte, bitte lassen Sie mich durch, flehe ich. Bitte, es dauert doch nur eine Minute. Er schüttelt den Kopf. Das darf ich nicht. Es verstößt gegen die Vorschriften. Wenn man einen durchlässt, muss man alle durchlassen. Wenn der Zug schon eine Minute wartet, warum dann nicht zwei oder drei? Nein, tut mir leid. Ich starre fassungslos auf die Fahrkarte in meiner Hand. Sie ist nutzlos. Ich habe gerade dreihundert Pfund für ein Stück Papier ausgegeben. Der Kontrolleur schaut mich mitfühlend an. Hören Sie zu. Ich habe gesehen, wie Sie die Fahrkarte gekauft haben. Legen Sie sie am Hauptschalter um die Ecke vor und sagen Sie, ich würde Sie schicken. Sie haben den Zug um eine Minute verpasst. Bitten Sie, die Fahrkarte auf den nächsten Zug umzuschreiben. Sie können immer noch nach Paris. Aber vielleicht bin ich ja bis 15 Uhr wieder zur Vernunft gekommen. Ich schaue auf das Ticket. Einfache Fahrt zum Gardinor. Es nagt an mir, dass der Zug immer noch nicht abgefahren ist. Dass Dominik sich immer noch auf dem Bahnhofsgelände befindet, aber ich nicht zu ihm gelangen kann. Ach, was soll's. Was habe ich schon zu verlieren? Ich schaue den Kontrolleur an. Wo, sagten Sie, finde ich den Hauptschalter? Als ich mit meiner frisch umgetauschten Fahrkarte im Eurostar sitze, mache ich es mir auf meinem Sitz bequem und sehe mich um. Der Zug füllt sich rasch. Paris ist immer ein guter Grund, um mal eben schnell ins Ausland zum Shoppen zu fahren oder um sich etwas Schönes zu gönnen. Ich sehe Pärchen. Einige von ihnen schon älter, die vielleicht einen Jahrestag feiern oder eine romantische Spritztour nach Paris unternehmen. Männer in Anzügen, Frauen in Kostümen, die eindeutig beruflich unterwegs sind, klappen bereits ihre Laptops auf oder schauen auf ihre Tablets. Es gibt viele Franzosen, die nach Hause zurückkehren und andere Passagiere, die noch weiterfahren als nur nach Frankreich. Eine junge Familie sitzt in meiner Nähe. Die Mutter holt Plastikbehälter mit Weintrauben und Reiskeksen für ihre kleinen Kinder heraus. Ich fische nach meinem Handy und rufe Caroline an. Sie geht nicht an den Apparat, darum hinterlasse ich ihr die Nachricht, dass ich heute Nachmittag nicht mehr ins Büro komme und später noch einmal anrufen werde, um mich nach Mark zu erkundigen. Dann rufe ich Laura im Büro an. Du bist wo? fragt sie ungläubig, als ich ihr sage, was ich gerade mache. Ich sitze in St. Pancras im Eurostar und fahre gleich nach Paris. Bist du völlig von Sinnen? Warum? Weil Dominic in Paris ist. Er ist einen Zug früher gefahren. Wahrscheinlich befindet er sich in diesem Moment unter dem Ärmelkanal. Und du glaubst, dass du ihn dort finden kannst? Laura klingt fassungslos. Dass du ihm einfach über den Weg läufst? Dass du ihm in Paris auf einmal gegenüberstehst? Beth, steig sofort aus diesem Zug und schreib das Ganze als vorübergehenden Anfall von Wahnsinn ab. Nein, ich finde ihn, widerspreche ich. Da bin ich sicher. Wie denn? Mir wird etwas einfallen. Und wann kommst du zurück? Ich glaube, der letzte Zug geht um 21 Uhr, erkläre ich vage. Ich habe nicht nachgeschaut. Vermutlich erreiche ich den. Mensch, Beth, du bist heute mitten in der Nacht aus St. Petersburg zurückgekommen und jetzt willst du zu irgendeiner verrückten Zeit aus Paris zurückkehren. Plötzlich klingt sie wehmütig. Klingt aber irgendwie lustig. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ich auch. Hör zu, ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Wenn ich mir da nur sicher sein könnte, pass auf dich auf. Es geht mir gut, wiederhole ich. Fast glaube ich es selbst. Sobald ich das Gespräch beendet habe, schaue ich auf meinem Smartphone nach, wann die letzten Züge von Paris nach London gehen. Wenn ich nicht zurückkomme, muss ich mir eine Unterkunft suchen. Also suche ich auch gleich nach Hotels in der Pariser Innenstadt. Das ist eigentlich sogar aufregend. Es ist natürlich verrückt, aber die Möglichkeiten, die sich mir eröffnen, wirken auch belebend. Ich werde Dominik nicht einfach so aus meinem Leben spazieren lassen, in dem Glauben, ich hätte ihn betrogen. Er muss die Wahrheit erfahren, und wenn es das Letzte ist, was zwischen uns passiert. Mir wird klar, dass ich kein Ladegerät dabei habe, darum schalte ich mein Handy aus, um den Akku zu schonen, und schlage die Zeitschrift auf, die ich auf dem Weg durch die Abfahrtshalle gekauft habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich so weit beruhigen soll, um etwas von dem Inhalt zu verstehen, aber das ist schon in Ordnung. In drei Stunden werde ich in Paris sein. Sobald wir unterwegs sind, spüre ich die Müdigkeit. Meine Nacht war kurz, und die Erschöpfung ist groß. Ich nutze die Fahrt durch Kent für ein Nickerchen. Als ich aufwache, fahren wir bereits auf Paris zu. Nur noch eine halbe Stunde. Sobald ich ganz wach bin und nach einem Schluck Wasser aus der Flasche, die ich in St. Pancras gekauft habe, dämmert mir langsam, was ich da tue. Ich komme gleich am Gardinor an. Und dann? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wohin mich mein Weg führen soll. Ich denke nach und schalte dann mein Handy wieder ein. Es verbindet sich zu einem französischen Mobilfunkanbieter und eine Textnachricht geht ein, die mir mitteilt, dass ich jetzt im Ausland bin und mich auf die geänderten Gebühren aufmerksam macht. Ich suche online nach der Nummer von Finlay Venture Capital und rufe dort an. Die Empfangsdame stellt mich zu Tom Finlay durch. Hallo? Tom, hier ist noch einmal Beth. Wir haben uns vorhin über Dominic unterhalten. Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Haben Sie ihn noch zu fassen bekommen? Nein, ich war zu spät dran. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich bin ihm nach Paris gefolgt. Er lacht. Oh Gott, ich wusste doch, ich hätte Ihnen nicht helfen sollen. Sie sind durchgeknallt, stimmt's? Na toll. Dominic wird sich bei mir bedanken. Ja, wird er, werfe ich rasch ein. Sie ahnen gar nicht, wie sehr. Aber hören Sie zu, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann und ich möchte ihn doch so gern überraschen. Könnten Sie wohl etwas für mich in Erfahrung bringen? Warum rufen Sie ihn nicht einfach an? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Er antwortet nicht auf meine Textnachrichten und E-Mails. Mag sein, aber wenn Sie ihn tatsächlich anrufen, nimmt er vielleicht ab. Vielleicht. Das werde ich versuchen, aber könnten Sie mir von Ihrer Seite her auch beistehen? Bitte. Hören Sie, ich tue, was ich kann. Soll ich Ihnen wissen lassen, dass Sie nach ihm suchen? Nein, nein, ich möchte ihn überraschen. Na schön, überlassen Sie das mir. Sind Sie per E-Mail erreichbar? Ja. Ich gebe ihm meine E-Mail-Adresse und wir legen auf. Ich lehne mich zufrieden zurück. Wenn alles gut läuft, muss ich keine Zeit damit verschwenden, auf der Suche nach Dominic quer durch die französische Hauptstadt zu wandern. Ich werde direkt zu ihm fahren können. Wir befinden uns bereits in den Vororten von Paris, als ich eine Nachricht von Tom bekomme. Ich öffne meinen E-Mail-Eingang. Hallo Beth. Ich glaube, Dominic ist gerade im Gespräch mit diesem Investor-Typen. Er will um die 20 Millionen Dollar von ihm, darum wird er währenddessen vermutlich keine Anrufe entgegennehmen. Falls es Ihnen eine Hilfe ist, ich habe über mein Gespräch mit ihm nachgedacht und ich bin ziemlich sicher, er will sich mit jemandem treffen, der eine Wohnung in Saint-Germain hat und dass er in diesem Viertel auch übernachten will. Sie können es also dort versuchen. Ich lasse es Sie wissen, sobald ich von Dominic höre. Passen Sie gut auf sich auf. Tom. Gut gemacht, Tom, denke ich. Es ist ärgerlich, dass Dominic nie direkt geantwortet hat, aber zumindest kann ich das Suchgebiet jetzt auf ein bestimmtes Pariser Viertel beschränken. Mir wird klar, dass ich ein Ladegerät brauche. Ich werde nicht mehr lange mit dem Handy im Internet surfen können, dann ist der Akku leer. Das muss meine erste Aufgabe sein, sobald wir im Gardinor eintreffen. 20 Minuten später eile ich mit all den anderen Fahrgästen über den Bahnsteig zum Bahnhofsausgang. Ich war auf einem Schulausflug schon einmal in Paris und sofort fühle ich mich wegen der Geräusche, die jede Lautsprecherdurchsage begleiten, in jene Zeit zurückversetzt. Ich verstehe überhaupt kein Französisch, aber ich bin in Hochstimmung, weil ich es bis hierher geschafft habe. Ich entdecke einen Geldautomaten und ziehe mit meiner Bankkarte Euros. Dann suche ich mir einen Telefonladen und gebe dem dortigen Verkäufer zu verstehen, was ich brauche. Einige Minuten später bin ich die stolze Besitzerin eines Ladegeräts, das in Festlandsteckdosen passt. Die erste Aufgabe wäre somit erledigt. In einem Souvenirladen besorge ich mir eine Karte von Paris. Ich mache exzellente Fortschritte. Ich suche mir eine ruhige Ecke, in der ich die Karte studieren und herausfinden kann, wohin ich muss. Mithilfe einer Internetrecherche finde ich Saint-Germain und die nächste Metro-Verbindung. Gut, los geht's. Die Pariser Metro unterscheidet sich völlig von London Underground, aber ich finde mich trotzdem gut zurecht. Ich beschließe, zur Haltestelle Saint-Germain-des-Prés zu fahren, das klingt zentral. Also gehe ich zum unterirdischen Metro-Bahnsteig, kaufe mir mit meinem schrecklichen Schulfranzösisch eine Fahrkarte und nehme einen Zug der lila Linie 4. Der eckige Zug kommt auch fast sofort angebrummt, und als ich einsteige, frage ich mich, ob ich auf die anderen Pendler verloren wirke, obwohl keiner von ihnen auch nur im Geringsten auf mich zu achten scheint. Ich fühle mich beschwingt, wann immer der Zug an einer der Stationen mit ihren romantischen Namen hält. Château d'Eau, Châtelet, Cité und mich von Station zu Station näher zu Dominic bringt. In Saint-Germain-des-Prés steige ich aus, und als ich die Haltestelle verlasse, wird mir klar, dass meine Aufgabe doch schwerer als vermutet sein wird, denn mittlerweile ist die Nacht hereingebrochen. In Paris ist es eine Stunde später als in London, und jetzt ist bereits früher Abend. Überall gehen die Lichter an, und ebenso wie London erstrahlt die Stadt in festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Ich befinde mich an einem Platz, der von einer großen Kirche beherrscht wird. Der in Flutlicht getauchte Kirchturm, der in den dunkelblauen Himmel zeigt, wirkt wie ein riesiger goldener Dartpfeil. Vor Aufregung kann ich kaum atmen. Ich bin in Paris. Ich stehe an einem herrlichen Platz, der von den beleuchteten Fenstern von Cafés und Kneipen umgeben ist und auf dem die Menschen flanieren. Alles ist unglaublich französisch. Jetzt muss ich nur noch Dominic finden. Wie schwer kann das schon sein? Ich prüfe mein Handy, aber es ist noch keine Nachricht von Tom eingegangen. Ich beschließe, in ein Café zu gehen, um meinen Akku aufzuladen, während ich eine Tasse Kaffee trinke und darüber nachdenke, was ich als nächstes tun soll. Ich gehe auf das Café zu, das mir am nächsten liegt, und bin sofort eingeschüchtert. Es ist voller Geschäftsleute, die ihre Handys checken, während sie Kaffee oder Wein trinken, und voller wunderschöner Frauen mit kleinen Schoßhunden in riesigen Handtaschen. Ich bin viel zu schüchtern, um so ein Café zu betreten. Also verlasse ich den Platz, biege um die Ecke und spaziere ein wenig die Straße entlang, bis ich ein ruhigeres, gemütlich aussehendes Café namens Chez Albert finde. Unter warmen Heizpilzen stehen einige Tische im Freien. Ich sammle all meinen Mut und setze mich an einen der leeren Tische. Ein Kellner kommt und rattert schnell etwas auf Französisch. Café au lait, s'il vous plaît, sage ich in stockendem Französisch, und er zieht los, um mir meinen Kaffee zu holen. Der Nachteil eines Tisches im Freien ist der, dass ich mein Handy nirgends aufladen kann. Vielleicht gehe ich später hinein, aber es gefällt mir hier draußen, weil irgendwie die Chance besteht, dass Dominic vorbeikommt. Ich stelle mir vor, wie er gerade in der Wohnung dieses wichtigen Mannes sitzt, ihn mit seiner Kompetenz und seiner Leidenschaft dazu inspiriert, mehrere Millionen Dollar in seine neue Firma zu investieren. Wenn das jemandem gelingt, dann Dominic. Der Kellner kommt mit einer Tasse schwarzen Kaffee und einer Kanne heißer Milch zurück und deponiert beides zusammen mit der Rechnung auf meinem Tisch. Ich werfe einen Blick darauf. Fünf Euro für eine Tasse Kaffee? Tja, vermutlich ist es wie in jedem x-beliebigen Café in Knightsbridge. Es wird auf jeden Fall teuer. Was wird sein, wenn ich Dominic nicht aufspüren kann? Kein Problem, sage ich mir entschlossen. Dann fahre ich mit dem Eurostar nach Hause oder suche mir ein Hotel, falls nötig. Über andere Alternativen nachzudenken, scheint mir nicht notwendig. Irgendetwas sagt mir, dass ich ihn finden werde. Plötzlich erwacht mein Handy, dessen Ladezustand nur noch einen letzten Balken aufweist zu neuem Leben. Es ist eine E-Mail von Tom. Ich befinde mich in der Lobby eines kleinen Luxushotels in einer eleganten Seitenstraße von Saint-Germain. Es ist offensichtlich, dass dieser Teil von Paris sehr teuer ist, und ich hatte noch nicht den Mut, mich nach den Zimmerpreisen zu erkundigen, da schon der Weißwein, an dem ich nippe, beinahe einen Zehner kostet. Tom hat mir den Namen des Hotels genannt, in dem Dominic übernachtet, und mithilfe meiner Karte habe ich das Hotel auch gleich gefunden. Nach einem Besuch der Damentoilette, auf der ich mich frisch gemacht habe, sitze ich jetzt in der Lobby in einem sehr gemütlichen, gestreiften Sofa und blättere in meiner Zeitschrift, während ich meinen Drink genieße und verstohlen das Kommen und Gehen in der Hotellobby beobachte. Es ist angenehm hier, aber ich hoffe dennoch, dass Dominic bald auftaucht, denn ich weiß nicht, wie viele Gläser Wein ich mir noch leisten oder verkraften kann. Was, wenn er zum Abendessen ausgeht und erst sehr spät ins Hotel kommt? Wie lange wird man mich hier sitzen lassen? Außerdem sterbe ich vor Hunger. Mir wird klar, dass ich den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen habe. Ich versuche nicht, an all die herrlichen Restaurants zu denken, die nur wenige Meter von hier entfernt liegen müssen, in denen es köstliches französisches Essen gibt. Mein Magen knurrt sehnsüchtig. Plötzlich ist Essen das Letzte, das mich beschäftigt. Ich spüre ihn, bevor ich ihn sehe. Wie ein Tier, das einen herannahenden Sturm riecht, merke ich, dass etwas in der Luft liegt, und alle Herrchen an meinem Körper stellen sich auf. Ich weiß ohne jeden Zweifel, ohne hinzusehen, dass sich die Chemie des Raumes verändert hat, dass etwas Wunderbares geschieht. Es ist, als sei der Raum erfüllt von einem köstlichen Aroma, voll der himmlischsten Musik, die plötzlich einsetzt und mich mit Freude erfüllt. Er ist da, das weiß ich. Ich drehe meinen Kopf zum Eingang des Hotels, habe das Gefühl, als wäre alles in Zeitlupe verlangsamt. Ich habe absolutes Vertrauen in mein Empfinden. Ich reagiere auf den Mann, den ich auf dieser Welt am meisten liebe. Wie könnte er also nicht hier sein? Dominik. Er kommt durch die Eingangstür und schreitet durch die kleine Lobby, spricht in sein Handy, während er an der Rezeption seinen Schlüssel in Empfang nimmt. Sein Anblick macht mich schwindelig und schwach. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Meine letzte Erinnerung an ihn ist sein Gesicht, wütend, verzweifelt und bitter. Aber jetzt schaut er ernst und hört seinem Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung intensiv zu. Mein Gott, er ist umwerfend. Manchmal hat er die Macht, mich mit der Kraft seiner Attraktivität ganz von Neuem gefangen zu nehmen. Seine olivfarbene Haut mit dem dunklen Schatten seiner Bartstoppeln am Kinn, die braunen, nach unten gerichteten Augen, während er zuhört und sein Mund mit den piratenhaft verruchten Mundwinkeln. Am liebsten würde ich aufsprengen und ihn küssen. Er sieht fantastisch aus in seinem dunkelgrauen Anzug und dem weißen Hemd, das er locker ohne Krawatte trägt. Ich habe mir nie überlegt, was ich tun werde, sobald ich ihn sehe, aber als ich aufstehen will, geben meine Beine unter mir nach. Er hat jetzt seinen Zimmerschlüssel und dreht sich zu mir um, kommt auf das kleine Sofa zu, auf dem ich sitze. Gleich wird er an mir vorbeigehen und nicht einmal bemerken, dass ich da bin. Er ist völlig in sein Telefonat vertieft und achtet auf nichts anderes. Ich zwinge mich dazu, aufzustehen. Meine Hände zittern und mein Magen dreht sich. Mir ist immer noch schwindelig, aber ich fühle mich auch siegessicher. Ich habe ihn gefunden. Natürlich mit Toms Hilfe, aber ich habe ihn gefunden. Er ist mir jetzt ganz nahe. Ich kann beinahe meinen Arm ausstrecken und ihn berühren. Ich muss etwas sagen, sonst ist er weg. Dominik. Es kommt nur ein leises Flüstern heraus, das in der Geräuschkulisse der Lobby verloren geht. Ich hole noch einmal Luft und sage lauter »Dominik«. Er hört mich. Er dreht sich um und sieht mich an. Seine braunen Augen versenken sich in meine. Er bleibt stehen und ich sehe, wie sich Erstaunen in seinen Zügen ausbreitet. Seine Augen weiten sich. Er lässt das Handy von seinem Ohr sinken und sagt verwundert »Beth?« Auf einmal wirkt er überrascht und glücklich zugleich. »Es tut mir leid, dass ich dich hinterrücks überfalle, aber ich musste dich einfach sehen. Wir müssen reden.« Ich stehe immer noch gefangen zwischen dem Sofa und dem niedrigen Tisch, auf dem mein Glas auf einer Papierunterlage steht. Dominik fällt wieder ein, dass er ja telefoniert, und er hebt das Handy ans Ohr. »Richard, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich später zurückrufe? Ich muss mich hier um etwas kümmern. Danke.« Er lässt sein Handy in die Jackentasche gleiten, während er mich anstarrt, immer noch unter Schock. Der glückliche Gesichtsausdruck verblasst und er runzelt die Stirn. »Was machst du hier? Wusstest du, dass ich hier sein würde?« Ich nicke. »Ja, ich weiß, es scheint etwas extrem, dich in einer Hotellobby derart zu überfallen, aber ich musste dich einfach sehen. Bitte, können wir uns unterhalten?« Sein Gesichtsausdruck wird von Sekunde zu Sekunde abweisender. Er erinnert sich wieder daran, was bei unserer letzten Begegnung geschah. »Ich will mich nicht schon wieder streiten, Beth. Ich denke, wir haben in London alles gesagt, was gesagt werden musste. Du kennst meine Einstellung.« »Dominik«, flehe ich. »Es hat sich alles verändert, das verspreche ich. Du musst mir glauben.« »Muss ich das?« Jetzt schaut er fast feindselig. »Ich muss diese Situation retten, bevor es zu spät ist.« »Ja, ich weiß jetzt Dinge, die ich zuvor nicht wusste.« »Beispielsweise ob oder ob du nicht Sex hattest mit...« Er bringt es nicht über sich, Andres Namen auszusprechen. »Ja, ja, du weißt, dass ich nicht lüge. Du weißt, dass ich die Wahrheit sage. Bitte hör mir zu. Lass uns wegen einer dummen Verwirrung nicht verlieren, was wir haben.« Ich schaue ihn flehentlich an. »Nur fünf Minuten, bitte.« Er starrt einen Moment auf den Boden, als ob er einen inneren Kampf ausfechten müsste. »Na schön«, sagt er dann. »Du hast fünf Minuten, mehr nicht.« »Hier?« Ich schaue mich in der Hotellobby um. Menschen kommen und gehen, und das Personal beobachtet uns interessiert. Dominic denkt kurz nach. »Nein, wir gehen auf mein Zimmer. Komm mit.« Ich folge ihm eilig, während er über den Marmorboden zum Aufzug schreitet, und kurz darauf stehen wir beide im Lift und fahren in den dritten Stock. Dominic sieht mich nicht an, aber ich merke an seinen angespannten Schultern und den fest zusammengepressten Lippen, dass meine Anwesenheit ihn nicht kalt lässt. Ich bin neben ihm völlig durcheinander. Es erfordert all meine Kraft, ihn nicht zu berühren. Der Wunsch, die Hand nach ihm auszustrecken, ist beinahe überwältigend. Ich verzehre mich danach, mit meinen Fingerspitzen über sein Gesicht zu fahren, meine Lippen auf den weichen Teil seines Halses unterhalb der Ohren zu pressen und den warmen Duft seiner Haut einzuatmen. Ich spüre, wie mein Körper entzückt auf seine Nähe reagiert, wie er sich auf das Vergnügen seiner Berührung vorbereitet. Am liebsten würde ich meinen Körper dazu anhalten, einen Gang zurückzuschalten. Während mein Begehren verrückt spielt und meine Nerven enden, sich darauf vorbereiten, lustvoll zu vibrieren, versucht mein Gehirn, den erregten Körper zu bremsen und ihm zu sagen, sich zurückzunehmen. Nichts ist sicher. Noch nicht. Die Aufzugtüren gleiten auf und wir gehen über den Flur zu Dominics Zimmer. Er stößt die Tür auf und schaltet das Licht ein, das einen gemütlichen, eleganten Raum erhält. Ich folge Dominic hinein und er dreht sich zu mir um und schaut mich an. Schieß los. Fünf Minuten. Ich habe viel zu tun, Beth. Das ist jetzt gerade eine wichtige Phase für mich. Sein Blick ist kalt. Ich hasse diesen Blick in seinen Augen. Haben sich seine Gefühle für mich wirklich geändert? Werde ich nie wieder diesen weichen, liebevollen Blick zu sehen bekommen oder die brennende Intensität seines Verlangens? Ich weiß nicht, ob ich es überleben werde, wenn er aufhört, mich zu lieben. Der Gedanke, nie wieder einen Kuss von ihm zu schmecken, bereitet mir körperlichen Schmerz. Ich habe fünf Minuten, um ihn zurückzugewinnen. Als wir uns zuletzt sahen, wolltest du wissen, ob zwischen André und mir etwas war, fange ich an. Er unterbricht mich grob. Und du konntest mir darauf keine Antwort geben. Erinnerst du dich? Ich weiß. Ich weiß. Und ich war ein Idiot. Ich wusste, dass ich das niemals gewollt hätte. Er hatte ein paar Andeutungen fallen lassen. Wir hätten eventuell, eventuell etwas miteinander gehabt. Aber natürlich habe ich ihm immer eine Abfuhr erteilt. Du bist alles, was ich will und brauche. Das weißt du. Ich schaue ihn flehentlich an, aber sein Blick ist immer noch kalt und seine Lippen lächeln nicht. In der Nacht der Party in den Katakomben ist mir etwas äußerst Merkwürdiges passiert, in der Zeit, als wir getrennt waren. Du hast mit Anna getanzt, aber dann kam Anna zu mir und während ich gerade abgelenkt war, hat sie mir etwas in meinen Drink geschüttet. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin sicher, dass sie es gewesen ist. Du kennst sie doch, Dominik. Sie muss dir erzählt haben, dass sie Drogen nimmt. In seinen Augen flackert eine Reaktion auf, aber ich kann nicht sagen, was das bedeutet. Ich fahre fort. Mir war nicht bewusst, dass ich unter Drogen stand, aber alles wurde echt seltsam. Ich war völlig verwirrt und dann habe ich mich in den Höhlengängen auf der Suche nach dir auch noch verirrt. Aber du hast mich gefunden, nicht wahr? Und wir haben uns in den Höhlen geliebt. Doch wegen der Umstände hatte ich danach die schreckliche Befürchtung, dass du es gar nicht warst, obwohl ich fest davon überzeugt war. Wochenlang quälte mich die Angst, ich wäre dir womöglich untreu geworden, ohne es zu wollen. Ich fürchtete, ich könnte versehentlich mit André geschlafen haben. Dominik lacht bitter auf. Versehentlich, sagt er leise. Ja. Ich trete einen Schritt auf ihn zu. Bitte, du musst mir glauben. Als du mich gebeten hast, auf meine Treue zu schwören, da wollte ich das unbedingt, denn ich wusste in meinem Herzen, dass ich dir immer absolut treu war, dass ich nur dir gehöre. Ich will keinen anderen, Dominik. Das weißt du. Warum hast du mich nicht einfach gefragt, ob wir uns in der Höhle geliebt haben? Weil ich in der Falle saß, erwidere ich leise. Wenn ich dich gefragt hätte und du hättest Nein gesagt, dann hättest du gewusst, dass ich etwas mit einem anderen hatte. Und das konnte ich nicht ertragen. Ich kann unmöglich erklären, wie es in dieser Nacht war, wie nebelhaft und verrückt und verzerrt mir alles erschien. Meine Wahrnehmung war völlig durcheinander. Ich begriff nicht, wie das geschehen konnte, bis mir klar wurde, was Anna getan hatte. Er starrt mich an. Der Blick seiner dunkelbraunen Augen mit den kupferfarbenen Pünktchen ist fast nicht zu lesen, aber ich glaube, dass ich etwas in ihm berührt habe. Ich spüre, wie er mit sich kämpft. Vermutlich hat er viel Zeit damit verbracht, sich einzureden, dass es zwischen uns aus sei, aber er kommt nicht gegen seine Gefühle, nicht gegen sein Verlangen an. Ich möchte ihn anflehen, dem nachzugeben. Möchte ihm sagen, dass er nicht ersticken darf, was er für mich empfindet. Es ist zu kostbar. Es gibt uns beiden so viel. Ich wollte ehrlich zu dir sein. Ich habe dich niemals angelogen, sage ich mit ruhiger Stimme. Ich konnte zuvor keinen Schwur ablegen. Jetzt kann ich es. Zwischen mir und André Dobrowski ist nie etwas geschehen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Wie kannst du dir jetzt so sicher sein? fragt er abrupt. Weil ich ihn gefragt habe. Und er hat mir gesagt, dass nichts passiert ist. Ein schrecklicher Ausdruck huscht über Dominiks Gesicht und mir fallen seine geballten Fäuste auf. Du warst bei ihm. Natürlich. Ich arbeite ja noch für ihn. Jetzt, wo Marc erkrankt ist, stehe ich als Einzige zur Verfügung. Und wie genau gestalten sich die kuscheligen Umstände, unter denen du André fragen konntest, ob er dich je gefügelt hat, während du high warst von den Drogen, die Anna dir verabreicht hat? Ich wollte ihn nicht fragen, aber ich musste. Ich musste die Wahrheit in Erfahrung bringen. Uns zuliebe. Dominik wendet den Kopf von mir ab, starrt auf den Boden. Ein Muskel pulsiert in seiner Wange. Er kämpft gegen irgendetwas an. Ich weiß, wie sehr er die Vorstellung verabscheut, André und ich könnten zusammen sein. Er bedeutet mir nichts, erkläre ich. Ich liebe dich. Das weißt du. Bitte, Dominik, lass nicht zu, dass er uns auseinanderbringt. Das würde ihm nämlich total gefallen. Wenn wir glücklich sind, ist das die beste Rache, die du an ihm üben kannst. Endlich schaut er zu mir auf, und angesichts der Qual in seinen Augen muss ich tief Luft holen. Du machst dir keine Vorstellung davon, wie schwer das für mich ist, sagt er mit leiser Stimme. Er geht zu einem der Sessel und lässt sich hineinfallen. Beth, niemand hat je solche Gefühle in mir geweckt. Seit ich dich kenne, habe ich die seltsamsten Dinge durchgemacht. Alles, von dem ich immer glaubte, ich könne es kontrollieren, steht jetzt auf dem Kopf. Ich musste alles an mir hinterfragen. Ich gehe zu ihm und knie mich neben dem Sessel auf den Boden. Ich nehme seine Hand und halte sie sanft, genieße die Berührung seiner Haut. Er lässt es zu, dass ich ihn streichle. Ich möchte ihn küssen, aber ich halte mich zurück. Ich dachte, ich wüsste alles über die Liebe, sagt er rau. Aber ich weiß gar nichts darüber. Ich dachte, bei der Liebe gehe es um Vereinbarungen und Grenzen und Unterwerfung unter meinen Willen. Aber mit dir ist die Liebe chaotisch, unkontrollierbar. Und ich musste ebenso viel Macht aufgeben, wie ich ausübte. Du weißt, wie sehr mir das nachgeht. Er starrt zu mir herab. Seine braunen Augen sind jetzt, wo er mich um Verständnis bittet, sanfter. Ich nicke. Ich weiß, dass unsere gemeinsame Reise Dominik an unerwartete Orte geführt hat. Er hat versucht, Teile seiner selbst zu verdrängen und musste feststellen, dass sie in anderer Form wieder auftauchten. Er hörte auf, bestimmte Instrumente an mir anzuwenden, wenn wir uns liebten, weil er dachte, es würde sein Bedürfnis nach Kontrolle und Dominanz einschränken. Aber jene Aspekte seiner Person ließen sich nicht unterdrücken, nicht einmal, als er versuchte, sie durch Selbstgeißelung aus sich heraus zu prügeln. Ich liebe dich. Ich liebe alles an dir, sage ich sanft, möchte durch meine Berührung den Bruch zwischen uns heilen und ihm das Selbstvertrauen geben, wieder er selbst zu sein. Du musst dich nicht verändern. Sein Kopf sinkt ein wenig nach vorn. Mich überkommt das Verlangen, ihn auf den Mund zu küssen, meine Arme um ihn zu schlingen, seine heiße Haut auf meiner zu spüren. Ich hebe seine Hand an meine Lippen und presse sie fest auf seinen Handrücken. Beth. Seine Stimme bricht. Ich schaue auf. Er starrt zu mir hinunter. Ich kann das nicht. Ich bin noch nicht so weit. Willst du das nicht? Frage ich leise und drücke einen weiteren Kuss auf seine Hand. Er stöhnt. Natürlich will ich das. Du weißt, welche Macht du über mich hasst, aber er schließt kurz die Augen und als er sie wieder öffnet, scheint er einen Entschluss gefasst zu haben. Bei dir und mir geht es nicht einfach nur um Sex. Das weißt du. Das zwischen uns ist wichtig. Ernst. Es geht um unser Herz. Ich will mit dir schlafen. Sehr sogar. Aber wenn wir es tun, dann aus dem Grund, weil es etwas Echtes ist. Noch vor zehn Minuten war ich fest entschlossen, dich ganz aus meinem Leben zu verbannen, nie wieder etwas mit dir zu tun zu haben. Da kann ich jetzt nicht einfach mit dir schlafen, so als wäre nichts gewesen. Ich muss darüber nachdenken und mir sicher sein. Ich kann nicht riskieren, mich wieder verletzlich zu machen. Ich möchte aufspringen und glücklich rufen. Aber wir sind zusammen. Es gibt nichts, was uns trennt. Doch das tue ich nicht. Ich weiß, was mir so einfach erscheint, ist für Dominik kompliziert. Ich hatte nicht die inneren Kämpfe auszustehen, die ihn geprägt haben. Darum sage ich leise. Und was, wenn die Leute, die miteinander vögeln, nicht wir sind? Er sieht mich stirnrunzelnd an. Wie meinst du das? Ich meine, es müssen ja nicht Beth und Dominik sein. Ich stehe auf. Warte einen Moment. Ich gehe ins Badezimmer und ziehe erst meinen Mantel, dann alles andere aus. Ich trage ein schlichtes schwarzes Kleid, das vorn bis zur Taille geknöpft ist. Ich ziehe es über den Kopf, erhasche dabei einen Blick meines Gesichts im Spiegel. Meine Augen strahlen intensiv und meine Wangen sind gerötet. Ich ziehe meinen BH aus, denn meine Strumpfhose und meinen Slip. Nackt stehe ich im Badezimmer von Dominiks Hotelzimmer. Das ist irgendwie merkwürdig, aber ich improvisiere ja auch. Ich ziehe mein Kleid wieder an. Jetzt bin ich barfuß, trage keine Unterwäsche, nur das Kleid. Ich öffne die Badezimmertür und sehe, dass Dominik immer noch im Sessel sitzt und auf mich wartet. Bleib, wo du bist, sage ich. Schließ die Augen. Er schließt sie gehorsam und ich gehe rasch zur Zimmertür und trete hinaus in den Flur. Alles in mir kribbelt vor Aufregung. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Vielleicht ist es zu verrückt, aber einen Versuch ist es wert. Alles hängt davon ab, ob Dominik mitspielt oder nicht. Ich klopfe an. Gleich darauf öffnet er die Tür einen Spalt breit. Ja? Hervorragend. Er sagte nicht Beth, oder was soll das? Er ist offen dafür, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Ihr Zimmermädchen, Sir, sage ich leise. Mein Zimmermädchen? Haben Sie denn kein Zimmermädchen bestellt? Ich weiß nicht genau, aber da Sie schon hier sind, können Sie auch hereinkommen. Er öffnet die Tür weiter und ich trete ein. Ich halte den Kopf gesenkt, schaue auf meine nackten Zehen auf dem Teppich und meine Hände halte ich vor mir gefaltet. Wer sind Sie? fragt er mit herrischer Stimme. So ist es recht, mein Geliebter. Mein Name ist Rosa, erwidere ich. Das fiel mir eben ein. Es klingt passend. Hallo, Rosa. Dominik beobachtet mich, aber ich schaue ihn nicht an. Sie sind also mein Zimmermädchen. Ja, Sir. Wie interessant. Was sind Ihre Pflichten? Alles, was Sie verlangen, Sir? Alles. Ich nicke und füge hinzu. Ja, Sir. Ich verstehe. Ich höre an seiner Stimme, dass ihm dieses Spielchen gefällt und ich sehe, dass es ihn erregt. Dass ich erregt bin, lässt mich das ziehende Gefühl zwischen meinen Beinen wissen. Tja, Sie scheinen mir ein vielversprechendes Zimmermädchen, Rosa. Sie sind offenbar willig und das ist gut. Aber wir müssen erst sehen, ob Sie auch wirklich sind, wer Sie zu sein scheinen. Ich möchte, dass Sie jetzt das Bett machen, Rosa. Ja, Sir. Ich gehe zu dem großen Doppelbett, nehme die Zierkissen herunter und schlage die schwere Damastüberdecke zurück, unter der die Kissen und Decken zum Vorschein kommen. Nehmen Sie die Überdecke bitte ganz ab. Ja, Sir. Ich schlage die schwere Überdecke immer weiter zurück, bis sie zu Boden fällt. Oh nein, das ist aber gar nicht gut, Rosa. So geht das nicht. Räumen Sie das bitte auf. Ich versuche, die Überdecke zusammenzulegen, aber sie ist steif und schwer und ich habe sehr zu kämpfen. Dominik schaut zu, während ich versuche, aufzuräumen. Sie haben noch viel zu lernen, sagt er. Es tut mir leid, Sir. Ich lasse den Kopf sinken. Ich bin ungeschickt. Ja, das sind Sie. Wissen Sie was, Rosa? Ich mag Sie. Aber ich glaube, man muss Ihnen von Anfang an Regeln beibringen. Ungeschicklichkeit kann ich nicht tolerieren. Sie müssen lernen, besser zu werden. Kommen Sie her. Ich gehe auf ihn zu. Mein Herz pocht heftig in köstlicher Vorfreude. Mir ist bewusst, wie mein Kleid im Gehen über meine nackte Haut scheuert. Dominik setzt sich auf den Hocker neben dem Frisiertisch. Ich baue mich vor ihm auf. Legen Sie sich über mein Knie, sagt er mit warmer Stimme. Ich glaube, Sie brauchen eine sanfte Erinnerungshilfe. Meine Zimmermädchen haben den höchsten Ansprüchen zu genügen. Ich kann nichts anderes dulden. Das verstehen Sie doch. Ich nicke und schlucke. Mein Mund ist trocken und meine Haut kribbelt. Ich beuge mich vor und lege mich über seinen Schoß. Es ist unbehaglich, denn der Hocker ist hoch und ich komme mit den Knien nicht auf den Boden, dennoch muss ich meine Knie beugen, sonst bin ich nicht tief genug. Trotz allem liebe ich das Gefühl seiner harten Schenkel unter meiner Brust und einen Augenblick später denke ich nicht mehr daran, wie unangenehm diese Position ist, sondern nur noch daran, wie Dominik mit seiner großen, weichen Hand mein Kleid über meinen Hintern nach oben zieht. Er atmet schwerer, als ihm klar wird, dass ich keine Unterwäsche trage. Dann brummt er anerkennend. Mit der Hand fährt er über meine Hinterbacken, streicht sanft über meine Haut, genießt die Weichheit und Wärme meines Fleisches. Oh, Rosa, Sie haben meinen herrlichen Hintern. Ich kann es kaum erwarten, ihn heiß und rot zu sehen. Ich hoffe, das tut jetzt nicht allzu weh, aber es ist wichtig, dass Sie Ihre Lektionen lernen. Ich zittere vor Vorfreude und spüre, wie meine Säfte bereits strömen und mich für jede seiner Berührungen herrlich empfänglich machen. Ich möchte mich auf ihn pressen, mein Geschlecht an seinen Schenkeln reiben, aber noch halte ich mich zurück. Er schlägt mir leicht auf den Hintern. Es schmerzt nicht besonders, dennoch schreie ich auf. Oh, Sir, bitte nicht, Sie tun mir weh. Ein weiterer Schlag landet auf meinem Po. Genau das ist meine Absicht, Rosa. Der Schlag brennt, ist gerade stark genug, um durch meinen ganzen Körper zu laufen, aber nicht so stark, dass er wirkliche Schmerzen verursachen würde. Eher wie ein Stich, der ein Prickeln durch meinen ganzen Körper schickt und mich immer mehr stimuliert. Ich kann mich kaum davon abhalten, mich auf Dominics Schoß zu winden. Stilligen. Noch ein Schlag, etwas härter. Ich stöhne. Oh, Sir, das tut weh. Ich verspreche auch, von jetzt an ein gutes Mädchen zu sein. Das lässt ihn noch dreimal zuschlagen. Härter. Stärker. Ich spüre, wie mein Hintern an den Stellen, an denen die Schläge auf ihn einprasseln, heiß und rot wird. Ich glaube, das reicht für heute, Rosa. Es ist ihr erstes Mal, und so unartig waren sie ja nicht. Aber es ist nur ein Vorgeschmack dessen, was sie erwarten dürfen, wenn sie ihre Arbeit nicht ordentlich erledigen. Oh ja, Sir, ich werde mein Bestes geben. Dominics Stimme verändert sich. Was ist das? Was ist das, Rosa? Ich habe die Beine gespreizt, um während der Schläge einen besseren Halt zu haben, und nun lässt Dominic seine Finger meinen Hintern hinab zwischen meine Beine wandern, wo mein Geschlecht ihn bereits offen erwartet. Er taucht seine Fingerspitzen in meine heißen Säfte, und ich muss unwillkürlich nach Luft schnappen. Wie ich sehe, haben ihnen die Schläge gefallen. Das lag nicht in meiner Absicht. Aber jetzt wird mir klar, dass ich mit meiner Bestrafung ihre Sinne angeregt habe. Nun denn? Ich kann mich nicht mehr halten, darum lasse ich mich zu Boden gleiten, bis ich vor ihm kniee. Sehen Sie sich das an. Meine Finger sind ganz verschmiert von ihren Säften. Dominic hält mir seine Hand vor das Gesicht. Ich nehme seine Hand und lecke seine Finger sauber, schmecke den leicht salzigen, herben Geschmack meines eigenen Geschlechts. Dominic beobachtet mich aufmerksam, und an seinem Atem merke ich, wie stark er darauf reagiert, dass meine warme, feuchte Zunge über seine Finger leckt und an seinen Fingerspitzen lutscht. Ich bin froh, dass sie auch einen persönlichen Service anbieten, murmelt er, seine Stimme heiser vor Verlangen. Ich lasse seine Hand los und bewege sanft seine Knie auseinander. Dann rutsche ich auf Knien nach vorn, bis mein Gesicht direkt vor seinem Schritt ist. Ich kann die Ausbuchtung unter dem Stoff erkennen, und mein Magen hebt sich vor Erregung. Ich kann es kaum erwarten, seinen herrlichen Penis zu berühren und in der Hand zu halten und ihn endlich wieder ganz für mich zu haben. Ich schaue zu ihm auf. Darf ich Ihre Hose öffnen, Sir? Er erwidert meinen Blick. Ja, das dürfen Sie. Gleich darauf habe ich seine Hose geöffnet, und sein Schwanz springt aus seinen Boxershorts. Er ist so schön wie in meiner Erinnerung, und ich kann nicht anders. Ich muss mich einfach vorbeugen und ihn in den Mund nehmen. Während ich den heißen, harten Schaft in der Hand halte, fahre ich mit der Zunge über die glatte Eichel. Ich würde ihn am liebsten ganz in den Mund nehmen, aber dafür ist er zu groß, und er will noch mehr an, als ich meine Lippen so weit wie es mir möglich ist an ihm heruntergleiten lasse. Es ist herrlich, ihn wieder zu schmecken und ihn mit meinem Mund zu verwöhnen. Meine andere Hand gleitet unter ihn in die Wärme, umfasst seine Hoden und schaukelt sie sanft. Er stöhnt und legt eine Hand auf meinen Kopf, fährt mit den Fingern durch mein Haar und presst mich sanft zu sich, sodass mein Druck auf seinen Penis zunimmt. Ich sauge und lecke mit Genuss, will ihn nicht aus meinem verlangenden Mund lassen, fahre fort, bis er sanft meinen Kopf anhebt. Endlich finden unsere Lippen zueinander, und wir küssen uns fieberhaft, innig, als ob wir vor Verlangen vergehen. Seine Zunge nimmt meinen Mund in Besitz, findet meine Zunge, und ich reagiere auf ihn von ganz tief innen. Er schmeckt göttlich, und das Gefühl unserer Lippen aufeinander ist das von gegenseitiger himmlischer Vervollständigung. Es kann keine Küsse geben, die besser schmecken als diese hier. Es fühlt sich so vollkommen an, so absolut richtig, wie zwei Hälften eines Ganzen, die wiedervereint werden. Während wir uns küssen, zieht er mich auf seinen Schoß. Ich sitze mit gespreizten Beinen auf ihm. Mit stürmisch aufwallender Erregung spüre ich seinen harten Schwanz, der sich gegen mein Geschlecht presst. Ich stoße ein wenig nach vorn, damit der Schaft direkt an meiner Klitoris liegt, die jetzt geschwollen und unglaublich empfindlich ist. Das köstliche Gefühl macht meine Küsse noch verlangender, und ich vergrabe meine Finger in seinem Haar. Er weiß, was er mir antut, und bewegt seine Hüften subtil, damit sein Penis mir elektrische Stöße versetzt, die mir durch und durchgehen, jedes Mal, wenn er über meine sensible Stelle streicht. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Moment kommen könnte, allein durch die Lust an unseren leidenschaftlichen Küssen und dem Duft seiner Haut. Der beinahe unerträgliche Druck seines Schwanzes auf meine Klitt schickt mich beinahe über die Klippe, aber ich will nicht, dass es endet, bevor ich nicht seinen Penis tief in mir gespürt habe, wie er mich in die Raserei treibt. Ich weiß, Dominik will das auch. Ich hebe mich an, greife nach unten und nehme seinen Penis in die Hand. Ich beuge ihn vor, damit die Eichel auf mich gerichtet ist, dann senke ich mich ganz behutsam nach unten, schiebe seinen Schwanz an meine Pforte. Er passt perfekt. Ich wusste, dass wir füreinander gemacht waren, und stöhnend lasse ich mich auf ihn sinken, umfasse ihn ganz, genieße das Vergnügen, mich seiner heißen Lanze zu öffnen. Dominik stöhnt und atmet aus, während sein Schwanz tief in mich hineingleitet. Oh Gott, ist das gut, sagt er. Seine Augen brennen mit der Kraft seiner Lust, und dann küsst er mich wieder, während ich langsam die Hüften bewege, damit er tiefer und immer tiefer in mich stoßen kann. Och, Rosa, murmelt er zwischen den Küssen. Er greift nach unten, hebt mein Kleid an, zieht es mir über den Kopf und wirft es auf den Boden. Dann bedeckt er meine Brüste mit feurigen Küssen, hält nur inne, um vorsichtig in meine Brustwarzen zu beißen. Seine Küsse strahlen heiß bis in meinen Schoß aus, während er an einer der Warzen knabbert und die andere mit den Fingerspitzen streichelt. Ich werfe den Kopf in den Nacken und seufze vor Wohlgefühl, als ich seine Zähne auf der empfindsamen Knospe spüre. Er wandert mit den Fingern über meinen Bauch, streichelt meinen Hintern, packt ihn fest, damit er seinen Penis noch tiefer in mich rammen kann. Ich will ihn ganz in mir, so tief es nur geht, als ob ich gar nicht genug von ihm bekommen könnte. Es bereitet mir pures Entzücken, wieder ganz mit seinem Körper vereint zu sein, wo ich doch gefürchtet hatte, ihn nie wieder zu spüren. Plötzlich merke ich, wie er mich festhält und seine Oberschenkel eisenhart werden, wie er Kraft sammelt und aufsteht und mich mit sich hebt, seinen Schwanz immer noch in mir. Ich wickele meine Beine um ihn, küsse ihn heftig, seine Lippen, seine Wangen, seine Lider, während er mich mühelos quer durch den Raum zum Bett trägt. Er legt mich mit dem Rücken auf das Bett und ich öffne meine Beine, soweit ich nur kann, damit er in mir bleibt. Er packt meine Handgelenke mit einer Hand und hält sie über meinen Kopf. Gleichzeitig stößt er heftig in mich. Seine Hüften bewegen sich in einem peitschenden Takt und er rammt so tief in mich, wie er nur kann. Jeder Stoß lässt mich laut nach Luft schnappen. Und jedes Mal, wenn er in mich stößt, wenn er auf meine Klitoris trifft und tief in meine Lustspalte vordringt, bringt er mich näher an die Klippe. Du bist so schön, sagt er atemlos und schaut auf mich herab. Du bist nie schöner, als wenn wir miteinander vögeln. Hör nicht auf, hör nicht auf, fliehe ich und spüre, wie die herrliche Erlösung immer näher kommt. Die fantastischen Empfindungen bauen sich immer weiter auf. Sein fester Griff um meine Handgelenke ist erregend. Ich spüre, wie ich mich ihm ganz öffne, während ich unter ihm liege. Sein Brustkasten drückt schwer auf meine Brüste, mein Geschlecht ergibt sich seiner hämmernden Männlichkeit. Ich spüre, wie er noch weiter in mir anschwillt, und das Wissen, dass er gleich kommen wird, lässt meine eigene verzweifelte Erregung explodieren. Ich werfe ihm meine Hüften entgegen, presse meine Klitt an ihn, und er stöhnt unter seinem nahenden Orgasmus. Ich spüre, wie auch mein Höhepunkt kommt. Hilflos ergebe ich mich der Welle an Vergnügen, die über mich hinwegrollt. Ich werde steif und schreie angesichts des Rausches der Gefühle laut auf. Ich winde mich, immer noch stöhnend, hebe mich verzweifelt diesen letzten Stößen entgegen, die das schaudernde Vergnügen in mir aufrechterhalten. Ich spüre, wie Dominik seinen Rücken durchbeugt und steif wird und sich dann in einem heftigen Orgasmus ergießt. Keuchend liegen wir einander schließlich in den Armen. Dominik ruht schwer, aber beglückend auf meiner Brust, atmet mir heftig ins Ohr. Meine Hände sind nun wieder frei. Ich streiche über seinen glatten Rücken. Dieses Mal finde ich dort keine unerklärlichen Narben, wie ich mit Erleichterung feststelle. Sein Atem wird langsamer, und er dreht sich zu mir und küsst mich, verharrt auf meinen Lippen und vergräbt seinen Mund anschließend in meiner Halsbeuge. Das war sehr schön, Rosa, murmelt er. Danke, Sir. Ich glaube, Sie sind ein höchst vielversprechendes Zimmermädchen. Dankeschön. Ich werde mein Möglichstes tun, um Sie zufriedenzustellen. Sie sind süß. Wir bleiben noch eine Weile eng umschlungen liegen, sagen nichts, schwelgen einfach in der Nähe unserer Körper und dem postkoitalen Glühen auf unserer Haut. Ich spüre, wie die Dynamik zwischen uns von der einer Dienerin und ihrem Herrn zu unserer üblichen Identität zurückkehrt. Wir sind wieder Beth und Dominik. Es brauchte ein Rollenspiel, um uns einander wieder nahe zu bringen, und jetzt sind wir in der Lage, uns neu vereint in den Armen zu liegen. Als Dominik spricht, klingt er ganz normal, ist nicht länger mein Zuchtmeister mit strenger Hand, sondern der geliebte Mann mit der starken, warmen Umarmung und der köstlich duftenden Haut. Musst du irgendwo hin? Du kannst über Nacht bleiben, wenn du willst. Ich habe allerdings einen Termin, genauer gesagt, muss ich sogar sofort los. Ich treffe mich mit einem wichtigen Kunden zum Abendessen. Wann musst du zurück nach London? Ich fahre morgen früh. Bestimmt bekomme ich mühelos eine Fahrkarte. Meine gute Laune verflüchtigt sich ein wenig. Gerade erst sind wir wieder zusammen gekommen, da reden wir schon von Trennung. Wie sehen deine Pläne aus? Ich komme vorerst nicht nach London zurück. Ich werde ungefähr einen Monat lang unterwegs sein, muss mit ungeheuer vielen Leuten Gespräche führen. Und dann? Ich schaue ihm beschwörend in die Augen. Ich weiß es nicht, Beth. Fordere noch nicht so viel von mir. Aber ich weiß, dass er in meinen Augen die Angst lesen kann. Wir haben uns gerade so wundervoll geliebt. Zählt das nichts? Ist unsere Beziehung nicht das Wichtigste auf der Welt? Willst du auf mich warten? Fragt er sanft. Ich muss erst mit allem klarkommen, weißt du. Natürlich kann ich warten. Aber ich habe Angst, dich wieder zu verlieren. Da musst du keine Angst haben. Er küsst mich auf die Nasenspitze. Aber ich habe eine Bedingung, bevor wir wieder ein Paar werden. Ja? Er bedenkt mich mit einem seiner Blicke aus diesen herzzerreißend herrlichen, braunen Augen. Aufrichtig. Intim. Als ob er in meine Seele schauen könnte. Beth, ich will nicht, dass du jemals wieder irgendetwas mit André Dubrovsky zu tun hast. Das hat nichts mit Eifersucht zu tun. Ich mache mir echte Sorgen, wenn du mit ihm zusammen bist. Er hat es nicht gut aufgenommen, dass ich jetzt ein Konkurrent bin. Und wenn er auch nur ahnt, dass wir zwei wieder ein Paar sind, könnte er sich ein paar richtig gemeine Sachen einfallen lassen, um sich an mir zu rächen. Ich halte seinen Blick stand, versuche, meine Gefühle nicht zu zeigen. Oh, Dominik, so einfach ist das nicht. Ich kann André nicht einfach erklären, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Ich habe ihm nicht nur versprochen, weiterhin für ihn tätig zu sein, er hält auch die Zukunft von Marks Karriere in Händen. Begreifst du das, Beth? fragt Dominik. Er nimmt meine Hand und streichelt sie mit seinem Daumen. Es ist für uns beide das Beste, wenn wir diesen Mann aus unserem Leben verbannen. Während ich nicke, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich kann es nicht riskieren, dieses neu erwachte Vertrauen zwischen uns aufs Spiel zu setzen, unsere frisch wiedergefundene Intimität. Gut. Er küsst meine Hand. Ich muss jetzt los. Mach es dir hier gemütlich. Ich komme später zurück. Im Eurostar auf der Fahrt nach London schaue ich auf die französische Landschaft, die vor der Scheibe vorbeifliegt. Ich kühle meine Stirn am Glas. Mein Ausflug war erfolgreicher, als ich mir das hätte erträumen können. Ich bin wund und geschwollen, aber auf gewisse Weise finde ich das herrlich. Ich schlief schon, als Dominik letzte Nacht ins Hotelzimmer zurückkam, aber als wir heute Morgen zusammen im Bett aufwachten, liebte er mich wortlos, presste seine starke Morgenerektion zwischen meine Beine, noch bevor ich wusste, wie mir geschah. Mit seinem Schwanz in mir aufzuwachen, war eine herrliche Art, den Tag anzufangen und zutiefst zufriedenstellend. Dann stand er auf, um zu duschen. Beim Frühstück auf seinem Zimmer war die Atmosphäre zwischen uns seltsam, intim und doch distanziert. Wir kennen einander so gut, und doch war da das Gefühl, als seien wir uns auf irgendeine Weise fremd. Als ich ihn fragte, warum er auf keine meiner Nachrichten geantwortet hatte, schaute er verständnislos. Es dauerte eine Minute, bevor wir herausfanden, dass ich meine SMS- und Mail-Nachrichten an ein altes Handy und einen alten E-Mail-Account geschickt hatte. Als ich Dobrowski verließ, ging alles zurück an die Firma, erläuterte Dominik. Ich habe jetzt ein neues Handy und eine neue Mail-Adresse. Er nannte mir seine Kontaktdaten. Erst jetzt, im Zug auf der Heimfahrt, wird mir klar, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich mit Dominik stehe. Er sagte, dass er nach Montenegro reisen würde, wo er sich mit einem Multimillionär auf dessen Yacht verabredet hatte, und er machte nur vage Angaben, wo er danach sein würde. Irgendwie fühlt es sich daher an, als ob er unsere Beziehung nur dann genießt, wenn wir so tun, als seien wir andere Menschen, dass er aber noch nicht bereit ist, mir ganz zu vertrauen und sein Herz zu schenken. Aber jetzt kennt er zumindest die Wahrheit. Ich habe ihm Zeit gegeben, um über alles nachzudenken. Ich bin sicher, das herrliche Liebesspiel, das wir genossen haben, wird ihn noch eine Weile beschäftigen. Wie könnte er nicht mehr von dieser köstlichen Sache wollen, die wir miteinander tun? Ich erzittere leicht, als ich mich an die Schläge seiner Handfläche auf meinem nackten Hintern erinnere und an die genussvollen Schauder, die das durch meinen ganzen Körper entsandte. Er war sehr süß, als wir uns trennten, küsste mich zärtlich und versprach mir, sich bald zu melden. Aber wie sollen wir zusammen sein, wenn Dominik quer über den Globus reist? Ich vermisse ihn bereits mit einem tiefen, sehnsuchtsvollen Trennungsschmerz. Je weiter der Zug mich von ihm entfernt, desto mehr frage ich mich, wie ich unsere Trennung aushalten soll, wenn kein Ende in Sicht ist. Mir fallen seine Abschiedsworte heute Morgen ein. Vergiss nicht, Beth. Du musst sofort jede Verbindung zu Dobrowski abbrechen. Sag Mark, dass du mit Dobrowski nichts mehr zu tun haben willst. Ich weiß, dass Dominik diese Zusicherung braucht, bevor er sich mir wieder völlig hingeben kann. Aber wie nur soll ich das tun, ohne dadurch Mark zu zerstören? Zur Mittagszeit bin ich wieder in London. Es erscheint mir unwirklich, dass ich gestern um diese Zeit noch keine Ahnung hatte, wo Dominik steckt. Jetzt spüre ich den Druck seiner Lippen auf meinem Mund und merke, wie steif meine Glieder nach all seinen köstlichen Stößen und Griffen sind. Ich versuche, die Stimme in meinem Hinterkopf zum Schweigen zu bringen, die mich fragt, wo genau Dominik und ich mit unserer Beziehung stehen und wie ich es schaffen soll, André aus meinem Leben zu verbannen. Nach meiner ungeplanten Abwesenheit muss ich erst einmal an meine Arbeit denken. Von St. Pancras fahren wir nach Hause und ich ziehe mich um, dann gehe ich zu Marks Haus. Als ich ankomme, ist es schon mitten am Nachmittag und Caroline will gerade die Tür zuziehen. Oh, hallo, Beth, sagt sie und zieht ihre Lederhandschuhe an. Ich mache mich eben auf den Weg zu Mark. Ach ja? Darf ich mitkommen? Ich möchte ihn zu gern sehen. Sie schaut mich einen Moment lang an. Warum nicht? Ich bin sicher, sie werden ihn aufheitern und ich würde mich über etwas Gesellschaft freuen. Ganz egal, wie gut ausgestattet ein Krankenhaus ist. Es hat doch immer etwas Deprimierendes an sich, nicht wahr? Sie streckt den Arm hoch und sofort fädelt sich ein Taxi aus dem Verkehrsfluss und hält vor uns am Gehweg. Zum Princess Charlotte Krankenhaus bitte, sagt sie und öffnet die Wagentür. Wir steigen beide ein und dann geht die Fahrt in Richtung Kensington los. Hatten Sie viel zu tun, Beth, erkundigt sich Caroline und zupft ihren Mantel um ihre voluminöse Figur. Ich nicke. Ich werde Mark darüber erzählen. Ich möchte aber nicht, dass er sich Sorgen um die Arbeit macht, wirft sie rasch ein. Er hält sich zwar ganz gut und ist viel fröhlicher als gestern, aber er darf keinen Rückschlag erleiden. Ich verstehe. In diesem Augenblick vibriert mein Handy mit einer eingehenden Textnachricht. Ich ziehe das Handy aus meiner Tasche und sehe nach. Es ist eine SMS von Dominics neuer Nummer. Ich möchte Rosa wiedersehen. Sie hat mich ganz wunderbar gefögelt. Mein Magen schlägt einen Purzelbaum und ich sehe plötzlich wieder Dominics Orgasmus vor meinem inneren Auge. Ich schnappe nach Luft. Alles in Ordnung? fragt Caroline. Doch hoffentlich keine schlimmen Nachrichten. Nein, nein, alles gut, sage ich. Ich texte zurück. Rosa will dich wiedersehen. Sie will gehorchen. Wann kannst du? Die Antwort geht fast umgehend ein. Bald. Sag Rosa, ich bin ein liebevoller Herr und Gebieter, solange sie eine willige und gehorsame Dienerin ist. Beim Lesen kribbelt es in mir vor Erregung. Mir fällt Rosas Strafe von gestern wieder ein und wie Dominics heiße Handfläche meinen Hintern liebkoste und dann in die Feuchtigkeit meines aufnahmebereiten Geschlechtsglitt. Hör auf, tadele ich mich. Du kannst dich nicht aufgeilen, während du neben Caroline in einem Taxi sitzt. Sie bekommt aber augenscheinlich nichts mit, schaut aus dem Fenster, während wir an exklusiven Geschäften vorbeifahren, deren Schaufenster strahlend geschmückt sind. Wir bleiben vor dem Privatkrankenhaus stehen und Caroline bezahlt den Fahrer. Dann gehen wir hinein und sofort umgibt uns der Krankenhausgeruch, diese Mischung aus Desinfektionsmittel und Zitronenaroma, die an sterile Oberflächen und Handcremes denken lässt. Ein riesiger Weihnachtsbaum erstrahlt, reich geschmückt, aber die Fröhlichkeit fühlt sich gezwungen an. An der Empfangstheke zeichnet Caroline für uns beide und führt mich dann zu Marks Zimmer. Ich bin nicht sicher, was ich zu erwarten habe, und als wir durch die Krankenhausflure gehen, bin ich nervös. Das ist nicht die Art von Umgebung, die ich mit Mark in Verbindung bringe. Mark ist so elegant und stilvoll. Wie könnte er in einem Krankenhausbett nicht fehl am Platz wirken? Wir erreichen Marks Stationen und melden uns bei der dortigen Schwester an, die uns anweist, die Hände zu waschen. Sie zeigt uns auch, wie wir die weißen Plastikschürzen über unsere Kleidung anzulegen haben. Caroline geht voraus, klopft an die Tür und öffnet sie. Ich folge ihr hinein. Das Zimmer ist recht freundlich und sogar möbliert, aber die Sessel und das Fernsehgerät können seinen Zweck nicht verbergen. Der Raum wird von einem riesigen Krankenhausbett beherrscht. Rund um das Bett stehen Maschinen mit blinkenden Lichtern und Bildschirmen, ein Tropf, an dem Beutel mit Flüssigkeit hängen. Mark liegt im Bett und wirkt dünn und verloren. Er hat sich aufgerichtet und scheint im Halbschlaf auf einem Nest aus weißen Kissen zu ruhen. Der Tropf geht in seinen Handrücken, wo die Nadel mit einem Pflaster befestigt ist. Um Marks Hals ist ein dicker Verband geschlungen und sein Mund scheint geschwollen. Als wir hereinkommen, öffnet er flackernd die Augen und lächelt schwach. Ich bin entsetzt, wie krank und schwach er wirkt, wie eingefallen und müde. Hallo, alter Junge, sagt Caroline, eilt ans Bett und küsst ihn auf die Wange. Wie geht es dir? Beth ist heute mitgekommen, um Hallo zu sagen. Sie vermisst dich, das arme Ding. Ich trete einen Schritt vor und lächle. Hallo, Mark. Wie geht es Ihnen? Caroline meinte, die Operation sei ein Erfolg gewesen. Er nickt und sagt, reden fett schwer. Aber es kommt so stockend und verzerrt heraus, dass ich ihn kaum verstehe. Ist die Zunge immer noch so geschwollen? fragt Caroline und setzt sich auf den Stuhl neben dem Bett. Mark nickt erneut. Tut es weh? Er nickt heftiger. Dann zeigt er mit dem Kopf auf den Tropf und sagt, Morphium ist toll. Was ich perfekt verstehe. Wir müssen alle lachen. Er schaut zu mir und lächelt, mehr mit den Augen als mit dem Mund. Alles okay, fragt er mit dieser neuen, seltsamen Stimme. Offenbar verwendet er so wenig Wörter wie möglich, was merkwürdig ist. Normalerweise hätte Mark sich anders ausgedrückt. Ja, bestens. Ich lächle erneut, versuche ihm zu vermitteln, dass er sich keine Gedanken machen muss. Er sagt etwas Unverständliches und muss es zweimal wiederholen, bevor ich es verstehe. St. Petersburg. Oh ja, die Reise. Ich habe das Gefühl, als habe diese Reise in einem anderen Leben stattgefunden und nicht erst vor zwei Tagen. Ich schenke Mark ein Lächeln, während ich mir fieberhaft überlege, was ich sagen soll. Ich wollte absolut ehrlich zu ihm sein und ihm sagen, dass das Gemälde als Fälschung deklariert wurde, aber jetzt, da ich sehe, wie krank er ist, weiß ich nicht, ob ich das tun kann. Ihm wird sofort klar sein, was das bedeutet. Gleichgültig, wie diese Nachricht bekannt gegeben wird. Sein Ruf wird Schaden erleiden, weil André damit aller Welt mitteilt, dass Mark der Mann war, der dem falschen Fra Angelico eine Echtheitsbescheinigung ausgestellt hatte. Ich bringe es nicht über mich. Nicht, während Mark hilflos im Krankenhausbett liegt. Das Gemälde, fragt er. Ich nicke, lächle immer noch und hoffe, dass ich glaubwürdig reinschaue. Ja, ich habe es gesehen. Sie haben noch kein abschließendes Urteil gefällt, aber es sieht gut aus. Reicht das, um Mark für den Moment zu beruhigen? Er nickt und entspannt sich in seine Kissen, wirkt erfreut. Das ist jetzt aber genug über die Arbeit, schimpft Caroline und bedeutet mir, mich zu setzen. Lasst uns über etwas anderes reden. Beth, werden Sie an Weihnachten nach Hause fahren? Nicht einmal eine Stunde später verlassen wir Marks Zimmer. Er hat sich über unseren Besuch gefreut, aber als wir gehen, ist er sichtlich erschöpft. Ich bin besorgt. Es wird lange dauern, bis Mark wieder auf die Beine kommt. Wie um alles in der Welt soll ich die Wahrheit vor ihm verbergen? Und sollte ich das überhaupt? Der Tag ist nun beinahe vorüber und ich glaube nicht, dass es noch Sinn macht, nach Belgravia zu fahren. Ich sollte nach Hause zu Laura, die mir regelmäßig Textnachrichten geschickt hat, um sicherzugehen, dass ich gut aus Paris zurückgekommen bin. Als wir durch die Krankenhauslobby gehen, taucht eine E-Mail auf dem Display meines Handys auf. Sie kommt von James, meinem Freund und ehemaligen Arbeitgeber. Hilfe, ich bin auf einer Party im Travelers mit lauter Arbeitskollegen von Erland. Kenne hier niemand. Kommen Sie und trinken Sie Glühwein mit mir und retten Sie mich, wenn Sie können. Hervorragend. Genau das werde ich tun. James wird mir einen Rat geben, da bin ich sicher. Ungefähr 20 Minuten später komme ich im Travelers Club auf der Palmel an, nachdem ich im Taxi etwas Lippenstift aufgelegt habe. Ich bin nicht gerade passend für eine Weihnachtsparty angezogen, aber egal. Ich will ja niemand beeindrucken. Der Portier weiß bereits, dass ich als Gast von James komme, also weist er mich auf den Weg zur Bibliothek im Travelers. Der Raum ist bereits voller Menschen. Es ist ein altmodischer Herrenclub und das Verhältnis von Männern zu Frauen ist 10 zu 1, was sich meiner Meinung nach aus der Tatsache erklärt, dass Herrenschneider wie Erland nun einmal meistens Männer sind. Ich entdecke James fast sofort, weil er so groß ist und weil er ganz allein vor einer der Gipsfiguren steht, die sich an der Wand rund um den Raum ziehen. Ich gehe zu ihm, stelle mich neben ihn und schaue ebenfalls zu den klassischen Figuren, die in weiß vor dem rot-gelben Hintergrund stehen. Sehr beeindruckend. Fast wie die Elgin Marbles im British Museum, sage ich. James, mein erster Arbeitgeber in London und mein väterlicher Berater in allen Dingen, schaut zu mir herunter. Beth! Ein Lächeln zieht sich über sein Gesicht. Hurra, Sie sind da! Er pflanzt je einen Kuss auf meine Wangen. Wie herrlich! Und ja, bei diesen herrlichen Figuren handelt es sich um Kopien der Elgin Marbles aus dem Patenon. Wenn es nach den Griechen geht, ist das vielleicht bald alles, was uns bleibt. Wie geht es Ihnen, meine Süße? Lassen Sie mich Ihnen einen Drink besorgen. Erland amüsiert sich großartig. Er flirtet mit der halben Savile Row. Wir können uns ganz auf uns konzentrieren. Einen Augenblick später halte ich einen Becher mit warmem Wein, der kräftig nach Zimt, Nelken und Orangen riecht in der Hand, und berichtet James von den jüngsten Entwicklungen. Es ist eine Erleichterung mir, alles, was in St. Petersburg geschah, endlich von der Seele reden zu können. James begreift sofort, was das für Auswirkungen hat. Ach, herrje, sagt er mit ernster Stimme. Der arme Mark. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich hab's ihm noch gar nicht sagen können, weil er doch so krank ist. Das ist das Letzte, was er jetzt hören sollte. James nickt betroffen. Natürlich. Aber irgendwann wird er es erfahren müssen. Muss er das wirklich? Ich weiß, es klingt nach Verzweiflung, aber vielleicht kann ich Dubrovski davon überzeugen, es für sich zu behalten. Für alle Zeit? James schüttelt den Kopf. Ich wüsste nicht, wie das möglich sein sollte. Außer, sie hätten wirklich außergewöhnliche Überzeugungskräfte. Er betrachtet mich interessiert, schaut über den Rand seiner kleinen, goldgerahmten Brillengläser. Haben Sie eine solche Macht über André Dubrovski? Soll das heißen, unser Freund Dominic ist Geschichte? Natürlich nicht, erkläre ich empört. Nach einem kurzen Moment seufze ich. Oh, James, es ist alles so kompliziert. Daran zweifle ich nicht. Als ich sie das letzte Mal sah, waren sie fest davon überzeugt, dass Dominic mit diesem Luder Anna schläft. Hat sich das mittlerweile geklärt? Ich nicke. Sie hat mich und Dominic nur manipuliert und versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Eins ist mir allerdings noch rätselhaft. Ich habe immer noch keine Ahnung, woher sie so viel über Dominic und mich wusste, über die Details unserer Beziehung. Dominic hat geschworen, dass er ihr nichts gesagt hat, und ich glaube ihm. Aber ich konnte noch etwas anderes aufklären. Anna hat mich in jener Nacht in den Katakomben unter Drogen gesetzt, und ich hatte keinen Sex mit André. Da bin ich mir jetzt sicher. Was für eine Erleichterung. James lächelt. Ich bin froh, dass sich wenigstens eine Sache geklärt hat. Bei Ihnen ist es im Allgemeinen immer andersherum. Stimmt, räume ich zügernd ein. Allerdings hat mir André zu verstehen gegeben, dass er immer noch an mir interessiert ist. Er will, dass ich Dominic vergesse und mit ihm zusammen bin. Viele junge Frauen würden diese Chance mit beiden Händen ergreifen, meint James. Er sieht gut aus und ist immens reich. Daran liegt mir nichts, erwidere ich. Ich liebe Dominic, und nur darauf kommt es an. Das wissen sie. James schenkt mir ein Lächeln. Ich weiß. Sie könnten ebenso wenig mit André Dubrovsky zusammen sein wie mit mir. Sie sind eine wahre Romantikerin, nicht wahr? Entweder die wahre Liebe oder gar nichts. Absolut richtig. Die wahre Liebe oder gar nichts. Ich erwidere sein Lächeln. Und wo befindet sich der göttliche Dominic gerade? Er ist beruflich im Ausland. Es wird nicht einfach sein. Aber ich bin sicher, wir finden eine Möglichkeit, wie wir zusammen sein können. Ganz bestimmt, versichert James tröstend. Sie beide werden immer einen Weg finden. Ich nippe an meinem Glühwein. Es ist nicht ganz so einfach, wie ich es habe klingen lassen, aber ich hoffe, dass es das bald sein wird. Wenn Dominic und ich dieses Mal zusammenkommen, wird es nichts mehr geben, was uns noch trennen könnte. In dieser Nacht schlafe ich so tief und fest, dass ich nicht einmal träume. Ich wache vom Klingeln des Weckers auf und habe das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein. Die Aufregungen der letzten Tage haben mich sichtlich eingeholt. Nachdem ich geduscht und mich angezogen habe, gehe ich zu Laura in die Küche. Unser Frühstück nehmen wir normalerweise im Stehen ein, gegen die Theke gelehnt, während wir Neuigkeiten austauschen. Laura sieht besonders fröhlich und putzmunter aus, während sie ihr Müsli löffelt. Hallo, du Königin der Spontanität. Schön, dich mal wiederzusehen. Hast du vor, heute im Land zu bleiben oder planst du eine Spritztour nach Florenz? Oder flitzt du heute Abend mal eben nach Wien? Ich muss lachen, während ich mir ebenfalls Müsli in eine Schüssel schütte. Nein, heute nicht. Vielleicht nächste Woche. Mal sehen. Ehrlich gesagt bist du nicht die Einzige, die sich zu Reiseplänen aufraffen kann. Laura nickt aufgeregt in Richtung eines Umschlags mit meinem Namen darauf, der gegen den Toaster gelehnt ist. Mach ihn auf! Ich nehme den Umschlag prüfend zur Hand und erkenne Lauras Handschrift. Ich reiße ihn auf und finde darin eine Weihnachtskarte. Oh, wie nett, Laura, danke, sage ich überrascht. Normalerweise schenken wir uns keine Karten. Mach sie auf, verlangt Laura ungeduldig. Ich schlage die Karte auf und es fällt ein Blatt Papier heraus. Ich hebe es auf und falte es auseinander. Es ist ein Ausdruck von einer Website. Die Bestätigung für zwei Flüge nach New York. Abflug am kommenden Freitag. Rückreise am Montag darauf. Das ist die Reise, die wir uns versprochen haben. Erinnerst du dich? Laura hüpft vor Vorfreude fast auf und ab. Aber ja. Ich starre den Ausdruck an. Ein Mädelsausflug nach New York. Wie toll. Ich habe gestern beschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen. Mein Schiff hat mich ermahnt, dass ich meine letzten beiden Urlaubstage nehmen muss, sonst verfallen sie. Darum habe ich mich umgeschaut und diese Flüge gefunden. Du wirst dir doch freinehmen können, oder? Ja, ich bin sicher, das ist kein Problem. Das habe ich mir doch gedacht. Laura strahlt mich breit an. Und? Freust du dich? Ich bin absolut begeistert, sage ich. Ich kann es kaum erwarten. Das ist mein Ernst. Es wird total lustig sein, mit Laura zu verreisen. Warum zögere ich dann trotzdem, London zu verlassen? Ich verdränge diesen Gedanken. Was könnte es Schöneres geben als einen Weihnachtsausflug nach New York? Caroline hat absolut nichts dagegen, dass ich mir kurz vor Weihnachten zwei Tage freinehme. Um ehrlich zu sein, Beth. Ich denke nicht, dass Sie vor Silvester noch sehr viel zu tun haben werden. Mark hat immer gesagt, das sei die ruhigste Zeit des Jahres, außer jemand beschließt, etwas wirklich Unglaubliches als Weihnachtsgeschenk zu erwerben. Ergreifen Sie die Gelegenheit und amüsieren Sie sich. Ich denke, dass es erst im Januar wieder geschäftiger zugehen wird. Soweit ich es übersehe, hat sie recht. Im Büro scheint mir alles einen Gang zurückgefahren. Vielleicht wissen die Leute, dass Mark krank ist, oder vielleicht geht es auf dem Kunstmarkt der Zeit generell ruhiger zu. Aber da es so wenig zu tun gibt, kann ich endlich die lästigen Büroarbeiten auf den neuesten Stand bringen. Wenn das so weitergeht, kann ich vielleicht auch früher zu meinen Eltern fahren, sobald wir von unserer Reise zurück sind. Ich frage mich, wie lange Mark im Krankenhaus bleiben muss und ob er mich während seiner Genesungsphase im Haus haben will. Ich muss Caroline fragen und mit ihr besprechen, wie wir am besten vorgehen sollen. In diesem Moment blinkt mein Computer, weil eine E-Mail im Posteingang gelandet ist. Ich sehe, dass sie von André stammt, und ein Anflug von Sorge lässt meinen Magen zusammenkrampfen. Ich wusste, dass er sich über kurz oder lang wieder bei mir melden würde. Seine letzten Worte lauteten, dass ich einen Job für ihn erledigen solle, und es bestand nicht die geringste Hoffnung, dass er mich einfach aus seinem Leben verschwinden lassen würde, nicht nach dem, was er im Flugzeug gesagt hatte. Ich weiß, ich habe vor mir selbst so getan, als könnte ich mit André Dubrovsky umgehen und ihn gegebenenfalls so mühelos abschütteln, wie es Dominik offenbar für möglich hält, aber in Wirklichkeit bin ich mehr mit ihm verstrickt denn je. Wegen Mark. Ich klicke die Mail an und öffne sie. Beth, ich brauche Sie heute Abend. Kommen Sie um 19 Uhr ins Albany für ein wichtiges Meeting. A. Wie immer macht mich sein Ton wütend. Kein Bitte oder Danke oder sonstige gesellschaftlich übliche Nettigkeiten. André ist offenbar selbst zu grundlegender Höflichkeit unfähig. Er scheint immer noch anzunehmen, ich stünde ihm rund um die Uhr zur Verfügung. Das Problem ist nur, das tue ich auch. Er hat mich genau da, wo er mich haben will. Ich antworte umgehend, dass ich pünktlich dort sein werde. Gut, dass ich noch keine anderen Pläne habe. Piccadilly hat etwas besonders Weihnachtliches an sich. Vielleicht liegt es an den altmodischen Gebäuden, den grandiosen Prachtbauten, in denen sich jetzt Geschäfte und Galerien befinden. Vielleicht sind es die hell erleuchteten Arkaden mit den verführerischen Schaufenstern voller Juwelen, Silberwaren und Leder. Vermutlich sind es die Wahrzeichen wie das Ritz, das üppig dekoriert wurde und strahlend hell leuchtet. Die Royal Academy und die hellblaue Fassade von Fortnum & Mason mit den Weihnachtsbäumen und den funkelnden Schaufenstern voll mit edlen Speisen und Getränken. Woran immer es liegen mag, es lässt sich nur schwer ignorieren, vor allem in der eisigen Dunkelheit eines Winterabends. Dort befindet sich das Albany-Haus, etwas zurückgesetzt von der Hauptstraße mit einem eigenen Privatparkplatz direkt davor. Tausende Menschen laufen wahrscheinlich jeden Tag daran vorbei, ohne zu wissen, dass hinter der klassischen Fassade Dutzende luxuriöser Wohnungen liegen, in denen Dichter, Politiker und Filmstars gelebt haben. Hier hat André seine Zelte in London aufgeschlagen, mitten im glamourösen Herzen von Mayfair, in einer typisch britischen Institution. Hinter diesen Mauern findet sich Privatsphäre, zweifelsohne der Grund, warum er sich für das Albany entschieden hat. Wer hier nicht hingehört, kommt nicht hinein. Ein Portier bewacht den Haupteingang, und eine Kamera ist auf die Hintertür gerichtet, die sich nur mit einer kodierten Karte öffnen lässt. Bestimmt fühlt André sich in dieser Bastion der Privilegierten sicher und anonym. Der Portier erkennt mich, als ich eintrete, und begrüßt mich freundlich mit »Guten Abend, gnädige Frau«, während ich an seiner winzigen Loge vorbeigehe. Vor gar nicht langer Zeit war ich täglich hier, um Andrés Kunstsammlung zu sichten und die Hängung der Werke in seiner Wohnung zu konzipieren. Es fühlt sich an, als sei das in einem anderen Leben gewesen. Ich gehe durch den Innenhof zu Andrés Wohnung und frage mich, was ich für ihn tun soll. Mir ist etwas beklommen zumute, weil mir klar ist, dass er nicht nur die Kontrolle über mich hat, sondern das auch weiß. Er gehört nicht zu den Männern, die sich scheuen, sich das zu nehmen, was sie wollen, egal mit welchen Mitteln. Ich kann nur hoffen, dass ich die Kraft besitze, ihm entgegenzutreten. Wenn ich von ihm loskomme, dann habe ich das letzte Hindernis beseitigt, das mich davon abhält, mit Dominik zusammen zu sein. Ich klopfe an die Wohnungstür, schlage mit dem großen, fischförmigen Messingklopfer zu. Die Tür wird sofort von Andrés Leibwächter geöffnet, der mich hereinbittet. Ich kann Stimmengemurmel aus dem Salon hören und sehe auf die Uhr. Es ist noch nicht 19 Uhr. Worum es bei diesem wichtigen Meeting auch gehen mag, es hat offenbar schon begonnen. Der Leibwächter, stumm wie immer, führt mich zum Salon, öffnet die Tür und bedeutet mir hineinzugehen. Ich sehe mehrere Männer auf den Sofas. André sitzt auf einem Sessel ihnen gegenüber. Er steht auf, als ich eintrete. Ah, Beth. Sie sind da. Gut. Er schaut zu den Männern. Meine Herren, Sie erinnern sich an Beth? Sie war bei unserem Besuch im Kloster dabei, als wir den Fra Angelico das erste Mal sahen. Ich schaue mir die Männer genauer an und mir wird klar, dass ich zwei von ihnen kenne. Einer ist der Abt des Klosters, der nun einen Anzug trägt und ohne sein Habit ganz anders aussieht. Der andere ist einer der Mönche, an die ich mich erinnere. Die anderen beiden erkenne ich nicht, aber einer von ihnen schaut mich aus dunklen Augen seltsam an. Ich mustere ihn rasch, aber sein Gesicht sagt mir nichts. Kommen Sie, Beth. Setzen Sie sich. Ich wollte Sie dabei haben, weil diese Angelegenheit natürlich Mark und somit auch Sie betrifft. Mark kann ja leider nicht teilnehmen. Darum wird Beth ihn vertreten. André zeigt auf einen Stuhl. Ich setze mich und überlege, was von mir erwartet wird. André fährt fort. Als erstes steht wohl fest, dass wir das alles ohne großes Aufsehen regeln wollen. Nicht wahr, Beth? Ich nicke. Es hat keinen Sinn, Reputationen zu zerstören oder den Vorwurf von Betrug oder verbrecherischen Machenschaften zu heben. Der Abt ist ebenso entsetzt und schockiert wie ich, dass das Gemälde als Fälschung eingeschuft wurde. Ich schaue zum Abt, aber er scheint mir weder besonders entsetzt noch schockiert. Eigentlich sieht er regelrecht glücklich aus, während er zustimmend nickt. Daher haben wir beschlossen, einen Austausch durchzuführen. Das Kloster gibt mir mein Geld zurück und ich händige das Gemälde aus, mit dem man dort nach Belieben verfahren kann, unter der Voraussetzung, dass nicht versucht wird, es als echten Fra Angelico zu veräußern. Ich verstehe. Ich sehe mir die Männer erneut an. Der Mann mit den dunklen Augen betrachtet mich immer noch auf so seltsame Weise. Das klingt einleuchtend. Ich bin froh, dass sie so problemlos zu einer Einigung gelangt sind. Ich bin wirklich froh. Das ist definitiv die beste Lösung. Wenn das Gemälde ohne Aufhebens zurückgegeben wird, dann bleibt Marks Ruf womöglich unangetastet. Wir könnten sogar eine Art Statement herausgeben, in dem Mark die Autorisierung des Gemäldes widerruft, was die ihrem Etage anschließend bestätigt. Ich hege plötzlich wieder freundliche Gefühle André gegenüber. Das hat er sich wirklich gut ausgedacht. Er besitzt eben doch eine warmeherzige Seite, wie ich sie im Waisenhaus gesehen habe. Er hatte ein gutes Herz. Aber ich verstehe nicht ganz, warum ich an dieser Besprechung teilnehmen musste. Es war doch schon vor meinem Eintreffen beschlossene Sache. Was soll ich dann hier? Plötzlich sieht André mich an. Beth, ich möchte, dass Sie die Rückzahlung der Kaufsomme organisieren. Ich? Das kommt jetzt überraschend. Ich bin die Assistentin eines Kunsthändlers, keine Bankerin. André nickt bedächtig. Ja. Hat Mark Ihnen das nicht gesagt? Er kümmert sich bei all meinen Käufen um das Finanzielle. Er geht aus der eigenen Kasse in Vorlage und ich erstatte ihm anschließend den Betrag. Ich möchte, dass es hier umgekehrt auch so abläuft. Die Berater des Abtes werden die Einzelheiten mit Ihnen besprechen. Das Geld geht erst an Mark und dann auf mein Konto. Ich verstehe. Mir erscheint das ziemlich sinnlos, aber André und Mark werden schon ihre Gründe dafür haben. Wenn es immer auf diese Weise geschieht, dann erfolgt es offenbar in Übereinstimmung mit Marks Wünschen. André steht auf, lächelt ziemlich unterkühlt. Gut, ich muss Sie jetzt kurz allein lassen und einen Anruf tätigen. Beth, vielleicht könnten Sie Bruder Gregor Ihre Kontaktdaten mitteilen? Nachdem André den Raum verlassen hat, kommt einer der Mönche auf mich zu. Es ist aber nicht der mit dem stechenden Blick. Der beobachtet mich weiter, während ich mit Bruder Gregor das genaue Vorgehen abkläre und wir unsere E-Mail-Adressen austauschen, damit wir die Zahlung online einleiten können. Während wir uns noch besprechen, kommt er herüber und stellt sich direkt neben mich, wartet sichtlich auf eine Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Als Bruder Gregor zum Abt geht, tritt der andere Mann noch näher. Miss, ich muss mit Ihnen reden. Ich möchte wissen, ob Sie Neuigkeiten haben. Neuigkeiten? Seine tiefe, leise Stimme übt eine seltsame Wirkung auf mich aus. Sie klingt vertraut. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Neuigkeiten von Dominic Stone. Er war jetzt schon länger nicht mehr im Kloster. Meine Eingeweide ziehen sich zusammen, als er Dominics Namen nennt. Nein, stammle ich. Er wird auch nicht mehr kommen. Er arbeitet nicht mehr für Mr. Dubrovsky. Das Gesicht des Mönchs fällt in sich zusammen. Dann bedeutet das, dass Miss Anna... Anna? Wiederhole ich, erstaunt ihren Namen aus dem Mund des Mönches zu hören. Als James Anna gestern Abend erwähnte, fragte ich mich, was sie wohl derzeit machte, nachdem sie die Stelle bei André so rasch hatte verlassen müssen. Es nagt immer noch an mir, dass ich nicht weiß, woher sie von Dominics Selbstgeißelung wusste oder wie sie die Geheimnisse aus unserem Leben in Erfahrung bringen konnte. Aber solange sie sich von Dominic und mir fernhält, kann ich damit leben. Wird Miss Anna wiederkommen? fragt der Mönch drängend. Ich sehe ihr wunderschönes Gesicht vor meinem inneren Auge. Die glatte Haut und die grünen Katzenaugen, die aufgeworfenen Lippen und das glänzende schwarze Haar. Offenbar ist der Mönch enttäuscht, dass er seinen Blick so lange nicht mehr an ihr weiden konnte. Annas schwelende Sexualität verursachte in einem Haus voller zölibatär lebender Männer zweifelsohne seismische Wellen. Ich fürchte, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber nicht. Ich sehe, wie sich Enttäuschung und Resignation in seinem Gesicht ausbreiten. Es tut mir leid. Er geht wieder zu seinem Sitzplatz zurück und plötzlich taucht verschwommen eine Erinnerung auf. Es ist nicht das Gesicht, da bin ich sicher. Ich habe es noch nie zuvor gesehen. Es ist die Stimme. Ich habe sie schon einmal gehört. Nur wann? Und dann fällt es mir ein. Ich höre, wie er in der Dunkelheit zu mir spricht. Das ist es. Er ist der Mönch, der mich in jener Nacht im Kloster zu Dominik führte. Ist er derjenige, der Dominik beibrachte, sich mit einem geknoteten Seil selbst zu geißeln, um sich von seinem niederen Verlangen zu befreien? Das kann ich ihn kaum hier vor den anderen fragen. Aber ich bin sicher, es ist der Mann, der mich damals durch das dunkle Kloster führte und mich zu Dominik brachte. Wie lautete doch gleich sein Name? Ich höre in meiner Erinnerung Dominiks amüsierte Stimme. Hat Bruder Giovanni dich erschreckt? Ja, das hatte er. Mit seinem Kapuzengesicht und der Laterne, wie eine Kreatur aus einem Horrorfilm. Das Kloster war definitiv ein seltsamer Ort. Ich fand es auch merkwürdig, dass sie nicht nur einen Fra Angelico hatten, den sie an André verkaufen konnten, sondern dass André's rechte und linke Hand, Dominik und Anna, beide dort untergebracht waren, um André's großen Deal vorzubereiten. Das Meeting scheint vorbei zu sein. Ich frage mich, ob ich jetzt gehen kann oder ob ich warten muss, bis André zurückkommt. In diesem Moment piept mein Handy. Ich ziehe es aus meiner Tasche und lese die Nachricht. Rosas Herr und Meister möchte sie heute Nacht sehen. Ich schnappe nach Luft. Dominik, wie meint er das? Ist er hier in London? Rasch schicke ich eine Antwort. Wo? Die Antwort trifft binnen Sekunden ein. Im Boudoir um 20 Uhr. Ich schaue auf die Uhr. Es ist schon nach halb acht. Von hier aus bin ich rasch im Boudoir, falls ich sofort aufbreche. Eine weitere SMS geht ein. Wo bist du? Oh Gott, das will ich nicht beantworten. Wenn ich schreibe, dass ich im Albany bin, dann weiß er sofort, dass ich mich bei André aufhalte und diesem Problem will ich mich jetzt noch nicht stellen. Nicht weit weg. Ich kann bald bei dir sein. In diesem Augenblick betritt André wieder den Raum und ich stecke mein Handy rasch weg. Er unterhält sich mit dem Abt, dankt ihm offenbar und leitet den Abschied ein, denn gleich darauf bringt der Leibwächter die Mönche zur Tür. Als wir allein sind, dreht sich André zu mir und lächelt. Ich bin froh, dass wir das ohne große Probleme lösen konnten. Sie nicht auch? Ja, versichere ich ihm aufrichtig. Ich danke Ihnen, dass Sie das möglich gemacht haben. Es liegt auch in meinem Interesse. Lassen Sie mich wissen, wenn der Geldtransfer abgeschlossen ist, ja? Ich nicke. Ich will hier unbedingt weg und zum Boudoir, aber ich möchte nicht, dass André meine Ungeduld mitbekommt. Wie geht es, Mac? André geht zum Barschrank und öffnet ihn. Er schenkt Wodka in zwei Kristallgläser und gibt Eiswürfel aus einem silbernen Eiskübel hinzu sowie zwei Zitronenscheiben. Er reicht mir ein Glas, obwohl ich nicht darum gebeten habe. Es geht ihm so gut, wie man es unter den Umständen erwarten kann, erwidere ich. Ich weiß nicht, wann er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Er ist immer noch sehr geschwächt, aber demnächst muss er mit der Strahlentherapie beginnen. André nickt und nimmt einen Schluck Wodka. Er starrt mich unter gesenkten Lidern an. Ich spüre, wie meine Unruhe zunimmt. Dominic ist in London. Ich weiß nicht, warum oder wann er angekommen ist, aber er ist definitiv hier. Und gegen meinen inneren Drang, bei ihm zu sein, kann ich nicht ankämpfen. Alles in Ordnung, Beth, will André wissen. Sie scheinen mir ein wenig nervös. Es geht mir gut, wirklich. Ich hoffe, wir können die Sache mit dem Fra Angelico jetzt hinter uns lassen. Ich habe einige Ideen für unsere nächste Zusammenarbeit. Sie haben in meiner Londoner Wohnung hervorragendes geleistet. Ich bin sehr zufrieden damit. Er schenkt mir ein Lächeln. Ich erwidere das Lächeln, auch wenn ich weiß, dass es schwach ausfällt. Ich kann an nichts anderes denken als daran, dass nicht weit von hier Dominic auf mich wartet, beziehungsweise auf Rosa. Es ist mir unerträglich, nicht sofort aufbrechen zu können. Darum, er schwenkt den Wodka in seinem Glas, die Eiswürfel klirren, möchte ich, dass sie für meine Wohnung in Manhattan dasselbe machen. Meine Inneneinrichter haben ihre Arbeit erst vor kurzem beendet, und ich wünsche, dass sie es in Augenschein nehmen. Er strahlt mich an, schätzt meine Reaktion ein. Was halten Sie davon? Reizt Sie die Vorstellung, ein paar Wochen in New York zu verbringen? Ich versuche, die Neuigkeit zu verdauen. Ein paar Wochen in New York? Das ist echt abgefahren. Bevor ich noch darüber nachdenken kann, platzt es aus mir heraus. Ich fliege nächste Woche dorthin. André hebt eine Augenbraue. Ach ja? Was für ein Zufall. Ein Wochenendausflug mit meiner Mitbewohnerin. Eine Mädchensache. Er wirkt amüsiert. Shoppen und Cocktails. Das meinen Sie wohl mit Mädchensache. André sieht mich süffisant lächelnd an. Meinen Segen haben Sie. Aber wenn Sie schon dort sind, müssen Sie in meiner Wohnung vorbeischauen. Wenn Sie den Job übernehmen, sollten Sie sofort im neuen Jahr damit anfangen. Falls Sie in meinem Auftrag an einigen Auktionen teilnehmen wollen, können Sie das gern tun. Ich bin bereit, ein umfangreiches Budget zur Verfügung zu stellen, wenn Sie die richtigen Stücke finden. Ich vertraue Ihrem Geschmack. Ich bin sicher, Sie werden nur aussuchen, was mir gefällt. Ich starre ihn an. Oh mein Gott, wie wunderbar. Das ist ein Traumjob. Und es bedeutet, dass er bereit ist, Marc als Kunstsachverständigen zu behalten, trotz der Sache mit dem Fra Angelico. Ich stelle mir vor, wie es sein wird, in New York zu wohnen, in Auktionshäusern mit einem praktisch unbegrenzten Budget einzukaufen und Andrés New Yorker Kunstsammlung zu sichten. Wenn sie auch nur annähernd so aussieht wie die in London, wird sie voller Schätze stecken. Was für eine umwerfende Gelegenheit. Moment. Das kannst du nicht tun. Ich kann nicht länger in Andrés Orbit kreisen. Dominik würde das nicht ertragen. Aber das ist nicht der einzige Grund. André hat klar zum Ausdruck gebracht, dass er mir gegenüber gewisse Absichten hegt. Und dieser Job ist wahrscheinlich Teil seines Planes, mich an Land zu ziehen. Aber ich bin nicht an ihm interessiert. Nicht auf diese Weise. Und gleichgültig, wie großartig der Job auch ist. Wenn ich ihn akzeptiere, akzeptiere ich auch seine Bedingungen und lasse ihn auf einer persönlichen Ebene nahe an mich heran. Ich würde damit andeuten, dass ich mir eine Beziehung mit ihm vorstellen könnte. Na toll. Mein perfekter Job kommt mit einem Haken. Ich öffne den Mund, um ihn abzulehnen, aber irgendetwas hält mich auf. Ich sehe Marc in seinem Krankenhausbett vor mir. So schwach und krank. Ich kann es nicht riskieren, Andrés Gunst zu verlieren, solange Marc noch so geschwächt ist. Sobald er etwas stärker ist, in ein paar Wochen, werde ich mich von André lösen können. Bis dahin muss ich auf Zeit spielen. Das klingt fantastisch, sage ich, und muss das nicht vortäuschen. Der Teil stimmt. Ich schaue mir die Wohnung an, wenn ich in New York bin, und dann sehen wir weiter. Ich muss natürlich mit Marc reden und sicher sein, dass er mich einige Wochen dem Büro fernbleiben lässt. Andrés Laserblick ist auf mich gerichtet, und ich bin sicher, er kann in mir wie in einem Buch lesen. Er fragt sich, warum ich nicht euphorisch auf diese Gelegenheit anspringe und sofort zusage. Nachdem er mich einen Augenblick eingehend betrachtet hat, sagt er, warum sprechen wir nicht beim Abendessen darüber? Ich habe einen Tisch im Caprice reservieren lassen, falls Sie mitkommen wollen. Oh, ich kann nicht. Ich habe Pläne. Pläne? Ich nicke. Ich treffe mich mit einem Freund. Ich verstehe. André geht zum Kamin und lehnt sich dagegen. Dann dreht er sich zu mir um. Ein Freund, wer heute Abend aus Paris gekommen ist. Mein Mund kloppt auf. Ich starre ihn an, sprachlos. Wie zum Teufel weiß er davon? Er fährt fort, als ob er meine Gedanken lesen könnte. Ich sorge stets dafür, dass ich über bestimmte Menschen gut informiert bin, wo sie sind und was sie tun. Ich kann es mir nicht leisten, Leute, die meine Geschäfte bedrohen, nicht im Auge zu behalten. Das verstehen Sie sicher. Er stellt sein Glas auf den Kamin-Sims und kommt auf mich zu. Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, dass er nicht gut für Sie ist. Es ist mein Ernst, Beth. Sie können uns nicht beide in Ihrem Leben haben. Ich sagte Ihnen, Sie müssten eine Wahl treffen, und ich habe Sie so verstanden, dass Sie sich für mich entschieden haben. Er bedenkt mich mit einem unterkühlten Blick. Sie können nicht zwei Herren dienen. Plötzlich sehe ich wieder Dominic vor mir und höre seine Stimme. Sag Rosa, dass ich ein liebevoller Herr und Meister bin, solange sie mir eine willige und gehorsame Dienerin ist. Aber Dominic ist nur im Schlafzimmer, mein Herr und Meister, wenn wir uns dafür entscheiden, dieses Szenario auszuleben. Außerhalb des Schlafzimmers sind wir gleichgestellt. Wohingegen André will, dass ich ihm jeden Aspekt meines Lebens unterordne, und das wird mir niemals möglich sein. Angesichts seiner Arroganz weilt Zorn in mir auf. Du Mistkerl, wie kannst du es wagen, mich zu dieser Entscheidung zu zwingen? Mein Liebesleben geht dich rein gar nichts an, und du hältst mich in völlig falscher Hinsicht für professionell. Dominic will André aus meinem Leben jagen, weil er mich beschützen möchte. André will, dass ich Dominic fallen lasse, damit er mich kontrollieren und manipulieren kann. Ich möchte ihm unmissverständlich sagen, wohin er sich diesen Wunsch decken kann, aber das geht nicht. Noch nicht. Wegen Mark. Ist gut, sage ich leise. Ist gut? André scheint überrascht, wie rasch ich mich ihm unterordne. Er betrachtet mich skeptisch. Dann begleiten Sie mich also zum Abendessen? Nicht heute Abend, erkläre ich mit fester Stimme. Ich muss ihn treffen und es ihm erklären. André's Gesicht wird kalt und hart. Ich wünsche nicht, dass Sie Umgang mit dieser Ratte pflegen. Er ist ein gottverdammter Verräter. Nein, André, du bist der Verräter. Außerdem bist du ein ungeheurer Egoist, der nicht mit Zurückweisungen zurechtkommt, egal in welcher Form, nicht einmal wenn ein loyaler Angestellter erklärt, dass er die Chance ergreifen möchte, es auf eigene Faust zu schaffen. Du kannst die Tatsache nicht akzeptieren, dass ich einem anderen Mann den Vorzug gebe. Das werde ich ihm ausrichten, sage ich. Gefällt Ihnen diese Vorstellung? Er zögert. Dann sagt er, das tut sie, aber es überrascht mich, dass Sie ihn aufgeben wollen, ohne um ihn zu kämpfen. Rasch denke ich nach. Dominic hat mir nie etwas versprochen. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Wann immer es zwischen uns Probleme gibt, verschwindet er. Außerdem ist der nervlich am Ende. Vermutlich hat Anna Ihnen das bereits gesagt. Ich habe versucht, ihn zu erreichen und ihm zu helfen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann keine Beziehung mit jemand führen, der dermaßen instabil ist. Oh mein Gott. Es klingt absolut plausibel. Ich hatte keine Ahnung, dass ich solche Gefühle hege. Tue ich das wirklich? Ist gut, sagt André und wirkt erfreut. Dann sollten Sie Ihre Verabredung wohl besser einhalten. Aber ich behalte Dominic im Auge. Ich habe keine andere Wahl, da er sich gegen mich gestellt hat. Sagen Sie ihm das ruhig, wenn Sie wollen. Er funkelt mich an. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass Sie zu ihm gehen. Ich muss ihn dieses Mal persönlich sehen. Ich halte Andrés Blick stand, ohne zu blinzeln. Sein Mund zuckt ein wenig, als ob er sich ekelt. Nun denn, bringen Sie es hinter sich. Kaum habe ich das Erbe nie verlassen, fange ich an zu rennen, weiche Weihnachtseinkäufern aus, laufe waghalsig über Straßen. Ich will so schnell wie möglich weg von André. Wie konnte es nur geschehen, dass meine Situation noch komplizierter geworden ist? Mich beunruhigt der Gedanke, woher André weiß, dass Dominic wieder im Land ist. Reicht sein Netz der Kontrolle wirklich so weit? Wozu ist er bereit, um die Leute, die ihn interessieren, zu überwachen? In einem Anflug von Angst frage ich mich, ob mir jemand folgt, mich in diesem Moment beobachtet. Ich sehe mich um, aber ich kann nicht erkennen, ob sich mir jemand an die Fersen geheftet hat, während ich durch die Menge und über den Berkeley Square eile. Ich will nur mit Dominic zusammen sein. Mein Handy summt. Ich ziehe es heraus und lese die SMS. Rosa ist zu spät. Sie muss bestraft werden. Dominic will mich auch. Oder will er nur Rosa? Oder sind wir ein und dieselbe Person? Meine Haut kribbelt, während ich mir vorstelle, was mein Herr und Meister im Boudoir mit mir anstellen wird. Für mich zählt nur, dass Dominic Rosa will, und ich beabsichtige, dass er sie auch haben kann. Herein? Die Stimme erklingt sanft aus der Dunkelheit im Flur des Boudoirs. Ich trete in die Schwärze, keuchend von der Eile, die mich hertrieb. Ich kann absolut gar nichts sehen. Aber ich höre, wie Leder auf einer Handfläche klatscht und ziehe meinen heißen Atem ein. Du bist spät. Du hast mich warten lassen. Du weißt, was ich davon halte. Dominics Stimme ist leise und zärtlich, aber durchsetzt von Autorität. Ja, Sir. In mir pocht bereits die Erregung und die verlockende Aussicht, nicht zu wissen, was gleich mit mir geschehen wird. Ich glaube fest, dass mein Herr und Meister mir die Erfahrung der Freuden des Schmerzes und den Schmerz der Freuden ermöglichen will, dass aber letztlich das Entzücken über das, was er mir antut, triumphieren wird. Ich bin nicht länger Beth. Ich bin Rosa, das willige, demütige, unterwürfige Zimmermädchen, das alles erdulden wird, was ihr Herr und Meister ihr angedeihen lässt. Knie dich auf den Boden. Ich lasse mich auf die Knie fallen und senke den Kopf. Zieh deinen Mantel aus. Ich gehorche, streife ihn über meine Schultern und lasse ihn zu Boden gleiten. Ich höre Schritte. Dominic entfernt sich von mir. Dann gibt es ein Schnappen und die Flamme eines Feuerzeugs und eine Kerze wird entzündet. Sie wirft flackernde Schatten an die Wände, aber ich halte meinen Kopf weiterhin gesenkt. Und jetzt zieh dich aus. Ich versuche, so gut es geht, weiterhin zu knien, während ich meine Bluse aufknöpfe und meinen Rock ausziehe, mich aus den Kleidern und den Schuhen gleichzeitig herauswinde. Jetzt trage ich nur noch meinen BH, ein Höschen und meine wollene Winterstrumpfhose. Mein Herr und Meister nähert sich mir. Der niest offenbar den Anblick, wie ich in meiner Unterwäsche auf dem Boden knie, während das weiche, goldene Kerzenlicht über meine Haut tänzelt. Er kommt zu mir und kniet sich neben mich. In der Hand hält er eine Schere. Ich sehe sie im Kerzenlicht funkeln. Er fährt mit der anderen Hand über meinen Nacken, streicht mein Haar zur Seite, lässt seine Hand über meine Schulter und entlang meiner Wirbelsäule wandern. Wunderschöne Rosa, flüstert er. Jetzt gehörst du ganz mir, nicht wahr? Ich nicke. Schau dir deine Brüste an, wie sie den BH ausfüllen. Sie sind so üppig und prachtvoll. Ich will sie sehen. Er nimmt die Schere und presst die Spitze an meinen Brustkorb. Nicht so sehr, dass es schmerzt, aber genug, um mich vor Überraschung nach Luft schnappen zu lassen. Keine Angst, Rosa. Ich tu dir nicht weh. Ich will nur deinen Körper sehen. Er fährt mit der Spitze der Schere sanft über meine Brust bis in meinen Ausschnitt, dann weiter über die andere Brust. Die kitzelnde Spitze hinterlässt eine elektrische Spur auf meiner Haut. Er fährt mit ihr über den Stoff meines Büstenhalters, umkreist meine Brustwarze, die sofort steif wird und sich unter dem weichen Material wölbt. Seh an, sagt er leise. Sie verrät dich, Rosa. Sie zeigt mir, dass dir das hier gefällt. Plötzlich und ohne Vorwarnung durchschneidet er das Körbchen meines Büstenhalters, legt eine Brust frei. Er senkt den Kopf und nimmt meine steife Brustwarze in den Mund, saugt kräftig daran, knabbert an der empfindsamen Spitze. Als er sie freigibt, sagt er, das ist herrlich, einfach köstlich. Ich könnte den ganzen Tag an deinen Brustwarzen knabbern. Sie schmecken nach Honig. Mein Geschlecht wogt vor Erregung, zuckt, während es anschwillt und feucht vor Verlangen wird. Dominik durchtrennt mit der Schere auch das andere Körbchen und lässt dem zweiten Busen dieselbe liebevolle Behandlung durch Zunge und Zähne zukommen. Viel besser, sagt er. Löst sich von mir und starrt auf meine Brüste, deren Brustwarzen nass sind von seinem Speichel. Aber es gibt noch mehr zu tun. Bleib so auf den Knien, Rosa. Ich verharre regungslos, bin mir bewusst, dass ich eine dicke, schwarze Strumpfhose trage. Als ich sie anzog, hatte ich keine Ahnung, dass ich mich mit Dominik treffen würde, sonst hätte ich mich für etwas Erotischeres entschieden. Er beobachtet mich. Ich strecke den Hals vor, lasse den Kopf sinken, die Arme zu beiden Seiten meines Körpers. Mir gefällt deine Unterwäsche, sagt er weich. Sehr passend für dich, Rosa. Nichts Raffiniertes. Aber vielleicht können wir für etwas mehr Zugang sorgen. Er fährt mit der Scherenspitze über meine Hüften. Das Gefühl ist beinahe unerträglich, kitzelnd, quälend. Ich will mich aufbäumen, mich unter der Spitze winden, aber ich versuche, stillzuhalten. Ich weiß, er will es so. Allerdings zittere ich und atme keuchend, während die Schere nach unten in Richtung meines Geschlechts wandert und meinen Schamhügel erreicht. Ein Stöhnen kommt mir über die Lippen. Die Empfindung lässt mich in rollenden, rauschhaften Wellen erbeben. Das Verlangen strömt durch meine Adern wie Lava über einen Abhang, versetzt alles in mir in Feuer. Dominik fährt mit der Scherenspitze in langsam kreisenden Bewegungen über meinen Hintern. Oh Gott, ich hatte keine Ahnung, dass er mir mit einer scharfen Spitze solche Gefühle bescheren kann. Dann lässt er die Klingen mit einem metallischen Geräusch auseinanderfahren, zieht an dem Gummibund meiner Strumpfhose und fängt mit starken, regelmäßigen Bewegungen an zu schneiden. Er durchtrennt die Strumpfhose von der Taille bis zur Hüfte, dreht die Klingen und dann geht es weiter den Oberschenkel entlang. Fast fertig, murmelt er, wiederholt das Ganze auf der anderen Seite und schneidet auch dort die Länge bis zum Oberschenkel entlang. Taille und Zwickel sind nun fort und die Beine der Strumpfhose baumeln oberhalb meiner Knie. Noch nicht ganz fertig, sagt er, und ich spüre, wie er dabei lächelt. Er nimmt die Teile, die er schon abgeschnitten hat, und reißt sie in zwei Streifen. Erst mit dem einen, dann mit dem anderen bindet er die Strumpfhose über den Knien fest, sodass jetzt improvisierte Strumpfbänder meine neuen, schwarzen, wollenden Strümpfe festhalten. Perfekt, sagt er und betrachtet zufrieden sein Werk. Genauso wollte ich es, aber … Er nimmt die Schere wieder zur Hand und zeigt mit der verräterischen, kitzelnden Klinge auf mein weißes Höschen. Da ist noch etwas, das meine Aufmerksamkeit verlangt. Ich spüre, dass die weiße Baumwolle bereits feucht von meinen Säften ist, und ich bin sicher, er kann das sehen. Er stößt mit der Scherenspitze nach vorn. Nicht so sehr, dass es mich verletzt, aber genug, damit ich die Härte an den weichen Lippen unter dem Stoff spüre. Gott, diese angedeutete Schärfe ist unglaublich. Ich kann kaum glauben, wie ich auf die Bewegungen einer Schere reagiere, aber ich muss einfach meine Beine spreizen, damit er mit ihr zwischen mich gleiten kann. Meine Klitt presst sich gegen mein Höschen, als ob sie um Aufmerksamkeit buhlt. Verdammt, ist das aufregend. Er schneidet mir nicht das Höschen vom Leib. Stattdessen zieht er den feuchten Stoff zwischen meinen Beinen nach vorn und schneidet das Stück aus, das er zwischen den Fingern hält. Die Klinge hält er dabei geschickt von meiner Haut fern. Das ist noch nicht genug. Ich kann noch nicht all deine Vorzüge sehen, raunt er und schneidet mit den Scheren noch etwas weiter unten, bis er mein Geschlecht ganz freigelegt hat. Sehr schön, murmelt er und lehnt sich zurück, um mich zu betrachten. Ich fühle mich unglaublich. Aufgrund der Schnitte der Schere hängt das Höschen in Fetzen an mir. Meine Brüste und mein Geschlecht stehen dem Betrachter offen. Meine Strumpfhose sind nur noch zwei dicke schwarze Strümpfe, die mit zerschlissenen Bändern an Ort und Stelle gehalten werden. Aber es fühlt sich an, als sei ich nie erotischer gekleidet gewesen. Angesichts der Kraft meiner Erregung muss ich beinahe erschaudern. Rosa, flüstert er, so schön, so ungehorsam. Du hast mich warten lassen. Du musst lernen, dass du das nicht tun darfst. Er zieht hinter sich ein großes, hartes Kissen hervor. Beug dich darüber. Ich tue wie geheißen, lege meine Arme um das Kissen und es stößt gegen meine Schenkel. Er steht auf und tritt hinter mich. Schieb deinen Hintern hoch, befiehlt er. Ich hebe meinen Po an. Die Schere presst sich wieder gegen meine Hinterbacken und dann schneidet sie mein Höschen auch hinten durch. Ich spüre, wie mein Gesäß nackt vor ihm liegt. Von meinem Höschen ist jetzt nicht mehr viel übrig, das Gummiband und ein paar Fetzen Baumwolle. Es wird Zeit für deine Bestrafung, Rosa. Die erste Berührung ist zart, kitzelt ein wenig, streicht sanft über meinen Hintern. Mir ist klar, dass es eine lange, schmale Haarpeitsche sein muss, die mit meiner Haut spielt. Ich seufze leise. Es ist ein angenehmes, schönes Gefühl. Aber ich weiß, dass noch mehr kommen wird. Und da löst sich der Haarstrang der Peitsche auch schon von mir. Einen Augenblick später knallt er mit einem Zischen auf meinen Hintern. Och, rufe ich aus. Mehr aus Überraschung denn aus Schmerz. Es brennt, aber nicht genug, um wirklich wehzutun. Ein weiterer Schlag landet auf meinem verlängerten Rücken, züngelt über meine Hinterbacken. Der Biss der Peitsche sticht überall, lässt meinen Hintern glühen. Lass mich wissen, ob es wirkt, sagt mein Herr und Meister. Ich hebe meinen Hintern an und erwidere, ich verdiene meine Strafe, Sir. Er lässt die Peitsche erneut beißend auf mich niederknallen, und ich rufe, Aua, Sir, Aua, sie tun ihrer Rosa weh. Weil ich sie liebe, sagt er mit gütiger Stimme. Dennoch muss sie ihre Lektion lernen. Zack. Die Peitsche trifft härter. Einige Haare finden die heiße, kleine Stelle meines Geschlechts. Jetzt schmerzt es schon mehr, aber ich kann nicht anders, als auf den Biss zu reagieren, meinen Rücken unter dem Schlag durchzubiegen. Oh Gott, das erregt mich so unglaublich. Ich möchte mich gegen das Kissen pressen, um das verzweifelte Verlangen zu lindern, das sich zwischen meinen Beinen und in meiner geschwollenen Klitt aufbaut. Jetzt fährt er mit dem Haarstrang wieder über meinen Hintern. Zart und sanft streichen die Haare über meine geröteten Pobacken. Es ist so süß und liebevoll, wie er mit den Haaren eine Acht auf meiner Haut malt. Dann eine Pause und zack, fährt die Peitsche wieder hart auf mich nieder. Ach, stöhne ich, kralle mich fest in das Kissen. Er schlägt erneut zu, und noch einmal. Ich bewege meinen Hintern, als ob ich den Schlägen ausweichen wolle, stöhne. Es schmerzt, aber es ist kein qualvoller Schmerz. Er stimuliert mich, wärmt meine Haut und erregt mein Geschlecht wie nichts anderes. Es kribbelt und pocht vor Erregung und Verlangen. Zehn dieser quälend erregenden Schläge fahren auf mich herab. Unter jedem Schlag schreie ich laut auf, genieße die weichen, kreisrunden Küsse zwischen den beißenden Schlägen, die mich jedes Mal von Neuem noch feuchter und noch sehnsuchtsvoller machen. Es gefällt meinem Herrn und Meister, die Wirkung meiner Bestrafung zu hören. Das weiß ich, also flehe ich ihn an, seinem Zimmermädchen nicht wehzutun. Sie will ihm doch nur zu gefallen sein. Und jedes Mal, wenn er zuschlägt, kreische ich laut auf. Nach dem zehnten Schlag sagt er, du hast deine Strafe brav ertragen. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, dich zu belohnen. Mein Herr und Meister dreht die Peitsche um und presst den dicken Ledergriff gegen den Eingang meines Geschlechts. Ich seufze und stöhne, während er den Griff durch meine Feuchtigkeit zieht, zu meiner Klitt wandern lässt und ihn dann wieder an meine Pforte presst, als ob er mich mit dem harten, dicken Griff ficken wolle. Unwillkürlich spreiz ich meine Beine, um ihm leichteren Zugang zu verschaffen. Ich will etwas in mir spüren, und zwar sofort. Meine Hüften bewegen sich bereits, als würde ich gefögelt, und ich stoße ein leises, kehliges Raunen des Verlangens aus. Der Griff entfernt sich von mir. Ich spüre, wie Dominik näher kommt und höre das Ratschen eines Reißverschlusses. Oh ja, bitte, gib's mir jetzt. Zu meinem großen Entzücken spüre ich gleich darauf seinen geschmeidigen Penis an meiner Öffnung. Er hält nur gerade so lange inne, bis er sicher sein kann, richtig positioniert zu sein. Dann stößt er kraftvoll in mich, erfüllt mich mit der ganzen Länge seines Schwanzes. Ich bin so bereit und feucht und offen, dass er mühelos in mich gleitet und in einer einzigen Bewegung seine komplette Länge in mir vergräbt. Es ist alles, was ich will. Und mehr. Mein Rücken biegt sich durch, als er ins Schwarze trifft, sich zurückzieht und erneut in mich rammt. Das ist genau die Art wildes Vögeln, nach der ich mich durch die Stimulierung durch die Peitsche so gesehnt habe. Er schiebt einen Arm unter meinen Bauch und den anderen unter meine Brüste, damit er mich noch stärker an sich pressen kann, während er mich mit aller Kraft fickt und seine Hüften mit jedem Stoß auf mich klatschen lässt. Dann wandert seine Hand auf meinem Bauch nach unten und seine Finger finden den harten Knubbel meiner Klitt und spielen mit ihm. Ich stöhne laut und bevor ich noch weiß, wie mir geschieht, explodiere ich unter der unglaublichen Kraft meines Orgasmus. Mein Kopf fällt in den Nacken, ich schnappe nach Luft und erschaudere unter der Flutwelle an Empfindungen, die über mich hinweg schwappt. Dominik stößt noch ein halbes Dutzend Mal in mich und zieht sich dann zu meiner Überraschung urplötzlich aus mir heraus. Ich keuche, schwelge immer noch in den Nachwirkungen meines Höhepunkts und frage mich gleichzeitig, was er vorhat. Du bist gekommen, Rosa, sagt er. Du bist sehr schnell gekommen. Bestimmt, weil dir die Schläge so sehr gefallen haben. Aber ich denke, es wartet noch mehr Vergnügen auf dich, bevor ich mir mein eigenes nehme. Ich schaue über meine Schulter und sehe, wie er mich anschaut und dabei lächelt. Ich liege immer noch mit gespreizten Beinen unter ihm, präsentiere ihm meinen nackten Hintern. Einen Augenblick später spüre ich etwas Hartes und Kaltes, das sich gegen meine Schamlippen presst. Was ist das? Ein Dildo? Will er mich wieder mit einem Spielzeugvögel? Früher hat Dominik es sehr genossen, mir mit Sexspielzeug Lust zu bereiten oder hat mir befohlen, extreme Stimulierung zu erdulden, ohne dabei zu kommen. Will er das wieder tun? Du bist sehr artig, murmelt er. Das ist jetzt neu für dich, Rosa. Aber ich will, dass du dich entspannst und es geschehen lässt. Ich verspreche dir, das Ergebnis wird dir gefallen. Er drückt das kurze Objekt in mich, dreht es in mir. Ich bin von meinem Orgasmus so feucht, dass sich dieses Ding mühelos in mir bewegt. Ich habe keine Ahnung, wie er es in mir benutzen will. Es fühlt sich so kurz an, so klein. Dann zieht er das stummelige, kühle Ding aus meiner Öffnung und fährt damit nach hinten. Plötzlich weiß ich, was er damit tun will, und ich hole Tiefluft. Ich bin nicht sicher, ob ich das will. Danach hat es mich nie verlangt. Lass es mich probieren, Rosa, sagt er einschmeichelnd. Wenn es dir nicht gefällt, musst du es nur sagen. Probiere es einmal aus. Soll ich? Es ist so klein, so kurz und scheint so harmlos. Wenn es euer Wunsch ist, Sir, sage ich. Danke. Er klingt ehrlich dankbar, als er den gut eingeölten kleinen Stöpsel an meinen Hintereingang presst. Oh Gott, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht so recht. Dann stößt er vorsichtig zu. Drück dagegen. Dann wird es für dich leichter, murmelt er. Also drücke ich dagegen, fürchte, ich könnte das Falsche tun. Ja, so ist es recht. Du bist entzückend. Ich kann dir gar nicht sagen, was dieser Anblick in mir bewirkt. Es ist kalt und glatt, und ich spüre, dass es leichter in mich gleitet, als ich mir das gedacht habe. Es fühlt sich riesig an, als es in mich dringt, aber es tut überhaupt nicht weh. Na also, es steckt drin. Und jetzt, meine Süße, wirst du noch viel intensivere Gefühle haben. Das verspreche ich. Sein Schwanz drängt wieder gegen meine Vagina, und er schiebt sich in mich, stößt nicht in mein hungriges Geschlecht wie vorhin, sondern gleitet mit herrlicher Langsamkeit in mich, und ich verstehe sofort, warum er das tut. Der kleine Analstöpsel macht meine Vagina enger, während sein Schwanz sich genüsslich gegen das Hindernis in mir presst. Oh, mir entfährt unwillkürlich ein tiefer Seufzer, als er tiefer in mich dringt, mich so herrlich ausfüllt, wie ich nie zuvor ausgefüllt worden bin. Ja, so ist es gut, murmelt er heiser. Das gefällt dir, nicht wahr? Ja, stöne ich. Oh Gott. Sein Penis ist bis in meine tiefsten Tiefen vorgedrungen. Seine Hoden pressen sich gegen mich. Seine Schenkel liegen schwer auf meiner Rückseite. Er bewegt sich in mir, zieht sich ein paar Zentimeter zurück und gleitet dann wieder mühelos nach vorn. Rhythmische Stöße, aber das Gefühl ist unglaublich. Es ist, als ob er mich vollkommen ausfüllt. Sein Schwanz fühlt sich dreimal größer an, während er sich meinem innersten Kern nähert. Wie gut du mich vögelst, keuche ich. Oh, ich weiß nicht, ich kann nicht. Jeder Stoß nach vorn scheint mir den Atem zu rauben, wenn er seine Eichel in die Tiefen meiner Vagina presst. Es ist ein köstliches Vergnügen, das an Schmerz grenzt. Ich keuche schwer und stöhne, während er an Tempo zulegt. Mein Magen wird weich vor Lust und meine Klitoris erwacht wieder zum Leben, zittert unter mir, während sie gegen das harte Kissen gepresst wird. Auch meine Klitschein von der Enge in meinem Hintern beeinflusst zu werden, als ob sie von vorn und von hinten gereizt würde. Dominik keucht jetzt, hächelt beinahe, während sein Penis in mich stößt. Im nächsten Moment packt er mich mit seinen großen Händen an der Taille, zieht mich vom Kissen und legt mich mit dem Rücken auf den Boden, sodass ich vor ihm liege. Meine Brüste ragen aus meinem zerfetzten BH, meine bestrumpften Beine sind weit gespreizt. Er schaut auf mein offenes Geschlecht. Im Kerzenlicht brennen seine Augen vor Verlangen und sein Gesicht ist lustverzerrt. Sein Penis erhebt sich stolz, feucht von meinen Säften. Dann liegt er wieder schwer und wunderbar auf mir. Sein Penis nimmt erneut Besitz von mir, und sein Mund fährt gierig über meine Schultern und meinen Hals und findet dann meine Lippen. Während wir uns fieberhaft und leidenschaftlich küssen, stößt er tief in mich. Seine Hüften bewegen sich in einem hinreißenden Rhythmus, während er seinen Schwanz in meine enge Passage drückt. Wir stöhnen beide, während wir uns küssen, und dann spüre ich, wie es in mir aufkocht, tiefer und intensiver als zuvor. Ein heftiger Orgasmus nimmt von mir Besitz, und ich bin hilflos, als er mich wie ein Tornado erfasst, mich herumwirbelt und eine Salve von lustvollen Blitzen in mir explodieren lässt. Während ich mich diesem intensiven Orgasmus hingebe, presst Dominik mich noch fester an sich, schaukelt sich unter der Kraft seines eigenen Höhepunktes hoch und ergießt sich in mir. Wir kommen gemeinsam. Sobald wir anschließend wieder zu Atem gekommen sind und uns ein wenig erholt haben, zieht Dominik den kleinen silbernen Plack, der mir so viele Empfindungen beschert hat, aus meinem Anus. Wir lachen darüber, dass ich nicht mehr viel Unterwäsche übrig habe. Hol dir etwas aus dem Schlafzimmer, schlägt Dominik vor. Er etwas aus Leder oder die im Schritt offenen Seidensachen, frage ich, und wir kichern. Dominik hat seine Sammlung an Unterwäsche für mich nicht gerade nach praktischen Erwägungen zusammengestellt, aber nachdem ich geduscht habe, finde ich ein Seidenhöschen und einen seidenen BH, die ich anziehen kann. Meine Strumpfhosenstrümpfe tun es noch, solange die improvisierten Strumpfhalter ihren Dienst versehen. Dominik öffnet eine Flasche Wein und wir trinken gekühlten Chablis im Wohnzimmer. Was machst du denn in London? frage ich. Ich dachte, du musst nach Montenegro. Es hat eine Verzögerung von einem Tag gegeben, bevor ich meinen Gesprächspartner treffen kann, also habe ich beschlossen, schnell herzufliegen, um dich zu sehen. Er küsst mich. Oder genauer gesagt, Rosa. Er schenkt mir ein freches Lächeln. Ich bin froh, dass es Rosa gibt. Mit ihrer Hilfe haben wir wieder einen Weg zueinander gefunden. Aber ein wenig fürchte ich auch, sie könnte sich dauerhaft breitmachen. Würde ich damit zurechtkommen? Ich weiß, ich würde alles tun, um mit Dominik zusammen zu sein. Aber letzten Endes möchte ich, dass er mich liebt, keine fiktive Figur. Doch vorerst lasse ich das Thema ruhen. Wir stehen noch ganz am Anfang und ich spüre, wie unsere Beziehung nach der jüngsten Spaltung langsam zu heilen beginnt. Wenn Rosa dem zuträglich ist, soll mir das Recht sein. Ich muss dir etwas sagen, fange ich zögernd an. Hm? Er schaut mich an. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich erzählen soll, aber ich habe beschlossen, dass die Beziehung zwischen Dominik und mir auf Ehrlichkeit aufzubauen hat. Und darum muss ich ihm die Wahrheit sagen. Heute Abend. Ich war bei André. Es ist, als ob eine Jalousie geschlossen würde. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich und sein Blick wird kalt. Ich verstehe. Nein, warte, hör mir zu. Ich muss dir erklären, warum ich immer noch für ihn arbeite. Es ist wegen Marc. Dominik legt den Kopf schräg und wartet auf mehr. Der Fra Angelico hat sich als Fälschung erwiesen. Und André wollte Marc dafür die Schuld geben. Das konnte ich nicht zulassen, Dominik. Marc ist momentan schwer krank. Gott weiß, was es ihm antut, wenn sein Ruf ausgerechnet jetzt zerstört wird. Das Bild ist eine Fälschung? Dominik runzelt die Stirn. André hat Millionen dafür bezahlt. Kein Wunder, dass er sauer ist. Ich nicke. Er ist selbst schuld. Er war scharf darauf und wollte nicht auf eine sachgerechte Überprüfung warten. Dann brauchte er einen Sündenbock und diese Rolle hatte er Marc zugedacht. Ich appellierte an sein besseres Ich und er erklärte sich einverstanden, Marc zu schützen. Unter einer Bedingung. Dominiks Blick wird ungestüm. Lass mich raten. Du bist Teil der Bedingung. Er steht auf und tigert durch den Raum. Mein Gott, sieht er gut aus, wenn er wütend ist. Dieser verdammte Duprowski ist skrupellos. Ihm ist es egal, was es kostet, wenn er nur bekommt, was er will. Beruhige dich. Mich wird er nicht kriegen. Niemals. Aber ich muss noch eine Zeit lang für ihn arbeiten. Nur bis es Marc wieder besser geht. Ich musste dir das erzählen. Ich will, dass zwischen uns jetzt völlige Offenheit herrscht. Keine Geheimnisse mehr. Dominiks Kiefer verspannt sich. Er presst die Lippen aufeinander. Ich merke, wie er gegen seine Wut auf André ankämpft. Bitte, sage ich sanft. Du musst mir glauben. Ich werde nicht zulassen, dass etwas zwischen ihm und mir geschieht. Und ich denke, André ist zu stolz, um die Sache von sich aus weiterzutreiben. Er will, dass ich aus eigenem Antrieb zu ihm komme. Tja, da kann er warten, bis die Hölle einfriert. Das scheint Dominiks eigene Mini-Eiszeit zum Schmelzen zu bringen. Er lächelt zögernd. Siehst du? rufe ich triumphierend. Ich wusste doch, dass du lächeln kannst. Sein Lächeln wird breiter. Ist ja gut. Er setzt sich neben mich auf das Sofa. Es macht mich rasend, dass Dubrovski weiterhin in deiner Nähe sein wird. Aber wenn du musst, dann, tja, dann musst du eben. Danke, sage ich leise. Ich weiß, du willst es eigentlich gar nicht sagen. Und ich bin sehr dankbar, dass du mir vertraust. Übrigens musst auch du auf der Hut sein. Ach ja? Er schaut mich fragend an. Ja. André weiß, dass du in London bist. Das ist ihm entschlüpft, als ich ihm sagte, dass ich mich mit einem Freund treffe. Dominik schaut wieder finster. Das überrascht mich nicht. Kein bisschen, erklärt er. Ich hab dir ja gesagt, wer er ist. Er reagiert extrem, wenn es um etwas geht, was er als Ehrverletzung empfindet. Es ist einfach nur altmodischer, sturköpfiger Stolz. Aber er betrachtet es als eine Art männlichen Vorzug, von seinen Feinden besessen zu sein. Zweifellos lässt er mich beobachten. Er will dir aber nichts Böses tun, oder? Ich bin plötzlich besorgt. Dominik schüttelt den Kopf. Er will mir nicht körperlich schaden, nein. Zumindest im Moment nicht. Aber er will über all meine Bewegungen Bescheid wissen, will herausfinden, ob ich Kontakt zu Leuten aufnehme, die ich durch seine Firma kennengelernt habe. Er vermutet zweifelsohne, dass ich ihm Investoren für mein eigenes Unternehmen abspenstig machen will. Bestimmt stehen seine Anwälte schon Gewehr bei Fuß, falls ich irgendetwas versuchen sollte, was die Bedingungen meines alten Vertrages mit ihm unterläuft. Und? Wirst du ihm Investoren abspenstig machen? Er schaut mich fest an. Ich verfolge das nicht aktiv, aber wenn sie von sich aus auf mich zukommen, tja, das ist etwas anderes. Oh Gott, Dominik, du musst vorsichtig sein. Plötzlich bin ich voller Furcht. Ich will nicht, dass er André verärgert und Vergeltungsmaßnahmen heraufbeschwört. Ich habe keine Angst, meint er lachend. Ich habe das Richtige getan. Und ich werde nicht versuchen, alte Kontakte aktiv anzugehen. Aber meine Kompetenz und mein Wissen werde ich mit aller Kraft für mein Unternehmen einsetzen. Ich bringe das hier zum Erfolg. Darauf habe ich schon immer gewartet. Ich weiß, ich weiß. Er dreht sich um und schaut mir in die Augen. Der Blick aus seinen dunkelbraunen Augen ist aufrichtig. Das sind jetzt absolut entscheidende Wochen für mich. Das weißt du. Darum können wir jetzt auch noch nicht zusammen sein. Ich muss das jetzt durchziehen. Aber sobald ich sehe, dass die Dinge sich so entwickeln, wie ich es anstrebe, komme ich zu dir zurück. Falls du das noch möchtest. Natürlich möchte ich das, flüstere ich. Ohne dich bin ich nicht glücklich. Er streckt die Hand aus und streichelt sanft meine Wange. Ich bin froh, dass wir wieder ein Paar sind. Sind wir das? Frage ich und lege meine Hand auf seine, um sie auf meinem Gesicht festzuhalten. Sind wir wieder ein Paar? Er nickt lächelnd. Ich glaube, wir können gar nicht anders. Keine Geheimnisse mehr, sage ich. Er nickt, beugt sich vor und küsst mich. Absolut keine Geheimnisse mehr. In dieser Nacht schickt mich Dominik in einer Limousine mit Chauffeur nach Hause. Der Fahrer setzt mich irgendwann nach zwei Uhr morgens daheim ab. Nach allem, was in dieser Woche passiert ist, bin ich völlig erschöpft und freue mich auf ein faules Wochenende. Glücklicherweise geht es Laura ebenso und wir verbringen zwei entspannte Tage in unserer Wohnung und schmieden Pläne für unsere Reise nach New York Ende der kommenden Woche. Wir finden ein passendes Hotel im Zentrum von Manhattan und suchen dann nach guten Bars und Restaurants. Wir könnten dort auch all unsere Weihnachtseinkäufe erledigen, schlägt Laura vor. Lass uns nicht zu viel zu schleppen haben, meine ich, vorsichtig wie immer. Und wir sollten uns auch nicht das ganze Wochenende fragen, was wir für andere Leute kaufen könnten. Das ist unser Mädelsausflug, nicht vergessen. Als Kompromiss beschließen wir, ein oder zwei Stunden bei Bloomingdales Geschenke zu kaufen. Ansonsten werden wir nur Dinge tun, die uns Spaß machen. Die restlichen Panikeinkäufe können wir in den paar Tagen vor Weihnachten erledigen, wenn wir wieder in London sind. Hast du Dominik von unserer Reise erzählt? fragt Laura. Ich habe ihr gesagt, dass ich Dominik letzte Nacht getroffen habe und dass es so aussieht, als sei zwischen uns wieder alles in Ordnung. Ja, aber ich habe ihm auch erklärt, dass es ein Mädelsausflug ist, damit er nicht allzu eifersüchtig wird. Wirst du Weihnachten mit ihm verbringen? Ich schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht. Er muss über die Feiertage verreisen, sich auf verschiedenen Partys bei Geschäftsleuten beliebt machen und ihnen das Geld aus der Nase ziehen, solange sie in Feierstimmung sind. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn wiedersehe. Ich bin sicher, ihr trefft euch nach den Feiertagen, meint Laura tröstend. Ich finde es toll, dass ihr beide wieder zusammen seid. Ich kann nicht anders, ich muss sie einfach breit angrinsen. Ich weiß, es ist fantastisch. Sie muss über meinen Gesichtsausdruck lachen. Du bist echt wie ein Barometer. Wenn du mit Dominik glücklich bist, dann schießt du nach oben und bist munter und wenn nicht, dann sinkst du nach unten und bist traurig. Momentan bist du definitiv ganz oben, genau richtig für unsere Reise. Laura hat recht. Ich bin glücklich. Und nicht nur, weil ich mich durch Dominik sexuell so befriedigt fühle. Ich bin voller Hoffnung, was die Zukunft betrifft, und freue mich auf unseren Ausflug nach New York. Aber als ich am Montag zur Arbeit komme, finde ich Caroline ernster denn je zuvor. Mark hatte am Wochenende einen Rückfall, sagt sie, als ich eintrete. Er hat sich einen Infekt eingefangen, und das hat ihn völlig umgehauen. Oh nein, sag ich bestürzt. Der arme Mark. Momentan wird er mit Antibiotika vollgepumpt. Es geht ihm gar nicht gut. Ich hatte gehofft, ihn heute besuchen zu können. Caroline schüttelt den Kopf. Ich fürchte, das geht nicht. Dem ist er nicht gewachsen. Ich lasse es, sie wissen, wenn er wieder Besuch empfangen kann. Es setzt mir sehr zu, dass ich mich auf einen fröhlichen Ausflug machen will, während mein Chef so krank ist. Aber Caroline macht kurzen Prozess mit dieser Anwandlung. Seien Sie nicht albern. Mark wäre entzückt darüber, dass Sie sich amüsieren wollen. Außerdem weiß ich, dass er selbst ständig nach New York gereist ist. Ich bin sicher, er wird es für vorteilhaft halten, wenn Sie die Stadt nun auch kennenlernen. Das ist ein Trost, und ich gebe mir große Mühe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, damit mein Schreibtisch rechtzeitig vor Beginn der Reise leer ist. Aber leider gibt es da eine neue Ablenkung. Dominik. Jetzt, da ich seine neuen Kontaktdaten habe und unsere Korrespondenz nicht länger überwacht wird, wie es noch der Fall war, als er für André arbeitete, kommen die E-Mails im Stundentakt. Er erzählt mir, wo er ist und was er plant. Mir gefällt das Gefühl, so eng mit ihm verbunden zu sein. Seit unserer ersten Begegnung ist Dominik immer wieder abgetaucht, und mir wird klar, dass ich fast schon damit gerechnet habe, ich würde auch dieses Mal nichts von ihm hören, sobald sich unsere Wege trennten. Aber jetzt bekomme ich Mails aus dem Auto auf dem Weg zum Flieger, von der VIP-Lounge im Flughafen, aus der Kabine der ersten Klasse, immer nur wenige Worte, um mich wissen zu lassen, wo er ist und wohin er als nächstes aufbricht. Dann wird mir klar, dass Dominik mich über seine Aufenthaltsorte in Kenntnis setzen will. Vielleicht wird er von einem von André's Männern verfolgt und will sicherstellen, dass sein Verbleib festgehalten wird. Der Gedanke ist beängstigend. Aber ich weiß ja bereits, dass André Dominiks Bewegungen verfolgen lässt. Warum sollte er damit plötzlich aufhören? Unwillkürlich steigt Angst in mir auf. Aber dann fällt mir wieder ein, wie Dominik angesichts der Vorstellung lachen musste, er könne sich von dem, was André aushäckt, beeinflussen lassen. Er tut ja nichts Unrechtes, rufe ich mir in Erinnerung. André hat nichts gegen ihn in der Hand. Dennoch muss ich an die Warnung denken, die James mir mit auf den Weg gab, als ich das erste Mal Kontakt zu Dubrovsky hatte. Er sagte, André habe sein Vermögen auf undurchsichtige, möglicherweise illegale Weise erworben und dass ich seiner Meinung nach sehr vorsichtig sein müsste, wenn ich für ihn tätig werden sollte. Bilder von André tauchen blitzartig vor meinem inneren Auge auf. Elegant in seinen maßgeschneiderten Anzügen, wie er seinen rauchgrauen Bentley fährt. Sein Geschmack ist kultiviert. Er liebt seine Kunstsammlung und seine herrlichen Wohnungen und genießt die schönen Dinge des Lebens, die er sich mühelos leisten kann. Aber einst war er ein rundgesichtiger Waisenjunge, der sich in den schäbigen Hintergassen von Moskau seinen Weg nach oben erkämpfte. Jungen wie er werden schnell hart und lernen, ihre Gegner ohne einen Hauch von Mitgefühl auszuschalten, denn wenn sie nicht zuerst zuschlagen, sind sie es, die tot in einer Gasse zurückbleiben. Niemand würde sich André freiwillig in den Weg stellen, da bin ich sicher. Doch nun hat der Mann, den ich liebe, sich zu seinem Rivalen erklärt. Ich will stark sein, so stark wie Dominic. Aber ich kann nicht anders. Ich habe Angst. Die nächsten Tage vergehen wie im Flug. Ich bereite mich auf die Reise nach New York vor. André mailt mir die Adresse seiner Wohnung und teilt mir mit, dass seine Haushälterin mich jederzeit erwartet. Ich schaue online nach der Adresse und stelle fest, dass seine Wohnung in einem luxuriösen Apartmentblock direkt am Central Park liegt. Ich mag New York noch nicht kennen, aber ich weiß, dass es sich um eine enorm renommierte Adresse handelt. Vielleicht nehme ich Laura mit. Dann können wir gemeinsam O und A rufen, während wir Blicke auf ein Leben in Manhattan werfen, das wir normalerweise niemals zu Gesicht bekommen würden. Mark ist immer noch zu krank, um Besuch zu empfangen, aber Caroline erzählt mir, dass die Ärzte zuversichtlich sind, seinen Infekt in den Griff zu bekommen. Es ist ein Rückschlag, aber nichts, was uns allzu große Sorgen bereiten sollte. Das ist eine gewaltige Erleichterung. Fliegen Sie nach New York und machen Sie sich eine schöne Zeit, sagt Caroline mit einem Lächeln, während ich die letzten Arbeiten vor meiner Abreise am Donnerstag erledige. Hier können Sie ohnehin nichts tun. Danke, Caroline. Richten Sie Mark bitte meine Grüße aus? Natürlich. Und jetzt weg mit Ihnen. Sie können mir am Dienstag alles über Ihre Reise erzählen. An diesem Abend verlasse ich aufgeregt das Büro. Wir fliegen morgen. Es wird toll werden, das weiß ich einfach. Wenn es Mark nur besser ginge, dann wäre das Leben herrlich. Außer … Eine treulose Stimme flüstert in meinem Kopf. Ich versuche, sie auszublenden, aber sie meldet sich zu Wort, bevor ich sie zum Schweigen bringen kann. Du würdest viel lieber mit Dominic nach New York fliegen. Sei still. Ich werde mich mit Lara ganz wunderbar amüsieren. Schon aber mit Dominic wäre es romantisch, und es gäbe Küsse und Sex. Jede Menge herrlichen, atemberaubenden Sex. Sex ist nicht alles, tadele ich mich selbst. Freundschaft ist auch ziemlich wichtig. Ich ermahne mich, dass ich Laura etwas von meiner Zeit schulde. Sie ist Single, und in den letzten Monaten, in denen Dominic und André so viel von meiner Zeit in Anspruch genommen haben, war ich alles andere als eine perfekte Mitbewohnerin. Ich muss etwas gut machen. Und ich freue mich darauf, in einer schicken Bar an Cosmopolitans zu nippen. Die Abende werden einfach nicht mit multiplen Orgasmen enden, das ist alles. Ich erschauere, als ich an den letzten, umwerfenden Orgasmus denke, den ich mit Dominic erlebt habe. Mit dem kleinen, silbernen Plack führte er mich auf einen Weg, von dem ich nie erwartet hätte, ihn einmal zu beschreiten. Ich versuche, mich zu erinnern, wie ich zu Beginn dieses außergewöhnlichen Jahres war. Ich war so unerfahren, hielt meinen Kleinstadtfreund Adam für den Mittelpunkt des Universums und hatte ernsthaft vor, mit ihm mein Leben zu verbringen. Gott sei Dank kam Hannah mit ihren riesigen Titten. Wenn sie ihn nicht ins Bett gelockt hätte, hätten wir uns nie getrennt, und ich hätte für den Rest meiner Tage langweiligen Sex mit Adam gehabt. Während ich mit der U-Bahn nach Hause fahre, frage ich mich, wo Dominic in diesem Moment sein mag. Er hat mir heute Morgen gemailt, dass das Treffen in Montenegro sehr gut verlaufen sei, er aber unerwarteterweise nach Klosters weiterreisen musste, dem teuren Schweizer Wintersportort, an dem sich jedes Weihnachten die Millionäre einfinden. Er wollte im Chalet eines Freundes unterkommen und sich an den Hängen unter die Leute mischen, um diese enorm wichtigen Kontakte zu Menschen zu knüpfen, die möglicherweise große Summen in seinen Investmentfonds einzahlen würden. Ich werde mit Skifahren, Après-Ski und Après-Apré-Ski beschäftigt sein. Harte Arbeitsschätzchen. Aber du kennst mich ja. Ich opfere mich gern auf. Oder nicht? Ich melde mich wieder. Genieße New York. Hab Spaß mit Lara. Pass auf dich auf. Kuss. D. In meiner Antwort-Mail schrieb ich, wie sehr ich mich auf New York freue, listete auf, was wir dort tun wollen und dass er viel Spaß beim Skifahren haben solle. Erst später, als ich zu Hause bin, überkommen mich plötzlich Schuldgefühle. Ich habe Dominic nicht geschrieben, dass ich während meines New York-Aufenthalts die Wohnung von Andre aufsuchen werde oder dass Andre mir diesen neuen Auftrag gegeben hat, der zu Beginn des neuen Jahres ansteht. Ich ärgere mich über mich selbst. Was wurde aus keine Geheimnisse mehr? Ich habe versprochen, offen und aufrichtig zu Dominic zu sein. Es hat keinen Sinn, Dinge zu verschweigen. Das führt nur zu Missverständnissen. Aber noch ist ja kein großer Schaden angerichtet. Schließlich treffe ich mich nicht mit Andre. Ich schaue mich nur in seiner Wohnung um, um ihn bei Laune zu halten. Und wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auf die Wohnung. Ich möchte ein Gespür für die Kunstwerke bekommen, die er dort hat und mir überlegen, was ich damit tun könnte, auch wenn ich nicht die Absicht habe, den Auftrag anzunehmen. Ich werde Dominic einfach in meiner nächsten Mail davon erzählen. Ganz bestimmt. Laura und ich sind an diesem Abend vor lauter Aufregung richtig aufgedreht. Wir prüfen immer wieder unser Gepäck, sehen nach, ob wir auch wirklich Ausweise und Geld, Karten und Stadtführer und all die Sachen eingepackt haben, ohne die wir nicht verreisen können, vom Ladekabel fürs Handy bis hin zu Lippenbalsam. Zur Feier des Tages öffnen wir eine Flasche Wein und trinken sie zum Abendessen aus. Also öffnen wir noch eine Flasche und sind am Ende ein wenig betrunken. Wir unterhalten uns, bis wir merken, dass es fast Mitternacht ist und wir müssen doch um vier Uhr aufstehen, um mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren. Wir räumen rasch auf und gehen zu Bett, aber ich kann nicht einschlafen. Es ist seltsam, aber ich freue mich darauf, endlich wie jeder andere Mensch auch reisen zu dürfen. Meine Erfahrungen in der luxuriösen Welt der Megareichen habe ich zwar genossen, aber diese Welt ist für mich untrennbar mit Besitzansprüchen verbunden. Ich hatte nur Zugang zu dieser Welt, weil ich für André arbeite, und ich kann sie nur zu seinen Bedingungen genießen. Diese Welt gehört mir nicht, kein Teil davon. Darum ist sie für mich nicht bedeutsamer als ein Ausflug zum Jahrmarkt. Wohingegen meine Flugreise nach New York und das Hotel und alles andere mit Geld bezahlt wird, das ich verdient habe. Ich bin stolz darauf und werde die Reise aus diesem Grund eine Million Mal mehr genießen. Ich weiß nicht, wann ich endlich eingeschlafen bin, aber ich habe das Gefühl, dass nur fünf Minuten vergangen sind, bevor der Wecker klingelt. Ich öffne mühsam die Augen und stöhne. Dann zwinge ich mich aus dem Bett und unter die Dusche. Als ich aus dem Bad komme, treffe ich auf Laura, die ebenfalls dunkle Augenringe hat und müde aussieht. Wir hätten gestern Abend keinen Wein trinken sollen, knurrt sie und geht ins Bad. Wem sagst du das? Das Taxi kommt übrigens in 15 Minuten. Ich fürchte, dass ich mich schrecklich fühlen werde, aber kaum trage ich Jeans, ein weites T-Shirt und einen leuchtend grünen Blazer und Stiefel, fühle ich mich wieder gut. Ich trinke viel Wasser, das klärt den Kopf, ergreife meine Winterjacke und gerade als Laura ihre Reisetasche in den Flur trägt, hören wir den Taxifahrer vor dem Haus hupen. Auf geht's, Schwester, ruft Laura mit leuchtenden Augen. New York, wir kommen. Ich erwidere ihr Lächeln. Der Spaß hat schon begonnen. Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer seinen Lauf nimmt. Wir schaffen es in Rekordzeit zum Flughafen, weil die Straßen, die aus London herausführen, zu dieser frühen Stunde vollkommen leer sind. Als wir ankommen, sind wir aufgeregt und brauchen eigentlich auch dringend Kaffee, aber wir beschließen erst einzuchecken, damit wir die Flughafensicherheit hinter uns haben und es uns im Abflugbereich gemütlich machen können. Wir müssen über eine Stunde warten. Reichlich Zeit für ein Frühstück und einen Bummel durch den Duty-Free-Shop. Am Abfertigungsschalter übergeben wir unsere Ausweise und Reisetaschen. Die Frau hinter der Theke prüft alles, tippt etwas in ihren Computer und scannt unsere Ausweise. Dann schaut sie auf und lächelt. Gute Neuigkeiten, meine Damen. Sie haben ein Upgrade bekommen. Wie bitte? ruft Laura. Ja, ich gratuliere. Sie fliegen jetzt erster Klasse nach New York. Toll! Laura macht vor Freude und Aufregung einen Hüpfer. Warum? frage ich stirnrunzelnd. Die Frau schaut mich an. Meine Reaktion überrascht sie sichtlich. Ich weiß es nicht. Ich lese das nur vom Computer ab. Sie sind jetzt Passagiere der ersten Klasse. Sie können in der Lounge auf ihren Flug warten. Was hast du denn? will Laura wissen, als wir uns auf den Weg zur VIP-Lounge machen. Freust du dich nicht über das Upgrade? Ich bin noch nie im Leben erster Klasse geflogen. Natürlich freue ich mich, sage ich so herzlich wie ich kann, weil ich ihr das Vergnügen nicht verderben will. Aber in Wahrheit beunruhigt mich das ein bisschen. Ich spüre, dass da jemand seine Finger im Spiel hat. Und das gibt mir das Gefühl, dass ein Außenstehender in meinen privaten Ausflug eingedrungen ist. Ich war so stolz, dass wir das aus eigener Kraft geschafft hatten. Jetzt haben wir einen Bonus erhalten, den wir weder verdient noch bezahlt haben. Außer es wäre eben einfach unser Glückstag. Ja klar, als ob. Die Lounge für die Reisenden der ersten Klasse ist allerdings wirklich nett. Wir erfreuen uns an dem fantastischen Frühstück und dem dampfenden Kaffee. Dann machen wir es uns auf den Sofas mit einer Auswahl an Zeitschriften gemütlich, bis unser Flug aufgerufen wird. Als das geschieht, werden wir durch Flure, die mit Teppichen ausgelegt sind, noch vor allen anderen zum Flieger begleitet. An Bord gehen wir nach links. Der Luxus der ersten Klasse steht in völligem Gegensatz zu den beengten Verhältnissen in der Economy-Klasse. Breite, bequeme Sitze, die jederzeit zu einem Bett umgeklappt werden können. Ein Kulturbeutel mit teuren Markenprodukten sowie Slipper, Masken und sogar ein seidener Pyjama, falls wir uns etwas Bequemeres anziehen wollen. Und wir haben noch nicht einmal mit unserem persönlichen Entertainment-System gespielt oder nach Herzenslust von der Speisekarte bestellt. Wow, hier könnte ich's aushalten, ruft Laura begeistert. Ich kann gar nicht glauben, was für ein Glück wir haben. Die Freude in ihrem Gesicht mindert meine Feindseligkeit gegenüber demjenigen, der das für uns möglich gemacht hat. Vielleicht ist es gar kein so furchtbares Geschenk. Das Problem ist nur, dass ich André hinter all dem hier vermute, und darum fällt es mir schwer, es zu genießen. Es ist so seine Art, mich Dinge annehmen zu lassen, die ich eigentlich gar nicht will. Übernachtungen in Hotels, teure Kleider, Schmuck und jetzt das hier. Bleib ruhig, sage ich zu mir selbst, während der Flieger in Richtung Startbahn rollt. Du kannst nichts dagegen tun. Und in New York bist du weit weg von André. Also genieße es einfach. Als wir am John F. Kennedy Airport ankommen, ist es noch nicht einmal Mittag. Wir bekommen einen neuen Energieschub, als wir das Flugzeug verlassen, die Passkontrolle durchlaufen und Amerika betreten. Einerseits fühlt es sich wegen all der Filme und Fernsehserien, die hier spielen, vertraut an. Dann wieder ist es fremd, mit dem seltsamen Akzent und der ganz anderen Atmosphäre. Ich habe mich nie britischer gefühlt als hier. Laura und ich hatten vor, mit einem gelben Taxi nach Manhattan zu fahren, aber als wir in die Ankunftshalle kommen, sehe ich meinen Namen auf einer Tafel, die ein schwarzer Mann in einem dunklen Anzug und einer Chauffeursmütze hochhält. Schau nur, Beth! Laura stößt mich im selben Moment an. Da steht dein Name! Miss Villiers? Der Mann lächelt mich an. Wie geht es Ihnen? Ich bin hier, um Sie und Ihre Freundin ins Hotel zu fahren. Wie bitte? sage ich, erneut misstrauisch. Wer hat es veranlasst? Das weiß ich nicht, antwortet er höflich. Ich tue nur, was mein Chef mir sagt. Beth! zischelt Laura. Das ist wahrscheinlich Teil des Erste-Klasse-Service. Alles. Da bin ich mir alles andere als sicher. Ich starre den Fahrer an. Für welche Firma arbeiten Sie? Hat die Fluglinie Sie gebucht? Alle möglichen Leute buchen uns. Ich kann Ihnen versichern, dass wir ein absolut respektables Unternehmen sind. Wenn die Damen mir jetzt bitte folgen würden, die Limousine wartet. Eine Limousine, ruft Laura. Ihre Augen strahlen. Ich zögere. Wahrscheinlich ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich gehört es zum Service dazu. Was soll es schon schaden? Na schön, sage ich zögernd. Der Mann nimmt unser Gepäck und wir folgen ihm ins Freie, wo eine Stretch-Limousine bereits auf uns wartet. Wir gleiten auf die Ledersitze, der Fahrer lädt unser Gepäck ein und dann geht es in Richtung Autobahn und der berühmten Skyline von Manhattan. Ich versuche, meine negativen Gefühle zu verdrängen und es einfach zu genießen. Laura plaudert über unsere Pläne für den Rest des Tages. Ich müsste schon sehr undankbar sein, wenn ich es nicht genießen könnte, die schönen Dinge des Lebens spendiert zu bekommen. Aber ich wünsche mir wirklich sehr, wer immer hinter diesen Arrangements steckt, würde sich von nun an heraushalten und mich diese Reise auf meine Weise führen lassen. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis wir Manhattan erreichen und es ist ein ganz besonderer Moment, als wir über die Brücke auf die Insel fahren. Der Himmel ist in ein kühles, wolkenloses Blau getaucht. Die Sonne scheint eisig. Es ist ziemlich kalt, aber das erhöht nur den winterlichen, weihnachtlichen Reiz der Stadt. Während die Limousine durch das berühmte Gittermuster an Straßen rollt, starren wir aus den Fenstern, saugen den Anblick der geschäftigen Stadt in uns auf und zeigen uns gegenseitig die Sehenswürdigkeiten, die wir erkennen. Wir haben ein bescheidenes Hotel mitten in Manhattan ausgesucht, das nahe genug am pulsierenden Herz der Stadt liegt, damit wir viel zu Fuß unterwegs sein können, sich aber trotzdem in einer vernünftigen Preisspanne bewegt. Wir haben ein kleines Doppelzimmer gebucht. Mehr brauchen wir nicht. Ich bin daher überrascht, als wir an der East 57th Street vor einem ziemlich glamourösen Hotel halten, das in einem eleganten, bis hinauf in den Himmel ragenden Gebäude untergebracht ist. Ein Türsteher kommt auf uns zu und öffnet den Wagenschlag. Ich beuge mich vor und klopfe an die Glasscheibe, die uns vom Fahrrad trennt. Er lässt sie nach unten fahren. Wo sind wir hier? verlange ich zu wissen. Das ist nicht unser Hotel. Das ist das Four Seasons, erwidert der Fahrer. Man hat mich angewiesen, sie hierher zu bringen. Ich nahm an, dass sie hier reserviert haben. Nein, haben wir nicht, rufe ich. Unser Hotel liegt an der Lexington Avenue. Bitte fahren Sie uns sofort dorthin. Der Türsteher wartet vor dem geöffneten Wagenschlag verblüfft darauf, dass wir aussteigen. Laura ist halb im Wagen, halb draußen, lauscht meiner Unterhaltung mit Besorgnis im Blick. Verstehe ich sehr richtig, dass Sie nicht im Four Seasons wohnen wollen? Der Fahrer wirft mir über seine Schulter einen zweifelnden Blick zu. Es ist ihm überdeutlich anzumerken, dass er mich für seltsam hält. Das ist richtig. Wir haben im Washington Hotel in der Lexington Avenue reserviert. Path! Laura sieht mich an, während der Fahrer ungläubig den Kopf schüttelt. Laura, wir haben nicht im Four Seasons gebucht. Und auch wenn es umwerfend ausschaut, können wir nicht so tun, als sei das immer noch Teil des Service für Erste-Klasse-Passagiere. Ich denke nicht, dass man dort so weit geht. Irgendjemand ist verdammt großzügig und das gefällt mir nicht. Ich möchte in das Hotel, das wir zusammen ausgesucht haben. Ich lese an Lauras Gesicht ab, dass sie weiß, wie recht ich mit dieser Entscheidung habe, egal wie verlockend der Luxus sein mag, mit dem man uns verführen möchte. Sie setzt sich wieder auf ihren Platz. Na schön, lass uns zum Washington Hotel fahren. Danke, Sie können jetzt die Tür schließen, sage ich zum Türsteher. Und er tut wie geheißen, wenn auch sichtlich verwirrt. Von dem, was gerade passiert ist, versteht er nur wenig. Ich habe das Gefühl, dass nicht viele Menschen wütend reagieren, wenn man sie zum Four Seasons bringt. Der Fahrer seufzt und fädelt sich in den dichten Verkehr von Manhattan ein. 15 Minuten später hält er vor einem sehr viel kleineren, sehr viel bescheideneren Ziegelsteinhaus. Hier sind wir, wie Sie wünschten, sagt er. Das ist das Washington. Es sieht fantastisch aus, erklärt Laura stoisch, auch wenn ich merke, dass sie sich nach dem Glamour des Four Seasons zurücksehnt. Genau das brauchen wir. Und genau das können wir uns auch leisten, erkläre ich mit fester Stimme. Danke, Sie können uns hier absetzen, sage ich zum Fahrer. Ein paar Minuten später stehen wir an der Rezeption in einer traditionell wirkenden Hotellobby. Sie bietet nicht gerade den neuesten New Yorker Schick, aber sie ist sehr gemütlich, mit gemusterten Teppichen und Messingleuchten. Der Mann hinter der Theke hat Briantine im Haar und trägt elegante Handschuhe. Er prüft unsere Reservierung. Oh, sagt er und schaut stirnrunzelnd auf seinen Bildschirm. Das ist aber seltsam. Einen Moment bitte, ich hole den Geschäftsführer. Laura und ich tauschen einen Blick. Was jetzt? mummelt sie. Noch ein Upgrade? Niemand weiß, dass wir hier sind, sage ich. Ich habe niemandem erzählt, dass wir in diesem Hotel übernachten. Du etwa? Sie schüttelt den Kopf. Der Mann kehrt mit dem Geschäftsführer zurück, der einen gepflegten Schnauzbart und hellblaue Augen hat. Er lächelt uns an. Guten Morgen, meine Damen. Wie geht es Ihnen? Ihre Reservierung wurde geändert. Ich muss innerlich stöhnen. Es geht also wieder los. Ja, ich fürchte, die Reservierung wurde storniert. Wie bitte? rufe ich aus. Storniert? Wiederholt Laura und wirkt bestürzt. Der Geschäftsführer nickt ernsthaft. Das ist richtig. Storniert. Dann entstornieren Sie sie, sage ich, und versuche so autoritär wie möglich zu klingen. Wir haben keine Stornierung beauftragt. Ich habe hier die Buchungsbestätigung. Wir brauchen unser Zimmer. Ich fürchte, das geht nicht. Das Zimmer wurde bereits erneut vergeben, und wir haben sonst kein Zimmer frei. In dieser Jahreszeit ist immer viel los. Das verstehen Sie sicher. Aber... Ich traue meinen Ohren nicht. Wie konnte das passieren? Wo sollen wir jetzt bleiben? Der Geschäftsführer zeigt auf einen Mann, der an der Tür steht. Ich glaube, dafür wurde bereits gesorgt. Dieser Wagen ist für Sie gekommen. Der Mann an der Tür kommt auf uns zu und nimmt unser Gepäck. Wenn Sie mir bitte folgen würden? Laura und ich tauschen einen hilflosen Blick. Jetzt haben wir keine Wahl. Das Washington hat kein Zimmer mehr für uns, selbst wenn Sie es wollten. Draußen wartet eine weitere Limousine auf uns, die der vorigen sehr ähnelt. Wir steigen ein. Unser neuer Fahrer lädt das Gepäck ein, dann fahren wir los. Dieses Mal scheinen wir uns vom Zentrum zu entfernen. Wir fahren zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Plötzlich befinden wir uns in einem anderen Stadtteil, weit weg von dem Gittermuster, in locker angeordneten Straßen. Das ist das Village, sagt Laura und starrt aus dem Fenster. Als ich das letzte Mal in New York war, bin ich hier gewesen. Definitiv einer der coolsten Orte der Stadt. Viel künstlerischer und unkonventioneller als die Gegend um den Central Park. Das ist vermutlich gut, sage ich und betrachte die Sehenswürdigkeiten, die an der Wagenscheibe vorbeigleiten. Ich bin immer noch verärgert, dass unsere Pläne einfach so über den Haufen gestoßen wurden. Aber warum sollte André uns im Four Seasons unterbringen, unsere Reservierung im Washington stornieren und dann noch ein weiteres Hotel buchen? Ich begreife es einfach nicht. Ich weiß, du bist über all das hier nicht glücklich, sagt Laura zaghaft. Aber es ist ein Russe, der so großzügig ist, nicht wahr? Ich fühle mich schlecht. Aus Lauras Sicht sind ein glamouröses Hotel und Limousinen erstaunliche Dinge, die es zu genießen gilt. Sie hat keine Ahnung, wie André versucht, mich damit zu kontrollieren und wie sehr es mir verhasst ist, dass er in mein Leben eingreift, auch wenn die Dinge, die er tut, dem Anschein nach herrliche, großzügige Geschenke sind. Tja, ich habe versucht, sie auszuschlagen. Aber irgendwie ist mir André dieses Mal eine Nasenlänge voraus. Tut mir leid, sage ich mit einem Lächeln zu Laura. Du musst mich für eine verbitterte, alte Spaßbremse halten. Ich wollte Andrés Großzügigkeit nur für eine Weile entfliehen, aber es scheint, als würde er das nicht zulassen. Vielleicht ist er es gar nicht, spekuliert Laura. Vielleicht ist es Mark. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk oder so. Das könnte natürlich sein. Vielleicht hat Caroline die Umbuchung vorgenommen. Ich runzle die Stirn. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich ihr wahrscheinlich doch gesagt, wo wir wohnen. Na also. Lauras Gesichtszüge entspannen sich. Dann war es Mark. Das ist gut. Jetzt können wir es guten Gewissens genießen, nicht wahr? Ich nicke. Ich bin noch nicht völlig überzeugt, aber ich will Laura nicht den Spaß verderben. Der Fahrer hält vor einem unglaublich schicken Hotel. Eine breite Treppe führt in eine umwerfende Lobby. Das Soho Grant, verkündet er. Toll, seufzt Laura mit leuchtenden Augen. Ich habe schon davon gehört. Hier wollte ich immer einmal wohnen. Es soll unglaublich sein. Sieht aus, als müssten wir in den sauren Apfel beißen, sage ich sarkastisch als Türsteher und Gepäckträger auf uns zueilen, um uns aus dem Wagen und in die Lobby zu helfen. Vermutlich sehen wir nicht wie hochklassige Gäste aus, denn die Empfangsdame begrüßt uns freundlich, wenn auch kühl, bis sie unsere Namen mit ihren perfekt manikürten Nägeln in ihr System tippt. Plötzlich werden ihre Augen groß. Ihre Überraschung verbirgt sie aber rasch wieder, als sie sich vom Bildschirm abwendet und uns ein breites Lächeln schenkt. Meine Damen, wir freuen uns sehr, dass Sie uns mit Ihrem Aufenthalt beehren. Sie wohnen im Penthouse-Loft, unserer schönsten Suite. Suite? haucht Laura. Ihr Gesicht strahlt vor Aufregung. Suite, denke ich verärgert. Nicht einfach nur ein Zimmer. Eine gottverdammte Suite. Das klingt mir nicht nach Marc. Das klingt sehr viel mehr nach einem Mann mit grenzenlosen Ressourcen, der immer nur das Beste erwartet. Tja, wer hätte das gedacht? Das Hotel ist unglaublich. Überall Farbe und Stil und guter Geschmack. Eine gelungene Mischung aus zeitgenössischem und traditionellen Design, von den türkisfarbenen Ledersesseln in der Lobby bis zu der gusseisernen viktorianischen Treppe. Wir bekommen gar nicht genug davon, diese sagenhafte Atmosphäre zu erleben, die schicken Leute anzustarren, die plaudernd auf den Sofas sitzen, an der Bar trinken, im Bibliotheksbereich lesen. Es ist wirklich unglaublich cool. Wir werden von einem überaus höflichen jungen Mann zum Aufzug und dann bis zum obersten der vielen Stockwerke des Hotels gebracht. Er schließt die Tür der Suite für uns auf und führt uns hinein. Mit offenem Mund sehen wir uns um. Oh mein Gott, keucht Laura. Es ist, als wäre meine Traumwohnung zum Leben erwacht. Sie hat recht. In diesem Raum erinnert nur sehr wenig an ein Hotelzimmer. Es sieht wie ein Ort aus, an dem man dauerhaft wohnen möchte. Es ist modern und doch mit großer Stilsicherheit völlig zeitlos in seiner Mischung aus Oberflächen und Strukturen. Ich sehe Holz, Beton, Marmor, Leder, Wildleder und Samt. Im Wohnzimmer ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Von den bequem wirkenden Sofas und Sesseln mit Kaschmirüberwürfen und verschwenderisch vielen Kissen bis hin zu dem Schreibtisch, auf dem sich ein Apple-Computer und ein iPad befinden. Auf den Regalen und Tischen stehen Deko-Gegenstände und Bücher. An den Wänden hängen herrlich gerahmte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von New York in den 50er Jahren. Hier drüben finden Sie eine voll ausgestattete Bar, erklärt der junge Mann und zeigt auf eine Bar aus Beton mit Lederhockern davor sowie einer Vielzahl an Flaschen. Ich zeige Ihnen noch die Schlafzimmer. Er bringt uns in das Hauptschlafzimmer, einem riesigen Raum in verschiedenen Grautönen und einer mit Ponyfell überzogenen Ottomane als Blickfang. Das dazugehörige Badezimmer hat eine elegante, freistehende Badewanne sowie eine riesige Dusche. Das sollte dein Zimmer werden, sagt Laura und schaut mich aus den Augenwinkeln an. Darüber werde ich nicht mit dir streiten, erwidere ich lächelnd. Ich habe beschlossen, mich locker zu machen und dieses erstaunliche Hotel zu genießen. Zum einen habe ich keine Wahl, zum anderen will ich die Atmosphäre nicht vergiften, indem ich die Meckerziege gebe. Und es lässt sich nicht leugnen, dass es hier einfach unglaublich ist. Wir durchqueren die Suite zum zweiten Schlafzimmer, das nur marginal kleiner ist als das erste und ebenfalls über ein eigenes Badezimmer verfügt. Wieder im Wohnzimmer angelangt, meint unser Führer, es gibt hier selbstverständlich einen Plasma-Fernseher mit Surround-Sound-System und einer Auswahl an Filmen. Unser Concierge-Service steht rund um die Uhr zu Ihrer Verfügung. Sie können also jederzeit all Ihre Wünsche äußern. Auf dem iPad dort drüben sind Informationen über das Viertel gespeichert, wo man hingehen und was man anschauen kann, und natürlich gehört zur Penthouse Suite auch eine eigene Terrasse. Er zeigt auf das, was womöglich das Beste am ganzen Zimmer ist. Die riesige private Terrasse mit ihrer außergewöhnlichen Aussicht auf Lower Manhattan bis hin zum Empire State Building. Falls Ihnen kalt sein sollte, können wir auf der Terrasse auch Heizpilze aufstellen. Er lächelt. Haben Sie sonst noch eine Frage, meine Damen? Oder soll ich Sie allein lassen, damit Sie erst einmal ankommen können? Das ist großartig, vielen Dank, sage ich. Und mir fällt wieder ein, dass man in New York Trinkgeld gibt. Ich ziehe einen Fünf-Dollar-Schein aus meiner Handtasche und reiche ihm das Geld. Falls noch etwas sein sollte, melden wir uns. Danke, sagt er. Steckt den Schein mit einem Lächeln ein und deutet eine Verbeugung an. Genießen sie ihren Aufenthalt bei uns. Kaum ist er weg, starren Laura und ich uns an, können kaum fassen, was mit uns geschieht. Wir befinden uns in einem der besten Zimmer von ganz New York. Wir packen uns an den Händen und hüpfen auf und ab, kreischen und lachen ungläubig. Jetzt gibt es nur noch ein Problem, sagt Laura, als wir uns wieder so weit beruhigt haben, dass wir reden können. Nämlich? Was für ein Problem kann es an einem Ort wie diesem schon geben? Das Zimmer gefällt mir so sehr, dass ich nicht mehr ausgehen mag. Wir werden überhaupt nichts von New York zu sehen bekommen. Gut, dass wir im Vorfeld Pläne geschmiedet haben. Denn ohne sie hätten wir uns möglicherweise tatsächlich nicht aus unserem luxuriösen Hotelzimmer bewegt. Nachdem wir ausgepackt und alle Annehmlichkeiten der Suite ausprobiert haben, einschließlich des Zimmerservice, bei dem wir ein köstliches Mittagessen aus Krabbensalat und Räucherlachs bestellten, ziehen wir zu Fuß los, fest entschlossen, möglichst viel zu sehen, bevor es dunkel wird. Wir fahren mit der U-Bahn zu unserem ersten geplanten Halt im Metropolitan Museum of Art und verbringen einige Stunden damit, die dortigen Meisterwerke anzuschauen. Dann wagen wir uns in den Central Park, obwohl es allmählich schon dunkel wird, und kaufen heiße Schokolade und gesalzene Brezeln in einer mobilen Imbissbude. Es ist kalt, aber wir sind dick eingepackt und voller Begeisterung. Wir wandern herum, kichern albern, machen Pläne für den Abend. Mir ist bewusst, dass zum ersten Mal seit langer Zeit eine Last von meinen Schultern abfällt. Hier fühle ich mich regelrecht sorglos, und es ist großartig, mit Laura zusammen zu sein. Einfach zwei Freundinnen, die ihre Zeit miteinander verbringen. Romantik ist etwas Wunderbares, aber das hier macht einfach nur Spaß. Meine einzige Sorge ist, dass André offenbar sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um uns einen Flug erster Klasse, Limousinen und dieses umwerfende Hotelzimmer zu finanzieren. Das ist genau die Art von extravaganter Geste, die ihm gefallen würde. Mark hätte niemals ein Hotel wie das Grand Soho ausgesucht, und falls doch, hätte er ganz sicher nicht die Penthouse Suite gebucht. Und die Art und Weise, wie André vorausahnte, dass ich darauf bestehen würde, nicht ins Four Seasons zu ziehen, trägt genau seine durchtriebene Handschrift. Mir gefällt diese Vorstellung kein bisschen. Mit diesen teuren Geschenken sorgt er dafür, dass ich immer tiefer in seiner Schuld stehe. Schlimmer noch. Mir gefällt es nicht, dass er genau weiß, wo wir sind. Selbst als wir durch die Ausstellungsräume des Mets spazieren oder bei Anbruch der Dunkelheit durch den Central Park schlendern, während um uns herum die Lichter zum Leben erwachen, frage ich mich ständig, ob uns jemand beobachtet. Hin und wieder schaue ich über die Schulter, aber ich entdecke niemand. Schließlich verscheuche ich entschieden diese Paranoia. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass wir verfolgt werden. Und ich sage mir, dass niemand es geschafft hätte, uns in der U-Bahn oder im Museum auf den Fersen zu bleiben. Das ist alles nur Einbildung. Zurück im Hotel nehmen wir ein ausgedehntes Bad. Dann ziehen wir uns um und gehen aus. Wir sind schon lange wach und nach unserer Zeitrechnung ist es mitten in der Nacht, aber wir brodeln immer noch vor Erregung. Das iPad liefert uns viele Vorschläge für ein Abendessen und die Rezeption reserviert uns einen Tisch in dem Lokal, das wir ausgesucht haben. Bevor wir an diesem Abend in unseren schicken Kleidern und den Stöckelschuhen ausgehen, schaue ich in den Posteingang meiner E-Mail. Es gibt eine Nachricht von Dominik. Hallo Süße, bist du gut in New York angekommen? Hast du Spaß? Erzähle mir alles. Kann es kaum erwarten, dich nach deiner Rückkehr wiederzusehen. Kuss, D. Ich zögere kurz, bevor ich meine Antwort tippe. Soll ich ihm sagen, was André getan hat? Würde ihn das nicht wütend machen? Was bringt es, wenn ich ihn beunruhige? Keine Geheimnisse mehr, rufe ich mir in Erinnerung. Ja, ich werde es ihm erzählen, aber ich will seinen Tag nicht ruinieren, indem ich ihn wütend mache. Es ist besser, wenn ich es ihm später von Angesicht zu Angesicht erkläre. Also tippe ich. Hallo, mein Schatz. Ja, wir sind gut angekommen und haben schon ein paar interessante Abenteuer erlebt. Wir amüsieren uns großartig, aber ich kann dir jetzt nicht mehr davon erzählen, denn wir müssen zum Abendessen. Morgen ist Shopping angesagt, Eislaufen im Madison Square Garden und die Frick-Sammlung. Alles umwerfend. Kann es auch kaum erwarten, dich wiederzusehen. Viele Küsse, Beth. Ich starre die Mail an, lese sie noch einmal durch. Soll ich ihm vom Upgrade erzählen? Laura kommt herein. Sie sieht super schick aus in ihrem engen, schwarzen Seidenkleid mit weiten Ärmeln und goldfarbenen Pumps. Komm schon, Beth, sonst verspäten wir uns. Der Tisch ist in zehn Minuten reserviert. Ich komme, ich komme. Ich zögere eine Sekunde, dann drücke ich auf Senden. In den nächsten beiden Tagen genießen wir New York. Wir sehen ungeheuer viel, teilen unsere Zeit auf zwischen den literarischen Highlights, die Laura so viel bedeuten, und den künstlerischen, die mich ansprechen. Wir nehmen aber auch die touristischen Sehenswürdigkeiten mit, beispielsweise den Besuch auf dem Empire State Building. Ich bewundere die Frick-Sammlung und die atemberaubenden zeitgenössischen Arbeiten im MoMA. Allein die Atmosphäre im glamourösen Village aufzusaugen, ist schon fantastisch. Außerdem verleiht die Vorweihnachtszeit all unseren Einkäufen einen besonderen Glanz. An einem Nachmittag sehen wir 20 Weihnachtsmänner auf der Fifth Avenue. Und einer Kutschenfahrt durch das frostige New York mit dem Weihnachtsmann höchst selbst als Kutscher können wir einfach nicht widerstehen. Wir amüsieren uns prächtig, genießen den Luxus unserer Suite oder freuen uns an allem, was Manhattan zu bieten hat. Aber obwohl ich sehr gern mit Laura zusammen bin und es viel zu lachen gibt, vermisse ich doch Dominic. Als Laura und ich es uns in der Kutsche mit einer Decke über den Knien gemütlich machten, wünschte ich mir plötzlich von ganzem Herzen, Dominic wäre hier, würde seine Arme um mich legen und mich zartlich küssen, während wir durch den Central Park fahren, die Glocken am Zaumzeug klingeln und unser Weihnachtsmann-Kutscher in bester Märchenmanier Ho-Ho-Ho ruft. Ich bekomme noch eine Nachricht von Dominic, die ich am Computer in unserer Suite lese, aber er will nur wissen, ob ich es schön habe und berichtet, dass er als Auftakt zu einem Geschäftsgespräch eine als besonders schwierig eingestufte Piste bewältigt hat, darum beglückwünsche ich ihn nur. Schließlich bin ich Montagabend schon wieder zu Hause und wenn die ganze Aufregung erst einmal verebbt ist, kann ich ihm von den seltsamen Dingen berichten, die uns zugestoßen sind. Am Montagmorgen sind wir müde, mögen aber noch gar nicht daran denken, dass unser Flug am Abend geht. Da bekomme ich eine E-Mail. Kaum erkenne ich den Absender, fängt mein Herz an zu klopfen und meine Handflächen werden feucht. Mir war nicht klar, wie sehr Andrea an diesem Wochenende in meinen Gedanken herumspukte, bis ich seinen Namen in schwarzen Buchstaben auf dem Bildschirm sehe. Beth, meine Haushälterin sagt, sie seien noch nicht in meinem Apartment gewesen. Haben Sie noch vor, dort vorbeizuschauen? Bitte lassen Sie es mich wissen. Ah. Die kalte, harte Realität dringt in die angenehme Welt ein, in der ich mich mit Laura verloren habe. Mir war immer bewusst gewesen, dass zu Hause meine Probleme auf mich warten, nur habe ich mir eine Zeit lang erlaubt, das zu vergessen. Diese E-Mail ruft mir in Erinnerung, dass man nie wirklich davonlaufen kann. Ich rufe Laura, die draußen auf der Terrasse Fotos von unserer unglaublichen Aussicht schießt. Sie kommt herein. Die Nase glüht von der eisigen Luft im Freien. Oh Beth, ich kann nicht glauben, dass es unser letzter Tag ist. Ich will nicht nach Hause. Ich auch nicht. Es ist fantastisch hier. Aber hör zu. Würdest du etwas ausmachen, wenn wir heute noch ein paar Änderungen einbauen? Ich habe gerade eine Mail von Andre bekommen und soll in seinem Apartment vorbeischauen. Das dauert nicht lange und er wird auch nicht dort sein. Wäre das für dich in Ordnung? Laura setzt sich auf die Armlehne meines Sessels und schaut auf den Bildschirm. Soll das ein Witz sein? Ich wette, seine Wohnung ist der Hammer. Klar würde ich die gern sehen. Ich lächle erleichtert. Prima. Dann sage ich seiner Haushälterin, dass wir heute vorbeikommen. Andres Wohnung liegt am Rand des Central Park, in einem herrlichen Gebäude, das wie ein viktorianisches Stadtschloss aussieht, mit zahlreichen Erkern und Verzierungen. Als wir uns dem Haus nähern, können wir kaum glauben, dass man uns Zugang zu einem so grandiosen Bauwerk gewähren wird. Aber als wir dem Türsteher sagen, dass wir die Wohnung von Mr. Dubrovsky aufsuchen möchten, notiert er unsere Namen und winkt uns durch die verzierte Rundbogentür in eine riesige, beeindruckende Empfangshalle, in der ein Portier in goldverzierter Livree auf uns wartet. Die Haushälterin von Mr. Dubrovsky erwartet uns, erkläre ich von oben herab, und versuche so zu klingen, als sei ich jemand, der durch diese heiligen Hallen einfach durchgewunken werden sollte. Aber wahrscheinlich höre ich mich einfach nur dämlich an. Laura weicht mir nicht von der Seite, steht mit aufgerissenen Augen neben mir, als ob sie fürchtet, dass man uns gleich auffordern könnte, uns vom Acker zu machen. Der Portier schaut auf eine Liste, die unter seiner Theke liegt, und nickt. Ja, Sie werden erwartet. Bitte fahren Sie in den achtzehnten Stock. Der Aufzug ist außergewöhnlich. Mit einem mit rotem Samt überzogenen Sitz unter einem goldgerahmten Spiegel. Ich drücke den großen schwarzen Knopf, und der Aufzug hebt sich lautlos in den achtzehnten Stock. Wir treten in einen Flur, der dick mit Teppichen ausgelegt ist, und stehen direkt vor einer riesigen Mahagonitür, in der mit goldenen Lettern die Zahl 755 eingelassen ist. Das ist es, sage ich zu Laura. Ist gut. Ihre Augen sind immer noch weit aufgerissen, und sie wirkt eingeschüchtert. Bislang ist das der unvorhersehbarste Teil unserer Reise. Komm schon, bringen wir es hinter uns. Ich trete vor und klopfe an die Tür. Gleich darauf wird sie von einer elegant gekleideten Frau in den Vierzigern mit einem pfiffigen, dunklen Bob geöffnet. Sie sagt nichts, schaut uns nur fragend an. Ich bin Beth Williars, stelle ich mich zögernd vor. Mr. Dubrovsky meinte, ich solle vorbeischauen. Sofort wird ihr Gesichtsausdruck freundlich, und sie tritt zur Seite, um uns einzulassen. Ja, natürlich, sagt sie mit erstaunlich herzlicher Stimme. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Treten Sie ein. Das tue ich, dicht gefolgt von Laura. Sofort springt uns der extreme Luxus der Wohnung ins Auge. Alles funkelt, ist teuer und von exquisitem Geschmack. Von dem grün-weiß karierten Marmorboden bis hin zu den auf Hochglanz polierten Leuchtern aus Elfenbein. Ebenso wie Andres Wohnung im Albany ist auch diese hier in einem strengen, neoklassizistischen Stil gehalten, aber es fällt auf, dass keinerlei Bilder an den Wänden hängen. Vermutlich komme ich da ins Spiel. Ich zeige Ihnen alles, sagt die Haushälterin und führt uns in einen herrlich dekorierten Raum mit umwerfender Aussicht über den Central Park. Soweit man aus den breiten Fenstern sieht, breitet sich die Grünanlage aus, umrahmt von großartigen Gebäuden. Im Wohnzimmer selbst befindet sich ein Flügel vor dem Fenster und bequeme Sofas stehen einander gegenüber, mit einem Designer-Couchtisch in der Mitte, auf dem sich Kunstbücher stapeln. Das hier ist das informelle Wohnzimmer, erklärt die Haushälterin und führt uns durch ein Dutzend weiterer Räume, einschließlich einem langgestreckten Zimmer mit Parkettboden und riesigen Kristalllüstern an der Decke, das von ihr als Ballsaal bezeichnet wird. Unglaublich, haucht Laura, während wir der Haushälterin von Raum zu Raum folgen. Das ist atemberaubend. Stell dir nur vor, was es wert sein muss. Ich sage nichts. Es überrascht mich nicht, aber ich kenne André ja auch. Selbst als wir eine Treppe in ein weiteres Stockwerk hochsteigen, in dem sich sechs luxuriöse Schlafzimmer befinden, erfüllt mich das Gefühl, dass ich nichts anderes von ihm erwartet habe. Es ist unglaublich und teuer, aber etwas fehlt. Das Herz und das Gefühl, dass jemand mit Leidenschaften und Interessen hier wohnt. Ich weiß, er wünscht sich von mir, dass ich genau das mit meiner Auswahl an Kunstwerken hinzufüge. Ich erinnere mich daran, wie kühl seine Wohnung im Urbany wirkte, bevor die Gemälde hingen. Das herrliche Fragonardporträt, das ich für sein Badezimmer kaufte, ließ den Raum erst lebendig werden. Und genau das braucht auch diese Wohnung. Wir kehren in das untere Stockwerk zurück und die Haushälterin führt uns wieder in den ersten Raum, den wir betreten haben, das gemütliche kleine Wohnzimmer mit Blick auf den Central Park. Kann ich Ihnen etwas anbieten? fragt sie. Kaffee? Tee? Ich schaue auf meine Armbanduhr. Wir haben nur noch zwei Stunden, dann müssen wir zurück ins Hotel, um zu packen und zum Flughafen zu fahren. Ich weiß nicht recht, fange ich an. Ja, sehr gern. Ich hätte gern einen Kaffee, meldet sich Laura zu Wort. Als die Haushälterin den Raum verlassen hat, dreht sich Laura mit einem spitzbübischen Lächeln zu mir um und versetzt mir einen spielerischen Stoß. Komm schon! Wie oft werden wir schon in einer Wohnung wie dieser hier abhängen können? Es sind unsere letzten Stunden in New York. Lass uns ein wenig leben! Ist gut, sage ich. Zögere ihr zu sagen, dass ich mich an diesem Ort am falschen Platz fühle. Ich muss daran denken, auf welch unterschiedliche Weise Andre versucht, mich zu kontrollieren. Ich kann mich jedoch nur dann jemandem hingeben, mich jemandem nur dann unterwerfen, wenn dieser Mensch mich liebt und wertschätzt. Ohne Liebe und Wertschätzung denke ich im Traum nicht daran, meinen Willen unterzuordnen. Allein schon der Umstand, in diesem Apartment zu sein, macht mir bewusst, dass meine Beziehung zu Andre ganz und gar nicht so ist. Wir sitzen in dieser prachtvollen Wohnung, die uns das Gefühl vermittelt, über dem Park zu schweben. Die Haushälterin bringt uns Kaffee und Haselnusskekse und lässt uns dann allein. Laura plaudert und ich höre zu, aber im Grunde will ich nur weg. Alles in Ordnung mit dir? fragt Laura und knabbert an einem Keks. Du bist so still. Ja, aber ich will ins Hotel zurück, sage ich. Du hast recht. Laura trinkt ihre Tasse leer und stellt sie wieder auf die Untertasse. Das ist zwar eine Privatwohnung, aber sie fühlt sich eine Million kälter und gesichtsloser an als unsere entzückende Hotelsuite. Komm, wir brechen auf. Die Haushälterin bringt uns zur Tür. Ich glaube, wir werden uns bald schon öfter sehen, Miss Villiers, sagt sie, als sie die riesige, glänzende Tür zum Flur öffnet. Durchaus möglich, erwidere ich. Und sie reisen heute ab? will sie wissen. Noch heute Abend? Das ist richtig. Wir brechen in ein paar Stunden zum Flughafen auf. Ich möchte mich für diese nach außen hin freundliche Frau erwärmen, aber es gelingt mir nicht. Dann wünsche ich ihnen eine gute Heimreise. Sie lächelt Laura an. Ihnen auch, Miss. Danke, werden wir haben. Laura schenkt ihr ein breites, ehrliches Lächeln. Ich beneide sie um ihre Fähigkeit, jemandem zu trauen, der in den Diensten von André Dobrowski steht. Auf Wiedersehen, sage ich und versuche meine Ungeduld, endlich loszukommen, zu verbergen. Komm schon, Laura, wir müssen los. Im Taxi auf dem Weg zum Hotel stoße ich vor Erleichterung einen tiefen Seufzer aus. In diesem Apartment fühlte ich mich extrem unwohl. Die ganze Zeit über hatte ich das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen. Während Laura darüber spekuliert, wie viel diese Wohnung wohl wert ist und findet, ich könne von Glück sagen, dort arbeiten zu dürfen, kann ich nur daran denken, wie sehr es mir widerstrebt, jemals wieder dorthin zurückzukehren. Die letzten Stunden in unserer Penthouse-Suite umgibt eine gewisse Traurigkeit. Wir haben dort eine wunderbare Zeit verbracht und es fühlt sich schon wie unser Zuhause an, obwohl wir erst so kurz hier sind. Laura hat eine letzte Massage in unserer Suite gebucht und während sie geknetet und durchgewalkt wird, nutze ich die Gelegenheit, mich einzuloggen und meine Mails durchzugehen. Ich habe meinen Eltern Berichte unserer Reise geschickt und ich möchte noch einige Fotos hochladen und an sie senden. Kaum habe ich mich eingeloggt, sehe ich eine Mail, die als dringend eingestuft ist. Ich klicke sie sofort an und öffne sie. Die Mail ist von Caroline. Liebe Beth, hoffentlich erreicht sie diese Mail noch rechtzeitig. Gute Neuigkeiten. Mark wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Er hat sich in den letzten Tagen wunderbar erholt und die Ärzte glauben, er habe es zu Hause angenehmer. Seine Stimmung ist so blendend, sie würden ihn kaum wiedererkennen. Ich habe ihm erzählt, dass sie sich in New York eine kurze Auszeit gönnen und er hat sich sehr gefreut. Ich weiß, sie haben sicher schon Pläne gemacht, aber falls sie diese Mail noch rechtzeitig erhalten, dann möchte Mark sie fragen, ob sie noch ein paar Tage in New York bleiben können. Es gibt einige Termine, an denen sie für ihn teilnehmen sollen und es steht eine Auktion bei Christie's an. Er bezahlt natürlich für ihren Rückflug und für ein neues Zimmer während ihres zusätzlichen Aufenthalts. Lassen Sie mich wissen, ob das für Sie in Ordnung ist, dann arrangiere ich alles von hier aus. Bis bald und mit besten Grüßen, Caroline. Ich lese die Mail dreimal, bevor ich den Inhalt wirklich in mich aufgenommen habe. Erst als Laura den Raum betritt und über meine Schulter lugt, begreife ich es. Oh, du Glückliche, ruft Laura. Du darfst hierbleiben. Aber das heißt, dass du allein nach Hause fliegen musst, sage ich bestürzt. Ich habe mich auf unseren gemeinsamen Rückflug gefreut. Ja. Sie schaut ein wenig bedrückt. Das ist nicht so toll, aber mach dir keine Sorgen. Seit wir hier sind, leide ich unter Jetlag. Darum werde ich bestimmt den ganzen Flug verschlafen. Sie schaut mich neidisch an. Soll das heißen, du darfst hier in der Suite bleiben? Ich muss lachen. Ich glaube nicht, dass Marks Budget dafür ausreicht. Keine Ahnung, wie viel die Suite kostet, aber sicher mehrere Tausend pro Nacht. Außerdem hat Caroline ein anderes Hotelzimmer im Auge. Ich erzähle Laura nicht, dass Carolines Mail ziemlich deutlich erkennen ließ, dass Mark für die Suite nicht aufgekommen ist. Laura wird still. Ich habe nie richtig darüber nachgedacht, sagt sie nach einer Minute, offensichtlich voller Ehrfurcht angesichts dessen, was wir erleben durften. Ich werde das hier niemals vergessen. Wirklich niemals. Mach dir keine Gedanken, dass wir nicht zusammen heimfliegen können. Nur deinetwegen durfte ich diese unglaubliche Erfahrung hier erleben. Bleib noch ein wenig und genieße es. Es wird nicht so viel Spaß machen, wenn ich allein bin und arbeiten muss, stelle ich klar. Hey, du bist trotzdem in New York, erklärt sie grinsend. Alles legt einen Gang zu, als Laura sich für die Fahrt zum Flughafen bereit macht und ich nach einem anderen Hotel suche. Ich frage mich einen Moment lang, ob ich im Soho Grand bleiben soll, weil es hier wirklich herrlich ist. Aber solange ich hier bin, führt André über mich Buch, da bin ich sicher. Ich schicke Caroline eine Mail und bitte sie um Rat. Und sie antwortet, dass sie in dem Hotel, in dem Mark für gewöhnlich unterkommt, ein Zimmer buchen wird. Sie will mir gleich im Anschluss die Details zuschicken, zusammen mit der Liste, was ich für Mark alles erledigen soll. Es ist schrecklich, sich von Laura zu verabschieden, bevor sie in das Taxi steigt, das sie zum Flughafen bringen soll. Wir umarmen uns. Ich sehe dich dann in London, sagt Laura. Es war toll. Ich komme noch vor Ende der Woche zurück, verspreche ich. Wir, wenn nicht. Sie grinst. Ich muss ja zu Weihnachten zu Hause sein, nicht wahr? Ich lächle sie an. Guten Heimflug. Meine Augen brennen, als sich ihr Taxi in den geschäftigen New Yorker Verkehr einfädelt und mir Laura wegnimmt. Plötzlich fühle ich mich einsam. Komm schon, sage ich zu mir selbst. Du bist stark. Du schaffst das. Und du darfst weiter hier in New York bleiben. Los jetzt! Ich checke aus und fahre mit dem Taxi zu der Adresse, die Caroline mir gemailt hat. Sie liegt in einer begrünten Wohngegend der Stadt, in der es vornehmlich große Mehrfamilienhäuser gibt, die man hier Brownstones nennt. Das Hotel, in dem ich wohne, sieht aus wie ein Privathaus, nur dass vor dem Eingang ein Flaggenmast steht und das Giebeldreieck über der Eingangstür gleich von sechs blinkenden Weihnachtsbäumen geschmückt ist. Ich steige die Treppe hoch und stoße die schwere Holztür auf. Beim Eintreten muss ich lächeln. Dieses Hotel ist durch und durch Marc. Wie ein eleganter Herrenclub, der mit gutem Geschmack eingerichtet wurde. Erstklassige Bilder hängen an den Wänden. Die Ästhetik erinnert an ein englisches Landhaus und ich verstehe gut, warum sich Marc hier wie zu Hause fühlt. Die Empfangsdame nickt freundlich. Miss Willius, herzlich willkommen. Der Page bringt Sie auf Ihr Zimmer. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können. Mr. Pelliser ist ein sehr guter Freund unseres Hauses und wir möchten Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten. Als ich in ein weiteres Hotelzimmer geführt wurde und einem weiteren Pagen ein Trinkgeld gegeben habe, weil er mein Gepäck aufs Zimmer getragen hat, kommt mir der Gedanke, dass ich in den letzten Monaten in mehr Hotels war als in meinem ganzen Leben davor. Und nicht in irgendwelchen Hotels. Es waren einige der besten Hotels der Welt. In St. Petersburg, Paris und New York. Aber als ich mich in meinem gemütlichen Zimmer umschaue, wünsche ich mir nichts weiter, als dass Dominik jetzt hier wäre, um es mit mir zu teilen. Am nächsten Morgen fange ich mit der Arbeit für Marc an. Ich bin sehr froh über Carolines detaillierte Liste und die Karten, die sie mir geschickt hat. Denn kaum habe ich die üblichen Touristenpfade verlassen, wird New York sehr viel komplizierter. Jetzt bin ich auf der Suche nach Kunstgalerien in exklusiven, aber versteckten Teilen der Stadt, abseits des Rummels oder nach Büroräumen in riesigen Wolkenkratzern mitten in der Stadt oder in Wohngebieten bis hin nach Brooklyn, um Kunsthändler an ihren Rückzugsorten zu finden. Sobald ich dort bin, stelle ich mich vor und spreche über Marks neueste Entdeckungen, zeige ihnen seinen Katalog und prüfe die Kataloge anderer, mache mir Notizen über laufende Ausstellungen oder interessante Objekte. Ich notiere mir alle anstehenden Verkäufe und den Klatsch über jeden großen Sammler, der für einen bestimmten Künstler oder eine Stilrichtung viel Geld ausgibt. Ständig kritzle ich Memos an mich selbst oder tippe Berichte, die ich Mark mailen kann, damit er jedes Detail meiner Gespräche erfährt. Schon nach einem Tag fühle ich mich ein bisschen wie eine New Yorkerin, winke mir selbst sicher Taxis herbei oder eile zur U-Bahn, kämpfe mich durch die Weihnachtseinkäufer, einen Kaffee oder einen Bagel in der Hand. Ich gewöhne mich daran, allein zu essen. Frühstück und Mittagessen nehme ich unterwegs ein, abends bestelle ich mir etwas beim Zimmerservice und esse auf meinem Zimmer. Es ist nicht besonders unterhaltsam, aber ich mag nicht allein im Restaurant sitzen und auf meinem Zimmer kann ich wenigstens fernsehen oder lesen, was mir das Gefühl vermittelt, nicht allein zu sein. Ich kann auch meine Mails lesen. Laura schreibt, dass sie gut angekommen ist und dass sie wieder in der ersten Klasse fliegen durfte. Ich frage mich, was André davon hält. Noch in der ersten Nacht in meinem neuen Hotel bekomme ich eine Mail. Beth, warum haben Sie Ihren Rückflug versäumt? Wo sind Sie? Ah! Ich starre die Mail an, freue mich, dass ich es geschafft habe, André's wachsamen Augen zu entkommen. Solange ich im Soho Grant wohnte, wusste er vermutlich jederzeit, wo er mich finden konnte. Jetzt bin ich von seinem Radar verschwunden und das gefällt ihm überhaupt nicht. Ich antworte ihm nicht. Stattdessen schicke ich Dominic eine Mail. Hallo, mein Schatz. Dreimal darfst du raten. Mark hat mich gebeten, noch einige Tage in New York zu bleiben und ein paar Dinge für ihn zu erledigen. Was sagst du dazu? Hier ist es unglaublich. Es gefällt mir wirklich sehr, aber ich muss auch eine Menge arbeiten. Schluss mit Shoppen oder Cocktails für mich. Als Laura noch hier war, haben wir es wirklich genossen, die Stadt zu erkunden. Gegen Ende der Woche komme ich nach Hause und fahre dann über Weihnachten zu meinen Eltern. Wo bist du? Was machst du? Wann sehen wir uns wieder? Ich vermisse dich. Ich sehne mich in jeder Hinsicht nach dir. Mit all meiner Liebe, Beth. Am nächsten Tag geht eine weitere Mail von André ein. Beth, sagen Sie mir sofort, wo Sie sind. A. Ich lächle in mich hinein. Haha, Mr. Kontrollfreak. Das gefällt Ihnen nicht, oder? Tja, ich gehöre Ihnen nicht und Sie besitzen mich nicht. Aber ich will den Tiger auch nicht zu sehr reizen. Nicht, dass er die Fassung verliert und seine Klauen ausfährt. Also schicke ich ihm eine kurze Antwort-Mail. André, ich bleibe vorerst in New York. B. Das gefällt mir. So kurz und direkt wie seine eigenen Mails. Gleich darauf kommt eine Mail von Dominic, die leider ebenfalls kurz ausfällt. Mein zauberhaftes Mädchen. Wie aufregend, dass du noch in New York bist. Wo wohnst du? Hast du gesagt, dass du bis zum Wochenende dort bleibst? Ich arbeite noch an meinen Plänen für Weihnachten. Ich lasse dich das Ergebnis wissen. Wir sehen uns, sobald ich mich freimachen kann. Viele Küsse. D. Ich weiß, er hat viel zu tun, aber ich wünsche mir trotzdem, er hätte mir etwas mehr zu sagen. Ich schreibe noch eine Mail an ihn und erzähle, was ich so treibe und wo ich wohne. Aber er antwortet nicht sofort. Zweifellos ist er wieder auf einer dieser gefährlichen Pisten unterwegs. Der Vorteil ist, dass meine Arbeit wirklich faszinierend ist. Ich bin begeistert, was ich alles über den internationalen Kunstmarkt erfahre und wie Marc mit seinen Konkurrenten zusammenarbeitet, damit sie alle in dieser kuriosen Welt ihr Auskommen finden. Die Zeit vergeht beinahe wie im Flug. Und als ich eines Morgens in der Auktion bei Christy sitze und meine Nummernkelle hebe, um auf einen Chagall zu bieten, muss ich mich praktisch selbst in den Arm kneifen, um es zu glauben. Am Ende geht der Chagall an einen telefonischen Bieter aus China, aber trotzdem bin ich begeistert, dass ich zwischen all den anderen Kunsthändlern sitzen durfte. Hinterher trinke ich einen Kaffee mit dem Leiter der Kunst des 20. Jahrhunderts und kehre anschließend in mein Hotel zurück, um dort zu Mittag zu essen, bevor ich dann am Nachmittag einen Termin in einem Teil der Stadt wahrnehmen will, in dem ich noch nicht war, in einem Wohngebiet in der Westside. Als ich das Hotel verlasse, fällt mir auf, dass der leuchtend blaue Himmel verschwunden ist und nun tiefhängende Wolken dem Tag das Licht rauben. Die Temperatur fällt weiter und meine Füße fühlen sich nach wenigen Metern wie taub an. Zu Geschäftsterminen kann ich nicht in Jeans und Motorradstiefeln auftauchen. Darum bleibt mir nur das eine Paar Pumps, das ich mitgebracht habe, als ich noch dachte, ich würde nur einen Wochenendausflug machen, keine Geschäftsreise. Ich hatte noch keine Zeit, um mir etwas zu kaufen. Glücklicherweise hält mich die Jacke, die ich mitgebracht habe, oben herum warm, aber sie bedeckt meine Schenkel nicht und mein Rock ist auch nicht sehr wintertauglich. Was soll's, es sind ja nur ein paar Häuserblocks zur U-Bahn. Ich stecke die Hände tiefer in meine Jackentaschen, senke das Kinn in meinen hochgeschlagenen Kragen und gehe schneller, um mein Blut zum Zirkulieren zu bringen. Doch als ich zur U-Bahn komme, zittere ich trotz allem am ganzen Körper. Erleichtert tauche ich in die Wärme der Station ein. Unten angekommen suche ich das Gleis mit der Bahn, die mich ins richtige Viertel bringt. Häufig ist es verwirrend, herauszufinden, wo ich bin und wohin ich muss, trotz des scheinbar einfachen Gittermusters. Einmal ging ich aus der U-Bahn in die exakt entgegengesetzte Richtung und brauchte eine Weile, bevor ich meinen Fehler bemerkte. Rumpelnd fährt eine Bahn in die Station ein und ich halte sie für die richtige. Also steige ich ein und setze mich. Ich grabe in meiner Tasche nach Karte und Stadtführer und verfluche mich gleich darauf selbst. Vor meinem inneren Auge sehe ich sie auf dem kleinen Beistelltisch im Hotelzimmer, wo ich sie vor dem Mittagessen abgelegt hatte. Ich habe nicht einmal die Adresse des Kunsthändlers, mit dem ich mich treffen soll. Ich ziehe mein Handy heraus und suche in meinen Mails nach den Daten, die Caroline mir geschickt hat. Zu meiner Erleichterung finde ich ihre Mail zusammen mit dem Terminplan. Gut, beim Aussteigen sollte ich in der Lage sein, meinen Zielort zu finden. Ich schaue auf und mir wird vagebewusst, dass wir nun schon eine Weile nicht angehalten haben. Genauer gesagt sehe ich, dass wir an Stationen einfach vorbeifahren, immer weiter aus der Stadt hinaus. Was ist hier los? Warum halten wir nicht? Mein Magen dreht sich, als mir klar wird, dass ich versehentlich einen Express zugenommen haben muss, einen, der bis in den Norden fährt, ohne in der Innenstadt noch einmal zu halten. Nervosität steigt in mir auf. Wie heißt der Endbahnhof? Ich stelle mir vor, wie er Manhattan verlässt, in einem Tunnel unter dem Fluss hindurchfährt und dann zu den äußersten Randlagen von New York fährt, wo er mich an einem fremden, weit entfernten Ort ausspuckt. Ich werde meinen Termin verpassen. Ich glaube, in diesem Moment gerate ich in Panik. Der Zug rattert weiter und ich versuche, Ruhe zu bewahren. Es ist ganz einfach. Ich nehme den Zug zurück. Es besteht kein Grund zur Sorge. Alles wird gut. Der Waggon ist ziemlich leer, nur ein paar verstreute New Yorker mit ernsten Gesichtern. Ich hoffe, man sieht mir meine Angst nicht an. Horrorgeschichten von hilflosen Touristen, die angegriffen und ausgeraubt wurden, schießen mir durch den Kopf. Sei nicht albern. Bleib einfach ruhig und alles wird gut. Endlich hält der Zug an. Ich nehme meine Tasche und steige aus, versuche den Eindruck zu vermitteln, dass ich absichtlich hier gelandet bin. Einem Impuls folgend gehe ich mit meinem Ticket durch die Absperrung und verlasse die Station. Sobald ich wieder an der Oberfläche bin, habe ich Zugang zu meinen Mails und kann eine Karte herunterladen, um zu sehen, wo ich bin. Draußen ist es dunkel. Und jetzt, wo ich weit vom hell erleuchteten Zentrum der Stadt entfernt bin, ist kaum noch etwas vom strahlenden Glanz Manhattans übrig. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde. Weiß nur, dass die Straßennummern in den oberen Hundertern liegen. Ich versuche, den Anhang zu öffnen, den Caroline mir geschickt hat, damit ich mir ihren Lageplan anschauen kann. Vielleicht bin ich zu Fuß schneller bei dem Kunsthändler. Während der Mail-Anhang lädt, versuche ich, meine Karten-App zu öffnen, damit ich Richtungsanweisungen bekomme und meine Position bestimmen kann. Ich muss ewig warten, klicke und klicke erneut. Mist! Warum lädt das hier nicht? Offenbar habe ich hier kein Netz. Ich nehme meine Batterien heraus und versuche, das Handy neu zu booten, leider mit demselben Ergebnis. Ich bekomme keinen Zugang zum Internet. Mist, Mist, Mist! Ich schaue mich um und entdecke einen Mann, der in der Nähe herumlungert. Er steht zwischen mir und dem U-Bahn-Eingang, lehnt mit dem Rücken an der Wand, die Hände in den Taschen. Er schaut zwar nicht genau in meine Richtung, aber ich habe das Gefühl, dass er mich aus den Augenwinkeln im Blick hat, mich vielleicht sogar beobachtet. Hier bin ich also, allein mit einem teuren Handy in der Hand. Was ist, wenn er mich ausrauben will? Es muss doch ein Café oder eine Bar in der Nähe geben, denke ich. Vielleicht sogar mit Wi-Fi. Spontan beschließe ich, in die Richtung loszulaufen, die mich meiner Meinung nach zurück in die Innenstadt führt. Kaum bin ich in Bewegung, fühle ich mich schon besser, aber außerhalb der Station ist es bitter kalt. Ich schaudere und gehe so schnell ich nur kann, halte Ausschau nach einer Möglichkeit, aus der Kälte zu kommen, aber ich scheine in einem reinen Wohngebiet gelandet zu sein. Einen Wohnblock nach dem anderen schreite ich ab. Es gibt ein paar Läden, aber keiner von ihnen sieht aus, als ob ich mich dort aufwärmen, geschweige denn eine Internetverbindung vorfinden könnte. Jedes Mal, wenn ich wieder einen Laden sehe, gehe ich skeptisch weiter. Es ist so kalt, dass ich bald schon meine Hände nicht mehr spüre, und ich kann kaum die Tasten meines Handys betätigen, das immer noch lädt, aber nie liefert. Meine Wangen fühlen sich in dem beißenden Wind trocken an, und meine Füße sind einfach nur noch eiskalt. Dann merke ich, dass der Mann, dem ich aus dem Weg gehen wollte, hinter mir läuft. Ich sehe ihn aus den Augenwinkeln, und in einem Strudel der Angst wird mir klar, dass er mich verfolgt. Ich erkenne ihn trotz seiner Kapuze, die Hände in den Taschen. Oh Gott, will er mich überfallen? Ich will schneller gehen, aber meine Füße versagen mir den Dienst. Sie sind so taub, dass ich beim Gehen stolpere. Dieses verdammte Handy! Ich wage es nicht, das Handy aus meiner Tasche zu ziehen, falls dieser Kerl es mir abnehmen will. Ich muss in einen Laden, egal welchen. Aber jetzt, da ich diesen Entschluss gefasst habe, kann ich in der Dunkelheit nichts mehr ausmachen. Ich sage mir, dass ich an eine Tür gehe, irgendeine Tür, und klopfe oder klingle. Sicher wird mir jemand helfen. Aber irgendwie bringe ich nicht den Mut auf, einen Fremden so anzugehen. Ich halte weiter nach einem Laden Ausschau. Der Mann holt allmählich auf. Jetzt bekomme ich es mit der Angst zu tun. Ich habe mich im Dunkeln in einer fremden Stadt verlaufen. Mir ist eiskalt, und ich werde bestimmt gleich überfallen. Ich kann seine Schritte hören. Er kommt immer näher. So geht es nicht weiter. Ich habe Angst, aber ich muss etwas tun. Ich fahre herum und starre ihn an. In der Dunkelheit kann ich sein Gesicht nicht genau erkennen. Ich versuche, mutig zu sprechen, aber es kommt nur eine zitternde Stimme aus meinem Mund. Was wollen Sie von mir? Er bleibt stehen. Seine Augen funkeln in der Dunkelheit. Aber er sagt nichts. Was soll das? Warum verfolgen Sie mich? Der Mann sagt immer noch nichts, winkt jedoch in Richtung der Straße. Ein großer schwarzer Wagen bleibt am Straßenrand neben mir stehen. Der schwarze Wagenschlag öffnet sich, und eine Stimme sagt rau, Beth, steigen Sie sofort ein. Es ist André Dubrovsky. Einerseits bin ich unglaublich erleichtert, ihn zu sehen und der klirrenden Kälte zu entkommen, andererseits überkommt mich hilfloser Zorn. Was machen Sie hier? rufe ich, kaum dass ich im Wagen sitze. André beugt sich über mich und schließt die Tür. Warum verfolgen Sie mich? Haben Sie mich die ganze Zeit von diesem Mann beobachten lassen? Können Sie sich vielleicht vorstellen, wie viel Angst mir das eingejagt hat? André starrt mich aus brennenden blauen Augen an. Sie sollten mir lieber dankbar sein. Sie hatten sichtlich keine Ahnung, wo Sie sind, und Ihre Kleidung ist für dieses Wetter völlig ungeeignet. Ja, dieser Mann arbeitet für mich. Aber ... Ungläubig schüttle ich den Kopf. Wie um alles konnten Sie wissen, wo ich bin? Er betrachtet mich, während sich der Wagen lautlos in Bewegung setzt und in Richtung Süden fährt. Sie sind sehr beeindruckend abgetaucht und von der Bildfläche verschwunden, nicht wahr? Wovon reden Sie? Ich starre ihn finster an. Nur weil ich Ihnen nicht sage, wo ich bin, soll ich verschwunden sein? Korrekt. Mir fällt auf, dass er die Hände in den Handschuhen zu Fäusten geballt hat. Sie haben mein großzügiges Angebot des Four Seasons für Sie und Ihre Freundin ausgeschlagen. Dann stornierten Sie auch noch Ihr Zimmer im Washington Hotel und sind spurlos verschwunden. Erst als Sie in meiner Wohnung vorbeischauten, tauchten Sie auf meinem Radar wieder auf. Aber Sie weigerten sich meiner Haushälterin, Ihre Pläne mitzuteilen. Und Sie haben Ihren Heimflug nicht angetreten. Ich habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Ich schaue ihn an, bemerke die störrisch vorgeworfene Unterlippe und den kalten Blick, während mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf schießen. Ich habe das Four Seasons ausgeschlagen und bin dann ... verschwunden? Wer hat dann das Soho Grant gebucht? Wenn es nicht André war, wer dann? Und wie haben Sie mich gefunden? Sie haben alberne Spielchen mit mir gespielt, als Sie sich weigerten, mir Ihren Aufenthaltsort zu nennen, sagt er kurz angebunden. Ich nahm an, dass Sie auf Max bitte hin Ihren Aufenthalt verlängert haben. Also habe ich mit seiner Schwester gesprochen. Sie gab mir freundlicherweise Ihren Terminplan. Ich habe einen Mann auf Sie angesetzt, um für Ihre Sicherheit zu sorgen, und ich wollte Sie nach Ihrem heutigen Termin zum Essen ausführen. Offenbar speisen Sie allein auf Ihrem Zimmer. Ich hielt das für ziemlich traurig. Wie reizend von Ihnen, fauche ich sarkastisch. Es macht mich wütend, dass er mich für so schwach und hilflos hält, als ob ich einen starken Mann brauche, der sich um mich kümmert. Wenn mich der Mann, der mich verfolgte, nicht so in Angst versetzt hätte, dann hätte ich mich schon zurechtgefunden. Sich zu verlaufen war ärgerlich, aber nicht das Ende der Welt. Fühlen Sie sich jetzt stark, nachdem Sie mich aus einer Situation gerettet haben, in die Sie mich überhaupt erst gebracht haben? Sie führen sich ein bisschen kindisch auf, erwidert er. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht annehmen wollen, was ich Ihnen geben möchte. Warum haben Sie das Four Seasons ausgeschlagen? Wohin sind Sie gezogen? Darauf antworte ich nicht. Ich muss über die Wendung, die die Ereignisse genommen haben, erst einmal nachdenken. Darum sage ich. Wohin fahren wir? Ich habe einen Termin und bin ohnehin schon zu spät. Jetzt nicht mehr. Ich habe den Termin abgesagt. Wie bitte? Zorn wallt in mir auf. Wie können Sie es wagen? Das ist mein Job. Wie können Sie sich da einmischen? Ich bin auch Ihr Arbeitgeber. Ich habe dem Kunsthändler erklärt, dass Sie sich ersatzweise morgen früh mit ihm treffen. Wir fahren in Ihr Hotel, sammeln Ihre Sachen ein und dann ziehen Sie in meine Wohnung. Was? Nein! Außerdem fliege ich morgen nach Hause. Mein Flug ist für den Abend gebucht. Nicht unbedingt, sagt André leicht hin. Langsam wird es seltsam. Wie meinen Sie das? Sie müssen nicht mit einer Airline fliegen, die Sie zu irgendeiner unchristlich frühen Morgenstunde in London absetzt. Wir können zusammenfliegen. Zum ersten Mal lächelt er mich an. Ein frostiges Lächeln. Das ist die perfekte Gelegenheit für uns, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Ich glaube, diese Stadt gilt als sehr romantisch. Ich möchte Ihnen einiges davon zeigen. Er beugt sich zu mir und trotz allem kann ich nicht anders, als den Sog seines körperlichen Magnetismus zu spüren. Beth, lassen Sie mich das für Sie tun. Sie stoßen mich ständig weg. Glauben Sie mir, wir könnten uns beide viel besser amüsieren, wenn Sie endlich damit aufhören würden. Ich halte den Atem an. Meine Augen werden groß. Er verfügt über so viel Macht, weil er die Mittel und keine Angst hat, genau das zu tun, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, wie ich seinem außergewöhnlichen Willen auf Dauer widerstehen soll. Ich fühle mich hilflos, wie ein Spielzeug oder ein Objekt. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Keine Beziehung sollte so sein. Jetzt holen wir Ihre Sachen. Er lehnt sich auf seinem Sitz zurück. Dann führe ich sie zum Essen aus. Und damit gut. Ich kann nicht viel erwidern. Ich muss ohnehin zurück in die Innenstadt. Und draußen ist es bitter kalt. Ich kann nicht so tun, als sei das hier nicht besser, als mich allein zum Hotel zurückzukämpfen. Also schön. Soll André doch denken, er habe seinen Kopf durchgesetzt. Dann esse ich eben mit ihm zu Abend, aber ich nehme den Linienflug. Ganz egal, was er denkt. Der Verkehr mitten in Manhattan spielt verrückt und in den Straßen wimmelt es von Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe tätigen oder sich eine Show ansehen oder auf eine Party gehen wollen. Die Atmosphäre ist festlich und überall hört man Weihnachtslieder, die aus Geschäften erscheinen oder von Sternsingern an Straßenecken stammen. Ich wünschte, Dominic wäre hier. Ich spüre, wie sehr ich mich nach ihm sehne. Ich möchte ihn auch etwas fragen, etwas, das eigentlich nicht länger warten kann. Endlich kommen wir vor meinem Hotel an. Gehen Sie packen und lassen Sie dann Ihr Gepäck herunterbringen, befiehlt André. Ich warte hier. Ich bedenke ihn mit einem trotzigen Blick, während ich aus dem Wagen steige, aber ich tue wie geheißen. Werde ich tatsächlich in seinem kalten, seelenlosen Apartment wohnen müssen? Nun ja, das soll mir recht sein, solange es nur für eine Nacht ist und meine Schlafzimmertür ein Schloss hat. Falls André glaubt, heute Nacht zum Zuge zu kommen, dann hat er sich getäuscht. Fünfzehn Minuten später trete ich wieder aus dem Hotel heraus. Hinter mir ein Page mit meinem Gepäck. Die Wagentür öffnet sich und André winkt mich in den komfortablen Innenraum. Bevor wir losfahren, gibt er den Pagen fünfzig Dollar Trinkgeld. Gut. André sieht mich mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck an. Ein Lächeln spielt um die störrischen Lippen. Jetzt, da er sich durchgesetzt hat, ist er besserer Stimmung. Ich sehe, dass er denkt, alles würde sich in seinem Sinn entwickeln. Ich spiele nur bis zu einem gewissen Punkt mit, denke ich, sage aber nichts. Es hat keinen Sinn, ihn schon so früh am Abend zu verärgern. Als wir den viktorianischen Prachtbau am Rande des Central Parks erreichen, summt André förmlich, und er scheint sehr zufrieden mit sich und der Welt. Der Wagen fährt durch eine verzierte Rundbogenpforte in einen privaten Innenhof, und wir betreten das Gebäude. Ich schweige den ganzen Weg über. Schließlich kann ich auch ziemlich störrisch sein, wenn ich will. Während wir im Aufzug nach oben fahren, sagt André zu mir, Renata wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Sie finden dort ein Kleid und Schuhe für heute Abend. Sie haben eine halbe Stunde, um sich zurechtzumachen. Dann erwarte ich Sie im Ballsaal. Verstanden? Ich öffne den Mund und will protestieren, aber dann besinne ich mich eines Besseren. Das mag mir hier alles gegen den Strich gehen, aber ich brauche André dennoch auf meiner Seite. Wenn er die Rolle des Wohltäters spielen will, dann soll er doch. Ich habe ihn um nichts davon gebeten. Ich schulde ihm nichts. Er muss begreifen, dass eine Abmachung nur dann eine Abmachung ist, wenn beide Seiten darauf eingehen. Die Haushälterin wartet an der Tür, als wir eintreffen, und sie begrüßt uns beide höflich. Guten Abend, Renata. Bitte bringen Sie Miss Villiers ins weiße Schlafzimmer, wie besprochen, sagt André. Ein Butler erscheint aus der Eingangshalle und hilft André, seinen Mantel abzulegen. Dann wendet André sich an mich. Im Ballsaal, in dreißig Minuten. Lassen Sie mich nicht warten. Das ist aber doch das Vorrecht der Frauen, erwidere ich bis ich, lächle ihn jedoch süß an. Er starrt mich an, eine winzige Falte zwischen den Augenbrauen. Er ist nicht sicher, ob ich ihn nur necke oder nicht. Na schön, aber nicht zu lange. Hier entlang, bitte, sagt die Haushälterin, und ich folge ihr die Treppe in das obere Stockwerk hinauf. Das weiße Schlafzimmer liegt in einer Ecke des Gebäudes, mit riesigen Rundfenstern und einem Blick auf die funkelnden Lichter von Manhattan mit dem dunklen Park direkt darunter. Wie schon sein Name vermuten lässt, ist alles in diesem Raum weiß. Jeder Stuhl, jedes Kissen, jeder Bilderrahmen, alles, einschließlich des Klaviers mit einem Hocker aus Eidechsenleder. Ich betrachte das Klavier und denke, dass es an mich verschwendet ist, da ich nur Chopsticks spielen kann, ganz egal, wie großartig das Instrument ist. Das ist schon das zweite Klavier, das ich in dieser Wohnung sehe. Ich frage mich, ob André spielen kann. Ich hole sie in einer halben Stunde wieder ab, sagt Renata freundlich. Das Badezimmer finden Sie hinter dieser Tür. Ihr Kleid hängt im Schrank. Bitte rufen Sie mich über das Telefon neben dem Bett, falls Sie irgendetwas benötigen. Ich schaue mich in dem luxuriösen Raum um, nehme die Aussicht in mich auf. Dann gehe ich ins Badezimmer und dusche. Das Kleid, das André besorgen ließ, ist sehr schön und hat genau meine Größe. Es ist rot, eine Farbe, die ihm an mir zu gefallen scheint. Ein eng anliegendes Seidenkleid, im Rücken geschlitzt und mit züchtigen kurzen Flügelärmeln, aber einem verführerisch tiefen Dekolleté. Meine Arme sind nackt und an den Füßen trage ich dunkelrote Stöckelschuhe mit ziemlich hohen Absätzen. Ich drehe mich vor dem Spiegel und muss zugeben, dass es sehr sexy aussieht. Ich habe gerade noch Zeit, meine hellen Haare zu bürsten, sie zu einem Knoten hochzustecken und Make-up aufzulegen, da klopft Renata auch schon an die Tür. Gut, Sie sind fertig, sagt sie lächelnd. Mr. Dubrovski hasst es, wenn er warten muss. Sie sehen sehr hübsch aus. Danke, sage ich. Als ich, ganz in Rot, aus der Sicherheit meines rein weißen Schlafzimmers geleitet werde, fühle ich mich wie ein Opferlamm, das vor einen zornigen Gott geführt wird. Aber ich bin kein Opferlamm. Dafür werde ich schon sorgen. Renata bringt mich in den Ballsaal, den langgestreckten Raum mit Spiegeln und Lüstern, in dem Laura und ich nur wenige Tage zuvor gestanden hatten. Keiner der Lüster ist beleuchtet. Stattdessen brennen Kerzen in großen, goldenen Kerzenhaltern, die in regelmäßigen Abständen auf kleinen Tischen im Raum verteilt sind. Auf einem weiteren Tisch vor der Fensterfront entdecke ich eine Flasche Champagner in einem Eiskübel und zwei schmale Champagnerflüten. Von André ist nichts zu sehen. Typisch. Nach all dem Unsinn ist er derjenige, der mich warten lässt. Ich gehe in meinen Stöckelschuhen vorsichtig über den Parkettboden zum Fenster. Die Aussicht ist einfach unwiderstehlich. Auf den Straßen kriecht der Verkehr. Scheinwerfer und Rücklichter wirken wie festliche Lichterketten in Gold und Rot. Alles funkelt und glitzert. Und der Himmel hat sich ein wenig aufgelockert und wirkt nun dunkelblau. Sie sehen zauberhaft aus. Ich drehe mich um und sehe André, der quer durch den Ballsaal auf mich zukommt. Er sieht unglaublich gut aus in seinem Smoking, dem weißen Smokinghemd und der schwarzen Seidenfliege. Seine Schuhe sind so auf Hochglanz poliert, dass man sich darin spiegeln kann, und ich rieche den frischen zitronigen Duft seines Eau de Cologne. Die Farbe unterstreicht ihre Schönheit perfekt. Danke, ich lächle, dass ich das Kleid ausleihen darf. Ich betone das Wort Ausleihen, damit er auch ganz sicher ist, was ich davon halte. Er lächelt mich mit wissendem Blick an. Seine blauen Augen wirken an diesem Abend weich. Das Eis in ihnen ist geschmolzen und lässt ihn beinahe wieder menschlich wirken. Wenn André sich entschließt, seinen Charme spielen zu lassen, dann ist das ein ganz beträchtlicher Charme. In seiner Abendgarderobe verströmt er Präsenz und Charisma, und die kraftvolle Ausstrahlung seiner breiten Schultern und seiner großen Hände ist nur schwer zu ignorieren, ebenso die schroffe Anziehungskraft seiner Gesichtszüge und dieser umwerfenden Augen. Ich habe noch etwas anderes für Sie. Ein Geschenk. Er geht an mir vorbei zu dem Tisch, auf dem der Champagner kühlt, und nimmt eine schmale, schwarze Schachtel zur Hand, die mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen ist. Ich gehe zögernd auf ihn zu. Was kommt jetzt? Er reicht mir die Schachtel nicht, sondern öffnet sie selbst und zeigt mir den Inhalt. Ich schnappe nach Luft. Auf einem Nest aus weißem Satin liegt eine Halskette aus riesigen grauen Perlen, jede einzelne von ihnen pure Perfektion. Die dürfen Sie nicht zurückgeben, erklärt er fest. Drehen Sie sich um. Ich drehe mich um. Das Kleid ist auch hinten tief ausgeschnitten, und mir wird bewusst, dass ich ihm meinen Rücken darbiete. Bei diesem Gedanken erschauere ich leicht. Dann senkt sich die Halskette vor mir herab. Die Perlen landen weich und kühl auf meinem Schlüsselbein. André schließt die Kette, und sie liegt eng um meinen Hals. Na bitte, sagt er, als er loslässt. Lassen Sie sich ansehen. Ich wende mich ihm zu. Er betrachtet meinen Hals, und ein Lächeln umspielt seine Mundwinkel. Sehr schön. Schauen Sie selbst. Ich gehe zu einem der großen goldgerahmten Spiegel, die den Saal auskleiden, und mustere die Kette. Sie ist wirklich wunderschön. Die Perlen wie rauchige Gestirne auf meiner Haut. Sie strahlen im Kerzendicht. Wie herrlich, flüstere ich. Ich drehe mich zu André um, der gerade die Folie von der Champagnerflasche entfernt. Aber natürlich kann ich ein solches Geschenk nicht annehmen. Es ist viel zu wertvoll. André wirft mir einen ungeduldigen Blick zu, während er den Draht um den Korken löst. Ich wünschte, sie würden nicht ständig erwähnen, was die Dinge kosten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie diesbezüglich so vulgär sind. Ein solches Geschenk legt mir eine Verpflichtung auf, erkläre ich mit fester Stimme. Das wissen sie ebenso gut wie ich. Wenn ich in der Lage wäre, ihnen gleichwertige Geschenke zu machen, dann wäre es vulgär, über den Preis zu sprechen. Aber da mir das nicht möglich ist, ist es nicht vulgär? Es ist ehrlich. Wie auch immer, bitte hören Sie damit auf, denn das interessiert mich nicht. André zieht den Korken geschickt mit einem befriedigenden Plopp aus der Flasche und gießt den Champagner in die beiden Gläser. Die Halskette sieht fantastisch an ihnen aus. Ich möchte, dass sie genauso aussehen. Und jetzt kommen sie her. Ich gehe zu ihm und er reicht mir eine Champagnerflöte. Auf unsere neuerliche Zusammenarbeit, sagt er und stößt mit mir an. Auf unsere Zusammenarbeit, sage ich, und wir nippen beide an der prickelnden Flüssigkeit, unsere Blicke ineinander versenkt. Also? André stellt sein Glas ab und lächelt mich an. Wir sind in einem Ballsaal. Darum müssen wir jetzt etwas tun. Wie aufs Stichwort erklingt eine Walzermelodie aus einer versteckten Lautsprecheranlage, so kristallklar, als befände sich ein Kammerorchester mit uns im Saal. André streckt mir seine Hand entgegen. Miss Villiers, würden Sie mir diesen Tanz gewähren? Ich starre ihn an, dann stelle ich mein Glas beiseite. Ja, sage ich langsam. Das tue ich. Er nimmt mich in die Arme und zieht mich an seine Brust. Eine Hand landet in meinem Kreuz, die andere packt meine Hand und hält sie fest. Ich bin mir der Wärme seines Körpers unter seinem Hemd bewusst und des Drucks seiner Schenkel auf meinen, während er mich zu den Walzerklängen über die Tanzfläche führt. Gott sei Dank hat mir mein Vater vor Jahren Walzerschritte beigebracht, sodass ich jetzt weiß, wie ich mich rückwärts und zur Seite bewegen muss, während mein Tanzpartner mich dreht und wendet. André ist ein hervorragender Tänzer, das merke ich. Ich muss kaum darüber nachdenken, was ich tue. Er sorgt dafür, dass ich mich mühelos im Gleichklang mit ihm bewege. Ich erhasche Blicke auf uns in den Spiegeln, an denen wir vorüber tanzen. Ein elegantes Paar in Abendkleidung, das sich anmutig zur Musik bewegt. Die Perlen schimmern um meinen Hals und meine Haut leuchtet weiß im Kerzenlicht. Das ist wie ein perfekter Traum und ich spüre, wie ich mich darin verliere. Die Stadt draußen scheint nur für uns beleuchtet. Die Musik streicht durch den Raum, hebt meine Stimmung und verleiht mir das Gefühl, ich würde fliegen, während André mich im Walzertakt über den herrlichen Parkettboden schweben lässt. Plötzlich ist sein Mund ganz nah an meinem Ohr. All das könnte Ihnen gehören, murmelt er leise. Ich möchte, dass Sie es mit mir teilen. Das könnte unser Leben sein. Es könnte wunderbar sein. Sie sind einsam und verloren, Beth. Und ich auch. Ich möchte eine Familie, jemand, der meiner Welt Leben einhaucht, der mir wahre Freude schenkt. Sie sind dieser Mensch. Ich weiß das schon lange. Ihre Liebe ist es wert, dass man darum kämpft. Ihre Anmut und Schönheit würden meine Welt zum Strahlen bringen. Beth, bitte. Denken Sie heute Nacht darüber nach. Ich will mich ihm entziehen, aber sein Griff ist eisern. Sagen Sie jetzt nichts. Verderben Sie diesen Augenblick nicht. Sie wollen sich gegen mich wehren, das weiß ich. Ihr Widerstand macht mich umso sicherer, dass Sie der richtige Mensch für mich sind. Denken Sie darüber nach. Wir reden später darüber. Ich sage nichts, während er mich durch den Saal wirbelt. Seine Worte verwirren mich. Ich will sofort ablehnen, damit er sich keinerlei Illusionen hingibt. Aber all das ist wie ein Traum, und so kann ich kaum glauben, was ich eben gehört habe. Die Musik endet, und ich starre ihn atemlos an. Er hebt meine Hand an seine Lippen und küsst sie. Danke. Das war wunderbar. Und jetzt wartet der Wagen auf uns. Im Flur bringt mir die Haushälterin einen umwerfenden schwarzen Kaschmirmantel und hilft mir hinein. Ich lasse mein Handy in die Manteltasche gleiten, während sie an den Schultern zupft, um den Sitz zu perfektionieren. Andres Butler reicht ihm Mantel und Handschuhe. Dann fahren wir mit dem Aufzug zur wartenden Limousine. Nach nicht einmal zehn Minuten Fahrt sind wir schon beim Restaurant. Einem Raum mit gestärkten Leinentischtüchern, Silberbesteck, Kristallgläsern und dem Summen kultivierter Gespräche. Alle Blicke folgen uns, und ich höre, wie Andres Name gemurmelt wird. Natürlich. In dieser Stadt muss er berühmt sein. Wir werden zu einem großen Tisch geführt und aufmerksam und höflich bedient. Andres bestellt für uns, und er hält auch das Gespräch in Gang, während wir auf unser Essen warten. Er erzählt mir von den Vorstellungen, die er in Bezug auf die Kunstwerke für seine Wohnung hat. Falls ein Picasso oder Van Gogh angeboten werden sollte, ist er ernsthaft interessiert. Ich höre wie benommen zu, antworte wann immer nötig. Das Essen kommt, und es ist herrlich. Exzellente klassisch-französische Küche. Jedes Gericht ist ein Kunstwerk für sich. Ich fühle mich nicht besonders hungrig, bis ich gekostet habe. Dann erwacht mein Appetit schwungvoll zum Leben. Die Geschmacksnoten sind so intensiv, dass ich das Gefühl habe, beim Essen auf einem ganz anderen Niveau zu leben. Erst als wir unser Hauptgericht verspeist haben, hört Andres eine Weile auf zu reden und starrt auf das Tischtuch, auf das er mit den Fingerspitzen klopft. Ich beobachte ihn, und ein Knoten aus Furcht ballt sich in meinem Magen zusammen. Ich gewinne den Eindruck, dass der entscheidende Moment näher rückt. Ich wurde in Falle gelockt. Schnappt sie jetzt zu? Wie soll ich da nur wieder herauskommen? Und Beth, sagt André. Er nimmt einen großen Schluck von dem rubinroten Wein in seinem Glas, und mir wird zu meiner Überraschung plötzlich bewusst, dass er nervös ist. Sie haben gehört, was ich im Ballsaal zu ihnen sagte. Ich möchte, dass sie wissen, wie ernst es mir ist. Ich glaube, sie sind für mein künftiges Glück absolut notwendig. Ich möchte, dass sie meine Wohnungen und Häuser ausstatten und mir eine Familie schaffen. Ich möchte, dass sie ein wichtiger Teil meines Lebens werden. Nun, das ist alles sehr romantisch, sage ich, versuche zu lachen und seine Erklärung zu verharmlosen. Man sollte sich ihre Worte zu Herzen nehmen und das Ehegelübde neu formulieren. Wollen Sie, Beth, ein wichtiger Teil meines Lebens werden? Seine Hand verharrt in ihrer Bewegung und seine Augen funkeln, als er mich ansieht. Machen Sie keine Witze darüber, Beth. Es ist sehr wichtig. Mir war nie ernster zumute. Ich starre ihn an. Meine Hände zittern und ich verstecke sie unter dem Tischtuch. Sie wissen, dass ich nicht kann. Ich versuche, so fest entschlossen wie möglich zu klingen. Ich weiß, ihre Worte zu schätzen. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber ich bin nicht die richtige Frau für Sie, André. Sie verdienen jemand, der Sie liebt. Sein Blick senkt sich auf das Tischtuch. Sein Kiefer verspannt. Er fängt wieder an, mit den Fingern zu klopfen. Sie sagen das, weil Sie immer noch vermarrt in dieser Ratte Stone sind. Aber Sie irren sich. Sie könnten mich lieben, wenn Sie mir nur eine Chance geben würden. Sie haben mich im Waisenhaus gesehen. Sie wissen, dass ich ein großes Herz habe, dass ich ein guter Mensch bin. Sie können mich lieben. Sie werden mich lieben. Das kann man nicht erzwingen, André, sage ich leise, plötzlich voller Mitgefühl. Sie können niemanden dazu bringen, sie zu lieben oder seine Liebe kaufen. Das ist unmöglich. Er hebt den Blick und starrt mich an. Nie habe ich seine Augen härter oder verbissener gesehen. Es ist möglich, sagt er rau. Ich beabsichtige, es möglich zu machen. Ich werde dafür sorgen, dass ein Leben mit mir Ihre einzige Option ist. Wie meinen Sie das? Ich kann die Angst in meiner Stimme nicht verbergen. Ich weiß, dass er rücksichtslos ist. Wozu ist er in der Lage, damit ich tue, was er will? Als erstes müssen Sie wissen, dass ich Dominic Stone erledigen werde. Ich weiß, was er plant, und ich beabsichtige ihn, auf jede mir mögliche Weise zu bekämpfen. Er wird das Können meiner Anwälte, die Macht meines Netzwerkes und, falls nötig, die Wucht meiner Schläge zu spüren bekommen, wenn er nicht einlenkt. Ich starre ihn an, fürchte mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich vor ihm. Die Wucht seiner Schläge? Das klingt wirklich schlimm. Was macht Sie glauben, dass ich mit Ihnen zusammen sein will, wenn Sie das tun? Frage ich und versuche, ruhig und rational zu bleiben. Nun, wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, Beth, bin ich bereit, Stone eine Amnestie anzubieten. Sie können ihm mitteilen, dass er bis zum Jahresende Zeit hat, zu äußerst günstigen Bedingungen in meine Dienste zurückzukehren. Unsere Auseinandersetzungen sind dann vergessen. Danach hat er diese Chance für immer verspielt. Sehr verlockend, sage ich abweisend. Ich bin sicher, angesichts Ihrer Drohung wird er unglaublich gern wieder mit Ihnen zusammenarbeiten. André starrt mich finster an. Sie wissen nicht, was gut für Sie ist, Beth. Sie wissen nicht, wie Sie glücklich werden können. Ich weiß es. Darum bin ich bereit, Dominic im Austausch gegen Sie wieder aufzunehmen. Und darum bin ich auch bereit, Mark weiterhin zu schützen. Ich werde sehr still. Ein eiskalter, klammer Schauder kriecht über meine Haut. Wie bitte? Sie haben mich gehört. Mit Ihnen an meiner Seite werde ich Mark den Rest seines Lebens schützen. Falls nicht, falls Sie weiter so dickköpfig sind, werde ich nicht nur Marks professionelles Renommee zerstören, sondern ihn auch wegen grob fahrlässiger Täuschung anzeigen. Und ich verspreche Ihnen. Ich werde erst aufhören, wenn er alles verloren hat. Ich schrecke auch nicht davor zurück, ihn ins Gefängnis zu bringen. André fixiert mich mit dem kalten Blick seiner blauen Augen und fragt leise. Und Sie? Beth? Ich hole Tiefluft. Das ist unglaublich. In der einen Minute erinnert er mich daran, wie freundlich er zu Waisenkindern ist. In der nächsten will er mich mittels Erpressung nötigen, droht alles zu zerstören, was Mark in vielen Jahren aufgebaut hat. Er würde meinen gütigen, loyalen Freund ohne mit der Wimper zu zucken ruinieren. Das würde Mark umbringen, flüstere ich mit Lippen, die mir beinahe nicht gehorchen wollen. Sie wissen das. Es ist ein Todesurteil. André lächelt mich an. Dann kommt zu mir. Sei mit mir zusammen. Und alle profitieren. Mark, ich und vor allem du, Beth. Ich wünschte, du würdest das endlich einsehen. Du hast dann alles auf der Welt. Alles, was du dir wünschst, gehört dir. Außer der wahren Liebe. Meine Stimme bricht. Das haben Sie vergessen, André. Ich bringe es fertig aufzustehen und werfe meine Serviette auf den Tisch. Entschuldigen Sie mich. Ich muss mir die Hände waschen. Er nickt kurz und ich zögere nicht. Ich stoße mich vom Tisch ab und durchquere den Raum, so rasch es mir auf meinen schwindelerregend hohen Absätzen möglich ist. Ein Kellner winkt mich in die Richtung der Toiletten. Ich stoße die Tür auf und finde mich in der vornehmen Stille der Damentoilette wieder. Ich laufe zum Spiegel und starre mir in die angstvoll aufgerissenen Augen und in das bleiche Gesicht. Ich kann nicht glauben, dass er dazu wirklich fähig wäre, sage ich zu mir selbst. Das Entsetzen ist meiner Stimme anzuhören. Würde er das tatsächlich tun? Wirklich und wahrhaftig? Oh mein Gott. Sitze ich wirklich in der Falle? Kann ich Mark dem Gespött, dem Ruin und dem möglichen Tod aussetzen? Kann ich es zulassen, dass Dominik der Gnade von Andres Schlägern und Winkeladvokaten ausgesetzt wird? Was, wenn André ihn töten lässt? Nein, flüstere ich. Nein. Tränen wallen in meinen Augen auf. Die verrückten Ereignisse des Tages fordern ihren Tribut. Ich bin erschöpft und habe das Gefühl, einen Albtraum zu erleben. Wie bin ich nur in diese Situation geraten? Stimmt es wirklich, dass André mich umso mehr für die perfekte Partnerin hält, je mehr ich mich ihm widersetze? Wie zur Hölle komme ich da nur wieder heraus? Ich versuche, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen, aber es gelingt mir nicht. Ich muss schluchzen und kaum habe ich angefangen, kann ich nicht mehr aufhören. Ich nehme ein frisches Handtuch, presse es mir auf das Gesicht und weine haltlos. Ich lasse meinen Tränen eine Minute freien Lauf, als ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter spüre und eine freundliche Stimme höre. Hey, ist alles in Ordnung? Dumme Frage. Ganz offensichtlich nicht. Kann ich helfen? Ich schaue auf, immer noch schluchzend und schniefend und sehe zwei warme, braune Augen in einem faltenlosen, hübschen Gesicht. Es ist eine Frau, Mitte dreißig. Sie sieht sehr gut aus, hat glattes, glänzendes, dunkles Haar und schaut mich mit einer Mischung aus Mitgefühl und Sorge an. Es tut mir leid, krächze ich. Aber nicht doch, Sie müssen sich nicht entschuldigen, sagt sie mit ihrer leisen, melodischen Stimme. Wo liegt denn das Problem? Oh Gott, wie soll ich das erklären? Die Frau schaut mich freundlich an. Versuchen Sie es einfach. Spontan entschließe ich mich dieser wildfremden Person zu vertrauen. Ich bin mit einem Mann hier, beginne ich und fühle mich erleichtert, dass ich einen Teil von dem, was mich bedrückt, mit jemand teilen kann. Er setzt mich unter Druck, will mit mir zusammen sein, obwohl ich einen anderen liebe. Er weiß, dass ich ihn nicht liebe. Darum versucht er mich mit emotionaler Erpressung dazu zu zwingen. Die Frau reißt entsetzt die Augen auf. Das ist ja furchtbar, ruft sie. Was für ein Mistkerl. Und was sagt der andere Mann dazu? Er weiß es noch nicht. Dann sollten Sie es ihm sofort sagen. Ich weiß nicht, wo er ist, jammere ich, fühle mich wieder von der Hoffnungslosigkeit meiner Situation überwältigt. Ich vermisse ihn, ich brauche ihn wirklich, aber es ist viel komplizierter, als ich es erklären kann. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Frau schaut mich aus kämpferischen Augen an und nimmt meine Hand. Sie dürfen sich von diesem Mann nicht schikanieren lassen. Es ist wahrscheinlich nur Gerede. Das ist es bei diesen großkotzigen Typen meistens. Gehen Sie einfach weg und schauen Sie nicht zurück. Ich schüttle den Kopf und schniefe. Das Schluchzen wird weniger. Sie verstehen nicht, er ist zu allem fähig. Dann dürfen Sie erst recht nicht zu ihm zurück, sagt die Frau erregt. Er klingt wirklich gefährlich. Jetzt, da ich ruhiger bin, wird mir klar, was mir an dieser Frau auffiel, seit sie redet und ich sage fast verblüfft. Sie sind Britin. Das stimmt, sie lächelt. Und Sie auch. Wir Briten müssen zusammenhalten. Hören Sie, ich lasse Sie nicht zu diesem Mann zurück. Sie kommen mit mir. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Sie kommen mit zu mir. Es ist nicht weit von hier. Aber meine Sachen sind in der Wohnung dieses Mannes. Er hat alles, meine Kleider, meine Arbeitsunterlagen. Ich schaue sie hilflos an. Außerdem, wenn ich André jetzt sich selbst überlasse, ist er womöglich so erzürnt, dass er beschließt, seine Drohungen umzusetzen. Zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf, erklärt die Frau mit fester Stimme. Wir schicken meinen Bruder zu ihm, damit er ihre Sachen holt. Er trifft sich gerade mit seiner Freundin. Sobald er zurückkommt, bitte ich ihn, den Mann aufzufordern, ihre Sachen herauszurücken, oder wir rufen die Polizei. Sie werden feststellen, dass er gar nicht so tough ist, wie es den Anschein hat. Sie lächelt mich an. Es ist mir ernst. Sie dürfen nicht zu ihm zurück. Wenn man so einem Mistkerl nachgibt, fügt man sich ihm für den Rest seines Lebens. Wollen Sie das? Ich schüttelte den Kopf. Nein, das wollen Sie selbstverständlich nicht, sagt sie. Und jetzt gehen wir. Wir holen Ihren Mantel aus der Garderobe und ich gehe zu diesem Mann und erkläre ihm, dass Sie mit mir kommen. Sie warten draußen im Taxi und ich stoße dann zu Ihnen. Nein, kein Widerspruch. Ich bin zu verwirrt, um zu widersprechen. Ich möchte ihr sagen, dass ihr Plan zu gefährlich ist. Aber so wie sie es sagt, klingt es so herrlich einfach. Vielleicht sollte ich einfach die Kontrolle an Sie abgeben. Dann ist es beschlossene Sache, sagt sie. Jetzt lassen Sie uns gehen. Sie müssen hier so schnell wie möglich weg. Sagen Sie mir, an welchem Tisch Sie saßen und wie der Mann aussieht. Ich gehe sofort zu ihm und rede mit ihm. Oh Mann, was mache ich hier nur? Bestimmt ist André jetzt total wütend. Was, wenn er jetzt ausrastet und seine Drohungen erst recht wahr macht? Ich sitze im Fond eines Taxis, das mit laufendem Motor vor dem Restaurant wartet. Vermutlich hat André's Chauffeur in der Nähe geparkt und wartet darauf, von ihm bestellt zu werden. Ich schaudere und hülle mich noch fester in den schwarzen Kaschmirmantel. Das ist doch verrückt. Ich habe nichts, nicht einmal Kleider. Und was ich trage, gehört mir nicht. Ich höre das Klicken von Absätzen auf dem Gehweg und dann wird die Tür geöffnet und meine neue Freundin steigt neben mir in den Wagen. Sie nennt dem Taxifahrer eine Adresse und es geht los. Was hat er gesagt? frage ich. Sie schaut mich unter langen, schwarzen Wimpern an. Sie haben mir verschwiegen, dass es sich bei ihrem Freund um André Dubrovsky handelt. Oh, ja, das hätte ich sagen sollen. Ich hatte ganz vergessen, dass André in dieser Stadt eine so bekannte Figur ist. Er wirkt ziemlich einschüchternd. Ich habe schon viel von ihm gehört, darum gab es eine kleine Änderung im Plan. Ich habe ihm gesagt, ihnen sei auf der Damentoilette übel geworden und ich würde mich um sie kümmern. Ich sagte, ich würde sie nach Hause bringen, sobald es ihnen besser geht. Hat er ihnen das geglaubt? Sie lacht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber er wollte es glauben, also hatte er es auch geglaubt. Er bat mich, sie zu ihm in die Wohnung zu bringen und gab mir seine Karte. Aber ich meinte, sie sollten jetzt besser in der Obhut einer Frau sein und das brachte ihn zum Schweigen. Da er weder meinen Namen noch meine Adresse kennt, sind sie momentan in Sicherheit. Das wird nicht lange dauern, sage ich mit schleppender Stimme. Ich werde zu ihm zurück müssen, das weiß ich. Langsam wird mir klar, dass André mich wie in einer Schraubzwinge festhält. Ich habe schon längst keine Wahl mehr. Und irgendwie werde ich all das Dominik erklären müssen. Mir ist, als bräche mir das Herz. Gerade wo wir wieder einen Weg zueinander gefunden haben, werden wir erneut getrennt. Und dieses Mal ist es für immer. Morgen wird es ihnen schon besser gehen, verspricht meine neue Freundin zuversichtlich. Es gibt bestimmt einen Ausweg, nur keine Sorge. In diesem Moment summt mein Handy, weil eine SMS eingegangen ist. Ich ziehe es heraus und schaue auf das Display. Rosa, wo bist du? Dein Herr und Meister braucht dich. Ich hole Tiefluft. Dominik, was hat das zu bedeuten? Wo ist er? Ich antworte nicht sofort. Meine Gedanken rasen angesichts der Vorstellung, er könne sich in New York aufhalten. Was soll ich jetzt tun? Ich will ihm unbedingt alles erzählen, aber plötzlich frage ich mich, ob das vernünftig wäre. Ich weiß, dass Dominik angesichts von Andrés Drohung nur lachend abwinken wird. Höchstwahrscheinlich will er es seinem alten Chef so richtig zeigen. Aber das könnte das Todesurteil für Mark bedeuten. Ich starre mein Handy an, überlege fieberhaft, was ich tun soll. Rosa, dienst du jetzt einem anderen Hahn? Ist es das? Man sagte mir, du hättest heute Abend das Hotel mit einem Mann verlassen und dein Gepäck mitgenommen. Habe ich meine Rosa verloren? Oh Gott, er ist wirklich in New York. Ich atme vor Erregung flach und zitternd. Ich will ihn sofort anrufen, aber das kann ich nicht, solange meine neue Freundin im Taxi neben mir sitzt. Alles in Ordnung? fragt sie und mustert mich. Das ist er doch wohl nicht, oder? Bedroht er sie etwa? Nein, nein, sag ich rasch. Das ist mein anderer, mein wirklicher Freund. Rasch texte ich ihm. Sir, Rosa betet sie an und will nur ihnen dienen. Sie entbietet ihre aufrichtigste Entschuldigung und sehnt sich danach, mit ihnen vereint zu sein. Die Antwort kommt umgehend. Wo bist du, Rosa? Bist du in Sicherheit? Ich tippe noch eine Nachricht. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich gebe Bescheid, sobald ich es weiß. Schon sehr bald. Sofort summt mein Handy erneut. Ist gut. Ich warte auf deine Nachricht. Ich klicke die SMS weg und fühle mich schon etwas hoffnungsvoller. Dominik muss in New York sein. Oh Gott, ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich sehne mich mit jeder Faser meines Körpers nach ihm. Wenn ich ihn nur wiedersehen, ihn wieder spüren kann, dann kommt ganz bestimmt alles in Ordnung. In diesem Moment erwacht das Handy meiner Freundin zum Leben. Sie wirft einen Blick darauf. Oh gut, sagt sie gleich darauf. Das ist mein Bruder. Er ist schon auf dem Weg, wahrscheinlich mit seiner Freundin. Wir können ihn zu Dobrovsky schicken, damit er ihre Sachen holt. Sie schaut aus dem Fenster. Da sind wir schon. Mein Zuhause. Das Taxi hält vor einem großen Sandsteinhaus und wir steigen aus. Sie bezahlt das Fahrgeld und führt mich dann die ausgetretenen Stufen hoch. Trautes Heimglück allein, sagt sie leicht ironisch und schließt die weiße Haustür auf. Wir treten in den gemütlichen Flur eines schicken, aber gemütlich aussehenden Apartments. Es ist stilsicher mit modernen Möbeln eingerichtet. Überall sehe ich Bücher und Bilder. Auf dem Parkettboden liegen verstreut ein paar Schuhe und Zeitungen und die Stühle sehen abgesessen aus. Es ist eine Erleichterung, nach all den Hotelzimmern und dem seelenlosen Apartment von André endlich wieder in einem richtigen Zuhause zu sein. Kommen Sie herein, fordert mich meine Freundin auf und hängt ihren Mantel an den Garderobenständer. Werfen Sie Ihre Sachen einfach von sich. Sie können gern auch Ihre Schuhe ausziehen. Neben der Treppe finden Sie Hausschuhe. Ich hole Ihnen einen Pulli. Ihr Kleid ist zwar schön, aber Sie werden darin frieren. Sie führt mich ins Wohnzimmer. Übrigens heiße ich Georgina. Sie können mich Georgie nennen. Wie ist Ihr Name? Beth, sage ich und fühle mich schon sehr viel wohler, weil ich an einem normalen Ort bin. Beth? Sie runzelt die Stirn. Das ist ja seltsam. Dann übernimmt sie die Rolle der Gastgeberin. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Tee, etwas Stärkeres? Ich habe Wein oder Whisky, falls Sie etwas gegen den Schock brauchen. Tee wäre wunderbar, danke, sage ich dankbar. Ja, der gute alte britische Tee. Ich bringe immer welchen von zu Hause mit, wenn ich kann. Die können das hier einfach nicht so. Ich bin froh, dass ich die Stöckelschuhe endlich ausziehen und in ein paar weiche, fellgefütterte Hausschuhe schlüpfen kann. Georgina nimmt einen Pulli von der Lehne eines Stuhles und reicht ihn mir. Während sie in der Küche ist, um den Tee zuzubereiten, ziehe ich den Pulli an und schwelge in seinen mollig-warmen Tiefen. Ich warte auf Georginas Rückkehr, schlendere durch den Raum, betrachte die Regale und die Buchrücken und die gerammten Fotos. Dieser Abend verläuft völlig anders, als ich das erwartet hatte. Ich hatte gedacht, ich würde den Zimmerservice in Anspruch nehmen, auf meinem Hotelzimmer essen, meine Liste für späte Weihnachtsgeschenke erstellen und früh zu Bett gehen, um für den Rückflug fit zu sein. Und jetzt befinde ich mich im Haus einer Fremden, irgendwo in New York, trage ein Abendkleid und habe kein Gepäck. Ich nehme einige der Fotos vom Regal. Sie zeigen Georgie mit ihren Freunden beim Skifahren, am Strand, beim Herumalbern oder elegant auf Bällen, Gartenpartys und Hochzeiten. Eine verblasste Farbaufnahme zeigt zwei Erwachsene und zwei Kinder auf der Veranda einer großen Villa vor exotisch-tropischem Hintergrund. Ich betrachte dieses Bild aufmerksamer. Bei den Kindern handelt es sich um einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist nur wenig älter. Beide haben dunkle Haare und braune Augen. Das Mädchen ist Georgie, da bin ich sicher, trotz des Unterschieds zwischen dem Kind mit den kurzen Haaren und den schlachsigen Gliedern und der eleganten Frau in der Küche. Der Junge muss ihr jüngerer Bruder sein. Er hat ihre Augen und dieselbe gebräunte Hautfarbe. Hinter ihnen stehen ihre Eltern, der Mann im Anzug, die Frau in einem geblümten Sommerkleid mit Strohhut. Ich stelle das Foto wieder auf das Regal und gehe zu dem Kamin, auf dem sich noch mehr Fotos in silbernen Rahmen befinden. Georgie kommt mit einem Becher Tee herein, den sie auf den Couchtisch stellt. So, alles da, ruft sie fröhlich. Setzen Sie sich und machen Sie es sich bequem. Danke, sage ich. Ich habe mir Ihre Fotos angeschaut. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Natürlich nicht. Ich zeige auf das Foto von den beiden Kindern mit ihren Eltern. Sind sie das? Georgie schaut in die Richtung, in die ich zeige, und nickt. Ja, mein Bruder, ich und meine Eltern, die jetzt beide tot sind. Oh, das tut mir leid. Sie scheint mir für eine Vollweise sehr jung zu sein. Ja, das ist ziemlich mies, aber so ist es nun einmal. Mein Vater hat viel zu hart gearbeitet und meine Mutter hat zu viel getrunken. Sie war die Frau eines Diplomaten und tödlich gelangweilt von den endlosen Partys, an denen sie teilnehmen musste, vor allem, als wir noch im Ausland lebten. Sie hat ihre Heimat schrecklich vermisst. Zu guter Letzt waren die Cocktails ihr einziger Trost. Ein trauriger Ausdruck huscht über Georgies Gesicht. Und am Ende haben die Cocktails sie umgebracht. Sie war erst fünfzig. Das ist furchtbar traurig, sage ich mitfühlend. Georgie lächelt. Ja, ich vermisse sie immer noch. Um ehrlich zu sein, hat mich das ein wenig zu einer Gesundheitsfanatikerin gemacht. Aber das ist ja nicht schlecht. Vielleicht lernen wir hin und wieder tatsächlich etwas aus den Fehlern unserer Eltern. Ich frage mich, ob sie einen Partner oder Ehemann hat, der sie trösten kann, wo sie doch ihre Eltern verloren hat. Aber nichts in dieser Wohnung lässt darauf schließen, dass hier noch jemand wohnt. Und es kommt mir unhöflich vor, danach zu fragen. Ich muss an das andere Kind denken, das auf dem Foto neben ihr auf der Veranda steht. Lebt ihr Bruder auch hier in New York? Sie seufzt sehnsüchtig. Ich wünschte, es wäre so. Aber er ist viel zu umtriebig, um es lange an einem Ort auszuhalten. Ich liebe ihn sehr, aber es ist nicht leicht, mit seinem Tempo Schritt zu halten. Immer wieder verschwindet er monatelang. Und er ist sehr verschlossen, was sein Leben angeht. Ich wusste nicht einmal, dass er heute hier sein würde. Ich habe ihn erst zu Weihnachten erwartet. In diesem Augenblick klingelt es an der Tür. Das muss er sein, sagt Georgie. Einen Moment, bitte. Sie geht hinaus und ich drehe mich wieder zum Kamin. Mein Blick fällt auf ein großes Foto, das nicht gerahmt ist. Es lehnt hinter den anderen an der Wand. Ich ziehe es hervor. Aus dem Flur höre ich stimmen. Hallo, mein Lieber. Und? Wo ist sie? Die Antwort ertönt in einer tiefen, männlichen Stimme. Sie hat es nicht geschafft. Ich bin allein. Im selben Moment, in dem ich das Foto vom Kamin-Sims nehme, durchbohrt mich die Stimme wie ein Pfeil. Mir wird klar, dass ich ein Foto von Georgie und Dominic anschaue. Die Köpfe eng zusammengesteckt, mit einem breiten Lächeln in ihren Gesichtern. Gebräunte, dunkeläugige Gesichter. Und ich weiß ohne jeden Zweifel, dass die Stimme, die ich draußen im Flur höre, seine ist. Dominic. Ich hole Tiefluft. Die Erkenntnis macht mich schwindelig und ich fahre herum. In der Tür steht Georgie. Beth, das ist mein Bruder Dominic. Sie dreht sich um und zeigt auf den Mann hinter sich. Ich kann mich nicht rühren, als ich Dominic dort stehen sehe. Groß, gut aussehend. Der Anblick, den ich mir mehr als alles auf der Welt gewünscht habe. Er starrt mich ebenfalls verblüfft an. Dann breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Beth. Unglaublich, ruft er und kommt mit offenen Armen auf mich zu. Ich eile zu ihm und verliere mich in seiner Umarmung. Halb muss ich lachen, halb weinen. Freude und Erleichterung durchströmen mich, weil ich wieder mit ihm zusammen bin. Sein Körper ist warm und presst sich herrlich an meinen und ich will ihn nie mehr loslassen. Niemals wieder. Man muss es dir lassen. Deine Fähigkeit, mich zu überraschen, ist grenzenlos, sagt er zärtlich und küsst meine Stirn. Gerade wenn ich denke, dass du einfach verschwunden bist, bringt das Schicksal dich mir zurück. Er löst sich von mir, um mir in die Augen zu schauen. Aber was um alles in der Welt machst du hier? Ein Moment mal, Dominic. Georgie stemmt die Hände auf die Hüften und wirkt völlig perplex. Willst du mir etwa sagen, das ist Beth? Deine Beth, die du heute Abend mitbringen wolltest? Dominic dreht sich lächelnd zu ihr. Seine Augen strahlen. Genau die. Sie war nicht in ihrem Hotel, als ich dort vorbeischaute. Geschieht mir recht. Das war die Strafe dafür, dass ich einen Überraschungsbesuch für eine gute Idee hielt. Wie um alles in der Welt hast du sie gefunden? Georgie schaut besorgt. Dom, kann ich kurz mit dir reden? Sie winkt ihn in den Flur. Er lässt mich nur zögernd los. Das spüre ich. Dennoch sagt er, klar. Er folgt ihr nach draußen. Ich bleibe im Wohnzimmer, beschwingt und aufgeregt. Aber ich kann hören, was sie draußen reden. Dom, diese Frau hat etwas mit André Dubowski, zischelt Georgie. Ich habe sie weinend in der Toilette eines Restaurants gefunden, weil er versucht, sie zu einer festen Bindung zu zwingen. Weißt du, wie unglaublich gefährlich das ist? Deine Geschichte mit ihm ist wohl kaum als süß und locker zu bezeichnen. Er wird es nicht gut aufnehmen, wenn du ihm die Freundin stielst. Ich stehle nichts und niemanden, erwidert Dominic ruhig. Beth und ich waren schon zusammen, als sie André noch gar nicht kannte. Wie bitte? Wie kann das sein? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir gern mal in aller Ruhe. Aber Beths Sachen sind bei Dubowski. Ich wollte dich losschicken, um sie zu holen, aber das scheint mir unter diesen Umständen echt keine gute Idee zu sein. Georgie. André glaubt, er könne sie einfach haben, wenn er will. Aber Beth wird das nicht zulassen. Und ich auch nicht. Lass uns wieder zu ihr gehen. Ich mag nicht hinter ihrem Rücken über sie reden. Sie kommen wieder ins Wohnzimmer. Georgie wirkt peinlich berührt und besorgt, Dominic dagegen stark und glücklich. Er kommt auf mich zu und legt mir den Arm um die Schultern. Es klingt, als seien verrückte Dinge passiert. Versucht es André wieder auf dieselbe Tour wie immer? Ich nicke. Spüre, wie die entsetzliche Last auf meinen Schultern von mir genommen wird. Oh Dominic, er ist schlimmer denn je. Ich will alles darüber hören. Er lächelt zu mir herab. In seinen dunklen Augen lese ich zu meiner unendlichen Erleichterung Liebe und Vertrauen. Aber lass uns erstmal Atem holen. Ich bin immer noch etwas benommen. Ich wollte dich heute Abend überraschen. Aber wie gewöhnlich ist deine Überraschung größer und besser. Georgie, machst du mir auch einen Tee? Ich hab deine Art Tee zu brühen vermisst. Er schenkt ihr ein Lächeln. Georgie schaut ihn kopfschüttelnd an und seufzt, als ob er ein hoffnungsloser Fall sei. Aber sie kann seinem Charme nicht widerstehen. Ist gut, Dom. Tee kommt sofort. Kaum sind wir allein, zieht Dominic mich an sich. Seine Berührung elektrisiert mich sofort. Meine Haut prickelt vor Erregung. Oh Gott, ich hab dich so vermisst, sagt er rau. Dann küsst er mich. Anfangs sind seine Lippen zärtlich, aber rasch werden sie leidenschaftlicher und mein Mund öffnet sich. Ich spüre seine Zunge, die warm in mich eindringt, mein Mund erforscht, Schauer des Begehrens in mir auslöst. Alles Zeitgefühl schwindet unter seinem Kuss. Schließlich, während er mich weiter festhält, murmelt er an meinem Ohr. Gott sei Dank geht es dir gut. Ich hab mir solche Sorgen gemacht, seit ich im Hotel zu hören bekam, dass du abgereist bist. Andre hat mich verfolgen lassen, erkläre ich. Dominic führt mich zum Sofa. Wir setzen uns, halten uns an den Händen. Er setzt mich schrecklich unter Druck, stößt übelste Drohungen aus, gegen dich und gegen Marc. Er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass er mit mir zusammen sein will. Dominics Augen funkeln gefährlich und mit leiser Stimme sagt er, so, so, will er das. Tja, er wird lernen müssen, dass er weder mit seinen Einschüchterungsmethoden noch mit seinen Drohungen Erfolg haben wird. Soll er es doch ruhig versuchen, sag ich. Wenn er kämpfen will, kann er das haben. Ich lege meine freie Hand auf sein Knie und warne ängstlich. Dominic, bitte. Du weißt nicht, wie er ist. Die Dinge, die er gesagt hat, ich hab Angst. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er dir wehtut. Im Gegenteil, erwidert Dominic. Ich weiß ganz genau, wie er ist. Deshalb verhält er sich ja so. Er will mich ausschalten, weil ich all seine Schwächen kenne. Solange ich für ihn gearbeitet habe, war ich loyal und bereit, ehrenhaft mit ihm umzugehen und die Geheimnisse, die er mir anvertraut hat, für mich zu behalten. Aber jetzt hat er klar gemacht, wie er weiter vorgehen will. Und das soll mir recht sein. Er wird es noch bedauern, mich herausgefordert zu haben. Was hast du vor? Mich beunruhigt die Vorstellung, dass ich Dominic mit jemand von Andres Macht und Einfluss anlegen will, aber Dominic wirkt momentan stärker und selbstbewusster denn je. Ich hab da ein paar Ideen, deutet er geheimnisvoll an. Aber lass uns jetzt nicht darüber reden. Warte, bis wir bei mir zu Hause sind. Bei dir zu Hause? Wiederhole ich verwirrt. Dominic nickt. Die Dinge ändern sich gerade sehr, Beth. All meine Arbeit der letzten Wochen zahlt sich jetzt aus. Ich konnte einige große Investoren an Bord holen und meine Firma steht kurz davor, eine bedeutende Rolle im weltweiten Terminwarenhandel zu spielen. Ich eröffne nicht nur in London ein Büro, sondern auch hier in New York. Es wird Dubrovsky nicht gefallen, wenn er hört, wer meine neuen Partner sind. Vor allem, weil es Menschen sind, die er in der Vergangenheit für sich gewinnen wollte, aber daran gescheitert ist. Er zieht mich an sich. Meine Sekretärin hier hat hier in New York eine Wohnung für mich gemietet, bis ich etwas finde, das ich kaufen will. Ich starre Dominic an. Er ist jetzt sein eigener Chef und das passt zu ihm. Mir wird klar, dass er diesen Plan verfolgt hat, seit ich ihn kenne. Und jetzt ist er wie ein Panther, der frisch erwacht seine Glieder streckt und die Muskeln spielen lässt, um seine Kräfte in der Jagd auszutesten. Georgie kommt mit zwei weiteren Bechern Tee ins Wohnzimmer, stellt sie auf dem Tisch ab und setzt sich in den Sessel. Inzwischen wirkt sie schon etwas entspannter. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, sagt sie, schüttelt den Kopf und schaut von mir zu Dominic. Als du mir sagtest, dein Name sei Beth, hielt ich das für einen seltsamen Zufall, weil Dom mit einer Beth herkommen wollte, aber mir kam nie der Gedanke, es könnte sich um ein und dieselbe Person handeln. Das ist wirklich merkwürdig, gebe ich ihr Recht. Meine Hand liegt immer noch auf der von Dominic. Ich werfe ihm einen Blick zu. Er hat mir nie erzählt, dass er eine Schwester hat. Dominic runzelt die Stirn und meint ausweichend. Habe ich das nicht? Nein, hast du nicht. Georgie reicht ihm einen der dampfenden Becher. Das überrascht mich überhaupt nicht, Beth. Ich hatte bis heute auch keine Ahnung, dass du existierst. Sie wirft ihrem Bruder einen leicht tadelnden Blick zu. Du musst wirklich lernen, mehr von dir preiszugeben, Dom. Ich werde es versuchen, sagt er lächelnd und nimmt ihr die Tasse ab. Danke für den Tee. Sie müssen dafür sorgen, dass er sich ändert, Beth, sagt Georgie zu mir. Ich lächle sie an. Es gefällt mir wahnsinnig gut, Dominic auf einmal in seinem familiären Umfeld zu erleben. Ich fühle mich ihm jetzt, da mich seine Schwester akzeptiert hat, näher denn je. Sie nimmt einfach an, wir seien ein ganz normales Paar. Der Gedanke erfüllt mich mit Wärme und Glück. Übrigens, Georgie, sagt Dominic, ich fürchte, ich kann nicht so lange bleiben wie geplant und ich nehme Beth mit. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest, antwortet Georgie, aber ohne verärgert zu klingen. Tja, es ist immer schön, dich zu sehen, egal wie kurz deine Besuche sind. In Zukunft werde ich sehr viel öfter hier sein, erklärt Dominic. Ich habe vor, die Hälfte des Jahres in New York zu arbeiten. Großartig, ruft Georgie und wirkt gleich viel glücklicher. Bei deinem ewigen Herumreisen war es schwer, mitzubekommen, wie es meinem kleinen Bruder eigentlich geht. Ich will mehr von dir sehen. Sie wendet sich an mich. Was ist mit dir, Beth? Wo lebst du? In London, erwidere ich und fühle mich plötzlich elend. Wie soll denn eine Beziehung aussehen, in der ich sechs Monate im Jahr auf Dominic verzichten muss? Haben wir überhaupt eine Chance? Dann spüre ich, wie sich sein Griff um meine Hand verstärkt. Im Moment noch, sagt er leise. Und eine Welle des Glücks durchströmt mich, als er lächelnd auf mich herabblickt. Eine halbe Stunde später sausen wir in einem stahlgrauen Sportwagen durch die Straßen von New York. Es war sehr nett, von deiner Schwester mir anzubieten, ich könne bei ihr bleiben. Ich hoffe, sie hält mich jetzt nicht für unhöflich. Ich bin sicher, das tut sie nicht, sagt Dominic, den Blick auf die Straße gerichtet. Sie war wirklich sehr nett zu mir. Ich schweige kurz und sage dann, weißt du, du hast mir nie viel von dir erzählt. Nicht über Georgie und auch nicht über deine Eltern. Es tat mir sehr leid, als ich hörte, dass sie beide gestorben sind. Es tritt stiller ein, während Dominic auf die Straße starrt. Dann sagt er leise, du weißt, dass es mir immer schon schwer gefallen ist, über diese Dinge zu sprechen. Aber ich bin froh, dass du Georgie getroffen hast. Das bin ich wirklich. Und ich verspreche, dir künftig mehr zu erzählen. Ich bin erleichtert, als er das sagt. Aber ich will ihn nicht drängen. Nicht jetzt. Darum sage ich, es wäre nett gewesen, noch ein bisschen bei Georgie zu bleiben und sie etwas besser kennenzulernen. Hm. Dominic wirft mir einen bedeutungsschweren Blick zu. Dazu ist später Zeit. Aber nicht jetzt, Beth. Mit der rechten Hand berührt er meinen Hals. Ich hoffe, du verstehst das, aber all die Dinge, die ich jetzt gleich mit dir tun will, kann ich nicht im Gästezimmer meiner Schwester tun. Das ist nun wirklich nicht mein Stil. Mich durchläuft ein köstlicher Schauder der Vorfreude. Der heutige Abend verspricht, auf eine Weise zu enden, die ich mir nie hätte vorstellen können, als ich auf der Damentoilette einen Heulkrampf bekam. Geschickt lenkt uns Dominic durch den Verkehr von Manhattan. Dann verlässt er plötzlich die Straße und biegt in ein unterirdisches Parkhaus. Er bringt den Wagen zum Stehen und schaut mich an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Da sind wir, sagt er leise. Mein Herz pocht laut und schnell in der Brust, während das Adrenalin der Erregung durch mich pulsiert. Er öffnet die Tür, steigt aus, geht um den Wagen herum und öffnet auch meine Tür. Er streckt die Hand aus und ich ergreife sie. Während er mir aus dem tiefliegenden Sitz hilft, zieht er mich urplötzlich mit festem Griff hoch, sodass ich direkt in seine Arme fliege. Er presst mich an sich, fährt mit einer Hand über meinen Rücken und meinen Hintern. Ich stache ihm in die Augen, sehe das Verlangen, das darin brennt. Und dann senkt er seinen Mund auf meine Lippen und küsst mich. Ich gebe mich ihm völlig hin, öffne meine Lippen und lasse seine Zunge Besitz von mir ergreifen. Er schmeckt herrlich. Ich will ihn trinken, ihn in den Kern meines Wesens aufsaugen, eins mit ihm werden. Ich lege den Kopf schräg und lasse mich in seine Arme sinken, während prickelnde Erregung in mir aufsteigt. Er presst sich an mich und ich spüre das harte Wagendach in meinem Rücken. Dominik schiebt sein Knie zwischen meine Schenkel, drückt meine Beine sanft auseinander, damit er sich dazwischen pressen kann. Ich spüre die Ausbuchtung in seinem Schritt und seufze vor Entzücken angesichts dieses Beweises seiner Lust. Ich will dich, hier und jetzt, sagt er leise. Aber er schaut zu der Überwachungskamera hoch, die uns im Blick hat. Ich möchte nicht, dass sich die Wachleute an uns aufgeilen. Lass uns nach oben gehen. Ich muss schwer schlucken und versuche, mein Gleichgewicht wiederzufinden. Ich war bereit gewesen, mich von ihm hier vögeln zu lassen, gegen den Wagen gelehnt oder auf dem öligen Boden des Parkhauses. Stattdessen nimmt er mich an der Hand und führt mich zum Aufzug. Die Türen gleiten auf und wir stehen in der verspiegelten Aufzugskabine. Ich schaue nach oben, in das dunkle Auge einer weiteren Überwachungskamera. Zum Teufel damit, sagt Dominik. Ich will dich jetzt küssen. Während der Aufzug nach oben gleitet, zieht er mich an sich und küsst mich heftig, seine Zunge fieberhaft in meinem Mund, meine Zunge in seinem. Wir sind unersättlich. Meine Finger fahren in sein Haar, ziehen seinen Kopf zu mir. Seine Arme sind fest um mich geschlungen. Eine Hand streichelt meinen Nacken und die sensiblen Stellen unter meinem Ohr und an meinem Hals. Ich möchte ihn anflehen, mich hier und jetzt zu nehmen, ganz egal, wer zusieht. Aber stattdessen schwelge ich in der Leidenschaft unseres Kusses. Ich weiß, es dauert nicht mehr lange, dann bekomme ich, was ich will. Der Aufzug bleibt stehen und die Türen gleiten auf. Ich blinzle verwirrt, als wäre ich gerade aus einem intensiven Traum erwacht. Komm, murmelt Dominik und nimmt meine Hand. Er führt mich den Flur entlang zu einer Wohnungstür, die er mit einem Kot öffnet, den er in eine Schalttafel an der Wand eintippt. Wir betreten ein großes Apartment mit Panoramablick auf die Stadt aus der deckenhohen Fensterfront. Die Wohnung ist nur minimal möbliert, wirkt kahl und unbewohnt. Ist nur gemietet, erklärt Dominik und schließt die Tür hinter uns. Ich werde nicht lange hier wohnen und bis dahin reicht es. Ich drehe mich zu ihm und lasse meinen Mantel aufgleiten. Jetzt stehe ich in meinem roten Cocktailkleid mit den Stöckelschuhen vor ihm. Sein Blick gleitet bewundernd über mich. Du siehst umwerfend aus, sagt er. Dann fallen ihm die Perlen um meinen Hals auf. Sind die neu? Ich öffne die Kette und lasse sie in die Tasche meines Mantels gleiten, der gleich darauf auf den Boden fällt. Ausgeliehen, erwidere ich. Ich glaube, um Mitternacht löst sich alles in Luft auf. Er schaut auf seine Armbanduhr. Es ist schon fast Mitternacht. Deshalb muss alles weg. Ich greife nach dem Reißverschluss an der Seite meines Kleides und ziehe ihn nach unten. Mit einer leichten Drehung lasse ich die Seide über meinen Körper nach unten gleiten, bis sie zu meinen Füßen liegt. Ich steige heraus und stehe in BH und Höschen vor Dominik. Ich warte, bis sein Blick von Kopf bis Fuß über mich gewandert ist, dann kicke ich mir die Stöckelschuhe von den Füßen. Na bitte, sag ich. Der Bann ist gebrochen. Der Zauberer hat keine Macht mehr über dich, sagt Dominik und starrt mich intensiv an. Die hatte er nie, erwidere ich. Er hat es nie geschafft, mich in seinen Turm zu sperren, gleichgültig, wie sehr er das auch wollte. Dominik tritt einen Schritt auf mich zu. Beth. Mein Herz schlägt schneller, als ich das höre. Beth? Flüstere ich. Nicht Rosa? Er lächelt mich an. Ein herrlich schiefes Lächeln, dessen Anblick mich innerlich jubeln lässt. Ich bete Rosa an. Sie ist so süß, so hingebungsvoll, so unterwürfig. Es bereitet mir großes Vergnügen, Rosa gehorsam beizubringen und ihr zu zeigen, wozu sie fähig ist. Ich hoffe, ich werde dazu noch oft die Gelegenheit haben. Er tritt einen weiteren Schritt auf mich zu. Seine Nähe lässt meine Sinne erbeben. Aber Rosa hat auch etwas sehr Wichtiges bewirkt. Sie hat mich dir wieder nahegebracht, Beth. Jetzt steht er so dicht vor mir, dass ich die Wärme spüre, die sein Körper ausstrahlt. Ich atme seinen umwerfenden Duft ein. Es macht mich schwindelig und das Verlangen brodelt heiß in meinen Tiefen. Rosa ist meine Spielgefährtin. Aber Beth, du bist meine große Liebe. Ich ziehe die Luft ein. Es ist wunderbar und so erfüllend, ihn das Sagen zu hören. Er liebt mich. Ich wünschte es mir. Ich wusste es irgendwie. Aber es aus seinem Mund zu hören, ist hinreißend. Ich liebe dich auch, erwidere ich flüsternd. Er streckt die Hand aus und fährt sanft über meine Schulter und meinen Oberkörper. Seine Fingerspitzen hinterlassen eine brennende Spur auf meinem Busen, der sich unter meinem zunehmend schweren Atem hebt und senkt. Gommenics Berührung setzt mich in Flammen, aber dieses Mal ist es anders als sonst. Ich bin heute nicht Rosa, und dieser Mann ist nicht mein Herr und Meister. Es geht nicht um eine spielerische Strafe, die meine Sinne wecken und mich in einen Mahlstrom des Verlangens versetzen soll. Stattdessen spüre ich mit jeder Berührung seiner Hand seine Zärtlichkeit. Als ob er über die Weichheit meiner Haut und die Köstlichkeit meiner Brüste ebenso staunt wie ich über seine männliche Schönheit. Er nimmt meine Hand und führt mich durch eine Tür in den angrenzenden Raum. Er ist kaum möbliert, nur mit einem Bett und einer Kommode und einer Lampe, die ein goldenes Licht verbreitet und den restlichen Raum in Schatten taucht. Als wir zum Bett kommen, dreht Dominic sich um und nimmt mich in die Arme. Er presst mich an sich und küsst mich unendlich langsam und intensiv. Wir verlieren uns ineinander, gehen in den Bewegungen unserer Lippen und Zungen auf, schmecken einander und steigern nach und nach die rollende Erregung in unseren Lenden. Mir wird klar, wie sehr ich diesen Augenblick genieße, indem die Vorfreude und das wachsende Verlangen das herrliche Gefühl eines Begehrens erschaffen, das bald erfüllt werden wird. Während unsere Körper darauf reagieren, meiner auf seine harte Männlichkeit, seiner auf die weiche Weiblichkeit meines Busens und dem köstlichen Herzen meines Geschlechts, wissen wir beide, dass wir die Fähigkeit besitzen, intensives Entzücken zu geben und zu nehmen. Wir können uns herrlichen Wonnen hingeben, in unserer Lust füreinander schwelgen, alles tun, was wir wollen, weil wir auf derselben Wellenlänge liegen, dasselbe Verlangen teilen und, was am besten ist, dasselbe Herz. Unser Vergnügen aneinander ist deshalb so süß, weil es niemanden sonst auf der Welt gibt, mit dem wir diese Lust teilen wollen. Wenn wir zusammen sind und sein Körper mit meinem Verschmolzen ist und sich in mir bewegt, wenn unsere Lippen aufeinander liegen, dann brauchen wir niemand sonst und nichts anderes. Unsere ganze Welt sind wir selbst und die Freude an unserer Vereinigung. Und an diesem Abend, rufe ich mir in Erinnerung, bin ich nicht Rosa. Ich knöpfe sein Hemd auf, etwas, das Rosa niemals tun würde, außer man hätte es ihr befohlen. Dominik schaut zu, wie meine Finger nach unten wandern. Seine Brust hebt und senkt sich etwas schneller, als ich damit fertig bin und die gestärkte Baumwolle über seine muskulösen Arme schäle. Ich lasse das Hemd auf den Unterarmen, sodass er darin gefangen ist, die Arme an den Seiten und fahre mit meinen Händen über seine Brust und die weichen Haare zwischen seinen Brustwarzen. Ich beuge den Kopf vor und nehme eine Brustwarze in den Mund, lasse meine Zunge über die kleine rote Knospe rollen. Vorsichtig knabbere ich mit den Zähnen daran, während ich die andere zwischen Daumen und Zeigefinger kneife und leicht daran drehe. Dominik stöhnt leise. Es gefällt ihm, das merke ich. Nachdem ich seine Brustwarzen so lange stimuliert habe, bis sie hart sind, wandert mein Mund weiter über seine Brust zu seinem Arm, wo ich seinen Duft einatme und leicht hineinbeiße. Meine Hände fahren über seinen Bauch und seinen Rücken. Meine Nägel bohren sich in ihn. Ich spüre sein Verlangen in der Art und Weise, wie er mich ansieht, während ich seinem Körper meine Referenz erweise, mit meinen Lippen, meiner Zunge, meinen Fingerspitzen. Ich genieße es, ihn zu spüren, genieße die Empfindungen, die ich in ihm wachrufe. Ich stelle mich auf Zehenspitzen und küsse seinen Hals, beiße zart in seine Haut, lecke ihn, schmecke ihn und arbeite mich auf seinen Mund zu. Er sehnt sich nach einem Kuss, das spüre ich, aber ihn fesselt immer noch das Hemd, das ich ihn nicht ausziehen lasse. Ich presse mich an ihn, lasse meine Brüste über seinen nackten Oberkörper gleiten. Der Stoff meines Büstenhalters stimuliert meine Brustwarzen, während ich damit über seine Haut streife. Zu guter Letzt hebe ich ihm den Kopf entgegen und berühre seine Lippen ganz leicht mit meinen, löse mich jedoch von ihm, bevor er den Kuss haben kann, nachdem er sich sehnt. Dann presse ich meine Lippen wieder auf seine Lippen. Dieses Mal gleite ich auch mit meiner Zunge über sie. Er öffnet seinen Mund, sein Atem geht schneller, aber ich lasse noch nicht zu, dass er an Tempo zulegt. Ich möchte noch eine Weile in dieser herrlichen Vorfreude schwelgen, und die Art und Weise, wie ich das tue, erregt uns beide. Jetzt lege ich mehr Kraft in meine Zunge, tauche sie gerade lange genug zwischen seine Lippen, dass er denkt, er könne sie ganz in Besitz nehmen, bevor ich mich ihm wieder entziehe und seine vollen Lippen küsse, die ich so sehr liebe. Schließlich kann ich nicht länger warten. Ich sehne mich nach den dunklen Tiefen seines Mundes. Ich presse mich in seinen Mund, nehme ihn ganz in Besitz, labe mich an seinem berauschenden Geschmack. Er reagiert heftig, nimmt, was er von mir kriegen kann. Ich ziehe sein Hemd nach unten, damit seine Hände frei sind, und sofort legt er sie um mein Gesicht, als ob er mich so nah an sich pressen möchte, wie es ihm nur möglich ist. Ich weiß nicht, wie lange wir uns so küssen, aber unsere Sinne sind durch das Spiel unserer Zungen und Lippen fast bis über die Grenze des Erträglichen erregt. Noch nie zuvor habe ich so lange in einem Kuss geschwelgt, oder mir bewusst gemacht, wie das Verlangen an Kraft gewinnt, je länger zwei Menschen küssend miteinander vereint sind. Ich habe das Gefühl zu fliegen, während unsere Küsse immer tiefer und allumfassender werden. Plötzlich merke ich, dass Dominik mich hochgehoben hat, und instinktiv schlinge ich die Beine um ihn, damit er mich mühelos auf das niedrige Bett legen kann. Langsam sinkt er auf die Knie, unsere Lippen immer noch aufeinandergepresst. Er legt mich auf das Bett ab und löst sich von meinen Lippen. Ich liege auf dem Rücken und er kniet über mir, starrt aus dunklen, brennenden Augen auf meinen Körper herab. Ich fahre mit meinen Fingerspitzen über seine Brust, über den Umriss seiner durchtrainierten Muskeln, ziehe eine Spur durch die dunklen Haarwirbel über seinem Bauchnabel. Die Haare führen hinunter, wo mich ein Schatz erwartet, wie ich weiß. Ich sehe ihm tief in die Augen, während meine Finger seinen Gürtel öffnen und dann die Knöpfe seiner Hose. Ich bin mir der Hitze bewusst, die er ausstrahlt, und ich sehe die große Ausbuchtung unter dem Stoff, aber ich achte sehr darauf, sie nicht zu berühren. Noch nicht. Ich will, dass wir unser Entzücken langsam angehen. Dies hier ist keine Nacht für Spielchen oder übereilte Freuden, in der wir atemlos voranpreschen, das Ende des Laufes rasch erreichen wollen. Dies ist eine Nacht für ein langsames, sinnliches Liebesspiel. Nur für uns zwei. Für Dominic und Beth, deren Körper so herrlich zusammenpassen. Er sieht mich an, keucht leicht, während ich seine Hose nach unten ziehe und seine Boxershorts freilege. Jetzt sehe ich auch seine prachtvolle Männlichkeit, hart und lang und voller Verlangen nach mir. Ich greife in seine Shorts und lasse sie frei, damit sie sich stolz und eifrig erheben kann. Dominic stößt ein leises Seufzen aus, als ich seinen Schwanz berühre, aber ich lasse ihn sofort wieder los und weide stattdessen meinen Blick an ihn. Er ist so schön, und der Anblick löst ein Pochen zwischen meinen Beinen aus, das mir sagt, dass mein Geschlecht mehr als bereit ist, den eisernen Schwanz in seiner heißen, feuchten Tiefen aufzunehmen, aber noch nicht, noch nicht. Zuerst will ich ihm Lust bereiten. Ich will seine Erektion küssen und lecken, sie in den Mund nehmen, Liebe mit ihr machen. Er kniet immer noch vor mir, darum richte ich mich auf und halte ihn an der Hüfte, damit ich mit meiner Zunge über seinen Schwanz fahren kann, von dem Nest seiner Hoden bis hin zur Eichel. Er stöhnt, während meine Zunge über seinen Penis gleitet und um das winzige Loch in der Eichel eine Acht malt, bevor sie wieder nach unten züngelt. Dann schlecke ich die sensible Haut, bade sie in meinem Mund und mit meinen Lippen, meinen Zähnen und wandere mit meiner Zunge von der heißen, festen Spitze bis zur Basis. Ich wiederhole das zweimal, lasse mir in jeder Phase der Reise entlang seines Schwanzes so viel Zeit wie möglich. Ich weiß, dass er es kaum noch aushalten kann, aber ich stelle ihn auf höchst ergötzliche Weise auf die Probe. Ich höre, wie schwer er atmet, während er mir bei meiner Reise zusieht. Ich feuchte ihn mit meinem Mund an. Seine Finger spielen mit meinem Haar und streichen mir über den Kopf, verstärken den Druck, wann immer ich eine empfindliche Stelle berühre oder mich weiter bewege. Er stöhnt leise, als meine Zähne zubeißen, gerade fest genug, um ihn nach Luft schnappen zu lassen. Oh Gott, Beth, murmelt er. Ich halte es nicht mehr lange aus. Oh verdammt, was machst du mit mir? Ich lasse seinen Penis los und lege mich langsam auf den Rücken. Er weiß sofort, was er tun muss, dreht sich um und legt sich neben mich. Sein Penis ist jetzt direkt vor meinem Mund und sein Gesicht liegt an meinem Geschlecht. Seine Zunge und seine Zähne knabbern bereits an meinen Oberschenkeln. Ich seufze vor Entzücken. Ich hungere nach ihm, mein Mund nach seinem Schwanz und meine Klitoris nach der Berührung seiner Zunge. Und ich will alles auf einmal. Er weiß das und versteht es. Und er will all das ebenso sehr wie ich. Sein Schwanz presst sich an meine Lippen, während er meinen Duft einatmet. Seine Zunge wagt sich vor, kitzelt und spielt mit meinem Eingang. Er scheint es zu genießen, meine Säfte zu schlecken, die ihm entgegenströmen. Bedächtig leckt er meine Schamlippen und streicht mit seiner Zunge über die brennende, sensible Knospe, die sich danach sehnt, mit seiner Zunge verwöhnt zu werden. Während ich ihn so tief in meinen Mund aufnehme, wie es mir möglich ist, und fest an ihm sauge, vergräbt er sein Gesicht in mich, und seine Zunge schenkt mir unerträglich herrliche Empfindungen, die meine Gliedmaßen butterweich werden lassen. Während wir uns gegenseitig mit dem Mund köstliche Freuden bescheren, spüre ich, wie sich meine Erregung aufbaut. Mein Geschlecht pulsiert unter dem Ansturm der Wellen, die jedes Mal, wenn er seine Zunge in mich presst oder mit ihr meine Klitt kitzelt, durch meinen ganzen Körper laufen. Meine Vagina will von ihm erfüllt werden, will gnadenlos und rhythmisch einem Höhepunkt entgegengetrieben werden, und während Dominic leckt und schlägt, öffnet sie sich wie eine Blume und beschert mir ein köstliches Zucken, das immer stärker wird. Aber ich will noch nicht kommen. Jetzt noch nicht. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ich löse mich von Dominics Erektion und er begreift sofort. Er dreht sich wieder um und sein Gesicht kommt an meinem zu liegen. Seine Lippen sind feucht von meinen Säften. Er nimmt meinen Mund in Besitz, presst seine Zunge tief in mich, vermittelt mir den Geschmack meines Geschlechts, das er so gründlich genossen hat. Ich erwidere seine Küsse heißhungrig, erregt von den Düften unseres Liebesspiels. Keiner von uns hält es noch länger aus. Unsere Körper vibrieren vor Begehren, spüren die Notwendigkeit, ineinander zu versinken. Ich könnte mich nicht dagegen wehren, ihn in mich aufzunehmen, selbst wenn ich es noch ein wenig länger hinauszögern wollte. Und er atmet schwer, so sehr will er in mir sein. Ich spüre ihn, den heißen Rambock seines Schwanzes, der an meinem Eingang Position bezieht. Die natürliche Feuchtigkeit in mir lässt ihn sofort hineingleiten, als er sich in mich presst. Oh, Dominik, schreie ich auf und öffne mich ihm so weit ich kann, um ihn ganz in mich aufzunehmen. Willst du es? fragt der Heiser. Willst du das hier? Ich will es. Er gehört ganz dir. Ich gehöre ganz dir. Alles gehört dir. Er stößt kräftig in mich, zieht sich zurück, stößt erneut zu, wieder und wieder. Ich stöhne auf, mein Rücken biegt sich durch, mein Kopf fällt in den Nacken. Eine Hand packt seinen Hintern und drückt fest zu, als ob ich ihn noch tiefer in mich hineinziehen will. Mit der anderen Hand fahre ich über seinen Rücken, grabe meine Nägel in seiner Haut, erfüllt von der Leidenschaft, die er in mir weckt, als ob ich ihn drängen möchte, mich noch kräftiger zu vögeln. Er kommt meinem Wunsch nur zu gern nach. Meine auffordernden Hände und mein drängender Mund feuern ihn zu einem heftigen Rhythmus an. Er rammt seinen Schwanz tief in mich, nur um ihn wieder herauszuziehen und dann immer wieder aufs Neue in mich zu stoßen. Jeder Stoß erhöht die erotische Aufladung um ein Vielfaches. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte, bevor ich dem elementaren Drängen nach meinem Höhepunkt nachgeben muss. Ich lasse mich von jedem Rammstoß mitreißen, komme ihm mit meinem Körper entgegen, um das maximale Vergnügen aus seinen Stößen zu ziehen, und jedes Mal erschauere ich etwas mehr, komme meinem Orgasmus näher. Oh Beth, ruft er, kommst du jetzt? Komm für mich, bitte. Ich will es sehen. Seine Worte lösen einen Schauder aus, der mich über die Klippe treibt. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Es kommt mir. Ich zucke am ganzen Leib, mein Körper bietet sich ihm in heftigen, bebenden Wellen an. Ich sehe nichts mehr, und ich weiß nur, dass mich ein alles umfassendes Lustgefühl mitreißt, das in jede Faser meines Körpers ausstrahlt. Ich glaube, ich schreie laut auf. Vielleicht stöhne ich auch nur, keine Ahnung. Alles Zeitgefühl scheint aufgehoben, während die Lust mich überwältigt. Als ich schließlich wieder Atem holen kann, erschaudere ich immer noch in den letzten köstlichen Wellen meines Höhepunkts. Ich sehe Dominik über mir, dessen Blick dunkel glüht. Mir wird klar, dass er seinen Orgasmus noch nicht hatte, und ich spreize meine Beine für das zweite Vergnügen, in der glitschigen, postorgasmischen Offenheit kräftig hergenommen zu werden. Ich könnte die ganze Nacht hier liegen und die herrlichen Bewegungen seines Schwanzes in mir genießen, aber ich weiß, lange wird es nicht mehr dauern. Er nähert sich seinem Höhepunkt. Seine Stöße werden schneller. Mein Orgasmus hat eine unwiderstehliche Lust in ihm ausgelöst, und er muss jetzt selbst auch kommen. Ich spüre, wie sein Penis in mir anschwillt, seine Stöße werden langsamer und tiefer, und mit jedem Stoß steigert er sich dem Orgasmus entgegen, den er so sehr braucht. Ich öffne die Augen, lasse ihn mit Blicken wissen, welchen Genuss er mir bereitet hat, und sehe, wie er steif wird, den Rücken durchbiegt und wie sich sein Orgasmus in einem köstlichen Strahl ergießt. Oh, Beth, stöhnt er, als er kommt. Ich umarme ihn fest, genieße die Süße seines Höhepunkts und die Liebe, die ich aus seiner Stimme heraushöre. Wir wachen auf, als die Wintersonne durch das Fenster in die Wohnung fällt. Auf den glatten Seidenlaken seines Bettes liegen wir uns in den Armen und sagen eine Weile kein Wort, genießen nur unsere Nähe. Mein Kopf liegt an Dominics Brust. Ich höre das rhythmische Schlagen seines Herzens und denke müßig, dass Seidenlaken zwar angeblich so wunderbar sein sollen, aber ich definitiv Baumwolllaken bevorzuge. Baumwolle kann kühl oder warm sein, je nachdem, was man will, und man riskiert nie, auf der glatten Oberfläche vom Bett zu rutschen. Während mir diese Gedanken träge durch den Kopf gehen, streichelt Dominic mein Haar und reibt gelegentlich mein Ohrläppchen zärtlich zwischen Daumen und Zeigefinger. Du musst mir von André erzählen, sagt er schließlich. Ich muss wissen, wie die Dinge zwischen euch liegen. Ich erzähle ihm alles, was seit unserem Treffen in Paris passiert ist, wie André scheinbar die Situation mit dem Gemälde akzeptiert und welchen Kompromiss er mit dem Abt ausgehandelt hat. Da fällt mir ein, sage ich, ich glaube dein Freund Bruder Giovanni war dort. Dominic schaut mich seltsam an. Ach, wirklich? Ich nicke. Ich habe ihn natürlich nicht erkannt, weil es ja dunkel war, als ich ihn traf, aber mir kam seine Stimme bekannt vor, und er hat sich nach dir erkundigt. Dominics Gesicht verdunkelt sich ein wenig. Hat er das? Er runzelt die Stirn. Bruder Giovanni hatte großen Einfluss auf mich, als ich im Kloster war. Er schien meine innere Unruhe zu spüren und bot mir bereitwillig ein mitfühlendes Ohr. Er war so verständnisvoll, so eifrig bemüht, mir zu helfen. Dominic umarmt mich ein wenig fester, und die Berührung seiner warmen Haut lässt mich wohlig schaudern. Es war Bruder Giovanni, der mir einige der Grundsätze des Klosters nahe brachte, dass die Dominikaner beispielsweise glauben, man könne sich durch Bestrafung selbst läutern. Ich lege meinen Kopf schräg, damit ich ihm in die Augen schauen kann. Vermutlich erschien dir das sinnvoll, sage ich leise. Er nickt. Es schien mir so unglaublich wichtig. Ich musste ja immer noch mit dem, was zwischen uns passiert war, klarkommen, damit, dass ich deine Grenzen missachtet habe, als ich dich in die Folterkammer mitnahm. Andere zu bestrafen hatte mir immer große Lust bereitet. Bis ich dich einer Strafe aussetzte, die du nicht wolltest. Es erschien mir sinnvoll, mich von den Schuldgefühlen zu läutern, indem ich mich selbst bestrafte. Und gleichzeitig hoffte ich, mich von dem Verlangen zu befreien, es noch einmal tun zu wollen. Ich war so lange Zeit ein Dom gewesen. Mich selbst zu dominieren, stellte somit die größte Herausforderung für mich da. Bruder Giovanni hat mir alles erklärt, hat mir bei jedem Schritt auf dem Weg geholfen. Er brachte mir bei, wie man das geknüpfte Seil zur Selbstgeißelung verwendet. Und eine Zeit lang hat es auch geholfen. Das hat es wirklich. Ich dachte, ich könnte den Trieb aus mir herausprügeln oder doch wenigstens mein Verlangen, dir wehzutun. Hast du's geschafft? Frage ich flüsternd. Hast du's aus dir herausprügeln können? Er schweigt eine Weile, bevor er antwortet, und ich sehe den Kampf in seinen wunderschönen braunen Augen. Nein, sagt er zu guter Letzt. Nicht ganz. Aber allein dadurch, dass ich es versuchte, habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, dass ich meine Angst vor der Liebe loswerden und akzeptieren muss, dass die Liebe mich dominiert. Aber auch, dass ich stärker bin als meine Triebe. Wenn ich es entscheide, kann ich sie in andere Kanäle lenken. Rosa? Frage ich sanft. Er lächelt mich an. Rosa ist inspirierend, meine Liebe. Sie ist die sanfte, unterwürfige Seele, die ich hin und wieder brauche. Sie zu züchtigen, erfüllt mich mit tiefer Befriedigung. Wenn ich sehe, wie sie unter meinen Anweisungen erschaudert und zum Höhepunkt kommt, dann ist das für mich außerordentlich erregend. Aber inzwischen ist für mich klar geworden, es gibt sie nur im Schlafzimmer. Und ich habe gelernt, dass mein alter Ego nicht immer anwesend sein muss. Es gibt andere Möglichkeiten zu leben, andere Wege zu lieben. Ich seufze glücklich und kuschele mich enger an seine Brust. Dann wird es also auch künftig die dunkle Seite der Erregung meines Lebens mit Dominik geben, wann immer er und ich uns entscheiden, die Welt unserer erotischen Spiele zu betreten. Ich bin glücklich. In mir trage ich die Fähigkeit, mich dem Vergnügen hinzugeben, meinen Körper auf der Straße der Unterwerfung zu größeren Freuden voranzutreiben, als ich das je für möglich gehalten hätte. Ich weiß, wir stehen noch ganz am Anfang der Reise, die uns zu den unterschiedlichsten Genüssen führen wird, und dass Dominik mein strenger, liebevoller, beschützender, strafender Führer sein wird. Ich erschaudere angesichts der erregenden Genüsse, die auf den Herrn und Meister und seine unterwürfige Rosa warten. Außerhalb dieser Welt aber gibt es Beth und Dominik, Liebende, die einander gleichberechtigt zur Seite stehen und füreinander da sind. Wenn es André nicht gäbe, wäre endlich alles perfekt. Als dieser Gedanke in mir aufkeimt, folgt ihm das bittere Gefühl von Angst und Wut. Dominik, sage ich und setze mich auf. André hat erklärt, dass er dich vernichten will. Er hat dir bis zum Jahresende Zeit gegeben, zu ihm zurückzukehren, sonst will er dich und dein Unternehmen ruinieren. Er deutete sogar an, dass es zu Gewalttaten kommen könnte, wenn du dich ihm nicht fügst. Dominik schaut spöttisch. Er ist ein Verbrecher, aber mir jagt er keine Angst ein. Wenn er glaubt, dass ich zu ihm zurückkehre, dann hat er den Verstand verloren. Ich werde nie wieder für André arbeiten. Oder sonst jemanden. Nie wieder. Jetzt habe ich das Sagen. Und genau so soll es auch bleiben. Es war mir klar, dass er so reagieren würde. Unwillkürlich muss ich seine tiefe innere Überzeugung und seine furchtlose Einstellung seinem ehemaligen Chef gegenüber bewundern, auch wenn ich um ihn fürchte. Ich weiß, er wird seine Meinung nicht ändern, auch nicht mir zuliebe. Da ist noch etwas, sage ich. Gestern Abend hat er endlich deutlich erklärt, was er von mir will. Dominik dreht sich zu mir und schaut mich fragend an. Und? Es ist … Ich zögere. Ich weiß kaum, wie ich es aussprechen soll, und mir ist etwas beklommen zumute, wenn ich daran denke, wie Dominik reagieren könnte. Es wird nicht gut laufen, da bin ich mir sicher. Er hat mir klipp und klar erklärt, dass er mich zur Lebensgefährtin auserkoren hat und ich ihm Kinder gebären soll. Dominik erstarrt. Wie bitte? sagt er mit eisiger Stimme. Spricht er von Ehe? Ich denke schon, erwidere ich kläglich. Das war zwischen den Zeilen jedenfalls herauszuhören. Ich soll sein Leben teilen und mit ihm eine Familie gründen. Dominik lacht, aber es ist ein kaltes, raues Lachen, ohne jede Freude. Warum zum Teufel denkt er, du würdest ihn heiraten wollen? Er sagt, das sei das Beste für mich, auch wenn mir das noch nicht klar wäre. Ich sehe, wie ein Funke der Angst in Dominiks Augen aufklimmt. Das willst du doch nicht, oder? Natürlich nicht, verkünde ich. Ich liebe dich, das weißt du. Und selbst wenn ich dich nicht lieben würde. Ich empfinde nichts für André, und das werde ich auch nie. Ich könnte niemals seine Frau werden. Warum glaubt er dann, dass du es tun wirst? Furcht erfüllt mich, als ich mich an André's Worte erinnere. Er hat versucht, mich zu erpressen. Er sagt, er wird Mark vernichten, wenn ich es nicht tue. Er will Mark verklagen, weil er das Gemälde als Original authentifizierte, und er will dafür sorgen, dass alle Welt es erfährt, und Marks Ruf zum Teufel geht. Dominik runzelt die Stirn, denkt intensiv nach, dann sagt er, das ist genau die Art von niederträchtigem Verhalten, die von Dubrovski zu erwarten ist. Aber eine Sache ergibt keinen Sinn. Er schaut zu mir herunter. Du sagst, der Abt hat das Gemälde einfach so zurückgenommen und André das Geld zurückgezahlt? Ich nicke. Es schien ihm absolut nichts auszumachen. Und das soll es gewesen sein, murmelt Dominik. Mir kam immer schon seltsam vor, dass du und Anna in demselben Kloster gearbeitet habt, in dem das Gemälde entdeckt wurde, sage ich. Du musst doch eine ganze Weile dort gewesen sein, wenn du Bruder Giovanni so gut kennengelernt hast. Dominik nickt. Das stimmt. Wir haben das Kloster als Basis genutzt, während wir an dem großen Abschluss gearbeitet haben. André hat ein Kommunikationszentrum für uns einrichten lassen. Wir waren insgesamt mehrere Wochen vor Ort. Und dann hat er den Fra Angelico erworben. Mir fällt etwas ein. Hat sich Bruder Giovanni gut mit Anna verstanden? Nach ihr hat er sich nämlich auch erkundigt. Hat er das? Merkwürdig. Dominik denkt kurz nach. Ich kann mich nicht erinnern, dass er je mit ihr zu tun hatte. Zu Anna haben alle Abstand gehalten. Vielleicht haben sie gespürt, wie gefährlich sie werden kann. Wie teuflisch, sage ich lächelnd. Ich versuche mir vorzustellen, welche Wirkung die schöne, extrem erotische Anna auf die Klosterbrüder gehabt haben mochte. Bruder Giovanni wollte wissen, wann sie zurückkommt. Er schien enttäuscht, als ich ihm sagte, sie käme nicht wieder. Es tritt eine Pause ein, während Dominik über diese Information nachgrübelt. Dann sagt er gedehnt, André will also Marc demontieren, falls du nicht tust, was er verlangt. Ich verstehe. Schlau von ihm. Menschen, die wir lieben, sind für die meisten von uns eine Schwachstelle. Er streift mich mit einem Blick, den ich nicht deuten kann. Und alles nur wegen dieses Gemäldes. Ich nicke. Genau. Dominik setzt sich abrupt auf. Geht dein Flieger heute Abend? Ja. Ich fliege mit dir nach London zurück. Ich will etwas herausfinden, etwas, das erklären könnte, worauf André es abgesehen hat. Wir fliegen, sobald wir deine Sachen von André geholt haben. Dann soll ich ihn einfach verlassen? Frage ich, erregt und gleichzeitig ängstlich. Trotz seiner Drohungen? Gibt es denn eine Alternative? Dominiks dunkle Augen versenken sich in meine ... Willst du zu ihm zurückgehen und ihm sagen, dass du ihn heiraten wirst? Nein, selbstverständlich nicht. Dann hast du ja deine Antwort. Natürlich musst du ihn verlassen. Aber du ... und Marc ... Ich kann schon auf mich aufpassen. Offengestanden freue ich mich auf einen Showdown mit Dubrovsky. Er hat verdient, was auf ihn zukommt. Und was Marc betrifft, ich glaube nicht, dass André seine Trumpfkarte jetzt schon ausspielen wird. Sobald er das getan hat, gibt es keinen Grund mehr, warum du jemals zu ihm zurückkehren solltest. Während er das sagt, streicht er mit der Hand über meine Brust. Ich erschauere, als sein Finger meine Brustwarze umkreist. Außerdem sagt mir etwas, dass diese ganze Sache nicht so unkompliziert ist, wie es den Anschein vermittelt. Ich will mich ebenfalls aufsetzen, aber durch seine Berührung rauscht das Blut vor Erregung in meinen Adern. Mühsam frage ich. Dann fahren wir jetzt also zu André und holen meine Sachen? Ganz genau. Dominik lächelt provozierend, beugt sich über mich und ergreift meine Hand. Er zieht sie unter die Decke und presst sie gegen die Erektion, die sich hart und heiß an mein Bein schmiegt. Sobald wir uns um das hier gekümmert haben. Eine Stunde später gleitet der graue Sportwagen durch die Straßenfluchten von Manhattan zu dem viktorianischen Gebäude, das ich gestern Abend verlassen habe. Der Türsteher verständigt das Apartment, bevor er uns in den Innenhof fahren lässt. Und als er es tut, sagt er zu mir, Sie dürfen das Gebäude gern betreten, Miss. Der Gentleman muss leider draußen bleiben. Dominik nickt. Ist gut? Aber sobald wir den Wagen im Hof geparkt haben, sagt er, die sollen nur mal versuchen, mich aufzuhalten. Ich lege die Hand auf seinen Oberschenkel, spüre immer noch die harten, leidenschaftlichen Stöße, mit denen er vorhin in mich eingedrungen ist und mich hat kommen lassen. Schnell, heftig, wild. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Warte, Dominik. Lass uns darüber nachdenken. Ich will nicht, dass ihr beiden euch über meinem Gepäck prügelt. Lass mich allein nach oben gehen. Wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, dann komm und hole mich. Er sieht mich an und meint zögernd, ist gut. Ich verstehe, was du meinst. Aber nach zehn Minuten komme ich hoch. Einverstanden. Ich fahre mit dem Aufzug zu Andres Stockwerk und klopfe an die Tür der Wohnung. Renata öffnet. Ihr Gesicht ist steinern. Guten Tag. Sie tritt zur Seite und lässt mich ein. Ihr Koffer ist bereits gepackt. Er steht gleich hier. Danke, Renata. Ich trete in den Flur. Meine Sachen warten schon auf mich. Ist das alles, Miss? Ja. Ich brauche sonst nichts. Dann gehe ich jetzt besser. Ich beuge mich vor und lange nach dem Griff. Beth. Ich höre seine Stimme, als André aus den Schatten tritt, hinein ins Licht des Flures. Er sieht schrecklich aus. Sein Gesicht wirkt müde und angespannt. Sein Blick ist stumpf. Wo warst du? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wer war die merkwürdige Frau, mit der du gegangen bist. Ich schaue langsam zu ihm auf. Die Qual in seinem Blick schmerzt auch mich. Selbst nach allem, was passiert ist, will ich ihm nicht wehtun. Sie war einfach jemand, der mir geholfen hat, als ich Hilfe brauchte. Die Dinge, die sie gestern Abend zu mir sagten, haben mich zutiefst verstört. Danach hielt ich es einfach nicht mehr mit ihnen aus. Renata lässt uns allein. André tritt einen Schritt auf mich zu. Aber warum? Ich habe dir doch nur mein Leben und mein Herz angeboten. Soll das heißen, du bist vor mir geflohen, weil du dachtest, ich wolle dir etwas antun? Sie haben mir etwas angetan, platzt es aus mir heraus. Sie haben Menschen bedroht, an denen mir sehr viel liegt. Sie haben versucht, mich durch Erpressung in eine Beziehung zu ihnen zu zwingen. Ist ihnen gar nicht klar, dass ich einen anderen liebe? Sie haben es mir unmöglich gemacht, mit ihnen zusammen zu sein. Ich kann nicht länger für sie arbeiten. Das müssen sie doch verstehen. Sein Gesicht verzerrt sich einen Moment, seine blauen Augenblicken leidenschaftlich. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass für uns die Zeit des Abschieds gekommen ist, André. Ich stecke die Hand in meine Manteltasche und ziehe die Perlenkette heraus. Ich gehe auf ihn zu und halte ihm die Kette hin. Automatisch streckt er die Hand aus und ich lasse die Perlen auf seine breite Handfläche fallen. Dort bleiben sie liegen, ein Haufen funkelnder, grauer Kugeln. Die Kleider schicke ich ihnen später, sage ich leise. Dann drehe ich mich um und will gehen. Beth. Seine Stimme klingt verzweifelt. Ich drehe mich langsam um. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns noch etwas zu sagen gibt. Es tut mir leid, dass es so enden muss. Bitte, geh nicht. Ich habe keine andere Wahl. Sie haben mir ein Ultimatum gestellt und ich habe meine Entscheidung getroffen. Es war mir ernst, Beth. Wenn du durch diese Tür gehst, werde ich alles wahrmachen, was ich gesagt habe. In seiner Stimme liegt ein bedrohlicher Unterton. Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Drohungen gegen die Menschen, die ich liebe, umsetzen wollen? Ich schüttle den Kopf. Ich habe sie für einen größeren, besseren Mann gehalten, André. In diesem Moment gleiten die Türen des Aufzugs auf und Dominic tritt in den Flur. Ich kann ihn durch die geöffnete Wohnungstür sehen. Beth, bist du da? Ist alles in Ordnung? Es geht mir gut, rufe ich rasch. Warte im Aufzug auf mich, Dominic. Ich komme gleich. André's Gesichtszüge verharrten sich abrupt. Seine Augen blitzen. Was zum Teufel? Hat er hier zu suchen? Hast du etwa die letzte Nacht mit ihm verbracht? Das geht sie gar nichts an, fauche ich. Ich nehme meinen Koffer und gehe zur Tür. André stürmt an mir vorbei. Willst du das, Stone? Wie kannst du es wagen, hierher aufzutauchen? Verlasse sofort meine Wohnung, sonst lasse ich dich an die frische Luft setzen. Dominic wendet sich ihm zu, die Schultern zurückgenommen, sein ganzer Körper angespannt und kampfbereit. Sein Blick funkelt vor Zorn. Versuche nicht mehr gegenüber den harten Kerl herauszuhängen, André. Das funktioniert nicht. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Du scheinst all die Jahre vergessen zu haben, in denen ich für dich den Kopf hingehalten und Millionen für dich verdient habe. Offenbar denkst du, du bist der Einzige, der Anspruch auf Loyalität hat. Aber was ist mit dem, was du mir schuldest? André schnaubt beinahe vor Verachtung. Ich schulde dir etwas. Seine Lippen schürzen sich hämisch. Du hast wohl vergessen, wer hier das Sagen hat, mein Freund. Freund? Dominic bedenkt ihn mit einem Blick, der gleichzeitig spöttisch und amüsiert ist. Wohl kaum. Freunde verhalten sich nicht so, wie du dich verhalten hast, André. Wir hätten gleichwertige Spieler sein können. Beide im fairen Wettstreit und mit gegenseitigem Respekt. Aber sowas liegt dir nicht. Habe ich recht? Du ziehst tyrannisierende Schikane vor, nicht wahr? Wie ein kleiner Junge, der hinter seinem Gepolter und seiner Aggressivität in Wirklichkeit nur Angst hat, dass die Welt die Wahrheit erkennen könnte, dass er nämlich einfach nur ein Großmaul ist und insgeheim denkt, nicht gut genug zu sein. André knurrt beinahe, und ich sehe, wie sich seine Hände zu Fäusten ballen. Dominic starrt ihn voller Feindseligkeit an. Dann erklärt er ganz ruhig. Du glaubst, du kannst auch Beth schikanieren, nicht wahr? Tja, dreimal darfst du raten. Der Schurke bekommt das Mädchen am Ende nie. Wusstest du das nicht? Lass sie außen vor, Stone. Ich warne dich, zischt André. Er ist kurz davor, die Fassung zu verlieren. Das merke ich. Beth soll ihre eigene Entscheidung treffen. Ich lasse sie außen vor, sagt Dominic, beinahe lächelnd. Ich werde sie nicht durch Erpressung dazu zwingen, mit mir zusammen zu sein. Sie wird mit mir zusammen sein, weil sie genau das will. Du verdammter Scheißkerl, knurrt André böse. Und ich weiß, dass er gleich explodieren oder etwas Dummes tun wird. Ich will nicht, dass ihre Auseinandersetzung in Schläge ausartet, denn ich weiß, dass Dominic nicht klein beigeben wird, falls es dazu kommen sollte. Ich gehe an André vorbei und lege eine Hand auf Dominics Arm. Nicht hier, sage ich rasch. Lass uns gehen, Dominic. Ich will jetzt keine Schwierigkeiten. Dominic und André starren sich an. Die Luft pulsiert vor Feindseligkeit. Ich stelle meinen Koffer in den Aufzug und packe Dominic an der Hand. Komm schon, lass uns gehen. Na schön. Er dreht sich um und folgt mir. Ich pflege meine Kontrahenten ohnehin nicht zu verprügeln. Das wirst du noch bereuen, Beth, ruft André mir nach. Was nun geschieht, hast du allein dir selbst zuzuschreiben. Das weißt du. Als sich die Aufzugtüren schließen, stehen Dominic und ich nebeneinander im Lift. Mein letzter Blick auf André zeigt ihn mit verzerrtem Gesicht und eiskaltem Blick. Großer Gott, sagt Dominic leise. Ich wollte noch nie zuvor einen Menschen mit bloßen Händen zerfleischen. Du hast dich gut beherrscht. Es war klar, dass André jeden Moment die Kontrolle verlieren und um sich schlagen konnte, aber du hast wie die Ruhe in Person gewirkt. Ich musste nur daran denken, dass ich nicht auf sein Niveau herabsinken will. Ich fürchte, ich habe die Zündschnur entfacht, sage ich. Jetzt, da die Konfrontation vorüber ist, zittert meine Stimme. Ich glaube nicht, dass man die Explosion jetzt noch aufhalten kann. Warts ab. Dominic zieht mich in seine Arme. Er ist nicht dumm. Er weiß, dass er nicht aufs Spiel setzen darf, womit er dich in der Hand hat. Daraufhin küsst er mich leidenschaftlich, als ob er einen Moment lang gefürchtet hätte, mich erneut zu verlieren. Wir fahren zu Georgies Wohnung. Sie scheint erleichtert uns zu sehen und lädt uns zum Mittagessen ein. Ich ziehe mein Cocktailkleid aus und schlüpfe in etwas, das für die Heimreise angemessener ist. Könntest du das Dubrovski zukommen lassen? Frage ich und zeige auf den Haufen ordentlich zusammengelegter Sachen. Das Kleid, die Pumps und den schwarzen Kaschmiermantel. Natürlich. Georgie wirkt auf lässige Art umwerfend in engen Jeans und einem locker fallenden braung-grauen Strickpulli, der das dunkle Mahaguni-Braun ihrer glänzenden Haare unterstreicht. Ist alles in Ordnung? Dominic und ich tauschen einen Blick aus. Ja. Ich versuche zuversichtlicher zu klingen, als ich mich fühle. Georgie seufzt. Ich merke schon, dass ihr mir nicht die ganze Geschichte erzählen wollt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass ihr euch auf eine Konfrontation mit diesem Gangster eingelassen habt. Dominic bedenkt mich mit einem amüsierten Blick. Meine Schwester sieht in mir immer noch den achtjährigen Jungen, murmelt er. Sie glaubt bis heute nicht, dass ich schon allein über die Straße gehen kann. Aber natürlich tue ich das, protestiert Georgie. Doch wir wissen alle, dass Dobrowski gefährlich ist. Es hat mir auch nie gefallen, dass du für ihn gearbeitet hast. Ich betrachte sie, freue mich daran, wie ähnlich sie Dominic sieht. Ich bin froh, dass er eine große Schwester hat, die sich um ihn kümmert. Ich kann es kaum erwarten, mehr über ihn zu erfahren und ein Bild von seinem Leben und seiner Familie zu gewinnen. Georgie wendet sich an mich. Beth, du musst ihn zur Vernunft bringen. Versprichst du mir das? Ich tue, was ich kann, erwidere ich lächelnd. Musst du wirklich zurück nach London? will sie von Dominic wissen. Ich dachte, du verbringst Weihnachten hier bei mir. Die Vättern haben uns auf ihr Anwesen in Fairfield eingeladen. Es soll umwerfend sein. Ich muss zurück, sagt Dominic. Eine bestimmte Angelegenheit muss geregelt werden. Er schenkt mir einen Blick, der mich am ganzen Körper prickeln lässt. Aber vielleicht komme ich zu den Feiertagen wieder. Ich melde mich bei dir. Irgendwie fühle ich mich enttäuscht, obwohl ich ja zu Hause bei meiner Familie sein werde. Warum sollte Dominic nicht hier sein, bei seiner Schwester? Ich versuche, meine Traurigkeit zu vertreiben, während Georgie grummelt. Oh Mann, du schiebst wirklich alles auf die letzte Minute. Jetzt kann ich Florence gar nicht sagen, ob sie mit dir rechnen kann oder nicht. Das wird ihr nichts ausmachen, meint Dominic sorglos. Ob einer mehr oder weniger kommt, macht keinen Unterschied, wenn man bedenkt, dass sie einen Butler, sechs Hausmädchen und vier Köche hat, die ohnehin die ganze Arbeit erledigen. Georgie muss trotz allem lachen. Gib mir einfach nur baldmöglichst Bescheid. Das mache ich. Dominic schiebt seinen leeren Teller von sich. Komm jetzt, Beth. Lass uns zum Flughafen fahren. Draußen wartet ein anderer Wagen auf uns, eine schnittige, schwarze Limousine mit einem Fahrer in schwarzer Chauffeursuniform, der uns zum John F. Kennedy Flughafen bringt. Ich frage Dominic nicht, was aus seinem kleinen, grauen Sportwagen wurde. Ich habe das Gefühl, dass sich die Situation plötzlich verändert hat. Er ist jetzt ein wichtiger Mann. Es gibt Menschen, die ihm die Arbeit abnehmen. Er hat bereits mindestens zwei Sekretärinnen erwähnt. Und während wir Manhattan verlassen, tippt er eifrig Textnachrichten in sein Handy. Ich werfe einen Blick zurück auf die spektakuläre Skyline mit den Kultgebäuden, deren Silhouette sich vor dem blassblauen Nachmittagshimmel abhebt. Die Wintersonne steht bereits tief. Als ich vor einer Woche eintraf, hatte ich keine Ahnung, was mich hier erwarten würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit Laura ankommen, aber mit Dominic abreisen würde. Ich drehe mich wieder um und schaue nach vorn. Ich kann nur hoffen, dass ich keinen Schalter umgelegt habe, der für Mark, mich und Dominic eine Katastrophe auslöst. Vermutlich werde ich das aber schon sehr bald herausfinden. Die Rückreise ist herrlich entspannend, vor allem, da wir wieder erste Klasse reisen. Der Hinflug war großartig, platzt es ohne nachzudenken aus mir heraus. Laura war total begeistert. Dann fällt mir wieder ein, dass es ja Dubrovsky war, der uns den zusätzlichen Luxus auf unserer Reise spendiert hat, und ich beiße mir auf die Zunge. Ich bin froh, dass es euch gefallen hat, meint Dominic grinsend, betrachte es als verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ich starre ihn an. Du bist das gewesen? Er nickt. Der Flug in der ersten Klasse? Ich dachte, André hätte dafür bezahlt. Ich rufe mir die Ereignisse wieder in Erinnerung. Das dachte ich mir schon, als du das Soho Grant nicht erwähntest, obwohl ich wusste, dass du dort eingecheckt hattest. Das warst auch du? Aber nicht das Four Seasons, das war definitiv André. Er war wütend, weil wir die Zimmer nicht bezogen haben. Dominic wirkt verwirrt. Das Four Seasons? Wiederholt er. Davon wusste ich nichts. Ich erkläre ihm, wie man uns vom Flughafen dorthin brachte, dass wir uns aber geweigert hatten, in dieses Hotel zu ziehen. Ich erzähle ihm auch, dass ich beinahe auch das Soho Grant abgelehnt hätte, wenn er nicht so schlau gewesen wäre, unsere Reservierung in Washington zu stornieren. Dominic lacht. Dann hast du dich also inmitten eines Tauziehens der Liebe befunden. Die eine Seite wollte dir das Four Seasons schenken, die andere das Soho Grant. Ich bin froh, dass du gewonnen hast, sage ich leise und nehme seine Hand. Ich auch. Den Gedanken für eine leerstehende Suite bezahlt zu haben, fände ich nicht so toll. Seine Augen funkeln vor Vergnügen und er erwidert den Druck meiner Hand. Aber die Vorstellung, dass André für zwei leere Zimmer im Four Seasons geblecht hat, also die gefällt mir sehr. Es ist paradiesisch, den siebenstündigen Rückflug mit Dominic zu verbringen. Wir können die Hände nicht voneinander lassen, berühren uns ständig oder tauschen so lange Küsse aus, dass wir beinahe das Essen verpassen. Während wir einen Film anschauen, sinkt mein Kopf an seine Schulter. Ich möchte, dass dieser Flug niemals endet, denn ich weiß nur zu gut, dass sich uns bald schon das wahre Leben aufdrängt und uns wieder trennen wird. Ich würde in London so gern bei dir bleiben, sage ich, als der Kapitän die Vorbereitungen zur Landung ankündigt. Mir geht es ebenso, sagt Dominic. Aber es gibt Dinge, die ich erledigen muss. Glaube mir, es ist zu deinem Besten. Es wird helfen, diese vertrackte Lage zu bereinigen. Ich bin mir sicher, dass André erst aufhören wird, wenn er mich vernichtet hat und du es bereust, ihn abgewiesen zu haben. Darum muss ich mich ihm stellen und gewinnen. Kannst du das? Allein der Gedanke erfüllt mich mit Sorge. Musst du wirklich fragen? Er lächelt mich an und ich spüre, wie meine Zuversicht zurückkehrt. Ich weiß, dass Dominic die Kraft und den Mut besitzt, sich Dubrovsky zu stellen. Mir macht nur der Gedanke Angst, was passieren wird, wenn er diesen Zweikampf verliert. Als wir in England ankommen, ist es schon spät. Ein Wagen wartet auf uns und bringt uns zügig nach London, zu Dominics Apartment in Mayfair. Das gute alte Randolph Gardens, sage ich, und schaue zu der Art Deco-Fassade auf, die in der Dunkelheit schimmert, beleuchtet von einigen illuminierten Fenstern und den Straßenlampen. Wenn ich an diesen Ort denke, bin ich immer glücklich. Dominic nimmt meine Hand. Für mich wird er auch immer etwas ganz Besonderes sein, aber ich denke über einen Umzug nach. Ehrlich? rufe ich bestürzt. Ich mag seine Wohnung, mit Blick auf die Wohnung der Patin meines Vaters. In ihrem Apartment war ich vorübergehend untergebracht, als Dominic und ich uns trafen. Und natürlich gibt es noch das Boudoir unter dem Dach, die kleine Wohnung, die Dominic als entzückende Spielwiese extra für uns gekauft hat. Wohin willst du ziehen? Du willst doch nicht aus London wegziehen, oder? London wird immer wichtig für mich sein, meint er vorsichtig. Aber ich reise viel. Ich muss mir überlegen, wo ich Wurzeln schlagen möchte. Meine Schwester lebt in New York und ich habe dort viel zu tun. Es wäre sinnvoll, nahe bei meiner Familie zu wohnen. Ja, du hast vermutlich recht. Ich fühle mich ganz elend. Dominic hat seine Eltern nie erwähnt. Darum nahm ich immer an, dass sie nicht mehr leben. Natürlich möchte er in der Nähe von Georgie sein, wenn sie alles ist, was er an Familie noch hat. Zusammen mit den Vettern, die sie erwähnte. Dominic lächelt mich an und küsst mich zartlich. Keine Sorge. Wir werden zusammen sein. Dafür sorge ich. Er beugt sich vor und nennt dem Fahrer meine Adresse. Ich melde mich, sagt er, und küsst mich ein letztes Mal. Aber ich muss einiges klären. Darum mach dir keine Sorgen, wenn ich eine Weile untertauche. Aber nicht zu lange, erkläre ich heftig. Nein. Er steigt aus und winkt mir zum Abschied zu, dann schließt er die Wagentür. Ich hasse es, ihn ohne mich die Stufen zum Gebäude hinaufsteigen zu sehen, zu wissen, dass wir diese Nacht nicht zusammen verbringen werden. Ich sehne mich danach, diese Nacht und jede Nacht in seinen Armen zu verbringen, seinen Moschusduft einzuatmen, mich daran zu erfreuen, seinem Körper nahe zu sein. Sobald wir jedoch bei mir zu Hause angekommen sind, bin ich froh, daheim zu sein. Laura schläft tief und fest, und mir wird klar, dass es zwei Uhr in der Nacht ist. Ich falle erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen ist Laura begeistert, mich zu sehen und alles über meine Abenteuer zu erfahren. Einen Teil davon erzähle ich ihr, aber ich erwähne nicht, dass André wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Die Geschichte, wie ich Georgie traf und der Umstand, dass sie sich als Dominics Schwester erwies, fesselt Laura schon genug, und sie ist überglücklich, dass ich mich mit Dominic getroffen habe. Das Wochenende verbringen wir damit, uns auf die Fahrt zu unseren Familien über die Weihnachtsfeiertage vorzubereiten. Wir machen uns auf den Weg zur Londoner Innenstadt, um den Menschenmengen zu trotzen und letzte Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Ich rufe meine Mutter an, die sich freut, endlich von mir zu hören. »Wann kommst du denn?«, will sie wissen. »Weihnachten fängt erst an, wenn du bei uns bist.« »Ich bin noch nicht sicher. Am Freitag ist Heiligabend, oder? Bis dahin bin ich auf jeden Fall bei euch, aber vorher muss ich mich noch mit Marc treffen und sicherstellen, dass alles erledigt ist.« »Aber natürlich. Ich hoffe, der arme Mann kommt bald wieder auf die Beine. Lass mich einfach wissen, wann du kommst, okay?« »Mache ich. Bis bald, Mom. Bis bald, meine Süße.« Ich lege den Hörer auf und denke, dass ich zwar zu gern mit Dominic zusammen wäre, dass ich aber von Glück sagen kann, ein Zuhause zu haben, wo ich Weihnachten verbringen kann. Am Montag stehe ich endlich wieder vor Marks Haus, fast eine Woche später, als ich es bei meiner Abreise nach New York erwartet hatte. Mir ist etwas beklommen zumute, als ich klingle. André hatte einige Tage Zeit, um über das nachzudenken, was in New York geschah. Und obwohl Dominic mir versicherte, dass André nicht bis zum Äußersten gehen würde, fürchte ich, dass Marc die schlimme Nachricht schon erhalten haben könnte. Caroline öffnet die Tür. Ihr Gesicht ist rosiger denn je, aber sie scheint froh, mich zu sehen. »Hatten Sie eine schöne Zeit?« erkundigt sie sich, während sie mich die Treppe hinab in einen Wintergarten führt, in dem ich noch nie zuvor war. »Ja, wunderbar. Ich hoffe, Marc hat all meine Notizen erhalten. Ich konnte fast alles erledigen, was er mir aufgetragen hat.« Er hat sich sehr gefreut, wenn man bedenkt, dass sie zum ersten Mal in New York waren. Er ist jetzt hier unten, weil es so schön und warm ist und weil es leichter war, hier ein Bett hereinzustellen. Caroline führt mich in die schwüle Luft des Wintergartens und ich kann Marc bereits auf einem Krankenhausbett liegen sehen. Seine mageren Arme ruhen auf der Decke. Er dreht den Kopf und schaut mich an, als ich eintrete. »Beth«, begrüßt er mich. Aber das Wort kommt holpernd heraus und ist nicht leicht zu verstehen. »Seine Zunge ist immer noch sehr geschwollen«, vertraut Caroline mir leise an. »Aber sobald Sie sich daran gewöhnt haben, werden Sie ihn gut verstehen.« »Hallo, Marc«, sag ich fröhlich und küsse ihn auf die eingefallenen Wangen. »Es ist wunderbar, Sie wieder hier zu Hause zu sehen.« »Setzen Sie sich, setzen Sie sich«, bittet Marc mit seiner neuen belegten Stimme. »Erzählen Sie mir von New York. Ich will Tratsch und Klatsch hören.« Ich unterhalte ihn mit Geschichten meiner Abenteuer und lasse sie so amüsant und interessant wie möglich klingen. Das Hausmädchen bringt uns Kaffee. Marc hört beglückt zu, lacht an den richtigen Stellen, seine Augen funkeln. Bald habe ich mich an die Geräusche, die er von sich gibt, gewöhnt und verstehe ihn, wenn er mich nach seinen Freunden oder bestimmten Kunstwerken ausfragt. Ich erzähle ihm nichts von meiner Begegnung mit André, aber als er sich erkundigt, ob es noch etwas gibt, was er wissen müsse, zögere ich gerade lange genug, dass er misstrauisch wird. Was ist los, Beth? Ein besorgter Blick huscht über sein Gesicht und er versucht, sich noch weiter aufzurichten. Sagen Sie es mir. Ich fühle mich schrecklich. Ich will die fröhliche Atmosphäre nicht ruinieren oder Marc so beunruhigen, dass es seine Genesung gefährdet, aber ich muss es ihn wissen lassen. Es geht um den Fra Angelico, fange ich zögernd an. Die Eremitage hat verlautbaren lassen, dass ihre Fachleute das Gemälde für eine Fälschung halten. Laut der Analyse der Leinwand und der Farben ist es nur ungefähr 200 Jahre alt. Es tut mir leid, Marc. Es ist doch kein echtes Meisterwerk. Marc starrt mich mit offenem Mund an. Dann lässt er sich seufzend in seine Kissen sinken. Das habe ich befürchtet, sagt er mit einer Stimme, die kaum mehr als ein gedämpftes Flüstern ist. Ich wollte daran glauben, dass es ein Original ist, weil André es tat. Aber ich hielt es für unwahrscheinlich, dass ein solches Bild noch dazu an einem so öffentlichen Ort tatsächlich unbemerkt geblieben war. Er stöhnt. Caroline neben mir rutscht beunruhigt auf ihrem Stuhl herum. Offensichtlich macht sie sich Sorgen um ihren Bruder. Sie streckt die Hand aus und streichelt ihn liebevoll. Was sagt André dazu? Will Marc wissen. Anfangs war er nicht glücklich, antworte ich. Aber er hat sich mit dem Kloster darauf geeinigt, dass das Geld zurückgezahlt wird. Es reicht ihm, wenn die ganze Sache vertraulich behandelt wird. Tja, das ist vermutlich gut so. Marc bringt ein schwaches Lächeln zustande und schaut mich aus seinen kleinen blauen Augen fest an. Wahrscheinlich werden sie sich darum kümmern müssen. Alle Zahlungen für Andrés Kunstwerke laufen über mich. Ich weiß, die Papiere warten vermutlich schon in meinem Büro auf mich. Es tritt eine Pause ein, in der Marc über meine Worte nachdenkt. Er wirkt bedrückt. Dann wendet er sich wieder an mich. Sie wissen, dass ich die Echtheit des Gemäldes niemals bestätigen wollte. Ich war damit ganz und gar nicht glücklich. Ich lege meine Hand auf seinen Arm. Ich weiß. Das weiß ich. Es ist so unfair. Hm. Marc seufzt. Ich frage mich, ob meine Beziehung zu Dubrovski dadurch zu ihrem natürlichen Ende gekommen ist. Lange Zeit war es für uns beide ein gutes Arrangement, aber ich habe das Gefühl, diese Sache hat alles verändert. Plötzlich wirkt er sehr müde. Ich glaube, für heute reicht es, Beth, wirft Caroline ein. Marc sollte sich jetzt ausruhen. So viel hat er die ganzen letzten Tage nicht geredet. Ja, natürlich. Ich stehe auf. Mit meiner strahlend Behandlung wollen Sie bis nach Weihnachten warten, verkündet Marc, plötzlich wieder fröhlich. Ist das nicht nett von Ihnen? Ich berühre erneut seinen Arm. Sehr nett. Aber Sie brauchen die Behandlung, damit es Ihnen wieder besser geht. Mag sein. Marc's Lieder flattern. Er schließt die Augen und atmet leise aus. Wir sehen uns später, Marc, sage ich. Verlasse rasch den Wintergarten und eile nach oben in mein Büro. Ich bin froh, endlich von der Last befreit zu sein, Marc von dem Gemälde erzählen zu müssen, aber mehr denn je fürchte ich mich vor dem, was André tun wird. Ich habe E-Mails aus seinem Büro erhalten, die sich um die Rückzahlung der Kaufsumme durch das Kloster drehen, aber von André selbst habe ich nichts gehört. Vielleicht ist er immer noch in New York, in diesem palastartigen, unterkühlten Apartment. In der Zwischenzeit hat er sicher die Kleider zurückgehalten und weiß nun definitiv, dass ich nicht zurückkommen werde. Demnächst werde ich auch offiziell sein Angebot ausschlagen, Anfang nächsten Jahres an seiner New Yorker Wohnung zu arbeiten. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Im Laufe des Tages erhalte ich eine E-Mail von Dominic. Ich muss kurz das Land verlassen, komme noch vor Weihnachten wieder zurück. Ich gebe Bescheid, sobald ich zu Hause bin. Bleib stark und mach dir keine Sorgen. Kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Kuss, D. Unwillkürlich überkommt mich ein Gefühl der Melancholie, als ich das lese. Irgendwie weiß ich, dass mein Leben mit Dominic immer so sein wird. Er wird immer unterwegs sein, etwas erledigen oder sich mit jemandem treffen müssen, um eine Angelegenheit zu klären oder einen großen Abschluss zu tätigen. Ich hasse es, allein zurückzubleiben. Wenn ich nur bei ihm sein könnte, dann würde mir das alles gar nichts ausmachen. Kurz darauf trifft eine weitere, etwas fröhlichere Nachricht ein. Hallo Beth. Bei uns findet morgen Abend eine Weihnachtsparty statt, zu der Dominic sich angemeldet hat. Soweit ich weiß, sind Sie beide jetzt wieder ein Paar. Kommen Sie doch einfach vorbei, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen und mit Ihnen auf eine schönere, bessere Zukunft für uns alle anzustoßen. In der Anlage finden Sie die Einzelheiten. Teilen Sie meiner Sekretärin Grace einfach kurz mit, ob Sie kommen werden. Schöne Grüße, Tom Finlay. Ich lese die Mail mehrmals und öffne dann den Anhang. Die Party findet in einem schicken Hotel in Piccadilly statt. Es klingt gut, aber ich habe keine Ahnung, ob Dominic wirklich dort sein wird oder nicht. Womöglich ist er noch im Ausland, auf seiner geheimen Mission. Aus einem Impuls heraus maile ich Toms Sekretärin, dass ich gern teilnehmen würde und frage, ob ich jemand mitbringen darf. Als sie das kurz darauf bejaht, schicke ich Laura eine Mail und lade sie für morgen Abend zu der Party ein. Sie antwortet sofort. Juhu, ich hole meinen schicksten Fummel aus dem Schrank. Klingt lustig. Wir sehen uns später. Gruß, L. Am nächsten Tag habe ich immer noch nichts von Dominic gehört und allmählich überkommt mich wieder das vertraute Gefühl, als Selbstverständlichkeit hingenommen zu werden. Das macht mich umso entschlossener, an diesem Abend auszugehen und mich zu amüsieren. Darum nehme ich ein Partykleid und Abendschuhe mit zur Arbeit und ziehe mich bei Marc um. Im Spiegel betrachte ich mein schlichtes schwarzes Kleid und einen Augenblick lang sehne ich mich nach dem blutroten, sexy Teil, das ich in New York hatte, zusammen mit den Pumps und den herrlichen Perlen. Aber dann verscheuche ich diesen Gedanken. Der Preis dafür war viel zu hoch. Erinnerst du dich? Ich verabschiede mich von Caroline und Marc und winke mir vor dem Haus ein Taxi heran, das mich nach Piccadilly bringt. In einem Pub in der Nähe des Hotels, in dem die Party von Finlay stattfindet, bin ich mit Laura verabredet. Sie wartet schon, als ich durch die Tür trete, steht an der Bar und sieht klasse aus, in einem grünen, glänzenden Minikleid und hohen Absätzen. Gott sei Dank bist du da, sagt sie. Die Leute sind in Feierstimmung und ich musste schon drei Kerle abweisen. Das überrascht mich nicht. Du siehst umwerfend aus, erwidere ich. Danke, Süße, du auch, obwohl du jetzt natürlich nicht mehr auf dem freien Markt bist. Ich hab dir einen Drink bestellt. Danke. Ich greife nach dem Glas, das Laura mir entgegenstreckt und nippe an dem Weißwein. Welchem guten Zweck dient denn die Party, will sie wissen. Sie wird von Dominics Geschäftspartner veranstaltet, erläutere ich. Die Einladung hat damit zu tun, dass sie seit neuestem dieses Unternehmen zusammenführen. Prima, mir ist jeder Grund für eine Party recht. Kommt Dominic auch? Ich denke nicht, sage ich. Ich glaube, er ist noch im Ausland. Sie schaut mich mit einer Spur Mitleid an. Ich weiß, sie hält Dominic für perfekt. Mit Ausnahme der Momente, in denen er sich in Luft auflöst. Es ist geschäftlich, erkläre ich, einen Hauch entschuldigend. Und sobald er das erledigt hat, werden wir sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen können. Ich klinge weitaus überzeugter, als ich mich diesbezüglich fühle. Gut, Süße, sagt sie. Ich will ja nur, dass du glücklich bist. Das weißt du doch. Und? Sollen wir jetzt zu dieser Party gehen? Die Firma Finlay Venture Capital hat einen Raum im hinteren Teil eines schicken Hotels in der Albemarle Street reserviert. Man führt uns hinein und ich bin erstaunt, wie wenig Menschen auf der Party sind. Dann fallen mir die winzigen Büroräume am Tenner Square wieder ein. Ich habe das Gefühl, die Firma ist nicht besonders groß. Und vermutlich hat man mich nur eingeladen, um genügend Leute für eine Party zusammen zu bekommen. Beth, wie schön, sie zu sehen. Tom Finlay kommt quer durch den Raum auf mich zu. Er lächelt und seine braunen Augen blicken freundlich hinter der Brille mit dem dunklen Gestell. Er ist ein kleiner, untersetzter Mann, aber seine Energie lässt ihn dynamisch und sympathisch wirken. Ich mag seinen dunklen Vollbart und sein heiteres Lächeln. Haben Sie Dominic gar nicht mitgebracht? Heute Abend nicht, sag ich. Er musste die Stadt verlassen. Schon wieder. Sie werden doch nicht erneut in einen Zug springen und ihm hinterherfahren, oder? Tom muss über seinen eigenen Witz lachen. Es war mir eine große Freude, eine kleine Rolle in ihrer Romanze zu spielen. Dominic hat es offenbar nichts ausgemacht, dass ich ihm sagte, wo sie ihn finden können. Nein, ich glaube, am Ende hat es ihn sogar gefreut. Ich muss lächeln. Das ist übrigens meine Freundin Laura. Hallo, Laura. Tom beugt sich vor und gibt ihr höflich die Hand. Wie schön, sie bei uns zu haben. Arbeiten sie mit Beth zusammen? Oh nein, antwortet Laura lachend. Und mir fällt erneut auf, wie attraktiv sie an diesem Abend aussieht. Ihre hellbraunen Locken fallen ihr über den Rücken und sie hat gerade genug Party-Glimmer auf den Lidern und den Lippen, um strahlend auszusehen. Sie arbeitet in der glamourösen Kunstwelt. Ich bin nur eine langweilige Managementberaterin. Versuchen Sie es erst mal als Risikokapitalgeber, ruft Tom. Die Leute schlafen schon ein, da habe ich mich noch nicht einmal ganz vorgestellt. Und wenn ich Ihnen erkläre, was ich beruflich tue, sinken Sie komatös zu Boden. Aber Sie haben ja noch gar keinen Drink. Lassen Sie uns einen Moscow Mule für Sie auftreiben. Die sind hier großartig. Wir begleiten Tom zur Bar und lassen uns Cocktails mixen. Tom und Laura fachsimpeln und unterhalten sich bald schon wie alte Freunde, während ich ein allzu ausführliches Gespräch mit Grace, der Sekretärin, darüber führe, ob es besser ist, im Norden oder im Süden von London zu wohnen. Nachdem wir das geklärt haben, gerate ich in eine Gruppe von Leuten, die über ihre Lieblings Fernsehprogramme zu Weihnachten reden. Und ich bin schon bei meinem dritten Moscow Mule, bevor es mir gelingt, zu fliehen und mich auf die Suche nach Laura zu machen. Sie ist immer noch mit Tom zusammen, aber mittlerweile sitzen sie nebeneinander auf einem Ledersofa, ganz in ihr Gespräch vertieft. Beide haben gerötete Gesichter. Und das liegt nicht nur daran, dass sie mehrere Drinks getrunken haben. Na, das sieht doch großartig aus. Was für eine erfreuliche Wendung für Laura und gänzlich unerwartet. Es ist schon eine Weile her, dass sie in einer Beziehung war. Und zwischen ihr und Tom scheint es gerade zu funken. Ich hoffe nur, es ist keins dieser One-Night-Wunder, die manchmal vorkommen. Es wäre fantastisch für Lauras Selbstbewusstsein, wenn sie endlich eine längerfristige Beziehung hätte. Das macht mich allerdings auch ein wenig wehmütig. In meinem Leben gibt es genug Romantik. Oder zumindest wäre das so, wenn mein Partner aufhören würde, ständig abzutauchen. Ich trete in den Flur hinaus und schaue auf mein Handy. Nichts. Keine SMS, keine Mail, keine Sprachnachricht. Rasch tippe ich ein paar Worte. Wo bist du? Ich vermisse dich ganz schrecklich. Bitte lass mich wissen, wann du nach Hause kommst. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Kuss, Beth. Ich drücke auf Senden und lungere dann noch ein wenig im Hotelflur herum. In einem nahegelegenen Raum findet eine weitere ausgelassene Weihnachtsfeier statt, mit lauter Musik, Gesang und wilden betrunkenen Tänzen. Bei meiner Rückkehr zur Finlay-Party empfängt mich dagegen immer noch gesetztes Gemurmel. Laura und Tom sind auf dem Sofa weiter ins Gespräch vertieft. Selbst aus der Ferne kann ich erkennen, dass sie mittlerweile heftig miteinander flirten. Alle Signale sind vorhanden. Ich mag nicht zurück auf die Party, wo ich niemanden kenne, nur um ein weiteres ellenlanges Gespräch über Nichtigkeiten zu führen, während ich an noch einem Drink nippe. Das halte ich nicht aus. Ich beschließe, einmal um den Block zu gehen. Die frische Luft wird meinen Kopf von der Umnebelung klären, die dort nach drei Moskau-Mules herrscht, und wenn ich zurückkomme, ist Laura vielleicht bereit, nach Hause zu gehen. Ich hole meinen Mantel aus der Garderobe und verlasse das Hotel. Draußen ist es kalt, aber in der Luft liegt Feierstimmung. Überall finden Weihnachtspartys statt, und auf den Gehwegen wimmelt es von Menschen in unzureichender Bekleidung, die in der eisigen Nachtluft schnell eine Zigarette rauchen. Ich spaziere über die Orbermal Street und biege dann in die Dover Street, vorbei an einem Pub, vor dem haufenweise Nachtschwärmer stehen. Gegenüber befindet sich eine Reihe hübscher georgianischer Häuser, in deren Fenstern Kerzenleuchter strahlen. Ich sehe, wie sich Menschen in den oberen Stockwerken bewegen. Es findet offenbar eine große Party statt. Ich bleibe einen Moment stehen, und mir wird klar, dass es sich um einen Privatclub handeln muss. Einen jener glamourösen Orte, deren Mitglieder Schauspieler, Models und weitläufige Verwandte des Königshauses sind. Während ich hinüberschaue, fährt ein schwarzes Taxi vor, und eine Frau steigt aus. Mein Blick wird sofort von ihr angezogen. Sie ist wunderschön mit ihren hohen Wangenknochen und ihren Mandelaugen. Sie hat auch einen fantastischen Körper, und das hautenge schwarze Minikleid bringt ihre perfekten Beine bestens zur Geltung. Als sie sich umdreht, um den Taxifahrer zu bezahlen, sehe ich sie zum ersten Mal richtig, und es gelingt mir gerade noch, einen Aufschrei zu unterdrücken. Es ist Anna. Du liebe Güte, was macht sie hier? Ich beobachte, wie sie zum Türsteher stolziert, und ich kann ihre markante, tiefe Stimme mit dem rollenden russischen Akzent hören. Ich möchte zur Barclay-Party. Der Türsteher sagt, im zweiten Stock, gnädige Frau. Anna schreitet hinein. Ihre Hüften schwingen, während sie die Treppe hochsteigt. Ich starre ihr nach, traue meinen Augen kaum. Ich habe sie seit jenem Tag im Erbe nie nicht mehr gesehen, als sie mich aufforderte, mich zu ihr und André ins Bett zu gesellen. Kurz darauf hat André sie entlassen, weil sie, wie er meinte, ihm diverse Drogen zu verabreichen pflegte. Ich weiß nicht, was mich reitet, aber im nächsten Augenblick überquere ich die Straße in Richtung Club. Mein Gesichtsausdruck ist blasiert. Ich bin froh, dass ich meine besten Stöckelschuhe trage. Während ich am Türsteher vorbeischreite, frage ich, zur Barclay-Party? Zweiter Stock, meine Dame, sagt er und nickt. Ich gehe an ihm vorbei und steige die Treppe hinauf. Im Haus merke ich, dass ich noch nicht alle Hindernisse hinter mir habe. Es gibt einen Empfangstresen, an dem die Namen von einer Gästeliste gestrichen werden. Oh Gott, das war's jetzt. Wie demütigend. Ich gehe auf den Tresen zu, frage mich, was ich sagen soll, als hinter mir plötzlich Unruhe ausbricht. Ich drehe mich um und sehe ein bekanntes Gesicht durch die Tür kommen, in Begleitung einer ganzen Truppe von Menschen, die sich eng um sie drängen. Ein Moment lang frage ich mich, woher ich sie kenne. Dann wird mir klar, dass die wohlgeformten Züge und das lange blonde Haar mir so vertraut sind, weil sie einer berühmten Schauspielerin gehören, einer Oscar-Preisträgerin. Alle Aufmerksamkeit richtet sich sofort auf den Neuankömmling. Eine Welle der Aufregung läuft durch den Raum. Ich mache mir diese Ablenkung zunutze und gehe verstohlen zur Treppe, bleibe nur kurz an der Garderobe stehen, wo ich der Garderobenfrau, die mit offenem Mund den großen Star anstarrt, meinen Mantel überreiche. Gleich darauf steige ich die große Treppe hinauf, in Richtung der Barclay-Party. Zu meiner Erleichterung fragt an der Tür im zweiten Stock niemand nach dem Namen. Es stehen nur zwei Kellner mit Getränken für die neuen Gäste parat. Ich nehme mir ein Glas Champagner und trete in den Raum. Während ich mich an meinem Drink festhalte und meine Blicke über die Anwesenden schweifen lasse, schaffe ich es, mich durch die Menschenmenge zu schlängeln, ohne aufgehalten zu werden. Als mir klar wird, dass die meisten Leute nur an der Gruppe interessiert sind, mit der sie hier sind und dass keiner auf mich achtet, fange ich an, mich zu entspannen. Ich versuche, Anna zu finden, ohne Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Warum bin ich hier? Was soll ich denn zu ihr sagen, wenn ich sie finde? Allmählich bedauere ich meinen verrückten Impuls und ich will gerade mein Glas abstellen und gehen, als ich sie entdecke. Sie steht in einer Ecke und unterhält sich angeregt mit zwei Männern in Anzügen, die völlig von ihr fasziniert scheinen, aber das ist ja auch keine Überraschung, angesichts ihrer Werf- und ihrer katzengleichen Schönheit. Ich beobachte sie, versuche nicht allzu offensichtlich zu starren und ich bekomme mit, wie sie plötzlich ihr Handy aus ihrer Abendtasche zieht und es prüfend betrachtet. Gleich darauf entschuldigt sie sich bei den beiden Männern und verlässt den Raum durch eine Hintertür. Ich stelle mein Glas auf einen Tisch und folge ihr durch die Menge, bis ich zu der Tür komme, durch die sie verschwunden ist. Auf der anderen Seite finde ich mich in einer menschenleeren Bibliothek wieder. Ich sehe mich um und bekomme gerade noch mit, wie Anna am anderen Ende der Bibliothek durch eine Tür tritt. Ich eile ihr nach und gelange aus der Bibliothek in einen mit Teppichen ausgelegten Flur. Anna steht mit dem Rücken zu mir und spricht in ihr Handy. Ja, sagt sie, ich bin im Dover Street Club. Du warst schon, auf der Barkley Party. Ja, ich bin bereit, mich mit dir zu treffen. Damit war ich ja immer schon einverstanden. Ob ich dir allerdings sage, was du wissen willst, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ist gut. Wir sehen uns an der Bar im obersten Stock in zwanzig Minuten. Während sie das Gespräch beendet, husche ich zurück in die Bibliothek und eile zur Party. Ich finde einen freien Platz vor einem Fenster und sehe, wie sie den Raum ebenfalls wieder betritt und zu den beiden Männern in der Ecke geht. Jetzt weiß ich also, dass sie sich hier mit jemand verabredet hat. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Warum also ist mir so beklommen zumute? Ich will bereits im obersten Stock sein, wenn Anna ihr Rendezvous hat. Darum begebe ich mich zur Damentoilette, wo ich unbemerkt warten kann, bis es soweit ist. Ich hole mein Handy heraus. Laura hat mir eine SMS geschrieben. Wo bist du? Bist du schon nach Hause gegangen? Ich simse zurück. Nein, ich mache einen Spaziergang. Tut mir leid. Hätte dich informieren sollen. Geht's dir gut? Ihre Antwort erfolgt umgehend. Sitze im Taxi mit Tom. Er bringt mich nach Hause. Er wohnt in East London. Ich lächle. Dann ist der Funke zwischen ihnen also definitiv übergesprungen. Vielleicht ist es ohnehin besser, dass ich nicht dort war. Das wäre nur hinderlich gewesen. Ich antworte ihr. Pass auf dich auf und amüsiere dich. Ich komme etwas später nach. Dann schaue ich auf meine Uhr. Es ist fast schon Zeit für Annas Treffen in der Bar. Ich verlasse die Damentoilette und begebe mich in den obersten Stock. Problemlos finde ich die Bar und setze mich an einen Tisch in einer dunklen Ecke. Ein Kellner kommt und fragt, was ich möchte. Also bestelle ich ein Wasser mit Zitrone. Wenige Minuten vor dem vereinbarten Termin sehe ich, wie ein Mann die Bar durchquert und sich auf einen der Barhocker an der Theke setzt. Mir sinkt der Mut und ich bin plötzlich deprimiert. Von dem Moment an, als ich Anna wieder sah, hatte ich vermutet, dass sie mir Probleme bereiten würde. Jetzt lehne ich mich in die Dunkelheit, damit Dominik mich von seinem Platz aus nicht sehen kann. Er bestellt ein Bier und wartet auf Anna. Sie kommt nur Augenblicke später, lächelt verführerisch, während sie so anmutig und elegant wie ein Model auf ihn zuschreitet. Sie lässt sich auf dem Hocker neben Dominik nieder. Ihr Gesicht sehe ich deutlich, von Dominik allerdings nur den Rücken. Sie unterhalten sich ungezwungen und ich höre ihr Lachen und den Klang seiner Stimme, der zu mir herüberweht. Mich packt das Verlangen, aufzustehen und zu ihnen zu gehen, von ihnen eine Erklärung zu verlangen, warum sie sich verabredet haben und worüber sie sich unterhalten. Welchen Grund kann es für Dominik geben, sich mit Anna zu treffen? Sie war lange scharf auf ihn, und ihre Besessenheit mit ihm hat uns schon viele Schwierigkeiten bereitet. Ich spüre, wie der Zorn in mir hochkocht, aus Eifersucht über diesen Vertrauensbruch. Wieso trifft er sich mit ihr, ohne es mir zu sagen? Dann erhebt sich eine andere Stimme in mir und fordert mich auf, ruhig zu bleiben. Dominik hat mir gesagt, dass er die Sache mit André klären will. Bestimmt gehört dieses Treffen mit Anna dazu. Wenn ich jetzt aus dem Schatten auftauche, könnte ich damit Dominiks Pläne durchkreuzen. Vertraust du ihm? Mir fällt wieder ein, dass ich nie herausgefunden habe, wie Anna von meiner geheimen Beziehung zu Dominik wissen konnte. Er leugnete stets, es ihr gesagt zu haben. Aber abgesehen von mir war er der Einzige, der die Details kannte. Und sie kannte Dominiks Neigungen, wusste alles, was in der Folterkammer des Asyls geschehen war. Ja, sie kannte auch die Narben der Geißelung auf Dominiks Rücken. Ich habe versucht, meine Verwirrung über all das zu vergessen. Aber das Wiedersehen mit Anna bringt alles wieder hoch. Vertraust du ihm nun oder nicht? Ich schaue in mein Herz, muss an alles denken, was wir zusammen durchgemacht haben. Mir fällt ein, wie Dominik seinen Blick in den meinen versenkte. Der Schmerz, den ich in seinen Augen sah. Die Zärtlichkeit. Die Liebe. Er muss mir nichts davon vorspielen. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass er all das wirklich empfindet. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich vertraue ihm. Dann beweise es, sage ich zu mir selbst. Ihr Lachen dringt wieder an mein Ohr. Ich stehe leise auf, ohne dass es weiter auffällt, lege etwas Geld für meinen Drink auf den Tisch und verlasse klammheimlich die Bar. Rasch steige ich die Treppe hinab bis zur Garderobe, dann eile ich nach draußen und versuche mir ein Taxi für die Heimfahrt herbeizuwinken. Als Laura am nächsten Morgen aus ihrem Zimmer auftaucht, sieht sie ziemlich lädiert aus. Ihre Augen sind gerötet und ihre Haare stehen nach allen Seiten ab. Gott sei Dank ist schon fast Weihnachten und im Büro ist kaum noch jemand, stöhnt sie. Ich werde heute nicht viel zustande bringen, mir dröhnt der Kopf. Hattest du eine schöne Zeit mit Tom? frage ich süffisant, während ich mein Müsli esse. Ich habe überhaupt keinen Kater. Sie wirft mir einen Blick zu und lächelt. Hm? Hat er dich nach Hause gebracht? Sie lacht. Er hat mich freundlicherweise bis zur Tür gebracht und hineinbegleitet. Ach ja? Ich hebe bedeutsam die Augenbraue. Ist er lange geblieben? Vermutlich wollte er dafür Sorge tragen, dass du wirklich sicher bist, dass du es im Bett auch gemütlich hast und ordentlich zugedeckt bist. Nicht im Bett, sagt sie. Aber wir saßen noch eine Weile auf dem Sofa und haben geredet. Ich muss lachen. Hat es Spaß gemacht? Sehr. Laura wirkt gleich viel heiterer, trotz des Katers. Wirst du ihn wiedersehen? Ich denke schon. Mal sehen, ob er sich heute bei mir meldet. Sie holt ein Glas und gießt sich aus einer Flasche Wasser ein. Ich hoffe nur, dass ich den Tag überstehe. Mehr will ich gar nicht. Morgen ist der letzte Arbeitstag, sage ich. Dann geht es für die Feiertage nach Hause. Stimmt. Laura trinkt ihr Wasser in großen Schlucken. Kannst kaum erwarten. Auf dem Weg zur Arbeit schicke ich Dominik eine SMS. Hey, hast du meine Nachricht gestern Abend erhalten? Bist du wieder in der Stadt? Ich muss dich wirklich sehen. Ich fahre bald über Weihnachten nach Hause. Bitte sag mir, wo du bist. Alles Liebe und viele Küsse. B. Als ich aus der U-Bahn an der Victoria Station komme, zeigt mir mein Handy eine neue SMS an. Sie ist von Dominik. Tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte. Die gute Nachricht, ich bin in London. Ich hab dir viel zu erzählen. Können wir uns später treffen? Kuss D. Eine Welle der Freude durchläuft mich. Ich habe das Richtige getan. Ich habe ihm vertraut und er hat sich meines Vertrauens als würdig erwiesen. Bestimmt wird er mir etwas erzählen, was mit Anna zu tun hat. Ich schreibe ihm, dass wir uns nach der Arbeit treffen können. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Ich verbringe eine Stunde an Marks Bett im Wintergarten und unterhalte mich mit ihm. Obwohl draußen Minusgrade herrschen, ist es im Wintergarten wohlig warm. Dennoch ist Mark in mehrere Decken gewickelt, was ihm allerdings auch nicht gegen seine innere Kälte hilft. Ich versuche, ihn im Gespräch abzulenken, aber ich bin besorgt, weil er so schwach und zerbrechlich scheint. Es ist nur schwer vorstellbar, wie er die Strahlentherapie überstehen soll. Er wirkt, als würde es ihn schon an die Grenzen seiner Kräfte bringen, wenn er nur ein Aspirin schlucken muss. Fahren Sie nach Hause und verleben Sie herrliche Weihnachtstage, trägt er mir auf. Seine Zunge verzerrt seine Worte immer noch. Im neuen Jahr wird es mir schon viel besser gehen. Wir brechen alle Brücken zu André Dubrovsky ab und suchen uns neue Klienten. Was halten Sie davon? Das klingt hervorragend, erkläre ich. Ein Neuanfang. Ganz genau. Caroline kommt mit einem Tablett voller Pillenfläschchen und einem Glas Wasser herein. Zeit für deine Medikamente, mein Lieber, sagt sie munter. Ich stehe auf. Frohe Weihnachten, Marc. Ich beuge mich vor und küsse ihn. Frohes Fest. Ihren Weihnachtsbonus finden Sie übrigens auf Ihrem Schreibtisch. Und jetzt verleben Sie herrliche Tage mit Ihrer Familie. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Er bringt ein Lächeln zustande. Auf Wiedersehen, meine Liebe, sagt Caroline. Falls ich Sie nicht mehr sehe, wünsche ich Ihnen schöne Feiertage. Auf Wiedersehen und frohe Weihnachten, Caroline. Ich sollte in Festtagsstimmung und fröhlich sein. Aber auf dem Weg in mein Büro laufen mir die Tränen über das Gesicht. Marc ist schrecklich krank. Schwer vorstellbar, dass es ihm im neuen Jahr wirklich besser gehen soll. Möglicherweise erholt er sich nie wieder ganz. Der Gedanke ist so schrecklich, dass ich schwer schlucken muss. Aber ich bemühe mich um Selbstbeherrschung. Ich muss stark für ihn sein und die Geschäfte am Laufen halten. Was immer auch passieren mag, wir stellen uns dem, sobald es soweit ist. Auf meinem Schreibtisch im Büro finde ich eine hübsche, blassblaue Schachtel mit einem breiten, weißen Geschenkband. Das muss der Bonus sein, den Marc erwähnte. Ich hatte angenommen, dass er von einem Einkaufsgutschein sprach oder von Bargeld. Aber er hat mir ein richtiges Geschenk gemacht. Wie lieb von ihm. Ich überlege, ob ich es gleich öffnen soll, aber dann beschließe ich, es erst an Weihnachten zu öffnen. Ich kenne Marc und bin sicher, es wird ein fantastisches Geschenk sein. Es wird ein ganz besonderer Moment sein, wenn ich es dann auspacke. Ich finde auch einen Stapel mit Weihnachtskarten an Marc vor, hauptsächlich von Geschäftskontakten und Kunden aus aller Welt. Darunter ist aber auch ein Umschlag an mich, mit einem formell getippten Anschriftenfeld. Merkwürdig. Niemand hat mir je eine Grußkarte an diese Adresse geschickt. Ich frage mich, von wem sie sein mag. Mit Marks Brieföffner schlitze ich den Umschlag auf und nehme die Karte heraus, auf der eine russische Ikone mit Madonna abgebildet ist. Ich schlage die Karte auf und ein gefaltetes Blatt Papier fällt heraus. In der Karte steht der vorgedruckte Gruß »Frohes Fest und die besten Wünsche für das neue Jahr« von André Dubrovsky. Darunter in krakeliger Handschrift und schwarzer Tinte »Beth, ihr Weihnachtsgeschenk«, André. Ich nehme das Blatt Papier zur Hand und entfalte es stirnrunzelnd. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Zum einen ist das Schreiben auf den 2. Januar datiert. Das ist erst in über einer Woche. Zum anderen steht »Presse Mitteilung aus dem Büro von André Dubrovsky, nicht vor dem 2. Januar veröffentlichen« darüber. Ich fange an zu lesen. Presse Mitteilung Das Büro von André Dubrovsky gibt seiner Absicht bekannt, den Kunsthändler Marc Pelliser wegen bewusster Irreführung zu verklagen, nachdem bekannt wurde, dass der renommierte Kunstexperte fälschlicherweise ein Gemälde dem florentinischen Renaissance-Meister Fra Angelico zuschrieb. Mr. Dubrovsky zahlte über 2 Millionen Pfund für das Werk, das von Experten des Eremitage-Museums in St. Petersburg später als Fälschung entlarvt wurde. Das war ein Schlag für Mr. Dubrovsky, der Schritte eingeleitet hat, um die Kaufsumme zurückzuerhalten. Darüber hinaus gibt es offene Fragen bezüglich des Umgangs von Marc Pelliser mit Mr. Dubrovskys Finanzen und es laufen Ermittlungen hinsichtlich möglicher Unterschlagungen. Mr. Dubrovsky kommentierte, »Ich bin zutiefst betrübt über das Ende meiner Geschäftsbeziehung zu Marc Pelliser. Leider hat mich seine fehlerhafte Zuschreibung ein Vermögen gekostet, und ich beabsichtige, ihn auf Schadenersatz und Schmerzensgeld zu verklagen. Ich hoffe, die Vorwürfe der Unterschlagung werden sich als haltlos erweisen. Bitte richten Sie alle diesbezüglichen Anfragen an das Büro von André Dubrovsky. Ich lasse das Papier voller Entsetzen auf den Schreibtisch fallen. Dann war es also kein Bluff. André will das wirklich durchziehen. Ich bedecke mein Gesicht mit den Händen, versuche zu verarbeiten, was ich gerade gelesen habe. Er hat mir noch eine Gnadenfrist eingeräumt. Ich kann nur vermuten, dass er mir eine letzte Chance geben will, Marc zu retten. Ich muss an meinen Freund denken, der so geschwächt und krank in seinem Bett im Wintergarten liegt, und ich bin sicher, dass ihn diese Ankündigung umbringen wird. Zitternd hole ich Luft, dann breche ich in Tränen aus. Dominic schickt mir einen Wagen. Ich steige ein und bin dankbar, dass er mich vor der Außenwelt schützt. Die weihnachtliche Fröhlichkeit da draußen kann ich nicht ertragen. Ich fühle mich entsetzlich, trotz der Aussicht Dominic zu sehen. Vor meinen Augen verschwimmen die Lichter der Straße, weil wieder Tränen aufsteigen, sobald ich an die schreckliche Falle denke, in der ich sitze. Dominic hat mir eingeredet, ich müsse mir keine Sorgen machen. André würde seine Drohung nicht umsetzen. Aber nun sieht es ganz so aus, als ob es André todernst war. Er ist bereit, Marc zu opfern, sollte ich nicht tun, was er verlangt. Auf dem Weg zum Rendezvous frage ich mich, wie ich es mich schon den ganzen Tag gefragt habe, ob ich Dominic sagen soll, dass zwischen uns alles aus ist. Ich könnte mir irgendwas ausdenken, dass ich ihn nicht mehr liebe, oder ich könnte ihn lauthals anschreien, dass ich ihn mit Anna gesehen habe und ihm die wildesten Anschuldigungen an den Kopf werfen und anschließend davonstürmen. Und dann würde ich mit André zusammenleben und es irgendwie aushalten, weil ich wüsste, dass ich damit Marc gerettet habe. Und auch Dominic, falls André tut, was ich erhoffe, und ihn wirklich in Ruhe lässt. Gerade als ich mir vorgenommen habe, dass es nur einen einzigen Ausweg gibt, nämlich auf Andrés Forderungen einzugehen, bleibt der Wagen vor einem großen, weiß gestrichenen Haus stehen. Ich schaue mich um und mir wird klar, dass wir in Marleyburn sind, in der Nähe der Wimpole Street. Der Fahrer steigt aus und öffnet den Wagenschlag für mich. Er zeigt auf die schwarze Eingangstür, die von zwei Buchsbäumen in Blumentöpfen umrahmt wird. Ich gehe zur Tür und drücke auf die große Messingklingel. Gleich darauf wird die Tür aufgerissen und Dominic steht vor mir. Besonders attraktiv, in dunklen Hosen und einem hellblau karierten Hemd, das seine Augen irgendwie brauner denn je wirken lässt. Da bist du ja. Er strahlt, als er mich in seine Arme reißt. Und trotz meines Entschlusses, im Wagen ihm zu widerstehen, dränge ich mich ihm entgegen, sehne mich verzweifelt nach dem Trost seiner Nähe. Hey Beth, was ist los? fragt er und küsst meine Stirn. Ich will etwas sagen. Ich habe im Wagen geprobt, was ich ihm sagen will, und jetzt sollte ich meine Rede eigentlich voller Überzeugung vortragen können. Ich muss Dominic wissen lassen, dass es vorbei ist, dass wir uns niemals wiedersehen können. Aber die Realität, dass ich hier bei ihm bin, zeigt mir, wie völlig unmöglich es mir ist, jemals nicht mit ihm zusammen zu sein. Schulzgefühle überkommen mich, denn wenn ich mir die Freude, bei Dominic zu sein, nicht versage, wird Mark ruiniert. Tränen steigen mir in die Augen und hilflos schluchze ich an Dominics Brust. Du weinst ja, was ist los? Er zieht mich ins Haus und schließt die Tür. Wir stehen in einer Eingangshalle mit Marmorboden und eleganten Messingkandelabern. Ich schaue zu ihm auf. In seinen Augen liegt zärtliche Sorge. Oh Dominic, es ist André, sieht ihr das an? Ich wische die Tränen beiseite, ziehe die Pressemitteilung aus meiner Handtasche und drücke sie Dominic in die Hand. Er entfaltet sie und liest rasch. Ich verstehe, sagt er mit grimmiger Miene. Was hältst du davon? Ich versuche nicht allzu jämmerlich zu klingen, aber meine Stimme zittert dennoch, als ich sage, er will Mark tatsächlich in den Ruin treiben, nur um sich an mir zu rächen. Dominic faltet die Pressemitteilung wieder zusammen und gibt sie mir zurück. Mach dir keine Sorgen. Das wird nicht passieren. Wie meinst du das? Er wird diese Pressemitteilung veröffentlichen. Es ist offensichtlich, dass er es ernst meint. Er zögert es nur aus einem einzigen Grund hinaus, um mir noch eine letzte Chance zu geben, meine Meinung zu ändern. Ich greife nach Dominics Hand. Ich ertrage das nicht. Er drückt meine Hand. Keine Sorge. Du musst dich nicht erpressen lassen. Hör zu. Es kommt gleich Besuch. Danach sind wir für uns. Ich schüttle den Kopf, als ob ich aus dunklem Zauber aufwachen müsse. Wo sind wir? Was ist das hier? Gefällt es dir? Das ist mein neues Haus. Wie bitte? Ich schaue mich in der Eingangshalle um. Dein neues Haus? Ich glaube schon. Ich habe es noch nicht abschließend entschieden. Erst wollte ich dich um deine Meinung fragen. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ich sehe mich erneut um. Es wirkt seltsam, weil es keine Möbel gibt, außer hier und da einen Tisch, Stühle und einer Lampe. Es ist entzückend, sage ich. Dann schaue ich ihn wieder an. Ganz anders als Randolph Gardens. Er lächelt. Ja, etwas größer. Möchtest du dich einmal umschauen? Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher. Ich schnüffle leicht. Ich bin eigentlich nicht in Stimmung. Tut mir leid. Dominic nimmt mich wieder in den Arm. Hey, sei nicht traurig. Ich verspreche dir, alles wird gut. Du wirst schon sehen. Wann bist du denn zurückgekommen? Frage ich gedämpft an seinem Hemd. Gestern. Er löst sich von mir, damit er mir in die Augen sehen kann. Ich wollte dir nichts sagen, für den Fall, dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube, alles wird gut. Und ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass André Marc etwas antut. Oder dir. Ich halte seinem Blick stand. Wirst du mir von Anna erzählen? Was ist gestern Abend zwischen euch passiert? Ich erinnere mich, wie ihr zusammen gelacht habt. Schwer zu glauben, dass zwischen euch Bitterkeit geherrscht haben soll. Ich frage mich, ob es wirklich in Dominics Macht steht, André daran zu hindern, diese Pressemitteilung zu veröffentlichen und Marks Ruin zu vereiteln. Komm jetzt, versucht er mich zu überreden. Schau dir das Haus an. Mir liegt wirklich viel an deiner Meinung. Ist gut, sage ich zögernd. Ich sehe es mir an. Dominic führt mich voller Begeisterung durch das Haus. Es ist definitiv ein herrlicher Bau. Vier Stockwerke anmutiger Regency-Zimmer. Elegant verbunden mit modernem Komfort und Luxus, wie beispielsweise umwerfenden Badezimmern, einem Sport- und einem Medienraum. Als wir endlich wieder im Erdgeschoss ankommen, will Dominic wissen, was ich denke. Und? Gefällt es dir? Ich finde es großartig, sage ich ehrlich. Aber es ist riesig. All das nur für dich? Zu groß? Er wirkt ein wenig geknickt. Es ist wirklich etwas groß, aber ich muss an Andres unterkühlten Palast am Central Park denken, dann an Georgies gemütliches, sichtlich bewohntes Brownstone-Haus, und ich weiß, wo ich lieber wohnen würde. Vielleicht sieht es gleich gemütlicher aus, wenn ein paar Möbel darin stehen, sage ich mit Zweifel in der Stimme. Dominic lacht laut auf. Was ist? Du bist so süß und du hast ja so recht. Ich habe mich mitreißen lassen. Ich brauche dieses Haus nicht. Noch nicht jedenfalls. Er küsst mich zärtlich auf die Lippen. Warum suchen wir uns nicht etwas zusammen, schlägt er vor. Mein Atem steht still. Zusammen? Will er mit mir zusammenziehen? Das ist eine wunderbare Vorstellung und ich möchte vor Freude tanzen. Dann rufe ich mich zur Ordnung. Nein, das kann er unmöglich meinen. Er will nur meinen Rat einholen, wenn er sich etwas anderes sucht. Mir ist dein Urteil wichtig, fährt er fort. Und ich möchte, dass du dich in dem Haus, das ich aussuchen werde, wohlfühlst. Ich würde dir zu gern helfen, ein Haus zu finden, sage ich vorsichtig. Will ihn auf keinen Fall missverstehen. Beth, sagt er, nimmt mich an den Händen und stellt sich ganz nah vor mich. Ich wünsche mir etwas mehr als das. Ich wünsche mir … Ein lautes Klingeln, das in der leeren Eingangshalle wiederholt, lässt mich zusammenzucken. Ah, sagt Dominic. Mein Gast ist da. Nicht geschockt sein, Beth. Warte erst mal ab. Er geht zur Eingangstür und öffnet sie. Im Türrahmen mache ich eine berauschend schöne Silhouette aus, schlank und wohlgeformt, mit unverkennbaren Wangenknochen. Es ist Anna. Sie reckt den Hals und lässt sich von Dominic auf beide Wangen küssen. Dann schwebt sie auf hohen Absätzen ins Haus. Was für ein absolut reizendes Haus, Dominic, verkündet sie. Bitte sag mir, dass es dir gehört. Ich bin noch unentschlossen, erwidert er und wirft mir aus den Augenwinkeln einen Blick zu. Sie kommt direkt auf mich zu und mustert mich mit ihren mandelförmigen, grünen Augen. Beth, hallo. Wie geht es Ihnen? Danke, gut, Anna. Ich versuche, cool und gefasst zu klingen. Und wie geht es Ihnen? Wunderbar, schnurrt sie. Wie immer. Sie dreht sich auf dem Absatz um und schaut zu Dominic. Willst du mir nichts zu trinken anbieten? Aber gern. Champagner? Du kennst mich nicht so gut. Da kann ich nicht Nein sagen. Folgt mir. Wir begleiten Dominic in die geräumige Küche, die sich mit einem Glasvorbau bis in den Garten erstreckt. Eine minimalistische Schöpfung aus weißen, glänzenden Oberflächen, Glas und Beton. Dominic geht zum Kühlschrank, nimmt eine Flasche heraus, öffnet sie und gießt den Champagner in Gläser, die schon auf der Theke bereitstehen. Ich warte immer noch darauf, dass mir jemand sagt, was Anna hier zu suchen hat. Aber ich bin fest entschlossen, keine wilden Spekulationen anzufangen. Ich werde darauf vertrauen, dass Dominic weiß, was er tut. Er reicht uns je ein Glas Champagner und hebt dann seines. Auf unsere gemeinsamen Unternehmungen, sagt er mit breitem Lächeln. Und auf den Erfolg. Anna erhebt ihr Glas und stößt mit Dominic an. Auf unseren Erfolg. Sie dreht sich zu mir. Beth. Auf den Erfolg. Ich stoße mit ihr an, sage aber nichts. Ich kann einfach nicht vergessen, dass sie mir auf jener Party vor Monaten in den Katakomben Drogen in den Drink gemischt hat und versuchte, meine Beziehung zu Dominic zu zerstören, damit sie ihn für sich selbst haben konnte. Wir nippen alle an unserem Champagner und ich spüre, wie die Bläschen auf meiner Zunge prickeln. Was ist jetzt, Anna? fängt Dominic an. Weißt du noch, worüber wir uns gestern Abend unterhalten haben? Bist du zu einem Entschluss gekommen? Wenn nicht, wäre ich jetzt nicht hier, erwidert sie kühl. Das weißt du doch. Wir müssen nur sicher sein, dass es funktioniert. Einen Fehlschlag dürfen wir uns nicht erlauben. Gemeinsam können wir drei dafür sorgen, dass es funktioniert, erklärt Dominic unerschütterlich. Wir verfügen zusammen über alle Informationen, die nötig sind. Aber du brauchst vor allem das, was ich weiß, meint Anna und legt kokett ihren Kopf schräg. Ich habe den Schlüssel. Dominic lehnt sich zu ihr. Sein Blick ist plötzlich intensiv. Wirst du mir den Schlüssel geben? Möglicherweise. Sie klimpert mit den Liedern und ich spüre, wie eine Welle der Eifersucht in mir auffällt. Sie ist absolut schamlos. Ich stehe direkt daneben und sie flirtet vor meinen Augen mit Dominic. Die Frau ist unglaublich. Ist es das wirklich wert? Ich versuche mich zu beherrschen. Ja, Marc ist mir das wert. Ich schulde dir gar nichts, Dominic, sagt sie plötzlich ganz ruhig. Nein, aber es geht hier nicht um mich. Es geht um André. Bitterkeit huscht über ihr Gesicht. Das stimmt. Jetzt klingt sie wieder fest entschlossen. André. Es wird noch leid tun, wie er mich behandelt hat. Ihr Blick wandert zu mir. Ich habe kein Interesse daran, ihnen zu helfen, Beth. Aber wenn das Teil der Abmachung ist, dann soll es eben so sein. Ich schweige, spüre, dass hier eine delikate Balance herrscht, die ich nicht stören darf. Und, drängt Dominic, was kannst du uns sagen? Ich kann euch sagen, dass André lange, bevor er sich entschloss, das Gemälde zu kaufen, bereits wusste, dass es sich um eine Fälschung handelt. Ich schnappe nach Luft. Und trotz meines Entschlusses nichts zu sagen, rutschen die Worte aus mir heraus. Er hat es gewusst? Richtig. Anna schaut mich an und hebt eine Augenbraue. Er hat über zwei Millionen für etwas bezahlt, von dem er wusste, dass es sich als Fälschung herausstellen würde. Aber warum? Ich bin perplex. Was hat er sich davon erhofft? Sie lacht spöttisch. Meine Liebe, Sie sind ja sowas von naiv. André wollte Geld waschen. Er tätigt Geschäfte mit der kriminellen Unterwelt und lebt sehr gut davon, die Gewinne aus Drogenhandel und organisierter Kriminalität zu waschen, was ihm wiederum den Weg bei schwierigen Verhandlungen erleichtert und ihm dadurch noch mehr Gewinne einbringt. Ich starre sie an. Dann wende ich mich an Dominik. Hast du das gewusst? Nein, erklärt er fest. Ich hatte keine Ahnung. Hatte er wirklich nicht, meint Anna leichthin. André hat nur mich in diesen Teil seines Geschäftsfeldes eingeweiht. Daran hätte er denken sollen, als er mich so aus seinem Leben kickte, wie er es tat. Aber vermutlich glaubte er nicht, dass ich es euch erzählen würde. Sie zuckt mit den Schultern. Und er hat mir eine hohe Abfindung bezahlt. Wahrscheinlich nimmt er an, sich damit mein Schweigen erkauft zu haben. Sie schaut mir in die Augen. Die Frage lautet jetzt Beth. Haben Sie davon gewusst? Ich? rufe ich verblüfft. Natürlich nicht. Woher denn auch? Sie sind doch diejenige, die die zwei Millionen über Marks Konten an ihn zurückzahlt, so wie es im Laufe der Jahre mit vielen Dutzend Kunstkäufen von André geschehen ist. Ich schnappe nach Luft. Wie meinen Sie das? Sie haben mich schon verstanden. Mark war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt dieser Operation. Er hat André freundlicherweise erlaubt, über ihn einen Haufen Geld zu waschen. Ein Blitz der Wut durchzuckt mich. Wollen Sie mir damit sagen, dass Mark ein Krimineller ist? Ein Geldwäscher? Ich werde lauter. Das ist völlig unmöglich. Mark ist durch und durch ehrlich. Ein zutiefst aufrechter Mann. So etwas würde er niemals tun. Dominik hebt die Hand, als ob er mich beruhigen wolle, aber ich starre Anna mit blitzenden Augen an. Sie zuckt nur mit den Schultern, ungerührt von meinem Zorn. Vielleicht ist er kein Krimineller. Vielleicht ist er einfach leichtgläubig. Aber über ihn wurden gewaltige Summen an Geld gewaschen. Ein weiterer Grund, warum André seine Beziehung zu Mark auflösen will, murmelt Dominik. Ich drehe mich zu ihm. In meinen Augen brennen Tränen. Du hältst Mark doch wohl nicht für schuldig, oder? Nein, erwidert er sanft. Aber wenn es stimmt, was Anna sagt, ist Mark darin verwickelt, ob es ihm gefällt oder nicht. Dann willst du also sagen, dass man André nur davon abhalten kann, Mark zu zerstören, wenn man seine kriminellen Aktivitäten offenlegt und dadurch Mark ebenfalls zerstört. Ich starre Dominik wütend an. So weit muss es nicht kommen, sagt er. Ich wüsste nicht, wie sich das vermeiden ließe. Vielleicht kommt nichts von all dem ans Licht. Das hängt davon ab, wie André reagiert, wenn wir ihm sagen, was wir wissen. Dominik schaut mich mitfühlend an und in seinem Blick lese ich, dass er mir mehr sagen wird, sobald wir allein sind. Er wendet sich an Anna. Du machst also mit? Ja, sagt sie und lächelt plötzlich hell. Ich bin dabei. Wir hören, wie die Türglocke anschlägt. Ah, sagt Dominik, ich glaube, da kommt deine Belohnung. Entschuldigt mich bitte kurz. Einige Minuten später kehrt er zurück. Ich sehe, dass ihm ein anderer Mann in einem dunklen Anzug folgt, und einen Moment später tritt der Fremde in die Küche, und ich erkenne, wer es ist. Gerade als mir wieder einfällt, wo ich ihn gesehen habe, kreischt Anna auf. Giovanni! Sie läuft quer durch den Raum und wirft sich ihm in die Arme. Der Mönch ist kurz verblüfft, dann entzückt, weil eine wunderschöne Frau ihn umarmt. Sie küssen sich leidenschaftlich. Dominik tritt lächelnd zu mir. Das ist das letzte Stück des Rätsels, sagt er. Jetzt wissen wir, woher Anna all unsere Geheimnisse kannte. Der einzige Mensch, dem ich davon erzählt habe, war Bruder Giovanni. Wie sich herausstellte, war mein Beichtvater selbst mit Beichten beschäftigt. Ich wusste immer, dass Anna keine Frau ist, die sich nur auf einen Mann beschränkt. Sie mochte scharf auf mich gewesen sein, weil ich ihre Avancen verschmähte. Aber ich vermute, ein Mann, der ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat, war für sie eine noch größere Herausforderung. Sie scheint sehr glücklich, ihn wiederzusehen. Findest du nicht auch? Ich sehe ihn an. Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Oh, Dominik! Er nimmt mich fest in die Arme. Wir stehen das zusammen durch. Das verspreche ich. Wir alle. Anna und Giovanni gehen kurz darauf, wollen sichtlich allein sein und ihr Wiedersehen genießen. Ich frage mich, ob Anna Dominik wirklich ganz aufgegeben hat oder ob sie einfach glücklich ist, sich zwischenzeitlich mit jemand anderem zu vergnügen. Vermutlich muss ich jetzt ebenso halten und sie einfach ertragen, wenn man bedenkt, wie dringend wir sie für unsere Zusammenarbeit benötigen. Dominik schließt die Eingangstür hinter ihnen und verriegelt sie. Gleich morgen gebe ich dem Makler die Schlüssel zurück, sagt er. Das ist nicht das richtige Haus für uns, oder? Ich schaue zu ihm auf. Uns? Er sieht zu mir hinunter. Eine Zukunft ohne dich ist für mich unvorstellbar. Magst du das nicht? Ich will nicht ohne dich leben. Glücksgefühle steigen in mir auf. Ehrlich? Flüstere ich. Ehrlich. Mir fehlen die Worte, während ich das in mich aufnehme. Ich glaube, er will damit ausdrücken, dass unsere Leben unauflösbar miteinander verwoben sind und dass sich unsere Wege niemals wieder trennen werden. Der Gedanke ist wundervoll. Dominik muss über meinen Gesichtsausdruck lächeln. Es gibt viel, worüber wir reden müssen. Aber es ist schon spät. Ich sollte dich nach Hause bringen lassen. Er zieht sein Handy heraus und tippt etwas ein. Mein Fahrer ist in einer Minute da. Ich betrachte ihn, denke, wie sehr er sich verändert hat, seit wir uns zum ersten Mal trafen. Jetzt ist er jemand, mit dem man rechnen muss. Ein Mann, der die Macht hat, André Dobrowski zu Fall zu bringen. Plötzlich sage ich, wird Marc wirklich heil aus dieser Sache hervorgehen, Dominik? Kannst du mir das versprechen? Er nimmt meine Hand. Ich verspreche, ich werde nicht zulassen, dass André Lügen verbreitet und Marks Ruf zerstört. Aber wenn es stimmt, was Anna sagt, tja, ich weiß, dass Marc unschuldig ist, aber möglicherweise wird er das vor Gericht beweisen müssen. Plötzlich wirkt Dominik sehr ernst. Das gilt für uns alle, die wir mit Dobrowski zu tun hatten. An uns allen wird etwas haften bleiben. Wir werden uns alle erklären müssen. Aber wenn wir ehrlich und aufrichtig sind, haben wir sicher nichts zu befürchten. Draußen fährt die Limousine vor. Dominik bringt mich hinaus und öffnet mir die Wagentür. Kommst du nicht mit? Frage ich. Er schüttelt den Kopf. Ich möchte einen Spaziergang machen und mir den Kopf an der frischen Luft durchpusten lassen. Es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Und du solltest dir etwas Schlaf gönnen. Wann sehen wir uns wieder? Frage ich, panisch angesichts der Vorstellung, dass wir uns nicht wiedersehen könnten, bevor ich über Weihnachten nach Hause fahre. Morgen. Er lächelt. Ich habe etwas geplant. Du wirst von mir hören. Dominik? Ich will es nicht fragen, aber ich muss. Anna, du hast doch nicht … Er küsst mich zärtlich. Du musst es nicht aussprechen. Natürlich nicht. Du bist die Einzige für mich. Ich bin dankbar, nach Hause zu kommen. In dieser Nacht schlafe ich tief und fest, völlig erschöpft von allem, was geschehen ist. Trotzdem habe ich einen seltsamen Traum, in dem André mich jagt, mich bedroht und mir erklärt, dass ich ihm niemals entkommen könne. Wenn er zu Fall gebracht wird, reißt er mich mit in die Tiefe. Nach diesem allzu realistischen Traum bin ich froh, am nächsten Morgen in der Sicherheit meines eigenen Bettes aufzuwachen. Es ist mein letzter Tag, bevor ich über Weihnachten nach Hause fahre und die Feiertage beginnen. Ich frage mich, ob Dominik die Angelegenheit mit André vor dem 2. Januar klären und die Veröffentlichung der Pressemitteilung verhindern kann. Als ich im Büro eintreffe, ist Caroline überrascht, mich zu sehen. Ich dachte, sie fahren heute schon nach Hause. Ich habe sie gar nicht erwartet. Ich dachte, ich schaue nur rasch noch einmal nach dem Rechten, sage ich. In Wahrheit will ich in den Akten blättern, die sich mit den Finanztransaktionen zwischen Mark und André befassen, nur für den Fall, dass ich dort Hinweise finde. Plötzlich merke ich, wie niedergeschlagen Caroline wirkt. Ist alles in Ordnung? Mark geht es heute nicht gut, sagt sie mit trostlosem Gesichtsausdruck. Er hat Fieber und er ist sehr heiser. Wenn es ihm im Laufe des Tages nicht besser geht, muss ich mit ihm zum Arzt. Sie schaut mich freundlich an. Wenn Sie nichts Wichtiges zu erledigen haben, sollten Sie heute früher gehen, Beth. Dann kommen Sie schon eher in die Weihnachtsferien. Hier wird es heute sehr ruhig sein. Danke, sage ich gerührt. Vielleicht tue ich das. In meinem Büro angekommen, gehe ich alle Akten durch, die André betreffen. Aber soweit ich sehe, ist alles einwandfrei und hat seine Richtigkeit. Aber natürlich kommt es mir angesichts dessen, was ich jetzt weiß, merkwürdig vor, dass Mark sich mit dieser Methode der Zahlungsabwinkelung einverstanden erklärt hat, die er und André jahrelang gepflegt haben. Währenddessen warte ich die ganze Zeit darauf, dass Dominic Kontakt zu mir aufnimmt. Doch erst nach dem Mittagessen, als ich schon gehen will, erhalte ich eine Textnachricht. Rosa, du wirst gebraucht. Dein Herr und Meister will weihnachtlich aufgeheitert werden. Sei in einer Stunde im Boudoir. Mein Atem geht schneller vor Vorfreude. Ich sehne mich nach der kleinen Flucht in die Lust, die mir mein Herr und Meister bieten wird. Mein Magen hüpft erwartungsvoll bei diesem Gedanken. Wenn Rosas Anwesenheit gewünscht wird, bin ich nur zu gern bereit, sie zu liefern. Ich erreiche das Boudoir noch vor Ablauf der Stunde, aber ich weiß um den Wert des Gehorsams. Darum warte ich, bis exakt eine Stunde vergangen ist, und klopfe dann erst an die Tür. Dominic öffnet sie und tritt zur Seite, um mich einzulassen. Der Flur liegt im Dunkeln, und nachdem er die Tür geschlossen hat, muss ich in der plötzlichen Finsternis blinzeln. Geh ins Schlafzimmer, Rosa, und wähle aus, womit du mich erfreuen möchtest. Ich komme in genau zehn Minuten nach. Ich stelle meine Handtasche ab, ziehe meinen Mantel aus und gehe durch den Flur zum Schlafzimmer. Dort ist alles frisch bezogen und hergerichtet. Ich erkenne den weißen Strafstuhl, auf dem Dominic mich zu solchen Höhen des Entzückens geführt hat. Dann der Schrank mit seiner Auswahl an Spielzeugen und SM-Instrumenten. Die Anrichte, in der Dominic diverse Unterwäsche für mich bereithält. Ich bin nie ganz sicher, was ich dort vorfinden werde. Ich gehe hinüber und ziehe eine Schublade auf. Mein Herr und Meister will weihnachtlich aufgeheitert werden. Ich werde also sein Geschenk sein, das er auswickeln und an dem er sich erfreuen kann. Ich nehme einen BH, der keine Körbchen hat, sondern wie ein großes schwarzes Seidenband um meinen Busen geschlungen wird. Dazu gibt es noch ein passendes Höschen mit einer Schleife hinten. Ich ziehe beides an und schlüpfe anschließend in einen roten Seidenkimono. Mein Blick fällt auf zwei hochhackige Stiefel, die bis über die Knie reichen. Sehr attraktiv. Ich ziehe sie an, bin dankbar, dass ich sie mit einem Reißverschluss an der Seite schließen kann und sie nicht schnüren muss. Dann lege ich mir noch ein Lederhalsband um. Dominic mag dieses Zeichen meiner Unterwerfung. Zuletzt setze ich mich auf das Bett und warte auf Dominic. Nach exakt zehn Minuten öffnet sich die Tür und Dominic tritt ein. Er ist schick gekleidet, mit dunklen, gestreiften Hosen, einem Hemd, einer Krawatte und einer Weste. Er geht zu einem der Ledersessel am Fußende des Bettes, setzt sich und betrachtet mich aufmerksam. Mir fällt auf, dass er ein Glas Champagner in der Hand hält. Steh auf, Rosa. Ich gehorche, halte den Kimono mit der Hand geschlossen. Sein Blick wandert über mich, fällt auf die Stiefel und er nickt. Sehr nett. Komm bitte her. Ich gehe zu ihm und baue mich gehorsam vor ihm auf, warte auf meine nächste Anweisung. Setz dich auf meinen Schoß. Ich drehe mich um, kehre ihm den Rücken zu und lasse mich auf seine Knie sinken. Ich spüre, wie seine Hand über die Seide des Kimonos streichelt, dann nach oben fährt und meine Haare anhebt, damit er das Halsband betrachten kann. Sehr gut, haucht er. Es gefällt mir, dass du deinen Platz kennst, Rosa. Du bist gern demütig, nicht wahr? Ja, Sir. Gefällt es dir, mir zu gehorchen? Ja, Sir. Du warst heute Abend sehr artig. Du hast alles getan, was ich verlangt habe, ohne einen einzigen Fehler. Soll das heißen, dass es keine Strafe für dich gibt? Was immer Ihnen beliebt, Sir. Er lacht leise. Ich drücke mich vorsichtig nach hinten auf seinen Schoß und spüre die Harte unter meinen Hinterbacken. Ich spüre, wie sie unter mir pocht und anschwillt. Ich strecke ein Bein aus, damit er den hübschen Stiefel betrachten kann und wie er mein Bein bis über mein Knie umschließt. Dominics Atem wird schwerer, als er das bemerkt. Du nickst mich, sagt er. Was wirst du wohl als nächstes tun? Wortlos stehe ich auf, beuge mich vor und fahre mit den Fingerspitzen über den Wollstoff seiner Hose. Ich lasse den Seidenkimono zu Boden gleiten, damit er die schwarze Schleife auf meinem Hintern sehen kann. Er muss lachen. Mein kleines Weihnachtsgeschenk. Lass mich sehen, welche Freuden sich darin verbergen. Er zieht an der Schleife und sie gleitet auf und entblößt meinen Hintern, weich und rund, das helle Fleisch in köstlichem Kontrast zu dem schwarzen Leder meiner Stiefel. Er streichelt meine Pobacken, bewundert das feste Fleisch. Dreh dich um. Ich tue wie geheißen. Dominic betrachtet mein Geschlecht, noch züchtig von einem kleinen Fetzen Seide bedeckt und meine Brüste unter einer weiteren großen schwarzen Schleife. Er hebt die Augenbrauen. Noch ein Geschenk. Beuge dich vor, damit ich es öffnen kann. Ich lehne mich nach vorn. Meine Brüste erheben sich in sanften Hügeln vor seinem Gesicht. Er zieht an einem Ende des Bandes. Meine rosigen Brustwarzen und runden Brüste werden entblößt und er brummt anerkennend. Du siehst appetitlich aus, murmelt er. Komm näher. Ich recke meine Brüste seinem Mund entgegen. Er nimmt einen Schluck Champagner aus seinem Glas, dann umschließt er mit den Lippen meine rechte Brustwarze. Ich schnappe nach Luft, als die kalte Flüssigkeit um meine Warze schwappt. Ich spüre das Prickeln der Bläschen, dann saugt und schluckt er. Der Champagner verschwindet und Dominic gibt mich frei. Köstlich, sagt er lächelnd. Er nimmt noch einen Schluck und wiederholt die Prozedur an der anderen Brustwarze. Anschließend tunkt er einen Finger in den Champagner und fährt damit über meinen Bauch. Die kalte Feuchtigkeit prickelt auf meiner Haut und als er das Dreieck aus Seide erreicht, das mein Geschlecht bedeckt, gleitet er mit dem Finger darunter und reibt mich. Seine Berührung lässt mich zittern, erregt mich. Ich spüre das laszive Verlangen, das in meiner Klitt und in meinen anschwellenden Schamlippen geweckt wird. Er versenkt seinen Blick in mich und kann meine Gedanken lesen. Dominic greift nach unten und öffnet seine Hose. Seine Erektion springt auf. Warum setzt du dich nicht wieder? Vielleicht möchtest du ja auch einen Schluck Champagner? Ich nähere mich ihm gehorsam und er rutscht auf dem Sessel nach vorn, damit ich meine Beine neben ihn stellen kann. Ich greife nach unten und nehme seinen Penis in die Hand. Er ist steif und heiß. Wortlos platziere ich mich über ihn, ziehe die Seide zur Seite, lasse mich ganz langsam sinken und nehme ihn in seiner Gänze in mich auf. Dominic kontrolliert seinen Atem, als ich ihn umschlinge, aber es gelingt ihm nur mit Mühe. Er hebt sein Champagnerglas an die Lippen und nimmt einen großen Schluck. Dann zieht er meinen Kopf zu sich und presst seine Lippen auf meine. Ein Strom kühlen Champagners flutet in meinen Mund. Ich trinke ihn, genieße die Bewegungen seiner nach Champagner schmeckenden Zunge in meinem Mund. Er nimmt noch einen Schluck und wiederholt das Ganze, lässt die perlende Flüssigkeit von seinem Mund in meinen gleiten. Es ist köstlich und in vielerlei Hinsicht berauschend. Während ich trinke, bewege ich mich vorsichtig, spanne meine inneren Muskeln an, um den heißen Schaft in mir zu packen. Ich spüre, wie er anwächst, wie er immer dicker und härter wird, während ich mich vorsichtig bewege und ihn stimuliere. Beglückst du dich gerade selbst, Rosa? fragt er mit leiser Stimme, schwer vor Lust. Wackelst du deshalb so auf mir herum? Ja, Sir, hauche ich. Er schaut nach unten zu meinen Stiefeln, die sich zu beiden Seiten seiner Beine befinden, betrachtet mich, wie ich auf seinem Schwanz sitze. Meine Brüste recken sich ihm entgegen, die rosigen, steifen Warzen flehen um seine Aufmerksamkeit, zeigen ihm, wie heiß ich bin. Seine Augen funkeln vor Verlangen. Bewege dich auf und ab. Befiehlt er. Ich hebe mich an und lasse mich wieder sinken, lege mein Gewicht auf die Absätze meiner Stiefel und gleite an seiner Erektion nach oben, nur um mich gleich darauf, so fest ich kann, auf seinen Schwanz fallen zu lassen. So ist es gut. Schneller. Er legt seine Hände auf meine Hüften, damit er mich noch kraftvoller auf seinem Penis bewegen kann. Ich liebe das Gefühl, wenn er mich ganz ausfüllt und an mir seine Freude hat. Ich lecke mir über die Lippen und streiche mit den Händen über meine Brüste, kneife meine Brustwarzen, drehe sie leicht. Dominik beobachtet mich anerkennend. Arme Rosa, sagt er. Dein Vergnügen ist offenbar noch nicht ausreichend. Du hast meine Erlaubnis, alles zu tun, was du möchtest. Ich fahre mit der Hand über meinen Bauch. Mit der anderen Hand spiele ich erst mit meinen Brüsten, dann lasse ich sie an die Stelle sinken, an der sein Penis in mich dringt. Meine Klitoris reckt sich stolz und geschwollen nach oben, und ich berühre sie mit dem Zeigefinger, reibe sie keißförmig. Sehr gut. Zeige mir, was du dir wünschst. Dominik atmet schwer. Er sieht zu, wie mein Finger sich immer schneller und fester bewegt und sich um meine Knospen dreht. Sein Schwanz stößt kräftiger denn je in mich. Ich kneife mich fest in die Brustwarze und stoße kleine Schreie aus, während mein Finger die Empfindungen in meiner Knospe immer mehr in die Höhe treibt. Mach, dass du kommst, befiehlt Dominik plötzlich. Tu es. Ich will es sehen. Ich gebe mich dem köstlichen Gefühl hin, wie sein Penis in mich stößt, während gleichzeitig meine Finger die Erregung vorantreiben. Meine geübten Fingerspitzen wissen genau, wie man mit der steifen Perle spielen muss, um sie pochen und kribbeln zu lassen. Ich reibe fester, und Dominik stößt noch schneller in mich, atmet schwer, ihn erregt, was ich tue. Och, entfernt es mir, als plötzlich Stromstöße durch mich peitschen. Komm schon, Rosa, bring dich zum Höhepunkt, wiederholt er. Und ich fliege meinem Orgasmus entgegen, erzittere und zucke auf ihm, als meine Gliedmassen steif werden und der Orgasmus von mir Besitz ergreift. Ich komme keuchend zum Ende, immer noch auf seinen steifen Penis gepfählt. Es war herrlich, dir zuzuschauen, murmelt er lächelnd, während ich immer noch auf seiner Erektion auf- und abgleite. Aber wir sind noch nicht fertig. Er beugt sich vor und flüstert mir ins Ohr. Ich werde dich ordentlich durchvögeln. Erst auf dem Stuhl und dann auf dem Bett. Du wirst noch mehr Orgasmen haben, glaube mir, und ich auch. Aber erst, nachdem ich mein Vergnügen an dir gehabt habe, meine süße, unterwürfige Rosa. Ich hebe meinen Blick und sehe, dass seine Augen vor Verlangen glasig wirken. Das Feuer in mir wird neu entfacht. Ich spanne meine Muskeln rund um seinen Penis an, der mich immer noch bis in mein Innerstes aufspießt. Ja, Sir, sage ich leise. Was immer Sie wünschen. Dominik hält, was er versprochen hat, und wir verbringen Stunden damit, uns gegenseitig an den Rand der Erschöpfung zu vögeln. Er ist unersättlich, hungert danach, mit seiner immensen Erektion in mir zu sein. Und als er sich endlich in einem gewaltigen Orgasmus ergießt, bin ich steif und geschwollen, und mein Geschlecht ist überempfindlich nach all den Stößen, die es empfangen hat. Ich fühle mich lustvoll ausgewrungen. Wir nehmen ein ausgedehntes Wannenbad zusammen, und Dominik wäscht mich mit Seife und einem Waschlappen, behandelt mich wie ein kostbares Objekt, als er an mein gerötetes, wundes Geschlecht kommt. Dann hilft er mir, mich abzutrocknen, und wir ziehen uns an. Obwohl wir uns stundenlang gegenseitig verwöhnt haben, ist es erst früher Abend. Wir gehen zum Abendessen aus, sagt Dominik. Es wartet noch eine weitere Überraschung auf dich. Ich bin gespannt und auch ausgehungert. Mir ist leicht und fröhlich zumute, trotz der Wundheit zwischen meinen Beinen. Man sollte niemals die Macht unterschätzen, die Sex hat, nämlich wundervolle, stimmungsaufbessernde Hormone durch den Blutstrom zu schicken. Ich weiß, dass dunkle Wolken über meinem Leben träuen. Aber ein erderschütternder Orgasmus und der Genuss, Dominiks Körper berühren und schmecken zu können, hält die Wolken vorerst in Schach. Als ich angezogen bin, sagt Dominik beiläufig, ach ja, im Flur wartet übrigens etwas auf dich. Echt? Was denn? Ich gehe in den Flur und entdecke eine große, eckige, weiße Schachtel auf dem Boden. Ein rotes Geschenkband ist darum geschlungen. Mach es auf, sagt Dominik hinter mir. Ist gut. Ich gehe zu der Schachtel und ziehe am Band. Butterweich gleitet es zu Boden. Ich entferne den weißen Pappdeckel und sehe in der Schachtel einen umwerfenden schwarzen Mantel aus Seide und Kaschmir mit einem schwarzen Fellkragen. Ich schnappe nach Luft. Du hast fantastisch ausgesehen in dem Mantel, den du in New York getragen hast. Und obwohl dir das Teil sehr gut gefallen hat, hast du ihn ohne Zögern zurückgegeben. Darum wollte ich, dass du von mir einen solchen Mantel bekommst. Er ist wunderschön, entfährt es mir, völlig verzaubert. Ich nehme ihn aus der Schachtel und Dominik hilft mir hinein. Meine Arme gleiten in das seidige Innenfutter. Er passt perfekt und ist unglaublich bequem und warm. Danke, Dominik. Ich finde ihn herrlich. Impulsiv umarme ich Dominik und küsse ihn auf die Wange. Er lacht. Gern geschehen. Fröhliche Weihnachten. Ich schaue traurig. Ich habe gar nichts für dich. Er fährt mit einem Finger über meine Wange. Zerbricht dir darüber nicht den Kopf. Du hast mir eben das köstlichste Weihnachtsgeschenk gemacht, das ich mir vorstellen kann. Eingehüllt in meinen neuen Mantel bin ich gewappnet für die Kälte draußen. Ich hake mich bei Dominik unter und wir gehen zusammen durch die winterlichen Straßen zu dem Restaurant in Mayfair, in dem Dominik uns einen Tisch reserviert hat. Als wir eintreten, eilt der Oberkellner auf uns zu und begrüßt uns. Sind die anderen Gäste schon hier? Will Dominik wissen. Ja, Sir. Ich schaue Dominik fragend an. Ich dachte, dieser Abend sei nur für uns. Und plötzlich kann ich nur noch hoffen, dass es sich bei diesen anderen Gästen nicht um Anna und Giovanni handelt. Ich könnte sehr gut ohne diese Überraschung leben. Nachdem man uns unsere Mantel abgenommen hat, werden wir durch den eleganten Speisesaal zu einem Tisch mit weißer Tischdecke im hinteren Teil des Restaurants geführt, an dem ich ein anderes Paar ausmachen kann. Als wir näher kommen, wird mir zu meinem großen Entzücken klar, wer die Frau ist. Laura. Sie steht breit lächelnd auf und begrüßt mich mit einem Kuss, als ich an den Tisch trete. Endlich lerne ich den hinreißenden Dominik kennen, sagt sie, als er hinter mir auftaucht. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, erwidert er charmant und küsst sie auf beide Wangen. Danke, dass Sie mit Tom gekommen sind. Ich habe ihn gebeten, sie zu fragen, ob wir uns nicht endlich einmal kennenlernen können. Auf der anderen Seite des Tisches steht Tom Finlay auf. Er wirkt gleichzeitig glücklich und verlegen. Hallo Dominik, wenn du uns heute Abend nicht eingeladen hättest, hätte ich Laura trotzdem ausgeführt, falls ihr das recht gewesen wäre. Laura lacht und errötet. Tja, so hat sich ja alles zum Besten gewendet, nicht wahr? Ich schaue zu Dominik, meine Augen funkeln. Er wusste, wie sehr ich mir wünschte, dass er Laura einmal kennenlernt. Und er muss es sich gemerkt haben, als ich erwähnte, dass sie und Tom einander näher gekommen sind. Die Tatsache, dass wir den Abend mit ihnen verbringen, heißt doch, dass er uns als richtiges Paar sieht. Wir teilen, was unser Leben ausmacht, lernen unsere Freunde kennen. Habe ich mir doch gedacht, dass dir das gefallen würde, flüstert Dominik mir ins Ohr, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Ich bin überglücklich, danke. Tom tritt auf mich zu und begrüßt mich. Hallo Beth. Ich muss lachen, als wir Begrüßungsküsse tauschen. Wie nett, dich hier zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut, Tom. Sehr gut. Glücklich schaut er zu Laura, die sein Lächeln mit strahlenden Augen erwidert. Es hat den Anschein, als ob es zwischen den beiden sehr gut läuft. Ich freue mich für sie und noch besser ist, dass ihr neuer Freund gleichzeitig ein Freund von Dominik ist. Perfekt. Wir genießen einen zauberhaften Abend mit gutem Essen, Wein und jeder Menge fröhlicher Gespräche und Gelächter. Ich habe das Gefühl, dass die Feiertage nun endlich begonnen haben und wir besprechen unsere Pläne für das Fest. Laura und ich werden zu unseren jeweiligen Familien reisen, um Zeit mit unseren Eltern zu verbringen. Tom erzählt uns, dass er mit seinem Zwillingsbruder und dessen Familie in deren Haus in Schottland feiert. Dann schaue ich zu Dominik. Er sieht an diesem Abend fantastisch aus, und er wirkt glücklich, stark und selbstsicher. Ich habe außerdem das Gefühl, dass er sich innerlich wappnet, als sei er ein Soldat, der an die Front gerufen wurde, und dies sei seine letzte Nacht der Freiheit, bevor die Schlacht beginnt. Was ist mit dir? frage ich und drehe am Stiel meines Weinglases. Hast du schon Pläne für die Feiertage geschmiedet, Dominik? Er nickt. Ja. Ich fliege heute Nacht noch in die Staaten. Ich feiere mit meiner Schwester in New York. Er schaut mich bedeutungsvoll an. Außerdem muss ich an einem sehr wichtigen Meeting teilnehmen. Ich ahne, was er meint. André. Die Zeit ist gekommen, ihm zu sagen, was wir alles wissen, zum Gegenschlag anzusetzen und abzuwarten, was dann passiert. Trauer erfüllt mich. Ich will nicht, dass Dominik mich verlässt. Es fühlt sich verkehrt an, dass wir überhaupt getrennt sein sollen, und ganz besonders zu dieser Zeit des Jahres. Aber du besuchst doch deine Familie. Es ist völlig ausgeschlossen, das nicht zu tun, rufe ich mir in Erinnerung. Dann wird mir klar, dass ich insgeheim meine Fantasievorstellung gehegt habe. Die Vorstellung, ich könnte Dominik mit zu meinen Eltern nehmen, ihn meinen Freunden und meiner Familie voller Stolz vorstellen, ihm all die Orte zeigen, die mir so viel bedeutet haben, als ich noch jünger war. Das wird jetzt nicht geschehen. Ich unterdrücke ein Seufzen. Na gut, es war ohnehin nicht sehr wahrscheinlich. Ich sollte nicht gierig werden. In letzter Zeit durfte ich so oft mit ihm zusammen sein. Und ich weiß, dass große Entscheidungen anstehen, falls das, was Dominik gestern Abend sagte, wirklich etwas zu bedeuten hat. Entscheidungen darüber, wo und wie wir leben wollen. Das ist aufregend. Darauf kann ich mich freuen. Ich lächle und nehme wieder am Gespräch der anderen teil, so heiter, wie mir das möglich ist. Wir brechen vor Mitternacht auf und wünschen uns draußen in der eisigen Luft ein frohes Fest. Ich bringe Beth nach Hause, sagt Dominik. Willst du uns begleiten, Laura? Sie schüttelt den Kopf. Ich bleibe bei Tom. Sie wirkt verlegen, aber glücklich. Wir sehen uns dann morgen früh, Beth. Bis morgen. Ich küsse sie zum Abschied und wünsche Tom ein wunderbares Weihnachtsfest. Dann geleitet mich Dominik zu der Limousine, die bereits auf uns wartet, und gibt dem Fahrer Anweisung, uns zu meiner Wohnung zu bringen. Ich kuschle mich an Dominik und betrachte die funkelnden Lichter der Stadt, die vor der Scheibe vorbeirauschen. Genieße es, Dominik nahe zu sein. Versuche, nicht daran zu denken, dass wir bald schon getrennt sein werden. Ich hoffe auf ein Verkehrschaos oder einen Stau, damit wir etwas mehr Zeit haben. Aber die Straßen sind frei, und wir erreichen meine Wohnung viel zu rasch. Der Fahrer fährt an den Bordstein. Wir steigen aus und schlendern zusammen zu meiner Haustür. Danke für diesen fabelhaften Tag, Beth. Es war wunderbar mit dir. Er legt seinen Arm um mich und presst seine Lippen auf meinen Mund. Während er mich zärtlich küsst, denken wir beide an die wilde Erfüllung, die wir an diesem Nachmittag gemeinsam genossen haben. Ich will nicht, dass du gehst, entfährt es mir. Plötzlich ist mir ganz elend zumute. Ich weiß. Ich will dich auch nicht verlassen, aber es ist ja nur für kurze Zeit. Ich bin bald zurück, versprochen. Dann kann unser neues Leben beginnen. Er umarmt mich. Ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für dich. Noch eines? Du hast mir doch schon diesen herrlichen Mantel geschenkt. Ja, noch eines. Ich wollte es für einen etwas romantischeren Augenblick aufsparen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist der richtige Moment dafür. Außerdem möchte ich, dass du es bekommst, bevor ich fliege. Er zieht eine kleine schwarze Schachtel aus seiner Manteltasche und reicht sie mir. Mach es auf. Ich fummle mit dem winzigen Verschluss und hebe dann den Deckel an. In der Schachtel befindet sich ein kleines, kreisrundes Objekt, mit Diamanten besetzt, die im Licht der Straßenlampen außergewöhnlich brillant funkeln. Ein Ring, sage ich staunend. Dominik betrachtet mich intensiv, während ich die herrlichen Diamanten in ihrem kreisrunden Platinbett anstarre. Ich schaue Fragen zu Dominik auf. Ich bin nicht sicher, was für ein Ring das ist, und ich will es nicht missverstehen. Als ob er meine Gedanken lesen könnte, erklärt er zärtlich, das ist ein Freundschaftsring. Du kannst ihn tragen, wann immer du möchtest. Ich kann kaum atmen, als er den funkelnden Ring aus seinem Samtnest hebt und ihn mir entgegenstreckt. Ich zögere nur eine Sekunde, dann halte ich meine rechte Hand hoch. Er lächelt und lässt den Ring auf meinen Ringfinger gleiten. Er passt perfekt und glitzert, wenn ich meine Hand bewege. Ein Freundschaftsring, wiederhole ich leise. Ich kann meinen Blick nicht davon abwenden. Ich verspreche damit, dass ich jetzt dir gehöre und dass ich mit dir zusammen sein will. Wann immer du dir Sorgen machst oder Zweifel hegst, dann schau diesen Ring an und denke an mein Versprechen. Wirst du das tun? Ich reiße ihn in meine Arme, schluchzend und lächelnd. Oh ja, Dominik, das werde ich. Und wie ich das werde. Die Landschaft rauscht am Fenster vorbei, während der Zug mich immer weiter von London und meinem Leben fortträgt. Es fühlt sich merkwürdig an, nach Hause zu fahren. Je näher ich meinem alten Leben komme, desto surrealer kommt mir mein neues Leben vor. Alles, was ich durchgemacht und erlebt habe, scheint mir auf einmal nur mehr ein Fantasiebild zu sein, etwas, das ich geträumt habe. Nur das Funkeln des herrlichen Diamantrings an meiner rechten Hand erinnert mich daran, dass alles real ist. Warum hast du dir den Ring von ihm an die rechte Hand stecken lassen? Warum nicht an die linke? Ich starre die glitzernden Steine an und weiß, dass ich das Richtige getan habe. Wie Dominik sagte, ist dies ein Freundschaftsring. Das Versprechen, dass erstaunliche Dinge kommen werden. Er hat mich gebeten zu akzeptieren, dass es ihm ernst mit unserer Liebe ist und dass er erforschen will, wie das gemeinsame Leben das echte gemeinsame Leben sein könnte. Der nächste Schritt wartet auf uns, sobald wir das wollen. Ich muss an Dominik denken. Er ist tausende von Meilen weit weg von mir in New York. Unwillkürlich bin ich besorgt, wenn ich mir seine anstehende Konfrontation mit André vorstelle. Als sie an jenem Tag vor Andrés Wohnung einander gegenüberstanden, waren sie wie zwei knurrende Hunde, die sich jederzeit gegenseitig an die Gurgel gehen konnten. Mir graut vor dem Gedanken, wie André reagieren wird, wenn Dominik ihm mitteilt, dass er nicht scheut, ihn ein für allemal zu demontieren. Mit den Fingerspitzen fahre ich über die unebene Oberfläche meines Rings. Ich schicke ein stummes Gebet nach oben, dass alles gut werden möge. Im Moment kann ich nichts anderes tun als hoffen und abwarten. Beth, oh Bethy! Meine Mutter schließt mich in ihre Arme und überhäuft mich mit Küssen. Ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Hallo, Dad. Ich umarme auch meinen Vater, voller Glück, wieder zu Hause zu sein. Es tut so gut, euch beide zu sehen. Meine Mutter tritt einen Schritt zurück und mustert mich. Du hast dich verändert. Sie runzelt die Stirn. Ich erkenne noch nicht genau, was es ist, aber du bist definitiv anders. Sie ist erwachsen geworden, erklärt mein Vater wehmütig. Das musste ich ja auch früher oder später, scherze ich. Aber ich weiß, dass ich jetzt in vielerlei Hinsicht eine andere Beth bin. Ich habe eine andere Welt kennengelernt als die, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin gereist, habe gearbeitet und Kräfte in mir entdeckt, die ich nicht zu besitzen glaubte. Und – ich werde ein wenig rot, wenn ich daran denke. Ich habe auch ein paar ziemlich abgefahrene Dinge über Liebe und Sex gelernt. Es ist schon fast komisch, wenn ich daran denke, wie naiv ich war, als ich im Sommer nach London aufbrach. Damals glaubte ich schon alles zu wissen. Tja, jetzt weiß ich eine Menge mehr. So viel ist sicher. Mom wirbelt geschäftig herum. Komm schon, lass uns deine Sachen in dein altes Zimmer bringen. Dann trinken wir Tee und reden, während ich koche. Ich habe bergeweise Arbeit bis morgen. Es ist, als sei ich niemals weg gewesen. Das Haus ist unverändert. Eine Mischung aus Gemütlichkeit und Chaos. Und der Ablauf ist wie bei dutzenden Familienweihnachtsfesten zuvor. Der Duft nach Backwaren und Braten. Die Weihnachtslieder aus dem Radio. Die hektische Geschäftigkeit, wenn mein Vater losgeschickt wird, um in letzter Minute Besorgungen beim Metzger, Holz- oder Kohlenhändler zu erledigen und meine Mutter wie üblich versucht, alles auf einmal zu erledigen. Meine Brüder räkeln sich faul im Fernsehzimmer und schauen sich Weihnachtsfilme an, mit Schüsseln voller Kartoffelchips und geöffneten Bierdosen, während sie darauf warten, dass ihnen die weihnachtlichen Leckereien vorgesetzt werden. Im Wohnzimmer verströmt ein Baum mit all den alten, vertrauten Dekorationen, einschließlich einer schäbigen blauen Rauschgoldengelspitze seinen Duft nach Kiefer. Der Kaminsims ist mit Stechpalmen geschmückt. Unter dem Baum liegen bereits die Geschenke, und überall im Raum sieht man Weihnachtskarten. Es ist wirklich wie immer. Nur ich bin dieses Jahr diejenige, die anders ist. An diesem Abend laufen wir bei Eiseskälte knirschend durch den Schnee zum Dorf, um der Mitternachtsmesse beizuwohnen. Die Stimmen des Chores zelebrieren die herrlichen alten Weisen, und bei den Weihnachtsliedern stimmen wir alle mit ein und schmettern aus voller Kehle »O come all ye faithful«. Die Kirchenglocken fangen an zu läuten, als wir uns auf den Heimweg machen. Sie läuten Weihnachten ein. Auf meinem Handy taucht eine SMS auf. »Fröhliche Weihnachten, du Schöne. Ich denke an dich. Ich liebe dich. Kuss. Die.« Tränen wallen in meinen Augen auf. Gleichzeitig seufze ich vor Glück und muss lächeln. Ich schaue zum klaren Nachthimmel hoch, an dem die Sterne funkeln. Irgendwo, tausende von Meilen entfernt, ist es noch heller Tag. Dort ist immer noch Heiligabend, und Dominik denkt an mich. »Fröhliche Weihnachten, Dominik«, flüstere ich. Ich lasse mein Handy wieder in meine Tasche gleiten, damit niemand etwas von der SMS mitbekommt. Sie ist ganz allein für mich. Nachher, in meinem Zimmer, werde ich antworten. Der erste Weihnachtsfeiertag ist gleichzeitig fröhlich und anstrengend. Nach dem Frühstück versammeln wir uns vor dem Baum und öffnen unsere Geschenke. Als ich meine Hand ausstrecke, um nach dem Geschenk zu greifen, das mein Bruder Jeremy für mich besorgt hat, entdecken die Luchsaugen meiner Mutter das Funkeln an meinem Finger. »Was ist das, Beth?« Sie nimmt meine Hand und starrt die Diamanten an meinem Finger an. »Wie hübsch! Wer hat ihn dir geschenkt?« »Ach, das ist nur Modeschmuck«, meine ich leichthin. »Von einem Freund.« Sie schaut mich misstrauisch an, aber ich bedenke sie mit einem Blick, den sie hoffentlich richtig übersetzt. Ich will jetzt nicht vor den anderen über den Ring reden. Frag mich nachher. Mom scheint mich zu verstehen, aber sie lässt meine Hand nur widerwillig los und murmelt leise. Für mich sehen diese Diamanten echt aus. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht, den Ring abzunehmen, aber insgeheim weiß ich, dass mir das völlig unmöglich ist. Durch den Ring bin ich mit Dominik verbunden. Er ist das Versprechen unserer Freundschaft. Ich will ihn jederzeit anschauen und mich daran erinnern können. Wir öffnen unsere Geschenke und tauschen Dankesbekundungen und Küsse aus. Vor uns liegen die üblichen Beutestücke. Whisky, Hausschuhe und Taschentücher für meinen Vater, Seife und Parfüm für meine Mutter und Bücher, Filme und Musik für den Rest von uns. Die üblichen vertrauten Präsente von den Menschen, die wir lieben. Ich freue mich, dass offenbar alle die Geschenke mögen, die ich aus New York mitgebracht habe. Ein silbernes Bettelarmband von Bloomingdales für meine Mutter, Baseballmützen für meine Brüder und einen Ralph Lauren Pulli für meinen Vater. Moment mal, sagt mein Vater und zeigt auf das Päckchen, das ich am Abend zuvor unter den Baum gelegt habe. Für wen ist das? Er zieht die geschmackvolle blassblaue Schachtel mit dem weißen Geschenkband hervor und schaut auf den Aufkleber. Für die reizende Beth. Frohe Weihnachten und alles Liebe, Mark. Er reicht mir die Schachtel. Sieht aus, als wäre das etwas Nobles von deinem Chef. Ich nehme ihm die Schachtel ab und öffne sie erwartungsvoll. Alle schauen zu. Was für ein schönes Geschenkband, haucht meine Mutter. Du solltest es aufbewahren. Das lässt sich ganz bestimmt noch einmal verwenden. Ich nehme den Deckel ab und stoße auf einen Berg Seidenpapier. Ich halte den Atem an, taste mit den Fingern in die Schachtel und entdecke eine kleinere Schachtel, dieses Mal in marineblau und mit Moray-Seide bespannt. Ich öffne sie und finde darin ein Miniaturgemälde in einem ovalen Goldrahmen. Es ist vollkommen. Das Bild muss aus dem 18. Jahrhundert stammen. Das Porträt einer jungen Frau mit rosigen Wangen und Rosenknospen im gepuderten Haar. Sie presst eine Hand an die Wange und hält in der anderen eine blühende Rose, während sie mit strahlend blauen Augen und einem Lächeln auf den roten Lippen auf den Betrachter schaut. Daneben finde ich eine winzige Karte mit Marks eleganter Handschrift. Zur Erinnerung an ihren Fragonard. Ich hole Tiefluft. Ist das hier wirklich ein Fragonard? Es ist definitiv sein Stil, aber das ist doch nicht möglich. Ein echtes Miniaturgemälde von Fragonard wäre tausende Pfund wert. So etwas Wertvolles kann Mark mir unmöglich geschenkt haben. Es muss sich um eine Arbeit aus der Schule Fragonards handeln, in seinem Stil gemalt. Mark hat es mir geschenkt, um mich an das Bild zu erinnern, das ich für André gekauft habe. Das atemberaubende Porträt einer jungen, lesenden Frau. Ich starre erneut in das leuchtende rosa Gesicht, das vom Pinsel des Künstlers so perfekt umgesetzt wurde. Ich liebe dieses Bild. Lass mich mal sehen, sagt meine Mutter und reckt neugierig den Hals. Oh, das ist aber sehr hübsch. Was für ein reizendes Geschenk. Ich habe etwas ähnliches im Museumsshop des Victoria and Albert Museums gesehen. Ich starre das Bild an. Ich glaube nicht, dass es aus dem Geschenkshop eines Museums stammt, aber vielleicht ist es besser, wenn meine Eltern das denken. Es würde ihnen nicht gefallen, wenn ich etwas so Wertvolles als Geschenk annehme. Ich muss an Mark denken, der dieses Weihnachtsfest mit Caroline zu Hause verbringt. Ich frage mich, wie es ihm geht und ob das Fieber gesunken ist. Ich werde ihn später anrufen, beschließe ich, und ihm fröhliche Weihnachten wünschen und ihm für sein herrliches Geschenk danken. Der Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist sehr geschäftig. Ich verbringe einen Großteil davon in der Küche und helfe meiner Mutter, das Festmahl zuzubereiten. Nach einem umfangreichen Mittagessen, das mehrere Stunden in Anspruch nimmt, spielen wir, wie in unserer Familie üblich, Brettspiele und necken uns gegenseitig bei noch mehr Essen. Käse, Plätzchen, Pralinen und Weihnachtskuchen. Dann gehen wir einmal durch das Dorf spazieren, plaudern mit all den Leuten, die wir kennen, während schon die Sonne untergeht. Schließlich machen wir uns rotwangig und durchgefroren auf den Heimweg. Mein Vater und meine Brüder gehen voraus, während meine Mutter und ich hinterher schlendern. Ich erzähle ihr alles über New York. Ich weiß, sie brennt darauf, mich nach dem Ring zu fragen, und ich arbeite mich gerade langsam dazu vor, Dominik zu erwähnen, als ich eine vertraute Gestalt in Bomberjacke und Wollmütze sehe, in Begleitung einer jungen Frau in einem weißen, gesteppten Wintermantel. Ist das nicht Adam? fragt meine Mutter und kneift die Augen zusammen, um im schwindenden Tageslicht besser sehen zu können. Ach ja, das ist er wohl. Ich starre hinüber, bin mir nicht sicher, wie es mir damit geht, meinen Exfreund wiederzusehen. Kaum zu glauben, dass ich einmal dachte, er sei die Liebe meines Lebens. Jetzt wirkt er auf mich wie ein Fremder, nett, aber nichts Besonderes. Im Vergleich zu Dominik kommt er mir blass und gewöhnlich vor. Adam, ruft meine Mutter und winkt ihm zu, als er aufschaut. Mom, warum hast du das getan? zischle ich und werfe ihr einen wütenden Blick zu. Es schadet doch nicht, wenn er sieht, was er so leichtfertig aufgegeben hat, murmelt meine Mutter und lächelt zufrieden. Adam erkennt uns und kommt auf uns zu, zieht seine widerwillige Begleiterin mit sich. Hallo, Miss Villiers, sagt er, als er in Höherweite kommt. Er starrt mich an. Hallo, Beth? Er zeigt auf seine Freundin. Du erinnerst dich an Hannah? Ich sehe zu ihr und erinnere mich an unsere letzte Begegnung. Sie lag unter Adam, mit weitgespreizten Beinen, während er in sie stieß. Ja, wie nett, dich wiederzusehen. Sie funkelt mich finster an und brummt etwas, dann schiebt sie die Hände tief in ihre Manteltaschen, um zu zeigen, wie sehr sie die Situation langweilt. Ich lächle ihr zu. Ich schulde ihr etwas, weil sie mit meinem damaligen Freund geschlafen hat. Wie läuft's denn so, Beth? erkundigt sich Adam fröhlich. Du siehst echt gut aus. Bist du immer noch mit diesem Typen in London zusammen? Die Augenbrauen meiner Mutter schießen nach oben und sie schaut mich an. Äh, ja. Ich werde rot. Bei mir läuft alles gut, danke. Und bei dir so? Er nickt begeistert. Seine runden Wangen zittern angesichts der Bewegung. Großartig. Hannah ist schwanger. Wir sind total aufgeregt. Oh. Ich schaue in das mürrische Gesicht seiner Freundin. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Ich gratuliere. Wann kommt es denn? Im März. Adam lächelt mich an. Ich kann es kaum erwarten, Vater zu werden. Einen Augenblick lang stelle ich mir vor, dass ich es bin, die daneben Adam steht. Schwanger und mit der Aussicht in dem Dorf, in dem ich selbst aufgewachsen bin, ein Kind großzuziehen. Eine Welle der Erleichterung überkommt mich, dass ich einen anderen Weg beschreiten durfte. Für Adam und Hannah mag es das Richtige sein, aber für mich definitiv nicht. Wie wunderbar. Viel Glück. Man sieht sich, Adam. Meine Mutter und ich gehen weiter, folgen meinem Vater und meinen Brüdern, die mittlerweile einen ordentlichen Vorsprung haben. Ein Typ in London? Hakt meine Mutter nach. Ich glaube, eine Erklärung wäre jetzt angebracht. Sie schaut mich aus den Augenwinkeln an. Und wenn dieser Ring Modeschmuck ist, bin ich Audrey Hepburn. Ich muss lachen. Keine Sorge, ich werde dir alles haarklein erzählen. Das hoffe ich sehr. Mir ist schon aufgefallen, dass du jetzt eine ganz andere Ausstrahlung hast. Sie mustert mich intensiv, mit Wehmut im Blick. Du hast dich verändert, Beth. Du wirst alles darüber hören. Ich warte nur auf den richtigen Moment, das ist alles. Wenn die Jungs abspülen, können wir uns vor den Kamin setzen und ich erzähle dir jedes Detail. In diesem Augenblick erwacht mein Handy zum Leben. Ich ziehe es heraus, bin mir sicher, es ist ein Weihnachtsgruß von Dominic. Er sollte mittlerweile aufgestanden sein und den Morgen mit Georgie oder seinen Vettern verbracht haben oder wo immer sie gelandet sind. Ich frage mich, was er gerade macht. Ob er Geschenke öffnet oder zum Frühstück ein Glas Champagner trinkt. Die SMS auf meinem Display lautet wie folgt. Liebe Beth, es tut mir leid, dass ich Ihnen das ausgerechnet heute mitteilen muss, aber ich finde, Sie sollten wissen, dass man Mark ins Krankenhaus gebracht hat. Es steht nicht gut um ihn. Bitte rufen Sie mich an. Caroline. Mein Vater versucht mir auszureden, nach London zu fahren, aber ich höre nicht auf ihn. Ich muss zu Mark, erkläre ich dir köpfig. Du bist doch völlig durcheinander. Du solltest dich in diesem Zustand nicht ans Steuer setzen, nachher baust du noch einen Unfall. Dein Vater hat recht, stimmt meine Mutter ihm zu. Du darfst nicht fahren, Beth. Ich erlaube es nicht. Du kannst ja ohnehin nichts für Mark tun. Ich kann für ihn da sein, erkläre ich wild entschlossen. Er hat so viel für mich getan. Du kannst es mir nicht verbieten. Ich bin kein Kind mehr. Ich kann dir aber verbieten, meinen Wagen zu nehmen, erklärt meine Mutter, und wir funkeln uns erbust an. Mein Bruder Jeremy seufzt schwer und steht auf. Ich fahre sie, sagt er in seiner bedächtigen Sprechweise. Das ist schon okay. Du hast getrunken, wirft meine Mutter besorgt ein. Wir haben alle etwas getrunken. Jeremy zieht eine Grimasse. Ich hatte zwei Glas Wein beim Mittagessen, aber das ist schon Stunden her. Ich wollte mich heute Abend im Pub zuschütten, aber wenn Beth unbedingt nach London muss, dann kann ich sie hinbringen. Eine Welle der Erleichterung überkommt mich. Ich danke dir, Jeremy. Ich schulde dir was. Da hast du verdammt recht, sagt er, wenn auch mit einem Lächeln. Und jetzt komm, wir sollten los. Vermutlich kommen wir gut durch. Es ist ja Weihnachten. Ich renne nach oben und hole meine Sachen. Für die Fahrt nach London brauchen wir weniger als zweieinhalb Stunden, was ein sehr guter Schnitt ist. Jeremy braust mit dem kleinen Flitzer meiner Mutter in einer Geschwindigkeit über die Autobahn, die der Wagen vermutlich noch nie zuvor gefahren ist. Ich bin sehr aufgewühlt, sehe die Meilen in quälender Langsamkeit dahin gleiten. Es scheint ewig zu dauern, bis wir endlich in der Stadt sind. In der Dunkelheit der Nacht fahren wir auf Straßen, die direkt in das Herz Londons führen. Ich weise meinen Bruder in die Feinheiten der Einbahnstraßen der City ein, dann erreichen wir endlich das Princess Charlotte Krankenhaus. Danke, Jeremy, sage ich und schaue ihn herzlich an. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Gern geschehen, sagt er. Soll ich auf dich warten? Ich schüttle den Kopf. Ich weiß nicht, wann ich weg kann. Ich möchte bei Mark bleiben, solange es geht. Ich kann ja später mit dem Taxi nach Hause fahren. Ist gut, Schwesterherz. Ich mache einen Spaziergang, vertrete mir die Beine, trinke einen Kaffee und fahre dann wieder nach Hause. Er grinst. Vielleicht komme ich ja gerade noch rechtzeitig für die letzte Runde. Im Krankenhaus herrscht eine gedrückte Stimmung. Es ist nicht viel Personal da und man hat das Gefühl, dass Weihnachten woanders passiert und alle lieber dort als hier wären. Ich schaue auf meinem Handy nach, aber es sind keine weiteren Nachrichten eingegangen. Ich habe Caroline getextet, dass ich unterwegs sei, aber es kam keine Antwort von ihr. Die Krankenschwester am Empfang schaut ernst, als ich ihr sage, dass ich zu Mark möchte. Er liegt auf der Intensivstation, sagt sie. Sie können ihn besuchen, aber nur kurz. Was fehlt ihm denn akut? Frage ich besorgt. Ich fürchte, sein Infekt hat sich zu einer Lungenentzündung entwickelt. Er kämpft dagegen an, so gut er kann, aber der Umstand, dass er schon so geschwächt war, macht es nicht gerade leichter. Sie schaut mich mitfühlend an. Es tut mir leid. Leid? Warum tut es ihr jetzt schon leid? Er lebt doch noch, oder nicht? Wie stehen seine Chancen? Frage ich mit zitternder Stimme. Die Pause vor ihrer Antwort ist am schlimmsten. Wir tun unser Bestes für ihn, aber ich fürchte, er ist schon so schwach, dass nicht mehr viel übrig ist, womit er kämpfen kann. Ich möchte sie nicht beunruhigen, aber in Fällen wie diesen kann es sehr schnell gehen. Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihm. Caroline sitzt an Marks Bett. Er ist nur noch ein winziger, zerbrechlicher Schatten seiner selbst. Nicht mehr der elegante, energiegeladene Mann, den ich einst kannte. Er schläft in einem riesigen Krankenhausbett, angeschlossen an Monitore und Infusionen, mit einer Sauerstoffmaske auf dem Gesicht und einer Pumpe, die zischend Luft in seine Lungen pumpt. Er sieht sehr, sehr krank aus. Caroline? Sage ich leise beim Näherkommen. Sie zuckt zusammen und starrt mich an. Ach, Beth. Ihre Augen füllen sich mit Tränen und ihr Gesicht wird noch röter. Ich wollte Ihnen sagen, Sie sollen sich das Weihnachtsfest nicht verderben und bei Ihrer Familie bleiben, aber ich konnte es nicht. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich gehe zu ihr und umarme sie, lege meine Arme um ihren breiten Rücken und versuche, sie so gut ich es kann, zu trösten. Ich bekomme es mit der Angst zu tun, als sie zu weinen anfängt. Caroline ist immer so gefasst und kompetent. Wenn sie jetzt weint, was bedeutet das dann für Mark? Was sagen die Ärzte? Frage ich, um sie abzulenken. Sie schnüffelt und zieht ein Taschentuch heraus, mit dem sie sich die Augen trocknet. Die Ärzte sagen, sie tun alles, was sie können, aber es liege nicht mehr in ihrer Hand. Die nächsten 24 Stunden geben den Ausschlag. Sie sehen ja, wie schwach er schon ist. Der Krebs. Mittlerweile sind sie nicht einmal mehr sicher, ob der Tumor, den sie entfernt haben, der Primärtumor war. Vielleicht steckt er immer noch irgendwo in ihm, bringt ihn langsam um. Beth, ich weiß nicht, wie er da auch noch gegen die Lungenentzündung ankämpfen soll. Sie schluchzt in ihr Taschentuch. Ich schaue zu Marks zerbrechlichem Körper, umgeben von Maschinen. Er kann es schaffen, flüstere ich. Ich weiß, er kann es. Und er bekommt die bestmögliche Pflege. Ich weiß, ich weiß. Caroline schaut zu mir auf, ihre Augen rot und trennend. Wir können jetzt nur noch hoffen und beten. Ich sitze eine Weile mit Caroline an Marks Bett. Dann geht sie, um die Toilette aufzusuchen und Tee zu holen. Ich bin allein mit Mark, fühle mich hilflos. Ich kann nur mit ihm reden und ihn wissen lassen, dass ich hier bin, dass ich an ihn glaube und dass es ihm bald besser gehen wird. Mark, sage ich und beuge mich zu ihm. Ich frage mich, ob er mich über den Lahm der Maschinen und dem rhythmischen Zischen der Sauerstoffpumpe überhaupt hören kann. Mark, ich bin es, Beth. Ich bin bei Ihnen. Ich befehle Ihnen, das hier durchzustehen und wieder gesund zu werden. Können Sie mich hören, Mark? Sie müssen wieder gesund werden. Wir brauchen Sie alle so sehr. Ich will seine Hand halten, aber ich traue mich nicht, ihn zu berühren. Seine Hand ist mager und grau. Ein Tropf ist daran befestigt und ich will nichts durcheinander bringen. Ich liebe Ihr Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank dafür. Es ist herrlich. Ich werde es in Ehren halten. Ich freue mich sehr darauf, im neuen Jahr wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden viel Spaß haben und wir werden nicht länger nach Andres Pfeife tanzen. Ich muss schwer schlucken, als ich daran denke, was Anna erzählt hat. Der arme, unschuldige, ehrliche Mark. André hat ihn ausgenutzt und ihn dazu gebracht, Geld für ihn zu waschen. Sein aufrechter Charakter hat ihn in Schwierigkeiten gebracht, denn er dachte, André sei ein eben solcher Ehrenmann wie er. Ich versuche, mir Mark vor Gericht vorzustellen, wie er darum kämpft, seinen Namen reinzuwaschen, aber das macht mich so unendlich traurig, dass ich den Gedanken nicht lange aushalte. Ist das Marks Zukunft? Ich wünschte, ich hätte die Macht, sie zu ändern, aber das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Die Wahrheit über André ist herausgekommen und ich kann mich den Enthüllungen nicht mehr in den Weg stellen. Oh, Mark, flüstere ich. Es tut mir so leid. Ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen all das eingebrockt habe. Das wollte ich nicht. Ich würde alles tun, um es zu ändern. Bitte, bitte werden Sie wieder gesund, damit wir das zusammen durchstehen können. Ich höre ein Seufzen und glaube einen Moment lang, dass es von Mark kommt, aber dann denke ich, dass es die Pumpe und das Zischen des Sauerstoffs gewesen sein muss. Das Piepen der Maschinen geht immer weiter. Mark liegt im Bett, stumm, bewusstlos, um sein Leben kämpfend. Ich werde von einer Krankenschwester geweckt. Benommen komme ich zu mir, verwirrt angesichts meiner Umgebung. Wo bin ich? Dann fällt es mir wieder ein. Ich bin im Krankenhaus und muss auf den Stühlen im Wartezimmer eingeschlafen sein, während Caroline an Marks Bett Wache hielt. Später wird sie auf dem Klappbett in seinem Zimmer schlafen, während ich an seinem Bett wache. Was ist? Frage ich und schüttle den Schlaf ab. Kommen Sie bitte, sagt die Schwester mit ernster Miene. Sofort bin ich hellwach und auf den Beinen. Mein Magen dreht sich vor Angst, während ich ihr durch den Flur zu Marks Zimmer folge. An Marks Bett stehen zwei weitere Krankenschwestern und kümmern sich um die Maschinen und die Infusionen, murmeln einander Zahlen und Statistiken zu. Caroline ist ebenfalls dort. Sie beugt sich über Mark und hält seine Hand. Oh Mark, schluchzt sie. Bitte verlass mich nicht. Bitte nicht. Ich wende mich an die Krankenschwester. Ist es... Sie schaut mich schaurig an. Ich fürchte, er ist zu schwach. Wir können jetzt kaum noch etwas tun. Nein, rufe ich. Das werde ich nicht zulassen. Mark darf nicht sterben. Er darf es einfach nicht. Wo sind die Ärzte? Kann man nicht operieren, ihm mehr Medikamente geben, irgendetwas tun? Der Facharzt war schon hier. Wir können nichts weiter tun, als es ihm so leicht wie möglich zu machen. Sie legt ihre Hand auf meinen Arm. Er leidet keine Schmerzen. Er ist ganz friedlich. Ich schaue zu Mark. Wie kann sie das sagen? Sein Atem kommt mühsam und gequält. Seine Brust erschauert, wann immer sie sich hebt und senkt. Das Geräusch, wie seine infizierten Lungen nach Luft dringen, ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Ich gehe zu Caroline. Sie dreht sich zu mir. Tränen strömen über ihr Gesicht. Es ist soweit, Beth. Er verlässt uns. Nein. Oh, Caroline, nein. Trauer wallt in mir auf wie ein übervoller Fluss, der über die Ufer tritt und sich unaufhaltsam seinen Weg bahnt. Ich vergieße heiße Tränen, während eine Krankenschwester die andere auffordert, die Morphiumdosis zu erhöhen. Caroline und ich umarmen uns, schluchzen, und dann werden wir beide auf einen Schlag ruhiger. Wir weinen immer noch, aber die Hysterie, die uns zu überwältigen drohte, ebbt ab und der Raum füllt sich mit einer seltsamen Gefasstheit. Wir schauen beide zu Mark hinunter, und während ich ihn ansehe, hat es den Anschein, als ob sich sein Gesicht unter der Sauerstoffmaske verändert. Seine Stirn scheint glatter zu werden. Seine Gesichtszüge entspannen sich. Der Druck scheint von ihm zu weichen. Eine halbe Stunde sitzen wir regungslos bei ihm. Miss Palliser? Eine Krankenschwester tritt zu Caroline und legt ihr sanft die Hand auf den Arm. Wir können jetzt nichts mehr tun. Sollen wir die Sauerstoffpumpe abschalten? Caroline beißt sich auf die Lippen. Sie kann nicht sprechen, aber sie nickt. Die Maschine wird ausgeschaltet, und es scheint eine Erleichterung, als das rhythmische Zischen endet. Im Raum wird es still. Die Schwester nimmt Mark die Maske ab. Man hört nur noch, wie er langsam und rasselnd Luft holt. Jetzt ohne Hilfe. Es ist so wunderbar, sein Gesicht ohne die Maske zu sehen. Er ist schmal und zerbrechlich, aber er wirkt jetzt sorgenfrei, als ob er nicht länger kämpft, sondern sich auf den Schlaf vorbereitet. Er wirkt wieder jünger, mehr wie der alte Mark, mein lächelnder, charmanter Freund. Er atmet langsam und rasselnd aus. Es dauert eine endlose Minute, bevor er erneut ausatmet, diesmal noch langsamer. Carolines Hand drückt meine, während wir darauf warten, dass er wieder einatmet. Und endlich tut er es auch. Ein kurzer, weicher Atemzug, der ihn mit einem langen, sanften Seufzer wieder verlässt. Dann kommt nichts mehr. Ich weiß, dass Mark mit diesem letzten Atemzug von seinem Kampf erlöst wurde. Er ist von uns gegangen. Ich höre das leise Schluchzen von Caroline und senke den Kopf. Leb wohl, lieber Mark. Leb wohl. Die Wohnung ist kalt und dunkel, als ich in den frühen Morgenstunden nach Hause komme. Mein Handy ist tot. Der Akku ist schon lange leer und ich habe ihn noch nicht wieder aufgeladen. Ich bin seltsam ruhig, als ich mich auf das Sofa setze und das Ladegerät meines Handys einstecke. Es ist also vorbei. Bald werden eine Million Dinge zu erledigen sein. Aber momentan kann ich nur immer wieder an meinen Freund denken und daran, dass es ihn nun nicht mehr gibt. Mein Handy erwacht flackernd zum Leben und fängt an, sich aufzuladen. Nach einer Weile treffen die Textnachrichten und die Hinweise auf verpasste Anrufe ein. Meine Mutter hat mehrmals angerufen und ich habe auch einen Anruf von Laura verpasst. Es gibt mehrere Anrufe von Dominic und eine Reihe von Textnachrichten, in denen er mir anfangs frohe Weihnachten wünscht und sich dann zunehmend besorgt zeigt, weil ich nicht antworte. Wo steckst du, Beth? Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ruf mich an, sonst steige ich in das nächste Flugzeug nach London und suche dich. Ich sehe auf die Uhr. Er hat diese SMS vor zwei Stunden geschickt. Rasch tippe ich eine Antwort. Es tut mir so leid. Ich war bei Marc im Krankenhaus. Er ist tot. Ich brauche dich so sehr. Ruf mich an, sobald du kannst. Viele Küsse. B. Dann kauere ich mich auf das Sofa und ziehe eine Wolldecke über mich, obwohl mein Bett gleich am anderen Ende des Flures liegt. Irgendwie scheint mir das hier richtiger. Ich weine leise, denke an Marc und schlafe schließlich erschöpft ein, mit dem Handy in der Hand, damit ich gleich merke, wenn Dominic anruft. Ich erwache abrupt, als es an die Tür klopft. Ich bin wieder verwirrt. Warum liege ich am hellichten Tag voll bekleidet auf dem Sofa? Ich schaue auf die Uhr. Es ist fast zwölf. Wann bin ich eingeschlafen? Es klopft erneut fest an die Tür. Ich stehe auf und gehe hinaus. Ich ziehe die Tür auf, blinzle, und im nächsten Moment werde ich von zwei Armen umfangen und von den Beinen gerissen und an eine starke Brust gedrückt. Beth, es tut mir so leid. Mein Gott, wirklich furchtbar leid. Dominics Mund ist an meinem Ohr. Seine Arme umschließen mich fest. Sein Körper schenkt mir den Trost, nachdem ich mich in den letzten furchtbar einsamen Stunden so sehr gesehnt habe. Lange bleiben wir so stehen, Arm in Arm, unfähig, etwas zu sagen. Ich möchte weinen, aber ich habe schon alle Tränen vergossen, die ich hatte. Mir kommt der Gedanke, wie schrecklich ich aussehen muss, mit meinen geschwollenen Augen und den verstrubbelten Haaren. Aber ich weiß, dass es Dominic nichts ausmacht, und mir auch nicht. Ich brauche ihn in diesem Moment so sehr, und es ist eine Erleichterung, ihn ins Wohnzimmer führen und mich neben ihn setzen zu können, immer noch eng an ihn gepresst, sein starker Arm um meine Schulter. Wie bist du hierher gekommen? frage ich erstaunt. Du warst doch in New York. Als du nicht geantwortet hast, habe ich beschlossen, in ein Flugzeug zu steigen. Am ersten Weihnachtsfeiertag? Wie bist du da noch an ein Ticket gekommen? Er zuckt mit den Schultern. Man kann alles bekommen, wenn man es wirklich will. Und ich musste dich einfach sehen. Jetzt bin ich froh, dass ich es getan habe. Er drückt meine Hand. Der arme Mark. Kannst du mir schon davon erzählen? Ich berichte ihm von den Ereignissen, und obwohl ich dachte, keine Tränen mehr zu haben, muss ich doch weinen, als ich jene letzten Stunden im Krankenhaus beschreibe und wie Mark vor meinen Augen seinen allerletzten Atemzug tat. Es ging dann so rasch. Ich war darauf nicht gefasst. Ich sah, wie sein Geist ihn verließ, sage ich, und wische mir mit einem Taschentuch über die Augen. Ich wusste einfach, dass er nicht mehr bei uns war. Und das, was zurückblieb, war nicht mehr Mark. Ist gut. Es ist gut, murmelt Dominic, die Lippen in meinen Haaren vergraben. Er hat jetzt seinen Frieden gefunden. Nichts kann ihn mehr verletzen. Das stimmt vermutlich, sage ich elend. Ich schaue zu Dominics braunen Augen auf, die mich voll zärtlichen Mitgefühls ansehen. Er ist gegangen. André kann ihm jetzt nichts mehr anhaben. Dominic schüttelt den Kopf. Nein. Man kann immer noch Ermittlungen gegen Mark einleiten. Aber er wird nie erfahren, was André ihm antun wollte und wie er von ihm benutzt wurde. Das ist das einzig Gute an der ganzen Sache. Ich seufze. Und was wird jetzt aus dir? Aus mir? Aus deinem Job bei Mark. Ich blinzle. Ach je, keine Ahnung. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das scheint mir viel zu früh. Ich habe keine Ahnung, welche Vorkehrungen Mark getroffen hat. Dominic umarmt mich erneut. Mach dir erstmal keine Sorgen. Das finden wir bald genug heraus. Ich atme den köstlichen Duft seines Körpers ein, während ich mein Gesicht an seinen Pullover presse. Hast du das Weihnachtsfest mit deiner Familie wirklich nur für mich verlassen? Natürlich. Aber um ehrlich zu sein, hat das niemand wirklich überrascht. Ich stehe in dem Ruf, spontan und hitzköpfig zu sein. Es tat mir leid, Georgie zurückzulassen. Aber Tante Florence und meine sterbenslangweiligen Vettern fehlen mir nicht. Er legt mir die Hand unter das Kinn und hebt meinen Kopf an. Hör zu. Komm doch mit mir in die Staaten. Ich habe Georgie versprochen, mit ihr zusammen Silvester an irgendeiner totschicken Neujahrsparty teilzunehmen. Lass uns alle zusammen hingehen. Ich ziehe überrascht die Luft ein. Silvester mit Dominic in New York? Das klingt wunderbar, wie ein Traum. Aber was ist mit meiner Familie? Sage ich. Sie erwarten mich wieder zu Hause. Und was ist mit Caroline? Ich möchte sie nicht allein lassen. Du kannst im Moment gar nichts für Caroline tun, sagt Dominic sanft. In ein paar Tagen wird sie dich brauchen, wenn ihr euch beide von dem Schock erholt habt und es darum geht, Marks Hinterlassenschaft und seine Geschäfte zu ordnen. Aber bis zum ersten Januar wird nichts zu tun sein. Das verspreche ich. Und was deine Familie betrifft? Lass uns doch jetzt sofort hinfahren. Ich begleite dich. Ich möchte deine Eltern ohnehin kennenlernen. Und jetzt scheint ein guter Augenblick zu sein. Dann kann ich sie auch gleich um Erlaubnis bitten, dich nach New York zu entführen. Ich halte den Atem an. Was schlägt er da vor? Darf ich mich überhaupt über diese Idee freuen? Durcheinander wie ich bin angesichts von Marks Tod fühlt es sich nicht richtig an, Pläne zu schmieden und sich auf etwas Schönes zu freuen. Ich weiß nicht recht. Es scheint mir Mark gegenüber nicht loyal. Mark hat dir immer geraten, jede Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und dich zu amüsieren. Er würde nicht wollen, dass du dich verkriechst. Er würde zu dir sagen, dass das Leben kurz ist und du es mit beiden Händen ergreifen sollst, solange du noch kannst. Dominic schenkt mir ein umwerfendes Lächeln und ich spüre, dass er recht hat. Also gut, sage ich und erwidere sein Lächeln. Lass es uns tun. Das Gesicht meiner Mutter, als ich in dem luxuriösen schwarzen Range Rover vorfahre, ist Gold wert. Ich bin nicht sicher, wie Dominic an diese Autos kommt, aber er hat Zugang zu ihnen, wann immer er sie braucht und wo immer er sich gerade in der Welt aufhält. In so einem Wagen fühlt sich die Fahrt nach Norfolk wie ein Kinderspiel an. Beth, was um alles, ruft Mom, als sie aus dem Haus kommt und sich die Hände an einem Geschirrtuch abwischt. Meine Brüder sind schon draußen und bewundern den Wagen, da sind wir noch gar nicht ganz zum Stehen gekommen. Mein Vater mustert Dominic misstrauisch. Ich dachte, du bist in London, sagt meine Mutter. Und jetzt bin ich wieder da. Ich lächle sie an. Ich möchte euch Dominic vorstellen. Er ist mein Freund. Es scheint mir eine unzureichende Beschreibung für all das, was Dominic für mich ist und was er mir bedeutet, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Dominic tritt mit einem Lächeln im Gesicht vor und versprüht mühelosen Scham. Guten Tag, Mrs. Villiers. Es ist mir ein Vergnügen, sie kennenzulernen. Beth hat mir schon so viel von ihrer Familie erzählt. Ich habe das Gefühl, sie bereits zu kennen. Hm, sagt meine Mutter schon etwas besänftigt. Sie hat mir praktisch gar nichts von ihnen erzählt. Aber ich freue mich, sie kennenzulernen. Kommen Sie doch bitte herein. Als wir ins Haus gehen, legt sie ihren Arm um mich und drückt mich. Es hat mir so leid getan, das von Marc zu hören, mein Schatz. Wir haben deine Nachricht erhalten. Wie traurig. Danke, Mom, flüstere ich. Aber ich freue mich wirklich, Dominic kennenzulernen. Sie sieht über die Schulter zu Dominic, der uns folgt und dabei mit Dad redet. Ich nehme mal an, dass er derjenige ist, der dir den Ring geschenkt hat und der dich dazu bringt, so besonders zu strahlen. Ich nicke. Das dachte ich mir. Er ist uns herzlich willkommen. Sie senkt ihre Stimme noch weiter. Und du meine Güte, wie attraktiv er ist. Mom! Na, aber es stimmt doch. Ich meine ja nur. Aber jetzt machen wir uns erst einmal eine schöne Tasse Tee und du kannst mir erzählen, wie lange ihr bleibt. Es ist merkwürdig, Dominic in meinem Elternhaus zu sehen, als ob man einen Filmstar im örtlichen Supermarkt sieht oder ein berühmtes Wahrzeichen am Ende der Straße. Irgendwie passt es nicht. Und doch denke ich, warum eigentlich nicht? Dominic benimmt sich wundervoll, scheint sich zu amüsieren und lobt alles, vom Tee bis zu dem exzellenten Weihnachtskuchen meiner Mutter und der Hütte, die mein Vater im Garten aufgestellt hat und in der er von meinem Dad eine Führung erhält. Bevor er später dezidiert zum Gästezimmer geführt wird, haben wir einen Augenblick für uns zwei. Und ich danke ihm dafür, dass er meine Familie so gründlich verzaubert hat. Ganz offensichtlich mögen dich alle. Ich mag sie auch, sagt er. Du hast ein wunderbares Elternhaus. Ein richtiges Zuhause. Du kannst von Glück reden. Er wirkt ein wenig wehmütig. Selbst als meine Eltern noch lebten, hatten wir nie ein solches Zuhause. Immer nur Diplomatenwillen hinter hohen Zäunen mit Stacheldraht, voller Personal und voller Fremder. Ich habe mich immer nach etwas Gemütlichem und Liebevollem gesehnt, wie du es hier hast. Ich umarme ihn, wünschte, ich könnte ihm alles geben, was er sich erhofft und was er braucht. Dann fällt mir wieder ein, welcher Schatten über uns dreut. Hast du einen Termin mit André in New York vereinbart? Dominic nickt. Das ist der Grund, warum ich zurück muss. Wir fliegen gleich morgen früh, wenn das für dich okay ist. Natürlich. Ich möchte an deiner Seite sein. Und ich möchte dich bei mir wissen. Wenn all das hier vorbei ist, können wir ein richtiges Leben führen. Er berührt den Ring an meinem Finger. Erinnerst du dich an unser Versprechen? Ich nicke und schaue ihm in seine sanften, braunen Augen. Ich erinnere mich. Am nächsten Tag läuft alles wie am Schnürchen, obwohl ich nicht mitbekommen habe, dass Dominic viel mehr gemacht hätte, als ein oder zwei Textnachrichten in sein Handy zu tippen. Wir verlassen mein Elternhaus am Vormittag und fahren zum Flughafen, wo ein Fahrer wartet, um den Range Rover zurückzubringen. Rasch werden wir durch das Check-in und danach in die erste Klasse Lounge geleitet und nicht lange darauf sitzen wir im Flugzeug, das uns in die Starten bringt. Wie machst du das nur? frage ich amüsiert. Ich habe so meine Methoden, Watson, erwidert er lächelnd. Ich fühle mich schon ein wenig entspannter, jetzt, da ich von Caroline gehört habe. Sie hat mir erzählt, dass Marks Beerdigung in der ersten Januarwoche stattfinden wird. Ich solle doch am zweiten Januar wieder im Büro sein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Über ihre Absichten lässt sie sich nicht aus, darum habe ich keine Ahnung, ob sie Marks Geschäfte fortführen wird. Möglicherweise bin ich bald arbeitslos. Ich denke sogar, dieses Szenario ist am wahrscheinlichsten. Und falls Andres Geldwäscheaktivitäten ans Licht kommen und Marks Nachlassgegenstand polizeilicher Ermittlungen wird, ist das vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Auf dem Flug nach Amerika ruhen wir uns aus, schauen uns Filme an und unterhalten uns. Dominik erzählt mir, was er geplant hat. Wir wohnen vorerst in meiner Mietwohnung, sagt er, obwohl ich so bald als möglich eine angemessenere Unterkunft finden möchte. Ich habe mich mit André für den 29. verabredet. Und ich hoffe, wir können an diesem Tag alles ins Reine bringen. Jetzt, wo Mark nicht mehr unter uns weilt, besitzt die Gelegenheit nicht mehr dieselbe Dringlichkeit. Aber er muss dennoch einsehen, dass er den Kampf verloren hat und mich und dich in Ruhe lassen muss. Erst dann können wir uns entspannen und zusammen auf den Neujahrsball gehen. Was hältst du davon? Klingt großartig, erkläre ich entschieden. Aber alles hängt davon ab, ob André mitspielt oder nicht. Darüber hinaus ist es nur schwer vorstellbar, wie wir fröhlich Silvester verbringen sollen, wo ich doch tags darauf zu Marks Beerdigung nach Hause fliegen muss. Ich versuche, diesen Gedanken vorerst beiseite zu schieben. Bis dahin werde ich viele glückliche Stunden mit Dominik Verleben. Bis das wahre Leben mich wieder einholt, möchte ich viel lieber darüber nachdenken. Dominiks Wohnung ist noch genau so, wie ich sie in Erinnerung habe. Unmöbliert und seelenlos. Ich wünschte, wir wären in Georgies Wohnung, die sich gemütlich und heimelig anfühlte, auch wenn ich nur kurz dort gewesen bin. Aber dann rufe ich mir in Erinnerung, dass es ja nur ein vorübergehendes Arrangement ist. Vielleicht kann ich Dominik überreden, aus diesem Glaspalast wegzuziehen, irgendwo hin, wo es herzlicher und gastfreundlicher ist. Es gefällt dir nicht, oder? fragt Dominik und stellt unsere Koffer ins Schlafzimmer. Es ist immer noch kaum möbliert, nur ein Bett, eine Kommode und eine Lampe. Ich ziehe die Nase kraus. Eigentlich nicht, nein. Es ist irgendwie kalt. Er sieht sich um. Ich verstehe, was du meinst. Los, lass uns woanders hingehen. Ich glaube, Georgie ist noch bei meiner Tante. Es wird ihr nichts ausmachen, wenn wir uns bei ihr einquartieren. Wäre dir das lieber? Oh ja, rufe ich glücklich. Ein Zuhause. Dominik lacht. Es ist wirklich ein Zuhause. Na schön, dann los. Keine dreißig Minuten später befinden wir uns in der einladenden Wärme von Georgies Brownstone House. Es ist so viel schöner, überall Bücher und Bilder zu sehen und auf einem richtig schönen Sofa mit Kissen zu sitzen. Bist du sicher, dass es deiner Schwester nichts ausmachen wird? rufe ich Dominik zu, der unsere Koffer ins Gästezimmer trägt. Natürlich nicht, ruft er zurück. Sie liegt mir dauernd in den Ohren, doch öfter vorbeizukommen. Sie wird entzückt sein. Ich seufze glücklich, als wir zusammen im Wohnzimmer sitzen und echten britischen Tee aus Georgies Tassen trinken. Aus der Soundanlage dringt leise Musik und im Kamin flackert ein Feuer. Weißt du was? fängt Dominik zögernd an, als sei er nicht sicher, ob er das Thema anschneiden soll oder nicht. Vielleicht wäre das ein guter Moment für einen Neuanfang. Wie meinst du das? Es ist natürlich furchtbar, dass Mark gestorben ist. Das wollte ich wirklich nicht. Aber Veränderungen lagen ohnehin in der Luft. Ich werde künftig sechs Monate im Jahr in New York sein. Möchtest du dir nicht überlegen, ob du nicht auch hierher ziehst? Ich trinke meinen Tee und denke darüber nach. Eigentlich wollte ich genau das unbedingt hören. Aber so einfach kann es doch nicht sein, oder? Wenn du die Hälfte des Jahres hier bist, wo bist du dann die andere Hälfte? Er zuckt mit den Schultern. Hauptsächlich in London. Aber ich werde auch viel reisen. So wird es immer sein. Das gehört zu meinem Geschäft. Selbst wenn ich nach New York ziehe, werde ich also trotzdem die Hälfte des Jahres von dir getrennt sein. Halte ich vernünftigerweise dagegen. Kann ich dann nicht auch gleich in London bleiben? Er seufzt. Vermutlich schon. Ich wollte nur, dass wir so viel wie möglich zusammen sind. Tja, offenbar geht es nur, wenn ich ganz aufhöre zu arbeiten. Nur dann könnte ich immer bei dir sein. Aber das geht nicht. Ich brauche eine eigene Identität. Ich bin jung, ich will arbeiten, meine Interessen entfalten und so viel über Kunst lernen, wie ich nur kann. Ich liebe die Kunst. Ich kann sie unmöglich aufgeben. Dominik sieht mich ernst an. Das würde ich auch niemals von dir verlangen, Beth. Lass uns einfach über Möglichkeiten nachdenken, wie wir so viel Zeit als möglich miteinander verbringen können. Willst du das? Ich schaue in sein schönes Gesicht. Aber natürlich. Du weißt, dass ich das auch will. Ist gut. Er lächelt mich an. Seine vollen Lippen verziehen sich zu einem Lächeln. Welche Optionen haben wir? Ich besorge mir natürlich bald möglichst eine anständige Wohnung in New York, die dir gefällt. Ich möchte auch, dass du mir hilfst, ein Haus in London zu suchen. Die beiden Orte sollen unser Zuhause werden, nicht nur meines. Ich beuge mich vor und küsse ihn. Danke für alles. Er lächelt mich an. Das ist erst der Anfang. In dieser Nacht leben wir uns zärtlich und liebevoll in dem überaus einladenden Gästezimmer. Dominik spürt, dass die Last der Trauer auf mir liegt und ich mich angesichts von Marks Tod unausgesprochen schuldig fühle. Ich muss gar nichts sagen. Er weiß es auch so. Er versteht instinktiv, dass diese Nacht nicht die Nacht für Rollenspiele ist. In dieser Nacht brauche ich ein zärtliches, süßes, tröstliches Liebesspiel. Als wir schaudernd zum Höhepunkt kommen, fange ich an zu weinen. Er küsst meine Tränen fort und hält mich in seinen Armen, bis ich mich wieder beruhigt habe und bereit bin, mich einem neuen Tag zu stellen. Georgie kommt am nächsten Tag vom Besuch bei Tante Florence zurück. Sie freut sich riesig, Dominik und mich zu sehen. Sie begrüßt mich mit Küssen und bedenkt Dominik mit einem gespielt strengen Blick. Jetzt, da du Beth mitgebracht hast, kann ich dir beinahe vergeben, dass du mich am ersten Weihnachtsfeiertag mit Tante Florence allein gelassen hast, sagt sie. Wir verbringen einen herrlichen Tag zusammen, machen gemeinsam einen Spaziergang durch das Viertel und essen in einem Lieblingsrestaurant von Georgie zu Abend. Ich versuche, mich zu amüsieren und alles zu genießen, aber ich bin nervös, wann immer ich an den nächsten Tag denke. Später im Bett, in Dominiks Armen, kann ich nicht schlafen. Hey, du Zappelmaus, sagt Dominik gähnend. Was ist los? Ich habe Angst. Morgen triffst du dich mit André, nicht wahr? Dominik schweigt kurz, dann sagt er leise. Ja. Wo trefft ihr euch? In seinem Büro in der Innenstadt. Bist du dort sicher? Ganz bestimmt. In seinen eigenen Räumen wird er nichts versuchen. Und ihm ist klar, dass viele Menschen wissen, wo ich mich aufhalte. Außerdem bin ich verkabelt und mein Fahrer bleibt in der Nähe. Er war früher bei einer Spezialeinheit der Armee und kennt sich mit heiklen Situationen dieser Art aus. Ich stütze mich auf einen Ellbogen und schaue Dominik besorgt an. Glaubst du, es könnte zu einem Kampf kommen? Sicher nicht. Aber ich bin immer gern auf alles vorbereitet und allzeit bereit. Er grinst mich an, seine weißen Zähne funkeln im Dämmerlicht. Ebenso seine olivfarbene Haut, auf die das Mondlicht fällt. Darum war ich ja auch ein so guter Pfadfinder. Ich möchte darüber lachen, aber es gelingt mir nicht. Ich weiß, wie gefährlich André Dubrovski ist, und ich glaube keine Sekunde lang, dass ihm das, was Dominik zu sagen hat, zu denken geben wird und er anschließend zu einem braven Lämmchen wird, das uns beide in Ruhe lässt. Beth, mach dir keine Sorgen. André ist vor allem Geschäftsmann. Ihn interessiert nur, was für ihn am besten ist. Und wenn ihm klar wird, dass ein Einlenken der einzige Ausweg ist, dann wird er diesen Weg einschlagen. Ich kenne ihn gut, glaube mir. Dominik gähnt erneut. Und jetzt brauche ich etwas Schlaf. Ich lege mich hin und starre in die Dunkelheit. Dominik mag davon überzeugt sein, André zu kennen, aber er war nicht dabei, als André mit mir gesprochen hat. Ich sehe wieder die Leidenschaft in Andrés Augen, als er von unserem möglichen gemeinsamen Leben sprach. Ich weiß, wie viel es einen stolzen Mann wie André kostet, ein solches Angebot zu unterbreiten. Das Angebot, mein Leben mit ihm zu teilen und eine Familie mit ihm zu gründen. Die Zurückweisung muss unerträglich gewesen sein. Sicher hasst er Dominik jetzt umso mehr, weil er weiß, dass sein ehemaliger Angestellter nicht nur sein Konkurrent auf dem geschäftlichen Parkett wurde, sondern auch den Kampf um mein Herz gewonnen hat. Ich wünschte, er wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich die richtige Frau für ihn wäre. Hat er denn nie bemerkt, dass ich kein Interesse an ihm habe? Doch ich weiß, dass es genau daran liegt. Ich war nicht an seinem Reichtum oder seiner Macht interessiert, und das hat André fasziniert. Die Tatsache, dass ich Dominik liebte, machte mich nur noch unwiderstehlicher. Dieser verdammte Konkurrenzkampf. Mehr denn je wünsche ich mir, der morgige Tag wäre schon vorbei und Dominik läge wieder sicher in meinen Armen. Ich hasse die Vorstellung, dass er Andrés Büro betritt, dass er sich in Andrés Einflussbereich begibt. Wer weiß schon, was André geplant hat. Dominik bricht kurz nach dem Frühstück auf. Er sieht unglaublich attraktiv aus in seinem maßgeschneiderten Kirgeranzug und dem Kamelhaarmantel. Er strahlt nicht nur Stärke und Entschlossenheit aus, er wirkt sogar glücklich. Darauf habe ich lange gewartet, sagt er und trinkt seinen Kaffee aus, während er mit Georgie und mir am Küchentisch frühstückt. Sei um Himmelswillen vorsichtig, Dom, warnt Georgie. Sie streicht bedächtig Butter auf ein Stück Toast. Dubrovski ist aalglatt. Geh nicht wie selbstverständlich davon aus, dass du ihn ausmanövrieren kannst. Hey, alles wird gut, sagt er und zwinkert uns zu, um zu zeigen, dass er entspannt ist. Dann küsst er seine Schwester auf die Wange. Wir sehen uns später, murmelt er, als er auch mich zum Abschied küsst. Geht einkaufen und lenkt euch ab. Ich melde mich, sobald ich kann. Kaum ist er fort, chauffiert in einer dieser eleganten Stretchlimousinen, tauschen Georgie und ich besorgte Blicke, aber wir fassen den unausgesprochenen Entschluss, nicht darüber zu grübeln. Während wir darauf warten, dass die Zeit verstreicht, zeigt Georgie mir alte Fotoalben und erzählt mir von ihrer und Dominics Kindheit. Es ist herrlich, die Geschichten aus seiner Vergangenheit zu hören und mir Dominic als kleinen Jungen vorzustellen, aber ich kann mich dennoch kaum konzentrieren. Nach einer Weile stehe ich auf, kann unmöglich länger still sitzen. Es tut mir leid, Georgie. Ich muss raus und mir die Beine vertreten. Ist das für dich okay? Aber natürlich. Kommst du zurecht? Möchtest du, dass ich dich begleite? Ich schüttle den Kopf. Nein, danke. Ich glaube, ich muss eine Weile für mich allein sein. Ich komme bald wieder zurück. In Ordnung. Ich besorge uns etwas zum Mittagessen. Vielleicht können wir heute Nachmittag tatsächlich einkaufen gehen. Wir müssen etwas besorgen, was du zum Neujahrsball anziehen kannst. Mag sein. Aber wenn wir bis dahin noch nichts von Dominic gehört haben, werde ich überhaupt nichts unternehmen können. Ich ziehe mir eine Jacke an und trete in den kalten Wintertag hinaus. Der Himmel ist verhangen und marmorgrau. Nur ganz selten bricht ein Sonnenstrahl durch. Das Wetter scheint meine eigene Stimmung zu reflektieren. Ich spaziere an den Brownstone-Häusern entlang, starre auf meine Füße. Meine Gedanken sind meilenweit weg. Ich kann nicht anders, als daran zu denken, was genau in dieser Minute zwischen Dominic und André passiert. Starren sie sich einfach nur an? Brüllen sie? Ringen sie miteinander? Oder sitzen sie einander zivilisiert an einem Schreibtisch gegenüber und halten ihre Gefühle in Schach, während sie die Rolle eiskalter Geschäftsmänner spielen? Diese Warterei bringt mich noch um. Zum hundertsten Mal ziehe ich mein Handy heraus, aber es gibt keine Nachricht. Ich wünschte, ich wüsste, wie lange ich noch warten muss. Dann könnte ich endlich an etwas anderes denken. Ich laufe lange Zeit und plötzlich wird mir klar, dass ich schon fast am Central Park bin. Ich beschließe vollends zum Park zu gehen und mir dort einen Ort zu suchen, an dem ich einen Kaffee trinken kann. Ich werde Georgie eine SMS schicken und sie wissen lassen, dass es noch eine Weile dauert, bis ich zurückkomme. Ich finde ein Café in einer kleinen Lichtung und setze mich an einen der Tische im Freien. Es sind nicht viele Menschen hier. Vielleicht ist es zu kalt für Familien. Oder vielleicht sind die Leute über Weihnachten verreist, wie es auch so viele Londoner tun. Eine Kellnerin kommt und ich bestelle einen Latte Macchiato. Wenige Minuten später bringt sie einen Pappbecher, den ich fest umfasse, dankbar für die Wärme. Als meine Finger halbwegs wieder aufgetaut sind, texte ich Georgie, wo ich bin und lasse sie wissen, dass ich etwas später zum Mittagessen komme. Darf ich mich zu ihnen setzen? Die Stimme ist rau und unverkennbar. Ich sehe auf und starre in die blassblauen Augen von André Dubrovsky. Erschreckt schnappe ich nach Luft und erhebe mich vor Überraschung halb von meinem Stuhl. Was machen Sie hier? Er setzt sich auf den Eisenstuhl neben mir. Sein Mantel wirkt im Vergleich zu der abgenutzten Oberfläche des Stuhles unpassend elegant. Ich möchte mit Ihnen reden, sagt er formell. Ich bin erstaunt und atemlos, kann meinen Augen kaum glauben. Aber Sie haben noch einen Termin mit Dominik. Wo ist er? Ich schaue mich hektisch um, als ob ich Dominik in den Büschen ausmachen könnte, wo er von Andrés Handlangern festgehalten wird. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn, sagt André ruhig. Er ist wie vereinbart in meinem Büro. Aber er ist schon seit Stunden dort. Hatten Sie keinen festen Termin vereinbart? Meine Anwälte halten ihn beschäftigt, während ich dieses kleine Rendezvous mit ihnen habe. Ich weiß, dass Dominik mir etwas zu sagen hat und ich ahne auch, worum es sich handeln könnte. Aber ich will es zuerst von Ihnen hören. Ich will es aus Ihrem Mund hören. Ich starre ihn mit offenem Mund an, lasse mich auf meinen Stuhl zurücksinken, weiß nicht, was ich sagen soll. Darauf war ich nun wirklich nicht vorbereitet. Wie sagt man einem Mann von Andrés Kaliber, dass er aufgeflogen ist? Wie sagt man einem Kriminellen, dass seine Aktivitäten ans Licht gebracht werden? André schaut mich an. Sein Blick wandert über mein Gesicht und mir wird klar, dass so etwas wie Mitleid in seinen eisigen Augen liegt. Ich habe von Marc gehört, sagt er. Es tut mir sehr leid. Ach, wirklich? Ich spucke es fast aus. Auf einmal überkommt mich Wut. Ich habe Ihre charmante Weihnachtskarte bekommen, die mit der Pressemitteilung, in der Sie erklären, Sie würden Marc den Wölfen zum Fraß vorwerfen und dafür sorgen, dass sein Ruf und seine Existenz vernichtet würden. Tut es Ihnen leid, dass er tot ist? Oder tut es Ihnen einfach nur leid, dass Sie ihn nicht so quälen können, wie Sie es für ihn vorgesehen hatten? Sein Gesichtsausdruck wird hart. Natürlich tut es mir um Marc leid. Ich habe ihn gemocht. Glauben Sie etwa, ich freue mich darüber, dass er tot ist? Halten Sie mich für ein Monster? Wissen Sie was? Ich weiß es nicht. Ich will das nicht denken, aber Sie haben weiß Gott Ihr Bestes getan, mir Ihre kalte und gnadenlose Seite zu zeigen. Darum glaube ich langsam, dass diese Seite Ihr wahres Ich ist. Ich weiß, was ich will, und ich versuche es zu bekommen. Ich will nicht, dass Menschen dabei verletzt werden. Aber manchmal geschieht das eben, knurrt er zurück. Vielleicht würde es weniger oft geschehen, wenn Sie keine unschuldigen Menschen in Ihre Geldwäscherei verstricken würden, kontere ich. Es tritt eine schreckliche Pause ein, während meine Worte in der Luft zwischen uns hängen. Andres Gesichtsausdruck wird noch härter. Dann ergreift er das Wort. Das will mir Dominik also vorwerfen. Er weiß es, und ich weiß es auch. Sie haben Marc als Strohmann benutzt. Sie haben sein vertrauensvolles Naturell ausgenutzt, und anschließend wollten Sie ihn zerstören. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie diese mitfühlende Nummer fallen lassen. Sie sind nichts weiter als ein selbstsüchtiger Schurke. André lehnt sich auf dem kleinen Eisenstuhl zurück und verschränkt die behandschuhten Hände über dem Bauch. Dann glauben Sie es also? Natürlich. Wir haben eine ziemlich unanfechtbare Zeugin, und ich bin sicher, die Beweise werden sich auch in Marks Akten finden lassen. Ich nehme an, Sie verlangen für Ihr Schweigen in dieser Sache, dass ich Sie und Stone in Frieden lasse. Ich nicke. Es sollte auch zu Marks Wohl sein, aber für ihn ist es jetzt zu spät. Es gibt Wege, mich Ihres Schweigens zu versichern. Und dessen von Dominik. Und von Anna. Ich nehme an, dass sie die Zeugin ist, von der Sie sprachen. Ja, Sie können uns aus dem Weg räumen lassen, das meinen Sie ja wohl. Aber wir haben alle schriftliche Zeugenaussagen gemacht, die im Falle unseres Todes an die Polizei weitergegeben werden. Das ist ein Bluff, aber ich hoffe, er klingt glaubwürdig. André starrt mich wieder an. Sein Gesichtsausdruck ist nicht zu lesen. Dann sagt er mit einem finalen Ton in der Stimme, ich verstehe. Er beugt sich zu mir. Seine Augen brennen. Es ist noch nicht zu spät, Beth. Du kannst ihn immer noch verlassen und zu mir kommen. Ich verspreche dir ein Leben, das du mit Stone niemals haben wirst. Ich weiß. Kühl lächle ich ihn an. Das befürchte ich ja gerade. Lange Zeit starren wir uns an, ohne den Blick abzuwenden. Dann seufzt André. Nun gut. Jetzt verstehe ich alles, sagt er nun wieder ganz förmlich. Dominik hat die Macht, mich zu zerstören. Und ich bin sicher, er genießt es. Er muss mir das nicht ins Gesicht sagen. Und ich gönne mir das kleine Vergnügen, ihm diesen Genuss zu versagen. Sie können ihm mitteilen, dass die Hindernisse ausgeräumt sind. Ich werde mich ihm nicht in den Weg stellen. Weder beruflich noch privat. Sie haben aus eigenem freien Willen eine Entscheidung getroffen. Und ich respektiere das. Ich überlasse es ihnen, was sie mit der Macht tun, die sie in Händen halten. Er steht auf. Ich wünschte, es hätte anders enden können. Unwillkürlich empfinde ich eine seltsame Zärtlichkeit für diesen Mann, trotz allem. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Vielleicht gab es einmal einen Moment, in dem es anders hätte enden können, sage ich. Aber Sie haben dafür gesorgt, dass es niemals ein anderes Ende geben kann. Als Sie mich zwingen wollten, das zu tun, was Sie wollten. Er lacht auf. Der fatale Fehler des Tyrannen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Beth. Wünschen Sie mir dasselbe? Natürlich. Ich wünsche Ihnen das, wonach Sie wirklich auf der Suche sind. Ich wünsche Ihnen Liebe. Er schaut mich plötzlich sehr traurig an. Seine blauen Augen sind dunkel verschattet. Sie haben sie bereits gefunden. Sie können von Glück sagen. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens danach gesucht und bin ihr bis jetzt niemals auch nur nahe gekommen. Ich stehe ebenfalls auf und strecke ihm die Hand hin. Leben Sie wohl, André. Viel Glück. Er schaut meine ausgestreckte Hand einen Moment lang an, dann ergreift er sie. Und lächelt. Auch Ihnen viel Glück. Leben Sie wohl, Beth. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Vermutlich nicht. Ich sage nichts weiter. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich sehe zu, wie er mir den Rücken zukehrt und sich durch den Park entfernt. Ich frage mich, was er jetzt tun will. Dann wird mir klar, dass das nicht länger mein Problem ist. Plötzlich ist mir ganz leicht ums Herz. Ich ziehe mein Handy heraus. Immer noch keine Nachricht von Dominik. Zweifellos genießen es die Anwälte, ihm seine Zeit zu stehlen. Ihn auf ein Meeting vorzubereiten, das niemals stattfinden wird. Ruf mich an, sobald du draußen bist. Ich sende die SMS und setze mich wieder auf den Stuhl. Warte auf eine Antwort, während ich meine Blicke über den winterlichen Park schweifen lasse. Dann hatte André also die ganze Zeit die Absicht, sich mit dir zu treffen? Dominik marschiert durch Georgies Wohnzimmer. Sein Gesichtsausdruck ist gleichzeitig verwirrt und wütend. Ich habe Stunden in diesem verdammten Konferenzsaal gesessen und habe unzählige Papiere durchgelesen und eidesstattliche Erklärungen unterzeichnet. Und die ganze Zeit befand er sich nicht einmal in diesem gottverdammten Gebäude. Georgie schaut mich aus den Augenwinkeln an, zuckt mit den Schultern und rollt die Augen zur Decke. Ich erwidere ihr Lächeln. Ich mag Georgie sehr. Dominik bleibt stehen und sieht mich an. Wie zum Teufel konnte er wissen, wo du bist? Er scheint ziemlich gut darin zu sein, mich aufzuspüren, erkläre ich einfach. Aber es ist ihm auch durchaus zuzutrauen, dass er das Haus deiner Schwester beobachten lässt. Dominik schüttelt den Kopf. Dann lacht er. Das muss man ihm lassen. Er weiß, wie man mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe mich so darauf gefreut, ihm unsere Entdeckungen unter die Nase zu reiben. Ich hätte ahnen sollen, dass er das nicht zulassen würde. Dominik bittet mich, jede Einzelheit meines Gesprächs mit André noch einmal durchzugehen. Gemeinsam analysieren wir es. Tja, wenigstens ist ihm jetzt klar, womit wir ihn in der Hand haben, sagt Dominik. Und großes Lob, dass dir die unterschriebenen Zeugenaussagen so schnell eingefallen sind. Das sollten wir wirklich alle tun, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Obwohl ich nicht glaube, dass wir jetzt noch etwas von André zu befürchten haben. Er weiß, es gibt zu viele Beweise gegen ihn. Und wenn er wackelt, wackeln auch seine kriminellen Netzwerke. Und glaube mir, diese Leute werden das nicht lustig finden. Dann sind wir jetzt also frei? Frage ich und kann es kaum glauben? Frei. Dominik lächelt mich an. Müssen wir das nicht der Polizei mitteilen? Frage ich stirnrunzelnd. Er hat Geld gewaschen. Er hilft Verbrecherorganisationen und unterstützt so deren kriminelle Aktivitäten. Machen wir uns nicht mitschuldig, wenn wir ihn damit einfach fortfahren lassen? Beth hat recht, wirft Georgie ein. Im Grund hast du keine andere Wahl. André wird sonst nicht damit aufhören. Dominik schaut mich ernst an. Natürlich wäre das die angemessene Vorgehensweise, aber das bedeutet, dass Marks Name in den Schmutz gezogen wird. Und auch der von Anna und mir. Sogar deiner. Wir müssen dann alle vor Gericht gegen André und seine Unterweltfreunde aussagen. Das könnte gefährlich werden. Überlege dir das gut. Das werde ich, sage ich nachdenklich. Ich werde es mir überlegen. Und ich werde auch darüber nachdenken, was Mark gewollt hätte und was ich persönlich für das Beste halte. Ist gut. Dominik lächelt mich an. Aber wir wollen uns Zeit lassen, bevor wir eine solch schwere Entscheidung treffen. Übermorgen ist Silvester. Wir müssen an einem Ball teilnehmen. Es ist an der Zeit, das alte Jahr zu verabschieden und das neue Willkommen zu heißen. Ich erwidere sein Lächeln. Das vergangene Jahr war das Unglaublichste meines Lebens. Und ich habe so ein Gefühl, dass das kommende Jahr noch viel erstaunlicher werden wird. Die Szene, die sich vor mir ausbreitet, ist märchenhaft. In einem gewaltigen Ballsaal aus Marmor drehen sich Menschen unter einem mehrstufigen Kronleuchter im Kreis. Röcke wirbeln. Auf hochglanzpolierte Schuhe funkeln. Ein Orchester spielt auf einer Bühne. Es ist ein wundervolles Spektakel. Ich schaue von einem Balkon aus zu und bin fasziniert. Und atemlos, da ich vor wenigen Augenblicken noch selbst unten auf der Tanzfläche war. Mein smaragdgrünes Kleid wogte um mich herum, während mich Dominic in seinen Armen drehte und zu dem Walzer, zu dem wir tanzten, summte. Jetzt tritt er auf mich zu und reicht mir ein Glas Champagner. Hier, bitte, sagt er lächelnd. Deine Erfrischung. Amüsierst du dich? Es ist fantastisch. Und so herrlich anzuschauen. Der altmodische Neujahrsball. Es ist schon beinahe Mitternacht. Komm mit. Er führt mich durch eine Tür auf eine schmale Terrasse mit Blick auf die Stadt. Wir treten in die kalte Nachtluft. Ich dachte, du solltest wenigstens noch einen Blick auf New York werfen, bevor wir morgen nach Hause fliegen. Es ist unglaublich. Ich seufze. Unwillkürlich werde ich wehmütig. Nächste Woche ist Marks Beerdigung. Er wird das neue Jahr nicht erleben und auch sonst nichts. Gleichgültig, wie sehr es ihn beunruhigt hätte, wenn sein Ruf ruiniert worden wäre. Ich bin sicher, er wäre gern am Leben geblieben. Dominik zieht seine Smokingjacke aus und hängt sie mir über die Schultern. Er küsst mich auf die Lippen. Ich möchte, dass wir zusammenziehen, Beth. Ich möchte, dass wir immer und überall zusammen sind. Wenn wir nach Hause kommen, suchen wir uns einen Ort, der uns beiden gefällt und an dem wir unser gemeinsames Leben aufbauen können. Seine Worte berühren mich tief. Das will ich auch, sage ich leise. Aber geht es auch mit meiner Karriere und meiner Arbeit? Wir werden einen Weg finden, damit es geht, erwidert Dominik entschlossen. Möglicherweise wird das bedeuten, dass wir manchmal getrennt sind. Aber wir werden immer wissen, dass wir ein gemeinsames Heim teilen und dass wir miteinander verbunden sind, in unserem Herzen. Ein ungeheures Glücksgefühl überkommt mich auf einmal. Das stimmt. Ich nehme ihn in den Arm und ziehe ihn an mich. Ich bin ja so froh. Es war ein holpriger Weg, aber wir haben es geschafft. Dominik legt die Arme um mich und wir stehen eine Weile beisammen, genießen unsere Nähe. Dann sagt er, Hey, sie bereiten sich drinnen auf den Countdown vor. Wir sollten wieder hinein. Ich will das neue Jahr nicht verpassen. Wir gehen zurück in den Ballsaal. Das Orchester hat aufgehört zu spielen und die Menschen schauen auf eine Uhr an der Wand, deren Zeiger sich zentimeterweise in Richtung Mitternacht bewegen. Als nur noch wenige Sekunden übrig sind, skandiert die Menge fünf, vier, drei, zwei. Als alle eins rufen und jubeln, küsst Dominik mich. Als er sich von mir löst, funkeln seine Augen. Ein frohes neues Jahr, Beth. Ein gutes neues Jahr. Das Orchester stimmt Old Lang Syne an, aber wir beide singen nicht mit. Wir gehen zu sehr in unserer eigenen Welt auf, verlieren uns in der Tiefe unseres Kusses. Marks Beerdigung ist gut besucht. In den Bankreihen der Kirche in Chelsea gibt es kaum noch freie Plätze. Die Trauernden sind eine besonders elegante Versammlung, die Männer tragen alle dunkle, dreiteilige Anzüge und die Frauen tragen schwarz. Diamantbroschen und Perlenketten verleihen ihnen die Aura zeitlosen Wohlstandes. Manche tragen Hüte, andere ein Gebinde aus schwarzen Federn oder weiche Baskenmützen aus Wolle als Zugeständnis an das kalte Wetter. Caroline begrüßt mich, als ich die Kirche betrete. Sie sieht schrecklich aus. Ganz anders als ihr übliches rosafarbenes Selbst, aber sie ist gefasst und freut sich, mich zu sehen. Sie zeigt auf jemanden, der den Trauergottesdienstplan verteilt. Ich erkenne in dem großen Mann mit der goldumrandeten Brille James. Hallo, meine Kleine, sagt er leise, als ich auf ihn zutrete. Ich hatte gehofft, Sie heute hier zu sehen. Wie geht es Ihnen? Gut, sage ich und bringe ein Lächeln zustande. Der Anblick von Marks Sarg vorn am Altar, umgeben von Blumen, trifft mich wie ein Stich in die Eingeweide. Ich fühle mich plötzlich wieder zittrig und untröstlich. Kopf hoch, sagt James mitfühlend und stützt mich am Arm. Es ist eine traurige Sache. Der arme Mark. Er ist viel leiser abgetreten, als viele von uns das erwartet hätten. Glauben Sie, dass es so kommen musste? Frage ich und starre ihn eindringlich an. Wie ich höre, war der Krebs sehr viel weiter fortgeschritten, als man es anfangs dachte. Es wäre ihm bei der Strahlentherapie richtig dreckig gegangen. Und Gott weiß, was man sonst noch mit ihm angestellt hätte. Und am Ende wäre es auf dasselbe hinausgelaufen. Vielleicht war es besser für ihn, so rasch zu gehen und das alles nicht ertragen zu müssen. Aber hätte er sich nicht mehr Zeit erhofft? James schaut ernst. Sie kennen doch Mark. Er hat Eleganz und Schönheit geliebt. Es hätte ihm nicht gefallen, zu einem Häufchen Elend reduziert zu werden. Kein bisschen. Womöglich haben Sie recht. James tätschelt mir tröstend den Arm. Dann reicht er mir den Plan für den Trauergottesdienst. Hier, bitte. Setzen Sie sich, wo immer Sie mögen. Ist Dominic bei Ihnen? Ich nicke. Er führt draußen nach Rasch ein Telefonat. Er wird in einer Minute hier sein. Er ist immer umtriebig. Wir sehen uns nachher beim Empfang. Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, wenn das hier vorbei ist. Natürlich. Ich gehe zu einer noch freien Kirchenbank und setze mich. Ich hoffe, ich sehe so elegant aus, wie Mark es sich gewünscht hätte. Ich trage ein schwarzes Kostüm, hochhackige Schuhe und einen glockenförmigen Hut mit einem Diamantpfeil darauf. Besonders der Pfeil würde Mark gefallen haben. Während ich auf Dominic warte, lese ich den Ablaufplan durch. Es wird ein zauberhafter, altmodischer Trauergottesdienst und ich kenne alle Kirchenlieder. Der Chor betritt gerade die Kirche, als Dominic neben mir auf die Bank gleitet. Tut mir leid, murmelt er. Das war Tom. Ich musste den Anruf annehmen. Erstaunlicherweise haben sich ein paar Hindernisse in Luft aufgelöst, die meinem Kauf einer sibirischen Eisenerzmine im Weg standen. Er schaut mich amüsiert an. Komische Sache. Psst. Ich runzle die Stirn. Dann setzt die Orgel ein und der Chor schreitet durch das Kirchenschiff. Die Gemeinde erhebt sich und fängt an zu singen. Es wird ein herrlicher Trauergottesdienst. Als der Chor »Der Herr ist mein Hirte« singt, spüre ich, wie mir heiß die Tränen in den Augen brennen. In erster Linie ist der Gottesdienst eine Hommage an Marks Leben und an seine Arbeit. Seine Freunde halten gemeinsam eine Rede, die gleichzeitig komisch und ergreifend ist. Caroline sagt einige Worte über Marks Leben und wie sehr er ihr fehlen wird. Es folgen Gebete und ein weiteres Kirchenlied. Nach dem Segen sehen wir zu, wie der Sarg den Mittelgang entlang zu dem Leichenwagen getragen wird, der draußen wartet. Die Familie begleitet den Sarg zum Krematorium und der Rest von uns geht die kurze Strecke zu dem Pub, in dem der Empfang stattfindet, zu Fuß. Es ist ein kleiner, aber reizender Pub, wie es nur Pubs in Chelsea sein können. Das war ein sehr bewegender Trauergottesdienst, sagt Dominic, während wir dem Rest der Trauergäste folgen. Unsere schwarze Kleidung und unsere Hüte ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Der gute alte Mark. Ich bin froh, dass er auf diese Weise verabschiedet wurde. Es sagt viel über einen Menschen aus, wenn so viele zum Abschied noch etwas sagen wollen und es dann auch noch so nette Dinge sind. Ich hatte Glück, dass ich Mark kennenlernen durfte. Er war ein großer Fan von dir, sagt Dominic, und zu Recht. Im Pub reicht man uns Cocktails, wahlweise auch Wein oder alkoholfreie Getränke. Ich nehme eine Bloody Mary und nippe daran. Der Drink brennt mir in der Kehle, während ich Ausschau nach James halte. Ich entdecke ihn vor dem Kamin, wo er sich mit Erland unterhält, und als er mich sieht, winkt er mich zu sich. Ich lasse Dominic zurück, der mit einem anderen Gast spricht, und durchquere den Pub. Noch einmal hallo, sagt James. James. Ich bin froh, dass ich sie endlich für mich habe. Erland, hol mir doch bitte noch einen Drink. Du bist auch ein Schatz. Als Erland gegangen ist, sagt James, hat Caroline schon mit Ihnen geredet? Ich schüttelte den Kopf. Noch nicht. Ich war zwar nach meiner Rückkehr einmal im Büro, aber sie meinte, sie will erst nach der Beerdigung mit der Arbeit anfangen. Vermutlich geht es am Montag los. Hat sie denn mit Ihnen gesprochen? James nickt. Das hat sie. Mark hat sie und mich in seinem Testament als Nachlassverwalter bestimmt, und er hat Anweisungen hinterlassen, dass wir seine Geschäfte im Falle seines Todes nach unserem Ermessen fortführen sollen. Oh, entfernt es mir. Und was bedeutet das? Tja, die Details sind natürlich erst noch zu klären, aber Caroline hat angedeutet, dass sie seine Arbeit fortführen möchte, und sie will, dass ich ihr dabei helfe. Können Sie das denn? Neben der Galerie? Er schaut mich fest an. Wenn Sie mir helfen, dann geht es. Caroline hat mir ihre Notizen aus New York gezeigt. Es hat den Anschein, dass sie sich hervorragend vernetzt und einige interessante Stücke gefunden haben. Die finanzielle Lage ist ebenfalls solide. Mark war sehr gut darin, billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Unter uns. Ich denke, wir können Marks Arbeit problemlos fortsetzen. Und falls Caroline irgendwann in der Zukunft ihre Meinung ändert, hat sie ein solides Unternehmen, das sie verkaufen kann. Aber … James blickt sehr ernst. Es gibt einen Haken. Mark hat immer sehr viel Zeit in New York verbracht. Und die amerikanische Seite seiner Geschäfte war ihm stets enorm wichtig. Mir ist das nicht möglich. Ich muss Bier sein und ein Auge auf die Galerie werfen. Ich kann nicht ständig Spritztouren nach Amerika unternehmen. Sie müssten sich also einverstanden erklären, relativ viel Zeit drüben zu verbringen. Ist das für sie denkbar? Ich starre ihn an. Meine Augen strahlen auf, als mir die Auswirkungen klar werden. Nur zu gern! James lächelt. Gut. Mein Lächeln wird blasser, als mir wieder einfällt, dass Dominic und ich immer noch zu entscheiden haben, ob wir Andre der Polizei melden oder nicht. Wenn wir es tun, wird meine rosige Zukunft, in der ich Marks Geschäfte zusammen mit James führe, sich nicht verwirklichen. Ist alles in Ordnung? Will James wissen. Ja, bestens, sage ich. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, um James alles zu erklären. Erland kommt mit zwei Gläsern Champagner zurück und erreicht James eines davon. Hallo Beth, sagt er mit seinem melodischen norwegischen Akzent. Wie geht es Ihnen? War der Trauergottesdienst nicht wunderbar? Danke, das war er wirklich bewegend. Ich lächle ihn an. Mark hätte es sich genauso gewünscht. Erlands Blick wandert plötzlich zur Tür. Holla, murmelt er. Wer ist das denn? Sie ist mir in der Kirche gar nicht aufgefallen. Ich drehe mich um. Es ist Anna. Sie sieht umwerfend aus, in einem schwarzen, raffiniert geschnittenen Kleid und einem Hut mit Schleier, der ihr Gesicht bis zur Nase bedeckt und die Aufmerksamkeit ganz auf ihre leuchtend rot geschminkten Lippen lenkt. Sie sieht sich im Pub um. Als sie Dominic entdeckt, geht sie auf ihn zu. Entschuldigen Sie mich, sage ich und lasse James und Erland stehen. Ich schneide ihr den Weg ab. Hallo Anna. Sie schaut mich mit leicht ironischem Lächeln an, ihre Augen funkeln. Ah, Beth, wie nett sie zu sehen. Wenn es ihnen nichts ausmacht, ich muss mit Dominic sprechen. Aber natürlich. Lassen Sie uns gemeinsam zu ihm gehen. Als Dominic uns kommen sieht, verabschiedet er sich rasch von seinem Gesprächspartner und führt uns in einen kleinen Raum hinter der Bar, wo uns niemand hören kann. Hallo Anna, sagt er höflich. Du hast dich also entschlossen herzukommen? Ja, ich wollte mein Glas auf Mark erheben. Ein Mann, der mir gegenüber immer ausnehmend höflich war. Aber ich wollte dir auch etwas mitteilen, was mir durchaus von Bedeutung zu sein scheint. Laut meinen Kontakten liquidiert André seine Geschäfte. Sowohl hier als auch in Amerika. Wie bitte? Dominic starrt sie verblüfft an. Anna nickt. Der schwarze Schleier flattert und dahinter sieht man ihren funkelnden Blick. Ganz recht. Aus irgendeinem Grund zieht er sich aus sämtlichen Unternehmungen zurück und verlässt damit sowohl dieses Land als auch die Staaten. Ich verstehe, murmelt Dominic. Er wirft mir rasch einen Blick zu. Wie schlau von ihm. Er bricht alle Brücken hinter sich ab, damit ihm nichts nachzuweisen ist, falls wir zur Polizei gehen. Willst du damit sagen, dass er verschwinden wird? Ha, genau. Bestimmt treiben in diesem Moment schon Leute hinter ihm auf. Dominic runzelt die Stirn. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast, Anna. Das ändert die Sachlage dramatisch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, meine Damen, ich muss nach draußen und sofort ein paar Anrufe machen. Er eilt zur Tür, zieht dabei bereits sein Handy heraus und lässt mich und Anna allein in dem Hinterzimmer zurück. Sie sieht ihm nach, dann dreht sie sich zu mir. Ein Lächeln umspielt ihre roten Lippen. Es sieht ganz danach aus, als ob ihr zwei sehr glücklich miteinander seid, sagt sie. Ja, das sind wir. Dank Ihnen. Ich klinge formell, obwohl ich das gar nicht will. Gut, gut, und ich bin sehr glücklich mit Giovanni. Er ist hinreißend und er ist so verrückt nach mir, dass er aus dem Kloster austreten wird. Nur für mich? Ist das nicht aufregend? Das hat noch niemand für mich getan. Anna schaut mich ein wenig spöttisch an. Sie sind also künftig vor mir sicher, Beth. Ich habe das Interesse an Dominic verloren. Ehrlich gesagt, er hat mich ohnehin allmählich gelangweilt. Sie beugt sich zu mir. Ihre Augen funkeln. Haben Sie übrigens jemals herausgefunden, was damals auf der Party in den Katakomben geschehen ist, Beth? Allerdings. Sie haben mir Drogen verabreicht, konntere ich. Wütend angesichts der Erinnerung, obwohl ich erleichtert bin, dass sie von nun an nicht mehr auf Dominic scharf ist. Ich habe außerdem herausgefunden, dass ich André nicht gefügelt habe. Mein Gewissen ist also rein. Wenn es nicht André war. Wer war es dann? Ihre leise Stimme klingt gleichzeitig spielerisch und bedrohlich. Es war natürlich Dominic, erwidere ich kühl. Ach ja. Sie lacht. Selbstverständlich. Ich verspüre einen Stich der Furcht. Will sie etwa andeuten, es gab noch einen anderen Mann? Sie hat schon einmal versucht, mir einzureden, dass sie selbst mich damals gefügelt hat, aber das war unmöglich. Sie haben Dominic gesagt, dass sie ihn in den Höhlen geliebt haben. Sie lacht erneut. Was ist daran so komisch, verlange ich zu wissen. Dann muss er sie wirklich lieben. Denn wissen Sie, er weiß, dass er es nicht gewesen sein kann. Kann er nicht? Vor lauter Angst bildet sich an meinen Handflächen kalter Schweiß. Sie schüttelt den Kopf, schaut mich hinter ihrem Schleier mitleidig an. Nein. Aber er denkt, dass sie sich einem anderen hingegeben haben. Trotzdem hat er nie ein Wort darüber verloren. Sie sehen also, er muss sie wirklich und wahrhaftig lieben. Meine Gedanken drehen sich in einem wirren Strudel, während ich versuche, diese Informationen zu verarbeiten. Aber wer dann? rufe ich. Anna will gehen. Ich halte sie mit einer Hand auf ihrem Arm auf. Bitte, Anna. Wer? Sie müssen es mir sagen. Sie starrt mich einen Augenblick an. Dann sagt sie mit kalter Stimme. Es war niemand. Sie haben mit niemand Liebe gemacht. Das kann ich nicht glauben. Ich erinnere mich an jene Nacht. An die Empfindungen. Die kalte Wand. Die heiße Haut auf meiner. Das herrliche Gefühl, hart von einem Mann hergenommen zu werden, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte. Niemand? flüstere ich. Sie beugt den Kopf zu mir vor und sagt leise, ich habe Ihnen ein sehr starkes sexuelles Stimulanzmittel verabreicht. Das habe ich schon erfolgreich bei vielen Menschen getan und bei denen mit einem besonders lüsternden Charakter kann es eine überraschende Wirkung zeitigen. Es ist möglich, sexuelle Begegnungen zu halluzinieren und das Gefühl zu haben, sie tatsächlich zu erleben. Wie ein Traum, in dem man zum Höhepunkt kommt. Nur tausendmal lebendiger. Ich bin sicher, Sie kennen solche Träume. Nicht wahr, Beth? Ich weiß es. Sie senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. Ich habe sie schließlich gesehen. Sie bedenkt mich mit einem strahlenden Lächeln, dreht sich auf dem Absatz um und marschiert mit schwingenden Hüften davon. Ich starre ihr mit offenem Mund nach. Als Dominic einige Minuten später zurückkehrt, findet er mich immer noch im Hinterzimmer. Geht es dir gut? Wo ist Anna? Er inspiziert mich. Du siehst aus, als hätte dir jemand eine Ohrfeilge versetzt. Alles in Ordnung? Ja. Ja, es geht mir gut. Ich versuche immer noch, die Puzzleteile zu ordnen. Plötzlich wird mir klar, dass Dominic mir niemals etwas vorgeworfen hat und auch nie von mir verlangte ihm die Wahrheit, über das zu sagen, was in den Katakomben geschehen ist. Ihm muss klar gewesen sein, dass ich in meinem Drogenrausch nicht für meine Handlungen verantwortlich war. Vielleicht glaubte er wirklich, dass ich in den Höhlen jemand gefögelt haben könnte, aber er hat sich offenbar entschlossen, die ganze Sache ruhen zu lassen, mir zu vertrauen. Anna hat recht. Er muss mich wirklich lieben. Ich umarme ihn fest. Er ist mir noch kostbarer geworden, der Mann, dem meine Liebe gehört. Hey, sagt er. Bist du sicher, dass bei dir alles in Ordnung ist? Ich nicke. Eines Tages werde ich ihm die Wahrheit sagen. Nicht jetzt, aber schon bald. Ich habe eben mit meinem Anwalt in den Staaten telefoniert, berichtet Dominic. Er glaubt, es hat nicht viel Sinn, jetzt nach Ermittlungen gegen Dobrowski aufzunehmen. Da er seine Geschäfte auflöst und aussteigt, bringen wir uns nur selbst in Schwierigkeiten, ohne jede Chance, ihm etwas anzuhängen. Der Rat meines Anwalts lautet, schlafende Hunde nicht zu wecken. Dann kommt André also damit durch? Plötzlich bin ich wütend. Eigentlich nicht. Er hat mehr verloren, als er gewonnen hat, und... Dominic fährt mit seinen Lippen zart über meinen Mund. Außerdem verliert er das, was er am meisten wollte. Dich. Ich entspanne mich in Dominics Umarmung, lasse mich einen Moment lang von ihm halten. Dann schaue ich ihm in die Augen. Bist du sicher, dass du mich willst, Dominic? Nach allem, was passiert ist? Er nimmt meine Hand, und wir schauen beide auf den Diamantring, der an meinem Finger funkelt. Das hier ist mein Versprechen, sagt er zärtlich. Und du trägst ihn noch. Solange er an deinem Finger steckt, gilt er. Natürlich will ich dich. Ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Er küsst mich, und ich schwelge in der Süße und der Leidenschaft seines Kusses. Nie werde ich genug davon bekommen, wie wundervoll er schmeckt, wie erregend seine Zunge meinen Mund erkundet. Aber ich habe noch eine Frage. Und was ist mit Rosa? Flüstere ich provozierend und presse meine Lippen an sein Ohr. Ich werde auch Rosa immer lieben, murmelt er heiser. Sie ist so süß und gerne so unartig. Ich habe das Gefühl, dass sie noch viele Lektionen vor sich hat, bei denen sie Dinge lernen wird. Er schaut mich an. Ein intensiver Blick, bei dem mir ganz heiß wird. Aber vor allem liebe ich Beth. Meine traumhafte, kluge, lustige, talentierte, wilde, sexy Beth. Ich flüstere. Oh, Dominic, ich liebe dich auch. Mit einem sanft saugenden Kuss auf sein Kinn flüstere ich. Sir. Unsere Blicke treffen sich und wir lächeln. Ein Lächeln gemeinsamer Geheimnisse und geteilter Leidenschaften. Dann küsst mich Dominic erneut, und jetzt ist sein Mund fordernd und voller Leidenschaft. Ich gebe mich seiner Zunge ganz hin, spüre, wie sie in mich eindringt, die intimsten Winkel meines Mundes erforscht, mich neckt und stimuliert. Unwillkürlich schlinge ich die Arme fester um ihn. Dann fahre ich mit einer Hand seinen Rücken hinunter und spüre seinen Hintern unter dem Anzugstoff. Begehren flackert in mir auf. Meine Finger umfassen seinen Po. Ich presse meine Hüften gegen ihn, reibe mich genussvoll an ihm. Während ich weiter meine Zunge mit seiner spielen lasse, spüre ich entzückt, wie er hart wird. Ein leises Stöhnen kommt ihm über die Lippen, als er den Kopf senkt und mit seiner Zunge eine glühende Spur der Erregung meinen Hals entlang zieht. Seine Finger umkreisen meine Brustwarzen durch den dünnen Stoff meines Kleides, und ein köstlicher Schauder überkommt mich bei dieser Berührung. Dann drängt er seinen Oberschenkel so zwischen meine Beine, dass ich mich ihm öffnen muss. Mein Atem geht heftig und schnell. Mein Geschlecht pulsiert bereits vor sehnsüchtigem Verlangen. Dominic fasst meine Hüften, presst sie gegen seine Erektion, sodass ein Zucken durch mich hindurchgeht. Er schaut mich an. Seine Augen sind flüssiges Dunkel, in das ich eintauche und in dem ich mich verliere. Oh Beth, ich will dich haben. Ich will dich immer haben, flüstert Dominic, während er mich unverwandt ansieht. Am liebsten jetzt gleich hier, aber … Mit einem Blick auf die Tür zum Hauptraum löst er den Griff um meine Hüften, streicht noch einmal voller Begehren über meine Brüste und nimmt dann mein Gesicht in seine Hände. Aber wir haben noch so viel Zeit vor uns. Und wir werden noch so vieles entdecken. Zusammen. Miteinander. Ich erschauere angesichts des Gedankens an all das, was vor uns liegt. Unser nächstes Rendezvous und die Lektionen, die ich werde lernen müssen. Und unser ganzes gemeinsames transatlantisches, aufregendes Leben. Im Nebenraum setzt jemand zu einer Rede an. Bald wird man auf Marc anstoßen. Wir sehen uns an und lächeln verschwörerisch. Dann nimmt Dominic meine Hand und wir gehen wieder hinüber zu den anderen. Epilog Es trifft ein großes Paket für mich ein. Zu Händen von Marc Palliser. Als ob der Absender nicht wüsste, dass er tot ist, schimpft James, als er es ins Büro trägt. Man sollte doch denken, dass mittlerweile jeder Bescheid weiß. Schließlich haben alle Zeitungen einen Nachruf auf ihn gebracht. Und sie haben doch die offiziellen Trauerkarten verschickt, oder nicht? Ich nicke. Wir hatten bei der königlichen Druckerei Karten drucken und an alle Geschäftskontakte von Marc schicken lassen. Die Beileidskarten, die wir darauf erhielten, füllen das gesamte Büro. Das Paket ist ja an mich adressiert, sage ich. Vielleicht ist es nur ein Versehen. Sollen wir's öffnen? James nimmt eine Schere vom Schreibtisch und entfernt vorsichtig das Packpapier. Dann stoßen wir auf eine stabile Kiste, darunter Luftpolsterfolie und schließlich eine Holzschachtel mit einer Metallschließe. James braucht all seine Kraft, um sie zu öffnen, doch schließlich kann er den hölzernen Deckel anheben. Der Inhalt ist in weiche Baumwolle gewickelt. James entfernt sie und ich schnappe laut nach Luft. Es ist das Gemälde der lesenden jungen Frau, das ich für Andres Badezimmer im Albany gekauft habe. Ein atemberaubendes Meisterwerk aus der Hand von Fragonard. Das Porträt ist so lebensecht und anrührend, dass ich mir immer vorgestellt habe, die junge Frau könnte jeden Moment eine Seite umblättern. James pfeift und sagt, du lieber Himmel, sehen Sie sich das an. Ist es das, was ich denke? Ich nicke mit weit aufgerissenen Augen. Der Fragonard. Aber James, warum schickt André mir dieses Bild? James lacht. Wer weiß das schon. Aber ich sage Ihnen etwas. Das ist das beste Geschenk, das Sie jemals erhalten werden. Ich starre das Gemälde an. Ich habe keine Ahnung, warum mir André ein so kostbares Bild schenkt, außer um es zu schützen. Aber warum ausgerechnet dieses Bild von all seinen Schätzen? Vielleicht liegt es daran, dass ich es damals selbst ausgesucht habe. Ich frage mich, ob es ihm gelingen wird, seine Kunstwerke außer Landes zu schaffen, oder ob er sie einbüßen wird, sobald die Gerechtigkeit ihn einholt, wann immer dieser Tag auch kommen mag. Mir fällt die winzige Miniatur ein, die Marc mir geschenkt hat. Plötzlich wird mir klar, dass auch dieses winzige Bild ein echter Fragonard ist. Aus irgendeinem Grund hat mir Marc ein Original geschenkt, das viele tausend Pfund wert ist. Mir kommt ein merkwürdiger Gedanke. Hat Marc geahnt, dass André ihn nur benutzte? Wollte auch er diese winzige Kostbarkeit beschützen, indem er sie mir schenkte? Beth? Alles in Ordnung? Ich schaue auf. Ja, es geht mir gut. Ich bin nur nicht sicher, was ich mit dem Bild tun soll. Eigentlich gehört es in ein Museum. Das mag sein. James legt den Kopf schräg und schaut das Gemälde an. Aber ich weiß, wo es sich sehr gut ausnehmen würde. Wie wäre es mit diesem reizenden Haus in Chelsea, das Sie und Dominic kaufen wollen? Würde es dort im Salon nicht einfach fantastisch aussehen? Ich muss an das entzückende kleine Cottage denken, das wir gefunden haben, und wie schön das Bild über dem Kamin aussehen würde. Jedes Mal, wenn ich an unser neues Zuhause denke, überkommt mich eine Welle der Wärme und der Erregung. Oder wie wäre es mit Ihrem Apartment in New York? Fährt James neckend fort. Oder haben Sie sich diesbezüglich noch nicht entschieden? Nein, noch nicht. Ich muss lachen. Momentan wohnen wir noch bei Georgie, auch wenn das nicht ganz zu dem Bild vom Park Avenue Erfolgsmenschen passt, das Dominic von sich selbst hat. Nehmen Sie die junge Frau mit nach Hause, drängt James. Sie gehört zu Ihnen. Ich weiß, dass Sie sie lieben. Ich schaue mir das Gemälde an, in Lavendel- und Gelbtönen gehalten. Die zarte Haut der jungen Frau, der Knick in dem kleinen Finger, auf dem ihr Buch ruht. Warum wehren Sie sich dagegen? James lächelt. Was würde Mark dazu sagen? Ich erwidere sein Lächeln. Ist gut. Ich nehme Sie mit. Sie kann im Cottage hängen und mich an eine unglaubliche Zeit meines Lebens erinnern. Braves Mädchen. Sie haben sich das Bild verdient. Und jetzt packen wir es wieder weg und fahren mit der Arbeit fort. Ich möchte Ihren Terminplan für New York mit Ihnen durchgehen. Ich sehe zu, wie James das Porträt wieder in die Baumwolle wickelt. Die junge Frau verschwindet unter dem weichen, weißen Stoff. Wir können sie in dem Raum zwischenlagern, in dem Mark die Gemälde für seine Klienten aufbewahrte, bevor sie zum Versand verpackt wurden. Wie der Ring, der an meinem Finger funkelt, sagt mir etwas, dass auch die junge Frau eine Art Versprechen ist. Vielleicht werde ich irgendwann herausfinden, was es ist. Sie hörten Fire After Dark – Gefährliche Erfüllung von Sadie Matthews. Gelesen von Christiane Marx. Auf Wiederhören bei Audible.